Beautiful Bastard Beautiful Serie Band 1 von Christina Lauren Mein Vater sagte immer, um den Beruf, den man machen möchte, richtig zu lernen, muss man jemand anderem dabei genau auf die Finger schauen. Um im Job ganz nach oben zu kommen, musst du ganz unten anfangen, sagte er zu mir. Die Personen werden ohne die der CEO nicht leben kann, seine rechte Hand sein. Lern ihre Welt kennen, und sie holen dich zu ihnen, sobald du deinen Abschluss gemacht hast. Ich war unersetzlich geworden, und ich war definitiv die rechte Hand. Nur, dass ich in diesem Fall die rechte Hand war, die dieser verdammten Fresse meistens eine Ohrfeige verpassen wollte. Mein Chef, Mr. Bennett Ryan, der hübsche Bastard. Beim Gedanken an ihn zog sich mir der Magen zusammen. Groß, umwerfend schön und durch und durch gemein. Er war das selbstgerechteste, aufgeblasenste Arschloch, das ich je kennengelernt hatte. Ich hatte gehört, wie die anderen Frauen im Büro über seine Bettgeschichten herzogen, und ich fragte mich, ob es dafür nichts weiter brauchte als ein hübsches Gesicht. Aber mein Vater sagte auch, du wirst früh begreifen, dass Schönheit nur oberflächlich ist, während Hässlichkeit bis ins Mark vordringt. Ich hatte in den letzten Jahren mit genügend widerwärtigen Männern zu tun gehabt, war mit einigen von ihnen sogar während der Highschool und des Colleges ausgegangen. Aber dieser hier topte sie alle. Ach, hallo, Miss Mills. Mr. Ryan stand in der Tür zu meinem Büro, das als Vorzimmer zu seinem diente. Seine Stimme war honigsüß. Trotzdem stimmte da was nicht. Süß wie Honig, der eingefroren war und Risse bekommen hatte. Ich zuckte zusammen, nickte kurz. Nachdem ich erst Wasser über mein Telefon geschüttet hatte, dann meine Ohrringe in den Küchenabfall zerkleinerer hatte fallen lassen, dann auf der Interstate jemand auf mich draufgefahren war und ich auf die Cops warten musste, um ihnen zu sagen, was wir eh alle wussten, dass der andere Schuld hatte, war das Letzte, was ich an diesem Morgen brauchte, ein schlecht gelaunter Mr. Ryan. Pech für mich, dass es ihn in keiner anderen Geschmacksrichtung gab. Ich sagte mein übliches »Guten Morgen, Mr. Ryan« und hoffte, dass er wie üblich mit einem knappen Nicken antwortete. Aber als ich versuchte, mich an ihm vorbei zu schlängeln, murmelte er tatsächlich »Morgen, Miss Mills?« »Wie spät ist es denn in Ihrer kleinen Welt?« Ich blieb stehen und erwiderte seinen kalten Blick. Er war gut zwanzig Zentimeter größer als ich. Bevor ich für ihn arbeitete, hatte ich mich noch nie so klein gefühlt. Ich war seit sechs Jahren bei der Ryan Media Group, aber seit seiner Rückkehr zum Familienunternehmen vor neun Monaten hatte ich begonnen, Absätze zu tragen, die ich zuvor als zirkusreif empfunden hätte, um ihm einigermaßen auf Augenhöhe zu begegnen. Selbst so musste ich noch ein wenig zu ihm aufsehen, und er genoss das eindeutig, seine haselnussbraunen Augen funkelten. »Ich hatte einen ziemlich grauenhaften Morgen, es wird nicht wieder vorkommen«, sagte ich mit zum Glück fester Stimme. Ich war noch nie zu spät gekommen, nicht ein einziges Mal, aber natürlich machte er beim ersten Mal gleich ein Riesending draus. Schnell drückte ich mich an ihm vorbei, hängte Handtasche und Mantel in den Schrank und machte den Computer an. Dabei versuchte ich so zu tun, als würde er nicht im Türrahmen stehen und jede meiner Bewegungen beobachten. »Grauenhaft ist eine ziemlich passende Beschreibung für das, womit ich mich während ihrer Abwesenheit rumschlagen musste. Ich habe persönlich mit Alex Schäffer gesprochen, um auszubügeln, dass er die unterschriebenen Verträge nicht wie versprochen erhalten hat, um neun Uhr morgens. Ostküstenzeit. Ich musste Madeleine Beaumont anrufen, um ihr mitzuteilen, dass wir mit dem Proposal in der Tat wie besprochen weitermachen werden. Anders ausgedrückt, ich habe heute Morgen zugleich Ihren und meinen Job gemacht. Selbst bei einem grauenhaften Morgen müsste es Ihnen doch möglich sein, um acht Uhr da zu sein. Einige von uns stehen früh auf und beginnen bereits vor dem Brunch mit der Arbeit. Ich blickte kurz zu ihm auf, wie er mir da herausfordernd gegenüberstand, die Arme vor der breiten Brust verschränkt und mich wütend anstarrte. Und das alles nur, weil ich eine Stunde zu spät war. Ich blinzelte und bemühte mich, nicht wahrzunehmen, wie sein gut geschnittener Anzug sich über seinen Schultern straffte. Im ersten Monat unserer Zusammenarbeit hatte ich während einer Konferenz den Fehler begangen, den Fitnessbereich unseres Hotels aufzusuchen, und als ich hereinkam, stand er schweißgebadet und mit nacktem Oberkörper neben dem Laufband. Er besaß ein Gesicht, für das jedes Männermodel morden würde, und das unglaublichste Haar, das ich je bei einem Mann gesehen habe. Postcoitales Haar, so nannten die Mädchen unten es, und ihnen zufolge trug es zu Recht diesen Namen. Das Bild, wie er sich mit seinem T-Shirt den Oberkörper abtrocknete, hat sich für immer in mein Hirn gebrannt. Natürlich musste er es damit zerstören, dass er den Mund öffnete. »Schön zu sehen, dass Sie sich endlich mal für Ihre körperliche Fitness interessieren, Miss Mills.« Arschloch. »Es tut mir leid, Mr. Ryan«, antwortete ich, mit nur einem Hauch Sarkasmus in der Stimme. »Mir ist klar, welche Last ich Ihnen aufgebürdet habe, indem Sie gezwungen waren, die Faxmaschine selbst zu bedienen und den Telefonhörer abzunehmen. Wie schon erwähnt, wird es nicht wieder vorkommen.« »Da haben Sie recht. Das wird es nicht.« Er lächelte von oben herab. Wenn er nur die Klappe halten würde, dann wäre er echt perfekt. Ein Stück Klebeband über seinem Mund würde schon reichen. Ich hatte welches in meiner Schreibtischschublade, das ich ab und zu herausnahm und streichelte, und darauf hoffte, es eines Tages einsetzen zu können. Und nur damit Sie diesen Zwischenfall nicht so schnell wieder vergessen, möchte ich die genauen Statustabellen für die Schäffer, Colton und Beaumont-Projekte bis um fünf Uhr auf meinem Schreibtisch sehen. Und dann machen Sie die verlorene Zeit von heute Morgen wieder wett, indem Sie für mich im Konferenzraum einen Probedurchlauf Ihrer Präsentation des Pepperdakes-Accounts vor dem Gremium liefern. Wenn Sie zukünftig diesen Account übernehmen, müssen Sie mir schon beweisen, dass Sie wissen, was zum Teufel Sie da machen.« Meine Augen weiteten sich, während ich zusah, wie er sich umdrehte und die Bürotür hinter sich zuschlug. Er wusste verdammt genau, dass ich mit diesem Projekt, das auch Thema meiner BWL-Masterarbeit war, weiter war als geplant. Ich hatte noch Monate Zeit, um meine Folien fertigzustellen, sobald die Verträge unterzeichnet waren, was sie noch nicht waren. Es gab ja noch nicht mal einen fertigen Entwurf. Und jetzt, bei all dem, was sonst noch anstand, wollte er, dass ich eine Probeabschlusspräsentation hielt in Ich sah auf meine Uhr. Na toll, siebeneinhalb Stunden, falls ich das Mittagessen ausfallen ließ. Ich öffnete den Pepperdakes-Account und legte los. Während sich alle zum Mittagessen aufmachten, blieb ich wie festgeklebt auf meinem Stuhl sitzen, bewaffnet mit meinem Kaffee und einer Packung Studentenfutter aus dem Automaten. Normalerweise brachte ich mir Reste vom Abendessen mit oder holte mir mit den anderen Praktikanten was zu futtern, aber heute hatte ich dafür keine Zeit. Ich hörte, wie die äußere Bürotür aufging und sah hoch. Als meine Freundin Sarah hereinkam, lächelte ich. Sarah war in dem gleichen BWL-Praktikantenprogramm der Ryan Media Group wie ich, auch wenn sie in der Buchhaltung arbeitete. Fertig fürs Mittagessen? fragte sie. Mensch, Sarah, tut mir leid. Ich weiß, ich hab's versprochen, aber dieser Tag ist die Hölle. Ich sah sie entschuldigend an, und ihr Lächeln verwandelte sich in ein Grinsen. Ist der Tag die Hölle oder der Chef? Frotzelte sie und setzte sich auf meine Tischkante. Sarah arbeitete nicht für ihn, aber sie wusste trotzdem alles über Bennett Ryan. Er war in diesem Gebäude eine lebende Legende. Als jüngster Sohn des Firmengründers Elliot Ryan und als notorisch gemeines Genie akzeptierte Bennett es nur selten, dass ihm jemand widersprach. Himmel, wenn ich nicht so gut wäre in meinem Job und nicht schon so lange dabei, hätte ich nicht die Hälfte von dem geschafft, was ich heute bereits erledigt hatte. Ich ersticke in Arbeit, sagte ich und pustete mir ein paar Fransen aus der Stirn. Selbst wenn ich mich verdoppeln könnte, würde ich es nicht rechtzeitig schaffen. Lass dich von diesem Arsch nicht herumkommandieren. Wir wissen alle, wer hier in Wahrheit die Trümpfe in der Hand hat, Chloe. Sarah lächelte mir zu und verließ das Büro. Ich schob meinen Rock ein bisschen hoch, um meine Strümpfe zu überprüfen. Und zu all dem Mist kommt jetzt noch hinzu, begann ich, als ich hörte, dass Sarah zurückkam, dass diese blöden Dinger bereits ein Loch haben. Ein echter Scheißtag, oder? Ich sah, ich sah kurz auf und hielt erprobt inne. Es war nicht Sarah, die vor mir stand. Ich lief putterrot an und zog den Rock rasch wieder hinunter. Es tut mir leid, Mr. Ryan, ich... Miss Mills, da Sie und die anderen Büromädchen anscheinend genügend Zeit haben, um problematische Unterwäsche zu besprechen, gehen Sie doch bitte, nachdem Sie die Puppe Dacus-Präsentation fertig haben, noch zu Wills Büro hinunter und besorgen mir die Marktanalyse und Segmentierung für Beaumont. Er betrachtete sich prüfend im Spiegelbild meines Fensters und richtete seine Krawatte. Denken Sie, Sie schaffen das? Hatte er mich gerade Büromädchen genannt? Ja, natürlich erledigte ich als Praktikantin häufiger einfache Assistenzarbeiten für ihn, aber er wusste verdammt gut, dass ich schon jahrelang für diese Firma gearbeitet hatte, bevor ich das J.T. Miller-Stipendium der Northwestern bekam. In vier Monaten würde ich meinen Wirtschaftsabschluss haben. Meinen Abschluss haben und verflucht nochmal von Ihnen wegkommen, dachte ich. Ich sah auf und direkt in seine glühenden, dunklen Augen. Ich frage gerne Sam, ob Sie... Das war kein Vorschlag, schnitt er mir das Wort ab. Ich möchte, dass Sie die Unterlagen holen, Miss Mills. Er starrte mich einen Moment grimmig an, bevor er sich auf dem Absatz umdrehte und zurück in sein Büro marschierte. Was zum Teufel war nur sein Problem? War es wirklich nötig, dass er wie ein Teenager die Türen knallte? Ich nahm einen Bläser von der Stuhlinie und machte mich auf den Weg zu dem anderen Büro ein paar Häuser weiter. Als ich zurück war, klopfte ich an seine Tür. Keine Antwort. Ich drehte den Türknauf. Abgeschlossen. Vermutlich vergnügte er sich gerade mit einer Treuhandfondprinzessin bei einem Nachmittagsquickie, während ich wie eine Bekloppte durch Chicago rannte. Ich schob die Aktenmappe durch den Briefschlitz und hoffte, dass die Papiere jetzt überall auf dem Boden herumlagen und er sich bücken musste, um sie eigenhändig aufzuheben. Geschehe ihm nur recht. Die Vorstellung, wie er auf dem Fußboden kniete um ihn herum verstreut die Unterlagen, gefiel mir ziemlich gut. Aber so wie ich ihn kannte, würde er mich vermutlich in sein steriles Höllenloch rufen, um alles aufzuräumen, während er zusah. Vier Stunden später waren die Status-Updates vollständig, meine Folien einigermaßen sortiert und ich hätte beinahe hysterisch aufgelacht, was für ein grauenhafter Tag das wirklich war. Ich malte mir einen äußerst blutigen und quälend langsamen Tod für den Jungen bei Kinkus aus. Es war doch wirklich simpel gewesen, was ich von ihm verlangt hatte. Ein paar Kopien, ein paar Bindungen. Wirklich ein Kinderspiel. Rein und raus. Aber nein, es hatte zwei Stunden gedauert. Ich spurtete den dunklen Flur des inzwischen leeren Gebäudes hinunter, die Präsentationsunterlagen fest unter den Arm geklemmt und warf einen Blick auf meine Uhr. Zwanzig nach fünf. Mr. Ryan würde mir den Arsch aufreißen. Ich war zwanzig Minuten zu spät. Und wie ich heute Morgen erfahren durfte, hasste er zu spät. Zu spät war ein Ausdruck, den es im Bennet-Ryan-Wichser-Wörterbuch nicht gab. Außerdem fehlten Herz, Freundlichkeit, Mitgefühl, Mittagspause oder Dankeschön. Hier war ich also und rannte auf meinen Stelzenabsätzen italienischer Pumps durch die leeren Flure, rannte zum Henker. Tief durchatmen, Chloe. Er kann Angst riechen. Als ich mich dem Konferenzraum näherte, versuchte ich, meine Atmung unter Kontrolle zu bekommen und verlangsamte meine Schritte. Weiches Licht schien unter der geschlossenen Tür hindurch. Er war sicherlich schon da, wartete auf mich. Ich glättete sorgfältig Haar und Kleidung, soweit es möglich war, und richtete den Papierstapel unter meinem Arm. Dann holte ich tief Luft und klopfte an die Tür. Ich trat in einen anheimelnd erleuchteten Raum. Der Konferenzraum war riesig. Eine Wand bestand aus einem vom Boden bis zur Decke reichenden Fenster, das vom siebzehnten Stock aus einen herrlichen Blick auf Chicago bot. Nebel verdunkelte den Himmel draußen, und die Wolkenkratzer sprengelten den Horizont mit ihren erleuchteten Fenstern. In der Mitte des Raumes stand ein langer, schwerer Holztisch, und am Kopfende gegenüber der Eingangstür saß Mr. Ryan. Sein Jackett hing über der Stuhllehne, die Krawatte war gelockert, die blütenweißen Hemdsärmel bis zu den Ellenbogen aufgekrempelt, und sein Kinn lag auf seinen zu einem Dach geformten Fingerspitzen. Sein Blick bohrte sich in meinen, aber er sagte kein Wort. »Ich bitte um Entschuldigung, Mr. Ryan«, sagte ich mit wackeliger Stimme, weil ich immer noch zu heftig atmete. Das Kopieren dauerte. Ich hielt inne. Ausreden würden mir jetzt auch nicht helfen. Außerdem würde ich nicht zulassen, dass er mich für etwas beschuldigte, was nicht in meiner Macht lag. Er konnte mich mal am Arsch lecken. Mit neuem Mut, gewappnet, hob ich das Kinn und ging zu ihm hinüber. Ohne ihm in die Augen zu sehen, zog ich aus meinen Unterlagen eine Kopie der Präsentation hervor und legte sie vor uns auf den Tisch. »Sind Sie bereit? Kann ich anfangen?« Anstatt einer Antwort durchbohrte er mit seinem Blick meine herausfordernde Fassade. Das Ganze wäre um einiges leichter, wenn er nicht so fantastisch aussehe. Er zeigte auf die Unterlagen vor ihm, damit ich fortfuhr. Ich räusperte mich und begann mit meiner Präsentation. Während ich auf die verschiedenen Aspekte des Proposals einging, starrte er stumm auf seine Kopien. Warum war er so ruhig? Mit seinen Wutausbrüchen konnte ich umgehen. Aber dieses gespenstische Schweigen, das brachte mich aus dem Konzept. Als ich mich über den Tisch lehnte und auf ein paar Diagramme zeigte, passierte es. »Ihr Zeitplan für den ersten bedeutenden Projektabschnitt ist ein wenig ambi...« Ich hielt mitten im Satz inne. Mir stockte der Atem. Seine Hand drückte sanft gegen mein Kreuz, bevor sie weiter nach unten glitt und auf der Rundung meines Hinterns liegen blieb. In den neun Monaten, die ich jetzt für ihn arbeitete, hatte er mich kein einziges Mal absichtlich berührt. Und dies war eindeutig absichtlich. Die Hitze seiner Hand brannte sich durch meinen Rock hindurch und in meine Haut. Jeder Muskel in meinem Körper spannte sich an, und ich hatte das Gefühl, etwas in mir würde schmelzen. Was zum Teufel tat er da? Mein Verstand schrie mich an, ich solle seine Hand wegstoßen und ihm verbieten, mich jemals wieder anzufassen. Aber mein Körper sah das anders, vollkommen anders. Meine Nippel wurden hart. Ich biss die Zähne zusammen, diese treulosen Nippel. Mein Herz pochte in der Brust, und es verging mehr als eine Minute, ohne dass einer von uns etwas sagte, als seine Hand plötzlich meinen Schenkel hinunterfuhr, ihn zu streicheln begann. In der Stille des Konferenzraums war nichts weiter zu hören als unser Atmen und die gedämpften Geräusche der Stadt unter uns. Drehen Sie sich um, Miss Mills. Leise brach er das Schweigen, und ich streckte den Rücken durch, den Blick nach vorn gerichtet. Langsam drehte ich mich um, und seine Hand glitt über mich hinweg, umfasste meine Hüfte. Ich spürte seine ausgebreitete Hand von den Fingerspitzen auf meinem Kreuz bis zu der Stelle, wo sich sein Daumen in das weiche Fleisch direkt vor meinem Hüftknochen bohrte. Er erwiderte meinen Blick, als ich hinunter in seine Augen sah. Ich beobachtete, wie seine Brust sich hob und senkte, jeder Atemzug tiefer als der vorherige. Ein Muskel zuckte in seinem kantigen Kiefer, als er begann, seinen Daumen zu bewegen, mit ihm langsam vor- und zurückfuhr, den Blick fest auf mich geheftet. Er wartete darauf, dass ich ihm Einhalt gebot. Ich hatte wirklich ausreichend Zeit, ihn wegzuschieben oder mich einfach umzudrehen und zu gehen. Aber bevor ich reagieren konnte, musste ich erst einmal diesen Ansturm an Gefühlen sortieren. Ich hatte so etwas noch nie empfunden, und ich hätte nie erwartet, dass ich so etwas ausgerechnet für ihn empfinden würde. Ich wollte ihm einerseits eine runterhauen, andererseits wollte ich ihn an seinem Hemd zu mir heranziehen und seinen Hals lecken. »Was denken Sie?«, flüsterte er, sein Blick herausfordernd und besorgt zugleich. »Das versuche ich gerade herauszufinden.« Den Blick, unverwandt auf meinen geheftet, ließ er seine Hand weiter hinuntergleiten. Seine Finger fuhren über meinen Schenkel bis zum Saum meines Rocks. Er schob ihn ein Stück hoch, sodass seine Fingerspitzen meinen Straps berührten, den seidenen Rand des schenkelhohen Strumpfes. Ein Mittelfinger schob sich unter den dünnen Stoff und zog ihn ein wenig hinunter. Ich schmolz dahin, weich und warm. Wie konnte ich nur zulassen, dass mein Körper so reagierte? Ich wollte ihm immer noch eine runterhauen, aber jetzt wollte ich mehr als alles andere, das er weitermachte. Das heftige Ziehen zwischen meinen Beinen nahm zu. Er berührte den Rand meines Lips und schob seine Finger unter den Stoff. Ich spürte, wie er über meine Haut glitt und meine Klitt kurz berührte, bevor er einen Finger in mich hineinschob, und ich biß mir auf die Lippen, versuchte vergebens, ein Stöhnen zu unterdrücken. Als ich zu ihm hinunter sah, bildeten sich Schweißperlen auf seiner Stirn. Verdammt! knurrte er leise. Du bist so feucht. Seine Augen schlossen sich. Er schien den gleichen inneren Kampf zu kämpfen wie ich. Ich sah hinunter auf seinen Schoß, wo sich etwas gegen das weiche Material seiner Hose wölbte. Ohne die Augen zu öffnen, zog er seinen Finger heraus und umschloss mit seiner Faust die dünne Spitze meines Slips. Er bebte, als er zu mir aufsah. Die Wut stand ihm deutlich ins Gesicht geschrieben. Mit einer einzigen schnellen Bewegung riss er mir den Slip vom Leib. Das Reißen des Stoffes echote in der Stille. Er packte grob meine Hüften, hob mich auf den kalten Tisch und spreizte meine Beine. Mir entfuhr unwillkürlich ein Stöhnen, als seine Finger wieder zwischen meine Beine glitten, sich in mich hineinschoben. Ich verachtete diesen Mann, aber mein Körper verrieg mich. Ich lächzte nach mehr von dem, was er tat. Er war verdammt gut darin. Seine Berührungen waren nicht sanft und liebevoll, wie ich es gewohnt war. Dieser Mann hier war gewöhnt, zu bekommen, was er wollte, und wie es schien, wollte er in diesem Augenblick mich. Mein Kopf fiel zur Seite, als ich mich auf die Ellbogen stützte und zurücklehnte, spürte, wie mein Orgasmus im Eiltempo herannahnte. Zu meinem absoluten Horror winselte ich tatsächlich, oh, bitte! Er hielt inne, zog seine Finger zurück und ballte sie vor sich zur Faust. Ich setzte mich auf, packte seine Seidenkrawatte und zerrte seinen Mund auf meinen. Seine Lippen fühlten sich genauso perfekt an, wie sie aussahen, weich und fest. Ich war noch nie von jemandem geküsst worden, der eindeutig jeden Einfallswinkel und jede neckende Bewegung kannte, um mich damit beinahe völlig um den Verstand zu bringen. Ich biss auf seine Unterlippe, während meine Hände sich hektisch an seinem Schritt zu schaffen machten und seine Gürtelschnalle öffneten. Sie beenden jetzt besser, was Sie da angefangen haben, Mr. Ryan. Da stieß er einen tiefen, wütenden Laut aus und griff nach meiner Bluse, riss sie auf. Die silbernen Knöpfe verteilten sich auf dem langen Konferenztisch. Ich habe vor, mehr als das zu tun, Miss Mills. Er strich mit seinen Händen über meine Rippen und über meine Brüste, rieb mit seinen Daumen über meine strammen Nippel, vor und zurück, vor und zurück, wobei er mit seinem finsteren Blick die ganze Zeit mein Gesicht fixierte. Seine Hände waren groß und so grob, dass es beinahe schmerzte, aber anstatt zusammenzuzucken oder mich zurückzuziehen, drückte ich mich stärker gegen seine Handflächen. Ich wollte mehr, wollte es härter. Er knurrte, griff fester zu. Mir kam der Gedanke, dass ich blaue Flecken davon tragen könnte und für einen perversen Moment hoffte ich, dass es so wäre. Ich wollte mich auf irgendeine Art an dieses Gefühl erinnern können, dieses Gefühl, mir absolut sicher zu sein, was mein Körper wollte, vollkommen entfesselt. Er lehnte sich so weit vor, dass er in meine Schulter beißen konnte und flüsterte, du verdammte Nervensäge. Ich kam nicht nah genug heran, fummelte hektisch an seinem Reißverschluss herum, schob seine Hose und seine Boxershorts hinunter. Ich drückte fest seinen Schwanz, spürte, wie er gegen meine Handfläche pochte. Milz. Die Art, wie er zischend meine Nachnamen ausspuckte, hätte mich wütend machen müssen. Aber ich fühlte jetzt nur noch eins, reine, unverfälschte Lust. Er zog meinen Rock, meine Schenkel hinauf und drückte mich auf den Konferenztisch hinab. Bevor ich auch nur ein einziges Wort sagen konnte, hielt er mit einer Hand meine Fußknöchel fest, nahm seinen Schwanz in die andere, trat einen Schritt vor und drang tief in mich ein. Es gelang mir noch nicht mal, über das laute Stöhnen entsetzt zu sein, das ich von mir gab. Das hier fühlte sich besser an als alles je zuvor. Was war das? zischte er, während seine Hüften gegen meine Beine klatschten, als er noch tiefer in mich eindrang. So bist du noch nie gefickt worden, oder? Du wärst nicht so eine Nervensäge, wenn man dich mal ordentlich rannehmen würde. Was dachte er, wer er war? Und warum machte es mich so sehr an, dass er auch noch recht hatte? Ich hatte noch nie außerhalb des Betts Sex gehabt und es hatte sich noch nie so angefühlt. Ich habe schon besseren erlebt, spottete ich. Er lachte, ein leises, höhnisches Lachen. Sieh mich an. Nein! Er zog ihn heraus, als ich kurz davor war, zu kommen. Zuerst dachte ich, er würde mich tatsächlich so zurücklassen, doch dann packte er mich an den Armen und zog mich vom Tisch, seine Lippen und seine Zunge auf meine gedrückt. Sieh mich an, sagte er wieder, und jetzt endlich, wo er nicht mehr in mir war, gelang es mir. Er blinzelte, ruhig, und nur einmal, die langen, dunklen Wimpern strichen über seine Wangen, und dann sagte er, bitte mich, dich zu ficken. Sein Ton passte nicht dazu. Er klang wie eine Frage, aber seine Wortwahl war so typisch für ihn, durch und durch Bastard. Ja, ich wollte, dass er mich fickte, aber ich würde ihn verdammt noch mal nie um irgendetwas bitten. Ich senkte meine Stimme, starrte zurück. Sie sind ein Arschloch, Mr. Ryan. Sein Lächeln verriet mir, wie siegessicher er war. Ich hätte ihm am liebsten in die Eier getreten, aber dann würde ich nicht mehr das bekommen, was ich eigentlich wollte. Sagen Sie bitte, Miss Mills. Bitte? Fick dich selbst. Als nächstes spürte ich die kalte Fensterscheibe an meinen Brüsten, und der krasse Temperaturunterschied zwischen dem Fenster und seiner Haut entlockte mir ein Stöhn. Ich stand in Flammen, sehnte mich mit jeder Faser meines Körpers nach seinen groben Berührungen. Zumindest bist du berechenbar. Knurrte er in mein Ohr, bevor er in meine Schulter biß. Er trat gegen meine Füße, macht die Beine breit. Ich spreizte die Beine und ohne zu zögern zog er meine Hüfte nach hinten und stieß in mich hinein. Magst du die Kälte? Ja, du hinterhältiges, schmutziges Mädchen. Du magst es, wenn man dir zusieht, stimmt's? murmelte er und nahm ein Ohrläppchen zwischen seine Zähne. Du liebst es, dass ganz Chicago hier hochgucken kann und sieht, wie du gefögelt wirst. Ja, du liebst jede Minute davon, mit deinen hübschen Titten ans Glas gepresst. Hör auf zu quatschen, du machst es nur kaputt. Was nicht stimmte? Kein bisschen. Seine tiefe, raue Stimme machte mich vollkommen geil. Aber er lachte nur in mein Ohr und vermutlich bemerkte er, wie ich beim Klang seiner Stimme erschauerte. Willst du, dass sie sehen, wie du kommst? Ich stöhnte nur, unfähig zu sprechen, während er mich noch härter gegen die Glasscheibe drängte. Sag es. Wollen Sie kommen, Miss Mills? Antworte mir, oder ich höre auf und lasse mir stattdessen von dir einen Blasen, zischte er und drang mit jedem Stoß tiefer und tiefer in mich ein. Der Teil von mir, der ihn hasste, zerschmolz wie Zucker auf der Zunge. Und der Teil von mir, der alles wollte, was er mir zu geben hatte, wurde größer, heißer und fordernder. Sag es mir einfach. Er lehnte sich vor, saugte mein Ohrläppchen zwischen seine Lippen und biss kurz zu. Ich verspreche, dass ich es dir gebe. Bitte, sagte ich und schloss die Augen, um nichts mehr mitzubekommen, außer ihm. Bitte. Ja. Er griff um mich herum, bewegte seine Fingerspitze über meiner Klitt mit genau dem richtigen Druck und im richtigen Rhythmus. Ich spürte, wie er an meinem Nacken lächelte, und als er seinen Mund öffnete und seine Zähne auf meine Haut drückte, war ich erledigt. Wärme strömte meine Wirbelsäule hinunter, um meine Hüften herum und zwischen meine Beine, und ich presste mich ruckartig an ihn. Meine Hände stemmte ich gegen das Glas, mein gesamter Körper erbebte von dem Orgasmus, der mich überrollte, mir den Atem nahm. Als er schließlich nachließ, zog Ryan seinen Schwanz heraus und drehte mich zu sich um, saugte an meinem Hals, meinem Kinn, meiner Unterlippe. Sagt er, flüsterte er. Ich grub meine Hände in sein Haar und zog fest daran, in der Hoffnung, eine Reaktion von ihm zu bekommen. Ich wollte herausfinden, ob er wirklich alles unter Kontrolle hatte oder ob er wahnsinnig war. Was taten wir da? Er stöhnte, lehnte sich gegen meine Hände und bedeckte meinen Hals mit Küssen, drückte seine Erektion gegen meinen Bauch. Jetzt besorg du es mir. Ich griff mit einer Hand nach seinem Schwanz und begann, ihn zu massieren. Er war schwer und groß, lag perfekt in meiner Hand. Ich hätte ihm das gerne gesagt, aber nie im Leben würde ich ihn wissen lassen, wie wunderbar er sich anfühlte. Stattdessen wich ich zurück und sah ihn unter halbgesenkten Lidern hinweg an. Ich werde dich so heftig kommen lassen, dass du vergisst, dass du eigentlich das größte Arschloch der Welt bist, brummte ich und glitt am Fenster herunter. Dann nahm ich langsam seinen Schwanz in den Mund, bis tief in den Rachen. Er spannte die Muskeln an und gab ein tiefes Stöhnen von sich. Ich sah zu ihm auf. Seine Handflächen und seine Stirn ruhten auf der Fensterscheibe, die Augen fest geschlossen. Er wirkte verletzlich und er sah umwerfend schön aus in seiner Hingabe. Aber er war nicht verletzlich. Er war der größte Scheißkerl auf diesem Planeten und ich kniete vor ihm. Das ging nicht. Auf gar keinen Fall. Also stand ich auf, anstatt ihm zu geben, was er, wie ich wusste, wollte, schob meinen Rock wieder hinunter und sah ihm in die Augen. Es war einfacher so, ohne dass er mich berührte und gegen meinen Willen irgendwelche Gefühle in mir hervorrief. Ein paar Sekunden verging, ohne dass einer von uns beiden zur Seite sah. »Was zum Teufel tust du da?« sagte er mit rauer Stimme. »Knie dich hin und mach den Mund auf.« »Niemals.« Ich hielt mein knopfloses Hemd vorne zusammen und verließ den Raum. Dabei betete ich, dass meine wackeligen Beine mich nicht verraten würden. In meinem Büro packte ich meine Handtasche, die auf dem Schreibtisch lag, warf mir den Blazer über und versuchte ihn hektisch und mit zitternden Fingern zu schließen. Mr. Ryan war mir nicht gefolgt und als ich zum Fahrstuhl lief, betete ich, dass der Lift kommen würde, bevor ich meinem Chef wieder ins Gesicht sehen musste. Bevor ich endlich draußen war, durfte ich über das Geschehene nicht mal nachdenken. Ich hatte zugelassen, dass er mich vögelte, mir den verflucht noch mal gigantischsten, geilsten Orgasmus meines Lebens schenkte, und dann hatte ich ihn mit bis zu den Knöcheln runtergelassenen Hosen im Konferenzraum stehen lassen, mit den dicksten Eiern seit Menschengedenken. Wenn das einer anderen passiert wäre, hätte ich ihr sicher begeistert einen High Five gegeben. Nur war es leider keiner anderen passiert. Scheiße! Die Türen öffneten sich und ich drückte den Knopf, zählte die Stockwerke nach unten. Sobald der Fahrstuhl in der Lobby angekommen war, hechtete ich den Gang entlang. Ich hörte noch, wie der Wachmann irgendetwas von wegen spätem Feierabend sagte, aber ich winkte nur und rannte an ihm vorbei. Bei jedem Schritt erinnerte mich das Brennen zwischen meinen Beinen an die Ereignisse der letzten Stunden. Als ich bei meinem Wagen ankam, drückte ich auf die Fernbedienung, öffnete die Tür und ließ mich in die Sicherheit des Ledersessels sinken. Ich betrachtete mich im Rückspiegel. Was zum Teufel war da gerade abgegangen? Verflucht! Ich bin dermaßen am Arsch! Seit ich vor dreißig Minuten aufgewacht war, starrte ich an die Decke. Mein Hirn? Ein Chaos. Mein Schwanz? Hart. Oder besser, wieder hart. Mürrisch starrte ich gegen die Zimmerdecke. Egal, wie oft ich mir einen runterholte, seitdem sie mich gestern Abend stehen gelassen hatte, die Erektion kam jedes Mal zurück. Und auch, wenn ich das nicht für möglich gehalten hatte, es war diesmal tatsächlich schlimmer als die hundert anderen Male, die ich so aufgewacht war. Denn dieses Mal wusste ich, was ich verpasste. Sie hatte mich nicht mal kommen lassen. Neun Monate. Neun beschissene Monate mit Morgenlatte, Selbstbefriedigung und endlosen Fantasien über jemanden, den ich noch nicht mal wollte. Naja, das stimmte nicht ganz. Ich wollte sie. Ich wollte sie mehr als jede andere Frau, die ich je gesehen hatte. Das Riesenproblem war nur, dass ich sie hasste. Und sie hasste mich auch. Ich meine, sie hasste mich wirklich. In den einunddreißig Jahren, die ich inzwischen auf der Welt war, war ich noch nie einer Frau begegnet, die mich so in Rage brachte wie Miss Mills. Allein bei ihrem Namen regte sich mein Schwanz. Verdammter Verräter. Ich starrte auf die Stelle, wo sich das Laken zu einem Zelt wölbte. Dieses bescheuerte Körperteil war schuld an dem ganzen Schlamassel. Ich fuhr mir übers Gesicht und setzte mich auf. Warum konnte ich ihn nicht einfach in der Hose lassen? Ich hatte es fast ein Jahr lang geschafft. Es hatte funktioniert. Ich blieb immer auf Distanz, kommandierte sie herum. Verflucht, selbst ich musste zugeben, dass ich mich wie ein Bastard benahm. Und dann hatte ich einfach die Kontrolle verloren. Es hatte nicht mehr gebraucht, als diesen einen Augenblick, in diesem stillen Raum zu sitzen, ihr Duft um mich herum, und dieser verdammte Rock, ihr Hintern vor meinem Gesicht. Ich bin ausgeflippt. Ich war mir sicher, wenn ich sie nur ein einziges Mal hätte, würde es eine Enttäuschung sein und das Verlangen wäre vorbei. Ich hätte endlich etwas Frieden. Aber nun lag ich in meinem Bett, mit einem Ständer, als wäre ich seit Wochen nicht gekommen. Ich sah auf die Uhr. Das letzte Mal war nur vier Stunden her. Eilig sprang ich unter die Dusche, rubbelte mich kräftig ab, als ob ich so jede Spur von ihr von gestern Abend abwaschen könnte. Das würde ein Ende haben. Es musste ein Ende haben. Bennet Ryan benahm sich nicht wie ein notgeiler Teenager und vögelte ganz sicher nicht im Büro herum. Das Letzte, was ich brauchte, war eine Frau, die an mir klebte und damit alles zerstörte. Ich konnte nicht zulassen, dass Miss Mills solche Macht über mich besaß. Alles war so viel besser gewesen, als ich noch nicht wusste, was ich verpasste. Denn wie schrecklich das auch gewesen war, das hier war tausendmal schlimmer. Ich ging gerade in mein Büro, als sie hereinkam. Der Art nach zu urteilen, wie sie mich gestern hatte stehen lassen, geradezu aus der Tür gestürmt war, vermutete ich, dass eine der folgenden beiden Szenarien mich erwartete. Entweder würde sie mir flirtende Blicke zuwerfen und denken, dass das von gestern Abend etwas zu bedeuten hatte, dass wir etwas zu bedeuten hatten. Oder sie würde mich verpfeifen und dann wäre ich am Arsch. Wenn sich herumsprechen würde, was wir getan hatten, lief ich nicht nur Gefahr, meinen Job zu verlieren, sondern alles, wofür ich gearbeitet hatte. Und trotzdem, so sehr ich sie auch hasste, konnte ich mir nicht vorstellen, dass sie das tun würde. Wenn ich etwas über sie gelernt hatte, dann, dass sie sich vertrauenswürdig und loyal verhielt. Sie war zwar vielleicht eine abscheuliche Kratzbürste, aber ich glaubte nicht, dass sie mich den Löwen zum Fraß vorwerfen würde. Seit dem College arbeitete sie schon für die Ryan Media Group und war nicht zu Unrecht eine angesehene Mitarbeiterin der Firma. Jetzt würde sie in wenigen Monaten ihren BWL-Abschluss machen und konnte sich danach ihren Job vermutlich aussuchen. Auf keinen Fall würde sie das gefährden. Aber dass sie mich einfach völlig ignorierte, nicht zu fassen. Sie trug ihren knielangen Trenchcoat, der verbarg, was immer darunter war, aber zeigte verdammt gut ihre beeindruckenden Beine. Oh, Scheiße! Wenn sie diese Schuhe trug, war es gut möglich, dass... Nein, nicht dieses Kleid, bitte, lieber Gott, nicht dieses Kleid! Ich wusste genau, dass ich für solch einen Scheiß heute nicht genügend Willensstärke hatte. Ich starrte sie wütend an, während sie ihren Mantel in den Schrank hängte und sich an ihren Schreibtisch setzte. Teufel noch mal! Diese Frau war wirklich sowas von heiß. Es war das weiße Kleid, mit einem tiefen Ausschnitt, der ihre weiche, glatte Haut am Hals und Dekolleté betonte, und aus einem Stoff, der sich perfekt an ihre herrlichen Brüste schmiegte, war dieses Kleid mein Verderben. Himmel und Hölle auf köstlichste Weise vereint. Der Saum ging knapp über ihre Knie, und dennoch hatte ich noch nie ein Kleid gesehen, das so sexy war. Es hatte nichts Provokatives an sich, aber irgendwas an diesem Schnitt und an diesem verflucht, jungfräulichen Weiß ließ mich praktisch den ganzen Tag mit einem Ständer rumlaufen. Außerdem trug sie ihr Haar immer offen, wenn sie es anhatte. Eine meiner wiederkehrenden Fantasien war, ihr Haar von all diesen verdammten Nadeln zu befreien, bevor ich es packte und sie vögelte. Gott, sie machte mich wütend. Als sie meine Anwesenheit immer noch nicht registrierte, drehte ich mich um und marschierte in mein Büro, warf die Tür hinter mir zu. Warum hatte sie immer noch so eine Wirkung auf mich? Ich hatte nie zugelassen, dass mich irgendwer oder irgendwas von der Arbeit ablenkte, und ich hasste sie dafür, dass ihr das als Erste gelang. Aber einem Teil von mir gefiel die Erinnerung an ihren triumphierenden Gesichtsausdruck, als sie sich umgedreht und mich keuchend zurückgelassen hatte. Keuchend und darum bittend, dass sie mir einblies. Dieses Mädchen hatte ein Rückgrat aus Stahl. Ich unterdrückte ein Grinsen und konzentrierte mich stattdessen darauf, sie zu hassen. Arbeit. Ich würde mich einfach auf die Arbeit konzentrieren und aufhören, an sie zu denken. Ich ging zu meinem Schreibtischen über und setzte mich hin, versuchte, meine Aufmerksamkeit auf irgendwas zu lenken. Hauptsache, ich dachte nicht daran, wie großartig sich ihre Lippen gestern Abend angefühlt hatten. Das bringt dich nicht weiter, Bennet. Ich klappte meinen Laptop auf und checkte meinen Terminplan für den Tag. Mein Terminplan? Scheiße! Das Biest hatte die aktuellste Version davon auf ihrem Computer. Hoffentlich verpasste ich nicht irgendwelche Meetings an diesem Morgen, denn ich würde die Eiskönigin nur hereinrufen, wenn es unbedingt notwendig wäre. Als ich mir gerade eine Kalkulationstabelle ansah, klopfte es an der Tür. Herein! rief ich. Ein weißer Umschlag wurde mit lautem Klatschen auf meinen Tisch gepfeffert. Ich blickte hoch. Miss Mills sah auf mich herunter, eine Augenbraue spöttisch in die Höhe gezogen. Ohne eine weitere Erklärung drehte sie sich um und verließ mein Büro. Panik stieg in mir auf und ich starrte auf den Umschlag. Vermutlich war es ein offizieller Brief, in dem sie mein Benehmen beschrieb und darauf hinwies, dass sie mich wegen Belästigung am Arbeitsplatz verklagen würde. Ich erwartete einen Briefkopf und am Ende der Seite ihre gleichmäßige, klare Unterschrift. Womit ich nicht rechnete, war die Quittung für einen Online-Kauf. Zu Lasten der Firmenkreditkarte. Ich sprang von meinem Stuhl und rannte aus meinem Büro, ihr hinterher. Sie gingen gerade zum Treppenhaus. Gut. Wir befanden uns im siebzehnten Stock und niemand, außer uns beiden, benutzte jemals die Treppe. Ich konnte sie anschreien, wie ich wollte und niemand würde es mitbekommen. Die Tür schlug mit einem lauten Knall zu und ihre Absätze klackerten vor mir die Stufen hinab. Miss Mills, wo zum Teufel meinen Sie jetzt hingehen zu müssen? Sie lief weiter ohne sich nach mir umzudrehen. Wir haben keinen Kaffee mehr, Mr. Ryan, fauchte sie. Als Ihr Büromädchen gehe ich jetzt in die Cafeteria im vierzehnten Stock und hole welchen. Ich kann nicht zulassen, dass Sie Ihre Dröhnung Koffein nicht bekommen. Wie konnte jemand so heiß sein und gleichzeitig so eine Zicke? Ich holte sie auf dem Treppenabsatz ein, packte sie am Arm und drückte sie gegen die Wand. Abschätzig kniff sie die Augen zusammen und zischte durch die Zähne. Ich fuchtelte aufgebracht mit der Quittung vor Ihrem Gesicht herum. Was ist das? Sie schüttelte den Kopf. Wissen Sie was? Für ein solch aufgeblasenem Besserwisser sind Sie manchmal ein ganz schön dummes Arschloch. Wonach sieht es denn aus? Es ist eine Quittung. Das sehe ich, presste ich hervor und zerknüllte das Papier in meiner Faust. Dann drückte ich es gegen die zarte Haut direkt über ihren Brüsten und spürte, wie mein Schwanz sich regte, als sie nach Luft schnappte und ihre Augen sich weiteten. Wieso kaufen Sie sich von Ihrer Firmenkreditkarte Anziehsachen? Irgendso ein Bastard hat meine Bluse zerrissen. Sie zuckte mit den Schultern, näherte dann ihr Gesicht meinem und flüsterte, und mein Höschen. Verflucht noch mal. Ich atmete tief durch die Nase ein, warf das Papier auf den Boden, dann lehnte ich mich vor und drückte meine Lippen auf ihre, vergrub meine Finger in ihrem Haar und nagelte sie an der Wand fest. Mein Schwanz pochte gegen ihren Unterleib, als ich spürte, wie ihre Hand es meiner gleichtat und mein Haar packte, sich fest darum schloss. Nun schob ich ihr Kleid hoch und stöhnte in ihren Mund, als meine Finger wieder die Spitzenkante ihrer Schenkelhohen Strümpfe berührten. Sie tat das, um mich zu quälen. Das musste es sein. Ich spürte, wie ihre Zunge über meine Lippen fuhr, während meine Finger spitzen den warmen und feuchten Stoff ihres Höschens berührten. Ich griff nach dem Stoff und zog kräftig daran. Notieren Sie dann besser, dass Sie noch eins bestellen, knurrte ich und drückte meine Zunge gewaltsam zwischen ihre Lippen in ihren Mund. Sie gab ein tiefes Stöhnen von sich, als ich zwei Finger in sie schob und, falls das überhaupt möglich war, schien sie noch feuchter, als gestern Abend zu sein. Was für eine kranke Geschichte läuft da eigentlich zwischen uns? Sie entzog sich keuchend meinen Lippen, als ich sie hart mit den Fingern fickte, mit meinem Daumen kreisend ihre Klitt rieb. Hol deinen Schwanz raus, zischte sie. Ich muss dich in mir spüren. Jetzt sofort! Ich sah sie mit schmalen Augen an und versuchte zu verbergen, welche Wirkung ihre Worte auf mich hatten. Sagen Sie bitte, Miss Mills. Jetzt! zischte sie. Willst du mich herumkommandieren? Der Blick, den sie mir zuwarf, hätte den Schwanz eines anderen Mannes vielleicht zum Schrumpfen gebracht, und ich musste gegen meinen Willen lachen. Mills hielt sich wacker. Zum Glück habe ich heute einen großzügigen Tag. Ich öffnete rasch mein Gürtel und meine Hose, bevor ich sie hochhob und brutal in sie eindrang. Rundgültiger. Sie fühlte sich einfach unglaublich an, besser als jede andere. Vielleicht erklärte das, warum ich sie nicht aus dem Kopf bekam und eine leise Stimme in mir sagte, dass ich vielleicht niemals genug von ihr bekommen würde. Verdammt! murmelte ich. Ihr Atem kam stoßweise und ich spürte, wie sie sich um mich herum zusammenzog. Sie biss mir durch den Stoff meines Jacketts in die Schulter und schlang die Beine um mich, während ich begann, sie hart und schnell an der Wand zu nehmen. Jeden Moment konnte jemand ins Treppenhaus kommen und mich dabei ertappen, wie ich sie fickte, aber das war mir vollkommen egal. Ich musste mich von ihr befreien, sie vergessen. Sie hob ihren Kopf von meiner Schulter und übersäte meinen Hals mit kleinen Bissen. Dann nahm sie meine Unterlippe zwischen ihre Zähne. Kurz davor, knurrte sie und rückte mich mit ihrem Bein tiefer in sie hinein. Ich bin kurz davor. Perfekt! Ich vergrub mein Gesicht zwischen ihrem Hals und ihrem Haar, um mein Stöhnen abzudämpfen, als ich plötzlich heftig in ihr kam und umfasste ihren Hintern grob. Dann zog ich meinen Schwanz raus, bevor sie sich weiter an mir reiben konnte und stellte sie auf ihre wackeligen Beine. Sie starrte mich mit offenem Mund an, ihr Blick wie ein Donnerschlag. Das Treppenhaus füllte sich mit bleierner Stille. Im Ernst? sagte sie und atmete laut aus. Ihr Kopf fiel mit einem stumpfen Geräusch gegen die Wand. Danke, das war fantastisch. Ich zog meine Hose hoch. Du bist ein Arschloch! Das hast du schon mal erwähnt, murmelte ich mit gesenktem Kopf, während ich meinen Reißverschluss schloss. Als ich wieder aufsah, hatte sie ihr Kleid bereits zurechtgerückt, aber sie sah immer noch wunderschön derangiert aus und ein Teil von mir sehnte sich danach, mich vorzubeugen und eine Hand über sie gleiten zu lassen, sie zum Orgasmus zu bringen. Aber ein noch viel größerer Teil von mir genoss die wütende Unzufriedenheit in ihren Augen. Wer ist es so schön? Wie du mir? So ich dir. Zu schade, dass der Sex mit dir so grauenhaft ist, erwiderte sie ruhig. Dann wandte sie sich ab und begann die Stufen weiter hinunter zu steigen, aber plötzlich hielt sie inne, drehte sich abrupt um und blickte mir in die Augen. Nur gut, dass ich die Pille nehme. Danke, dass du gefragt hast, du Arschloch! Ich beobachtete sie, wie sie die Treppe hinunterging und als sie um die Ecke verschwand, kehrte ich fluchend in mein Büro zurück. Mit einem lauten Schnauben ließ ich mich auf dem Schreibtischstuhl nieder und fuhr mir mit der Hand durchs Haar. Ich zog ihr zerrissenes Höschen aus meiner Tasche. Ein Moment lang starte ich auf den weißen Seidenstoff zwischen meinen Fingern. Dann öffnete ich meine Schreibtischschublade und ließ es fallen. Neben das Exemplar von gestern Abend. Keine Ahnung, wie zum Teufel ich es die Stufen hinunter geschafft hatte, ohne mir dabei den Hals zu brechen. Ich rannte raus, als würde ich lichterloh brennen und ließ Mr. Ryan allein im Treppenhaus zurück. Mit offenem Mund, zerknitterten Klamotten und zerzauste im Haar, als wäre er belästigt worden. Ich hetzte am Café im vierzehnten Stock vorbei, landete mit Schwung auf dem Treppenabsatz, was in diesen Schuhen keine leichte Sache war, drückte die Metalltür auf und lehnte mich keuchend gegen die Wand. Was war das denn gerade? Hatte ich tatsächlich meinen Chef im Treppenhaus gefögelt? Ich schnappte nach Luft und presste mir rasch die Hände auf den Mund. Hatte ich ihn befohlen, das zu tun? Oh, verdammt! Was zum Teufel war nur mit mir los? Wie betäubt löste ich mich von der Wand und stolperte ein paar Stufen hoch bis zum nächsten Waschraum. Ich sah kurz unter alle Türen, um sicher zu gehen, dass die Toiletten frei waren. Dann verschloss ich die Eingangstür. Als ich mich dem Spiegel näherte, zuckte ich unwillkürlich zusammen. Ich sah aus, als wäre ich hart geritten und dann zum Trocknen abgestellt worden. Mein Haar war der reinste Albtraum. Meine sorgfältig gestylten Wellen hingen jetzt in wirren Strähnen herunter. Anscheinend mochte Mr. Ryan es, wenn ich mein Haar offen trug. Das musste ich mir merken. Moment, was? Wo zum Teufel kam das jetzt her? Ich würde mir das ganz sicher nicht merken. Ich schlug mit der Faust auf den Waschtisch und beugte mich etwas vor, um den Schaden genauer zu inspizieren. Meine Lippen waren geschwollen, mein Make-up verschmiert, mein Kleid ausgeleiert und hing nur noch an mir. Außerdem hatte ich wieder kein Höschen mehr an. Was für ein Arschloch! Das war schon das Zweite. Und was machte er überhaupt mit Ihnen? Oh nein, entfuhr es mir. Panik stieg in mir auf. Der erste Slip würde doch hoffentlich nicht noch irgendwo im Konferenzraum rumliegen. Vielleicht hatte er ihn aufgehoben und dann weggeworfen? Um sicher zu gehen, musste ich ihn fragen. Aber nein, ich würde ihm nicht die Genugtuung geben, auch nur anzuerkennen, dass, dass... Ja, was? Ich schüttelte den Kopf, lieb mir mit den Händen das Gesicht. Grundgütiger, ich hatte alles ganz schön vermasselt. Als ich heute Morgen das Büro betreten hatte, hatte ich einen Plan gehabt. Ich wollte zu ihm reingehen, ihm die Quittung in sein kleines, hübsches Gesicht schleudern und ihm sagen, dass er daran ersticken solle. Aber dann sah er so verdammt sexy in seinem dunkelgrauen Prada-Anzug aus und sein Haar hatte ihm zu Berge gestanden wie eine Leuchtreklame, die Besorgsnieher schrie und ich hatte keinen logischen Gedanken mehr fassen können. Erbärmlich. Was war nur an ihm, dass mein Hirn bei seinem Anblick jedes Mal zu Muß wurde und mein Slip feucht? Das war nicht gut. Wie sollte ich ihm nur entgegentreten, ohne ihn mir nackt vorzustellen? Na schön, nicht nackt. Ich hatte ihn ja schließlich noch nicht vollkommen entblößt gesehen. Aber was ich gesehen hatte, ließ mich am ganzen Körper erschauern. Oh nein! Hatte ich gerade noch nicht gesagt? Ich konnte kündigen. Für einen Moment dachte ich darüber nach. Aber mir gefiel nicht, wie sich das anfühlte. Ich liebte meinen Job. Und Mr. Ryan war vielleicht der größte Mistkerl, den die Welt je gesehen hatte, aber ich war damit nun schon neun Monate klargekommen, abgesehen vielleicht von den letzten 24 Stunden. Ich wurde einigermaßen schlau aus ihm und wusste besser als jeder andere, wie ich mit ihm umgehen musste. Und so ungern ich das auch zugab, ich liebte es, ihm bei der Arbeit zuzusehen. Er war ein Arschloch, weil er sowohl die Ungeduld in Person als auch der totale Perfektionist war. Er erwartete von jedem, dass er den gleichen Ansprüchen genügte, die er auch an sich selbst stellte und war nur mit hundertprozentigem Einsatz zufrieden. Ich musste zugeben, mir gefiel seine Erwartung, dass ich noch Besseres leisten, noch härter arbeiten konnte und alles daran setzen würde, um meine Aufgaben so gut wie möglich zu erledigen. Auch wenn mir seine Methoden nicht immer gefielen. Er war wirklich ein Genie in der Marketingwelt, wie alle in seiner Familie. Und das war der andere Punkt. Seine Familie. Elliot Ryan war CEO und Gründer der Ryan Media Group und wie ein Vater für mich. Mein Dad war zu Hause in North Dakota und als ich noch während meiner College-Zeit als Rezeptionistin in der Firma begonnen hatte, war Mr. Ryan so gut zu mir gewesen. Sie alle waren gut zu mir. Bennets Bruder Henry gehörte ebenfalls zur Firmenleitung und war der netteste Kerl, den ich je kennengelernt hatte. Ich mochte jeden hier. Kündigen kam also nicht in Frage. Das größte Problem war mein Stipendium. Ich musste den Stipendienausschuss der J.T. Miller meine praktischen Erfahrungen präsentieren, bevor ich meinen MBA in der Tasche hatte und ich wollte, dass meine Arbeit richtungsweisend war. Aus diesem Grund war ich bei RMG geblieben. Bennett Ryan hatte mir den Papadakis-Account angeboten, den Marketingplan für einen stinkreichen Bauunternehmer, der die Projekte meiner Kommilitonen bei weitem übertraf. Vier Monate reichten nicht aus, um irgendwo anders neu anzufangen und irgendetwas ähnlich Gutes auf die Beine zu stellen. Oder? Nein. Ich konnte Ryan Media auf keinen Fall verlassen. Nachdem das entschieden war, wusste ich, dass ich einen Schlachtplan brauchte. Ich musste professionell bleiben und sicherstellen, dass zwischen mir und Mr. Ryan nie, nie wieder etwas laufen würde, auch wenn es bei weitem der heißeste, intensivste Sex gewesen war, den ich je erlebt hatte, auch wenn er mir Orgasmen vorenthielt. Wichser. Ich war eine starke, unabhängige Frau. Ich war dabei, mir eine Karriere aufzubauen und hatte pervers viele Stunden gearbeitet, um dahin zu gelangen, wo ich jetzt war. Mein Verstand und mein Körper wurden nicht von der Lust bestimmt. Ich musste mich nur daran erinnern, was für ein Idiot er war. Ein Weiberheld und ein arrogantes, stures Arschloch. Überzeugt, alle um ihn herum wären die absoluten Deppen. Ich lächelte mir im Spiegel zu und ging meine Sammlung jüngster Bennett-Ryan-Erinnerinnerungen durch. Ich finde es wunderbar, dass Sie mir einen Kaffee bringen, wenn Sie sich selbst einen gekocht haben, Miss Mills. Aber wenn ich irgendeinen Schlamm trinken wollte, hätte ich meine Tasse heute Morgen in einem Garten gefüllt. Wenn Sie weiterhin darauf bestehen, auf Ihrer Tastatur herumzuhämmern, als würden Sie die Erdhörnchen bei sich zu Hause vertreiben wollen, Miss Mills, dann würde ich es begrüßen, wenn Sie die Verbindungstür während Ihrer Arbeitszeit geschlossen hielten. Gibt es irgendeinen triftigen Grund, warum Sie eine Ewigkeit dafür brauchen, die Vertragsentwürfe an die Rechtsabteilung weiterzuleiten? Sind Sie die ganze Zeit damit beschäftigt, von Bauernjungs zu träumen? Verdammt! Es würde vermutlich leichter sein, als ich dachte. Mit einem neuen Gefühl der Entschlossenheit richtete ich mein Kleid, strich mir das Haar glatt und marschierte ohne Slip, aber selbstsicher aus dem Waschraum. Ich holte schnell den Kaffee, wegen dem ich eigentlich losgezogen war, und ging zurück zu meinem Büro, diesmal allerdings nicht durchs Treppenhaus. Ich öffnete die äußere Bürotür und trat ein. Die Tür zu Mr. Ryans Büro war geschlossen. Von drinnen war nichts zu hören. Vielleicht war er kurz rausgegangen, als ob ich jemals solche Schwein hätte. Ich setzte mich vor meinen Schreibtisch und zog aus der Schublade meine Kosmetiktasche hervor, um mein Make-up zu richten, bevor ich mit der Arbeit fortfuhr. Ihm zu begegnen, war das Letzte, was ich wollte, aber wenn ich nicht vorhatte, mir zu kündigen, würde es früher oder später geschehen müssen. Als ich in den Kalender sah, fiel mir wieder ein, dass Mr. Ryans am Montag eine Präsentation vor den anderen Vorstandsmitgliedern hatte. Ich verzog das Gesicht, als mir klar wurde, dass ich keine andere Wahl hatte, als mit ihm heute über die Vorbereitung der Unterlagen zu sprechen. Nächsten Monat hatte er außerdem eine Tagung in San Diego, was nicht nur bedeutete, dass ich im selben Hotel sein musste wie er, sondern auch im selben Flugzeug. Im Geschäftswagen und in allen Meetings, die stattfinden würden. Nein, das war mir nicht unangenehm, absolut nicht. Während der nächsten Stunde ertappte ich mich immer wieder dabei, dass ich zu seiner Tür hinüber sah und dass mir jedes Mal ganz flau im Magen wurde. Wie albern! Was war nur los mit mir? Ich schloss die Akte, die ich vergeblich zu lesen versucht hatte, und ließ den Kopf in die Hände fallen. Da hörte ich, wie seine Tür aufging. Mr. Ryan kam heraus, sah mich aber nicht an. Er hatte sich den Anzug glatt gestrichen, sein Mantel hing über seinem Arm und in der Hand trug er eine Aktentasche. Sein Haar war immer noch vollkommen zerzaust. Ich bin den Rest des Tages weg, sagte er, unangenehm gelassen. Sagen Sie meine Termine ab und nehmen Sie die nötigen Umbuchungen vor. Mr. Ryan? Er hielt inne, die Hand an der Türklinke. Bitte vergessen Sie nicht, dass Sie am Montag um zehn eine Vorstandspräsentation haben. Ich sprach zu seinem Rücken. Er stand da wie eine Statue, starr und angespannt, ohne mir in die Augen zu sehen. Wenn Sie möchten, kann ich die Tabellen, Mappen und Folien gegen neun Uhr dreißig im Konferenzraum bereitstellen. Okay. Auf gewisse Weise genoss ich es. An seiner Haltung konnte man ganz klar erkennen, dass er sich unwohl fühlte. Er nickte kurz und wollte gerade zur Tür hinausgehen, als ich ihn erneut zurückhielt. Und Mr. Ryan? fügte ich sanft hinzu. Ich brauche noch Ihre Unterschrift für diese Spesenkostenabrechnung, bevor Sie gehen. Seine Schultern sackten nach unten und er atmete scharf aus. Er drehte sich auf dem Absatz um, kam zu meinem Schreibtisch herüber, lehnte sich vor und blätterte durch die Papiere bis zu den hier unterzeichnenden Reitern, ohne mir ein einziges Mal in die Augen zu sehen. Ich legte einen Kugelschreiber auf den Tisch. Bitte unterzeichnen Sie dort, wo die Reiter sind, Sir. Er hasste es, wenn man ihm sagte, was er tun sollte, wenn er bereits dabei war, und ich unterdrückte ein Lachen. Als er mir den Kugelschreiber aus der Hand riss, hob er langsam das Kinn und brachte seine haselnussbrauen Augen auf die gleiche Höhe wie meine. Unsere Blicke verbanden sich für gefühlte Minuten. Keiner von uns sah zur Seite. Für einen kurzen Moment hatte ich das unwiderstehliche Verlangen, mich vorzulehnen, an seinem Schmollmund zu saugen und ihn zu bitten, mich zu berühren. Leiten Sie meine Anrufe nicht weiter, fauchte er, und er schrieb rasch das letzte Formular und warf den Kugelschreiber auf meinen Tisch. Wenn es irgendwo brennt, dann kontaktieren Sie Henry. Bastard, murmelte ich, während ich zusah, wie er verschwand. Mein Wochenende war, milde ausgedrückt, beschissen. Ich aß kaum, schlief kaum, und das bisschen Schlaf, das ich bekam, wurde auch noch unterbrochen von Fantasien von meinem nackten Chef über mir, unter mir, hinter mir. Ich sehnte mich fast nach der Uni, um wenigstens etwas zu haben, das mich ablenkte. Am Samstagmorgen wachte ich mürrisch und frustriert auf, schaffte es aber irgendwie, mich zusammenzureißen, um die Hausarbeit und den Einkauf zu erledigen. Am Sonntagmorgen gelang mir das allerdings nicht. Ich schreckte aus dem Schlaf hoch, zitternd und keuchend, mein Körper schweißüberströmt und in die Laken verheddert. Der Traum war so intensiv, dass ich tatsächlich einen Orgasmus gehabt hatte. Mr. Ryan und ich waren wieder auf dem Konferenztisch, aber diesmal waren wir beide vollkommen nackt. Er lag auf dem Rücken und ich ritt ihn. Mein Körper bewegte sich vor und zurück, auf seinem Schwanz auf und ab. Er berührte mich überall, von meinen Wangen den Hals hinunter, über meine Brüste, zu meinen Hüftknochen, von wo er meine Bewegungen lenkte. Ich zerfiel in tausend Stücke, als sich unsere Blicke trafen. Scheiße, stöhnte ich und hiefte mich aus dem Bett. Es wurde wirklich immer schlimmer und das im Eiltempo. Wer hätte gedacht, dass meine Arbeit für eine aggressive Arschgeige dazu führen würde, dass ich mich an ein kaltes Fenster gedrückt ficken ließ und mir das auch noch gefiel. Ich drehte die Dusche auf, doch während ich da stand und darauf wartete, dass das Wasser warm wurde, begannen meine Gedanken wieder zu wandern. Ich wollte, dass er zwischen meinen Beinen und Knien zu mir aufschaute. Ich wollte seinen Gesichtsausdruck sehen, während er mich nahm, in mich eindrang, fühlen, wie sehr ich ihn wollte. Ich sehnte mich danach, den Klang seiner Stimme zu hören, dass er meinen Namen sagte, wenn er kam. Mein Herz wurde mir schwer. Mit diesen Fantasien befand ich mich auf einer Einbahnstraße mitten hinein ins Unglück. Ich war kurz davor, meinen Master zu machen. Er war ein Vorstandsmitglied. Er hatte nichts zu verlieren und ich war kurz davor, alles zu verlieren. Ich duschte und zog mich rasch an, um Sarah und Julia zum Brunch zu treffen. Sarah sah ich jeden Tag auf der Arbeit, aber Julia, meine beste Freundin seit der Mittelstufe, war schwieriger zu erreichen. Sie war Einkäuferin für Gucci und füllte meinen Schrank brav mit Samples und Teilen aus der Überproduktion. Dank ihr und ihrem Rabatt besaß ich die schönsten Klamotten, die man sich kaufen konnte. Ich zahlte immer noch ziemlich viel dafür, aber das war es mir wert. Ich verdiente ganz gut bei Ryan Media und mein Stipendium deckte alle Unterrichtskosten, aber ich konnte nicht 1.900 Dollar für ein Kleid ausgeben, ohne mich selbst in den Ruin zu treiben. Manchmal fragte ich mich, ob Elliot mich so gut bezahlte, weil er wusste, dass ich die Einzige war, die mit seinem Sohn umgehen konnte. Oh, wenn er nur wüsste. Ich beschloss, dass es keine gute Idee wäre, mit den Mädels über das zu reden, was da abging. Sarah arbeitete schließlich für Henry Ryan und sah Bennett ständig irgendwo im Gebäude. Abgesehen davon wurde Sarah leicht schwach. Ein Grinsen von Bennett Ryan und sie würde alles ausspucken, was sie wusste. Julia hingegen würde mir einen kräftigen Arschtritt verpassen. Seit beinahe einem Jahr hörte sie sich mein Gejammere darüber an, was für ein Depp er war, und sie würde sich nicht gerade freuen, wenn sie hörte, dass ich mit ihm in die Kiste sprang. Zwei Stunden später saß ich mit meinen zwei besten Freundinnen zusammen, trank auf dem Innenhof unseres Lieblingsrestaurants Mimosas und unterhielt mich über Männer, Klamotten und Arbeit. Julia hatte uns mit ein paar Anziehsachen überrascht, und für mich hatte sie ein neues Kleid dabei, das aus dem herrlichsten Stoff war, den ich je berührt hatte. Es lag in einem Kleidersack auf dem Stuhl neben mir. Also, wie läuft's auf der Arbeit? fragte Julia zwischen zwei Melonbissen. Macht dieser Blödmann von Chef dir immer noch das Leben schwer, Chloe? Ach, der hübsche Bastard, seufzte Sarah, und ich betrachtete interessiert das Kondenswasser auf meinem Champagnerglas. Sie stopfte sich eine Weintraube in den Mund und nuschelte, Herrje, du solltest ihn mal sehen, Julia, das ist der treffendste Spitzname, den ich je gehört habe. Er ist ein Gott, und das meine ich. An ihm ist alles perfekt, äußerlich jedenfalls. Gesicht, Körper, Klamotten, Haare, oh Gott, seine Haare! Er hat diesen kunstvoll arrangierten, zerzausten Stil drauf, sagte sie und deutete mit ihren Handbewegungen die Form seiner Frisur an. Es sieht aus, als hätte er gerade eine wilde Nummer mit jemandem geschoben. Ich verdrehte die Augen. An sein Haar musste mich nun wirklich niemand erinnern. Aber ich weiß nicht, ob Chloe dir was erzählt hat. Er ist wirklich grauenvoll, fuhr Sarah fort und wurde ernst. Will sagen, dass ich ihm bei unserem ersten Zusammentreffen bereits nach 15 Minuten am liebsten seine Reifen mit einem Messer aufgeschlitzt hätte. Er ist der größte Pimmel, dem ich je begegnet bin. Beinahe verschluckte ich mich an einem Stück Ananas. Wenn Sarah nur wüsste. Der Kerl war wirklich gesegnet, wenn es um sein bestes Stück ging. Es war fast schon unfair. Warum ist er so ein Arsch? Wer weiß, sagte Sarah und blinzelte, als ob sie tatsächlich über eine gute Begründung nachdenken würde. Vielleicht hatte er eine harte Kindheit? Hast du seine Familie kennengelernt? fragte ich skeptisch. Hallo? Stimmt, lenkte sie ein. Vielleicht ist es eine Art Abwehrmechanismus. Kann ja sein, dass er gefrustet ist und das Gefühl hat, er müsse härter arbeiten als alle anderen und sich ständig eilen und jedem gegenüber beweisen, weil er so verdammt gutaussehend ist? Ich schnaubte. Es gibt keinen tieferen Sinn. Er denkt, jeder sollte sich so sehr einbringen und so hart arbeiten wie er und die meisten Leute tun das nicht. Das ärgert ihn. Verteidigst du ihn etwa, Chloe? fragte Sarah mit einem überraschten Grinsen. Ganz sicher nicht. In Julias blauen Augen las ich eine stumme Anklage. Ich hatte in den letzten Monaten genügend über meinen Chef gelästert, aber vielleicht hatte ich nie erwähnt, dass er traumhaft aussah. Chloe, hast du mir was vorenthalten? Ist dein Chef etwa ein scharfes Schnittchen? fragte sie. Mehr oder weniger. Er sieht gut aus, aber sein mieser Charakter macht es einem unmöglich, sich daran zu erfreuen. Ich versuchte, so gelassen zu sein wie möglich. Julia war in der Lage, meine Gedanken zu lesen. Tja, sie zuckte mit den Schultern und nahm einen großen Schluck von ihrem Drink. Vielleicht ist er ja so schlecht drauf, weil er einen kleinen Schwanz hat. Ich trank mein Glas Champagner in einem Zug aus, während meine Freundinnen sich vor Lachen krümmten. Als ich am Montagmorgen die Firma betrat, war ich das reinste Nervenbündel. Ich hatte eine Entscheidung getroffen. Ich würde meinen Job nicht wegen unseres mangelnden Urteilsvermögens opfern. Ich wollte diese Stelle mit einer herausragenden Präsentation für den Stipendienausschuss beenden, dann verschwinden und Karriere machen. Kein Sex mehr. Keine Fantasien mehr. Ich konnte problemlos noch ein paar Monate lang für Mr. Ryan arbeiten. Einfach nur arbeiten. Da ich das Bedürfnis hatte, mein Selbstvertrauen etwas anzukurbeln, trug ich das neue Kleid, das Julia mir gegeben hatte. Es umschmeichelte meine Kurven, ohne zu provokativ zu wirken. Aber meine heimliche Waffe in Bezug auf mein Selbstbewusstsein war meine Unterwäsche. Ich hatte schon immer eine Vorliebe für teure Dessous besessen und früh gelernt, wo man sie am besten einkaufte. Einen sexy Stoff unter meinen Anziehsachen zu tragen, gab mir Power und der Slip, den ich heute anhatte, würde mir ganz sicher helfen. Er bestand vorne aus schwarzer, mit Stickereien verzierter Seide und hinten hatte er zarte Tüllbändchen, die über Kreuz verliefen und in der Mitte meines Steißbeines zusammentrafen, mit einer niedlichen schwarzen Schleife. Bei jedem Schritt streichelte der Stoff des Kleides meine nackte Haut. Ich würde mit allem, was Mr. Ryan mir heute zu sagen hatte, fertig werden und ich würde ihm auch problemlos widersprechen. Ich war extra zeitig gekommen, um noch in Ruhe die Präsentation vorzubereiten. Das gehörte zwar eigentlich nicht zu meinen Aufgaben, aber Mr. Ryan weigerte sich, dafür eine Assistentin anzustellen und er selbst war ein Meister darin, Meetings ungemütlich zu gestalten. Kein Kaffee, keine Kekse, nur ein Raum voller Menschen, makellose Folien, Handouts und, wie immer, unendlich viel Arbeit. Die Lobby, drei Stockwerke hoch mit poliertem Granitboden und Kalksteinwänden, war leer. Als sich die Fahrstuhltüren hinter mir schlossen, versuchte ich mich selber anzustacheln, indem ich mir alle Auseinandersetzungen zwischen uns und seine beschissenen Kommentare in Erinnerung rief. Bitte tippen Sie alles, schreiben Sie nichts mit der Hand, Ihre Handschrift sieht aus wie die einer Drittklässlerin Miss Mills. Wenn ich das Bedürfnis hätte, Ihrer gesamten Unterhaltung mit Ihrem Doktorvater zu lauschen, dann würde ich meine Bürotür offen lassen und mir Popcorn holen. Bitte mäßigen Sie Ihre Lautstärke. Ich würde es schaffen. Dieser Bastard hatte sich mit der falschen Frau angelegt und ich wäre schön blöd, wenn ich mich von ihm einschüchtern lassen würde. Grinsend berührte ich meinen Hintern mit einer Hand. Powerslip. Wie ich erwartet hatte, war das Büro noch leer, als ich ankam. Ich suchte zusammen, was für seine Präsentation benötigt würde und ging in Richtung Konferenzraum, um alles vorzubereiten. Ich versuchte, die pavlovsche Reaktion auf die Fensterfront und den glänzenden Konferenztisch zu ignorieren. Körper abschalten, Hirn einschalten. Verstohlen sah ich mich in dem sonnendurchfluteten Raum um, legte dann die Akten und den Laptop auf den großen Konferenztisch und half der Catering-Crew dabei, das Frühstück an der hinteren Wand aufzubauen. Zwanzig Minuten später waren die Proposals alle verteilt, der Projektor aufgebaut und die Getränke bereit. Da ich noch etwas Zeit hatte, ging ich, ohne darüber nachzudenken, zum Fenster hinüber. Ich streckte eine Hand aus und berührte das glatte Glas, überwältigt von den Gefühlen, die es auslöste. Die Hitze seines Körpers an meinem Rücken, das kalte Glas gegen meine Brüste, der raue, animalische Klang seiner Stimme in meinem Ohr. Bitte mich, dich zu fecken. Ich schloss die Augen und lehnte mich gegen das Glas, drückte meine Handflächen und die Stirn dagegen und ergab mich der Macht der Erinnerungen. Als ich hörte, wie sich jemand hinter mir räusperte, wurde ich jäh aus meinen Fantasien gerissen. Träumen Sie am helllichten Tage? Mr. Ryan, japste ich und wirbelte herum. Unsere Blicke trafen sich. Wieder haute es mich vollkommen um, wie gut er aussah. Er beendete den Blickkontakt, sah sich im Raum um. Miss Mills? Jedes Wort kam scharf und abgehackt hervor. Ich werde meine Präsentation im dritten Stock abhalten. Wie bitte? fragte ich irritiert. Warum? Wir benutzen immer diesen Raum. Und warum sagen Sie mir das erst in letzter Minute? Weil ich der Boss bin, knurrte er und stützte sich mit den Fäusten auf dem Tisch ab. Ich mache hier die Regeln und ich bestimme auch, wann und wo etwas geschieht. Wenn Sie nicht so darauf erpicht wären, aus dem Fenster zu starren, dann hätten Sie sich vielleicht heute Morgen die Zeit genommen, um die Details mit mir zu besprechen. Vor meinem inneren Auge malte ich mir aus, wie ich meine Faust um seinen Hals schloss. Ich musste mich schwer zusammennehmen, um nicht über den Tisch zu hechten und ihn zu erwürgen. Er grinste arrogant von einem Ohr zum anderen. Kein Problem. Ich schluckte den Ärger hinunter. In diesem Konferenzraum sind eh noch nie gute Entscheidungen getroffen worden. Als ich den neuen Konferenzraum betrat, traf mein Blick sofort den von Mr. Ryan. Wie er so auf seinem Stuhl saß, die Hände erwartungsgemäß zu einem Zelt gefaltet, sah er aus wie die fleischgewordene, nur mühsam gebändigte Ungeduld. Typisch. Meine Aufmerksamkeit wanderte bald zu der Person neben mir. Ryan Media Group CEO und Gründer Elliot Ryan. Kommen Sie, ich helfe Ihnen damit, Chloe. Er nahm mir den Stapel Akten ab, sodass ich leichter den Essenswagen in den Raum schieben konnte. Danke, Mr. Ryan. Ich warf meinem Chef einen vielsagenden Blick zu. Chloe, sagte der ältere Mr. Ryan lachend. Er nahm ein paar der Handouts und ließ den restlichen Stapel herumgeben, sodass die anderen Anwesenden sich bedienen konnten. Wie oft muss ich Ihnen noch sagen, dass Sie mich Elliot nennen sollen? Er war genauso gut aussehend wie seine beiden Söhne. Alle drei Ryan Männer waren groß, muskulös und hatten dieselben markanten Gesichtszüge. Elliotts grau-meliertes Haar war in den letzten Jahren weiß geworden, aber er war immer noch einer der attraktivsten Männer, die ich je kennengelernt hatte. Ich lächelte ihn dankbar an, während er sich setzte. Wie geht es Susan? Es geht ihr gut. Sie nervt mich weiterhin damit, dass Sie uns einmal besuchen kommen sollen, fügte er augenzwinkernd hinzu. Es entging mir nicht, dass der jüngste Mr. Ryan wütend neben mir aufschnaubte. Bitte grüßen Sie sie von mir. Hinter mir waren Schritte zu hören und eine Hand zog sanft an meinem Ohrläppchen. Hallo, Kleine, sagte Henry Ryan und grinste mich breit an. Er wandte sich den anderen im Raum zu. Tut mir leid, dass ich zu spät bin, Freunde. Ich schätze, ich dachte, wir treffen uns auf eurem Stock. Es gelang mir, aus dem Augenwinkel zu meinem Chef hinüber zu sehen und ihm einen Blick zuzuwerfen. Die restlichen Handouts kamen zu mir zurück und ich reichte eine Kopie meinem Chef. Bitte schön, Mr. Ryan. Ohne mich auch nur anzusehen, riss er mir den Stapel aus der Hand und blätterte ihn durch. Wichser. Gerade als ich mich hinsetzen wollte, hörte ich Henrys Stimme. Ach, Chloe, während ich oben gewartet habe, fand ich dieses hier auf dem Fußboden. Ich ging zu ihm hinüber. Er hielt zwei antike Silberknöpfe in der Hand. Könnten Sie mal herumfragen, ob die jemand verloren hat? Die sehen ziemlich wertvoll aus. Mir wurde heiß im Gesicht. Ich hatte meine ruinierte Bluse vollkommen vergessen. Ähm, natürlich. Henry, darf ich sie mir mal kurz ansehen? Mischte sich Arschloch plötzlich ein und nahm sie seinem Bruder weg. Er wandte sich mit einem fiesen Grinsen zu mir. Haben Sie nicht eine Bluse mit solchen Knöpfen? Ich sah mich rasch im Raum um. Henry und Elliot waren bereits in ein anderes Gespräch vertieft und bekamen nicht mit, was zwischen uns geschah. Nein. Ich versuchte, so desinteressiert wie möglich zu klingen. Das tue ich nicht. Sind Sie sich sicher? Er nahm meine Hand und fuhr mit dem Finger von der Innenseite meines Arms bis in meine Handfläche, bevor er die Knöpfe dort hineinlegte und meine Hand um sie schloss. Mir stockte der Atem und mein Herz hämmerte in der Brust. Meine Hand zuckte zurück, als hätte ich mich verbrannt. Ja, da bin ich mir sicher. Ich hätte schwören können, die Bluse, die Sie letztens getragen haben, hatte silberne Knöpfe. Die pinkfarbene? Ich erinnere mich daran, weil mir auffiel, dass einer von Ihnen offen stand, als sie die Treppe hochkam. Ich spürte, wie mein Gesicht noch heftiger glühte, falls das überhaupt möglich war. Worauf wollte er hinaus? Wollte er mir unterstellen, ich hätte ihn gebeten, länger zu bleiben? Dass ich das alles eingefädelt hätte, um mit ihm allein im Konferenzraum zu sein? Er beugte sich zu mir, sein Atem heiß an meinem Ohr und flüsterte, du solltest wirklich versuchen, etwas vorsichtiger zu sein. Ich versuchte einigermaßen, die Ruhe zu bewahren. Bastard, stieß ich hervor. Verblüfft wich er zurück. Wie konnte er nur so erstaunt sein, als wäre ich diejenige, die die Regeln gebrochen hätte. Es war eine Sache, mich herumzukommandieren, aber meinen Ruf vor den anderen Vorstandsmitgliedern zu gefährden, war etwas vollkommen anderes. Dazu würde er sich später noch was anhören müssen. Während des gesamten Meetings warfen wir uns Blicke zu. Meine wütend, seine zunehmend verunsichert. Ich starrte so oft wie möglich auf die Tabellen vor mir, um ihn nicht ansehen zu müssen. Kaum waren wir mit allem durch, packte ich meine Sachen und verließ den Raum, so schnell ich konnte. Aber wie zu erwarten, war er mir Sekunden später auf den Fersen und folgte mir zum Fahrstuhl, in dem wir dann schweigend und brodelnd vor Wut an der Rückwand standen, auf dem Weg zurück ins Büro. Wieso konnte dieses Ding nicht einen Zahn zulegen? Und warum musste auf jedem Stockwerk irgendjemand just in diesem Moment beschließen, den Fahrstuhl zu nehmen? Um uns herum quatschten alle anderen in ihre Handys, blätterten in Akten, besprachen Pläne fürs Mittagessen. Der Lärm wuchs zu einem lauten Summen an und hätte fast die verbalen Arschtritte übertönt, die ich Mr. Ryan in Gedanken verpasste. Als wir endlich im zehnten Stock ankamen, war der Fahrstuhl am Rande seiner Kapazitäten. Die Türen öffneten sich und drei weitere Personen beschlossen, sich hineinzuzwängen, wobei ich noch dichter an ihn gepresst wurde, mein Rücken an seiner Brust und mein Hintern an seinem »Uch«. Ich spürte, wie der Rest seines Körpers sich leicht versteifte und hörte ihn scharf die Luft einsaugen. Anstatt mich an ihn zu lehnen, trat ich so weit wie möglich vor. Er streckte die Hände aus und packte meine Hüften, zog mich wieder an sich heran. Mir gefiel dieser Arsch an meinem Körper, murmelte er leise und warm in mein Ohr. »Wo willst du?« »Ich bin kurz davor, sie mit meinen Absätzen zu kastrieren.« Er kam noch näher. »Wieso bist du plötzlich noch mieser drauf als sonst?« Ich drehte meinen Kopf und sagte sehr leise, »Das würde dir so passen, mich vor deinem Vater als karrieregeile Hure hinzustellen.« Er ließ seine Hand sinken, sein Mund stand offen. »Nein!« »Blinzel, Blinzel!« »Was?« »Ein verwirrter Mr. Ryan war überraschend sexy.« »Bastard!« »Ich habe dich doch nur etwas ärgern wollen.« »Was, wenn Sie es gehört hätten?« »Das haben Sie nicht.« »Sie hätten es aber können.« Er sah wirklich so aus, als wäre ihm dieser Gedanke überhaupt nicht gekommen, und vermutlich stimmte das sogar. Es war leicht für ihn, vom oberen Ende der Nahrungskette aus Spielchen zu spielen. Er war das arbeitssüchtige Vorstandsmitglied. Ich war das Mädchen, das ich bemühte, aufzusteigen. Der Mann links neben uns sah herüber, woraufhin wir beide uns Kerzen gerade hinstellten und nach vorne blickten. Ich stieß ihm einen Ellbogen in die Seite und erkniff so hart in meinen Hintern, dass ich aufkeuchte. »Ich werde mich nicht entschuldigen«, »flüsterte er.« »Natürlich wirst du das nicht, Arschloch!« Er drückte sich wieder gegen mich, und ich spürte, wie seine Erektion noch härter wurde, spürte, wie die verräterische Hitze sich zwischen meinen Beinen ausbreitete. Wir erreichten den vierzehnten Stock, wo ein paar Leute den Fahrstuhl verließen. Ich griff hinter mich und nahm seinen Steifen in die Hand. Er stieß warmen Atem an meinem Nacken aus und flüsterte, »Verdammt, ja!« Und dann drückte ich zu. »Verdammt!« »Entschuldigung!« zischte er mir ins Ohr. Ich lockerte den Griff, ließ meine Hand fallen und grinste in mich hinein. »Himmel, ich wollte dich doch nur ein bisschen ärgern!« Der fünfzehnte Stock. Der Rest der Meute stieg in einem einzigen munteren Schwung aus, anscheinend alle auf dem Weg zum selben Meeting. Sobald die Türen sich schlossen und der Fahrstuhl sich wieder zu bewegen begann, hörte ich hinter mir ein Knurren und sah gerade noch wie Mr. Ryan in einer schnellen, abrupten Bewegung die Hand gegen den Halteknopf der Schalltafel schlug. Als er mich ansah, waren seine Augen dunkler als je zuvor. Mit einer einzigen, flüssigen Bewegung drückte er mich gegen die Fahrstuhlwand. Er lehnte sich nur kurz zurück, um mich wütend anzusehen und zu murmeln, »Beweg dich nicht!« Und obwohl ich ihm entgegnen wollte, er solle sich zum Teufel scheren, flehte mein Körper mich an, zu tun, was immer er sagte. Er bückte sich zu meinen auf dem Boden verstreuten Unterlagen hinunter, riss eine Post-it-Notiz ab und klebte sie über die Kameralinse an der Decke. Sein Gesicht war nur wenige Zentimeter von meinem entfernt. Er hauchte gegen meine Wange. Ich würde niemals andeuten, dass du dich hochschlafen willst. Er atmete laut aus, beugte sich zu meinem Hals vor. »Du denkst zu viel.« Ich zog mich so weit zurück, wie es ging, und starrte ihn an. »Und du denkst nicht genug nach. Es geht um meine Karriere. Du besitzt hier die ganze Macht. Du hast nichts zu verlieren.« »Ich habe die Macht? Du bist doch diejenige, die sich im Fahrstuhl gegen meinen Schwanz drückt. Du bist diejenige, die mir das antut.« Ich spürte meine Gesichtszüge weicher werden. Ich war es nicht gewohnt, dass er sich mir gegenüber so verletzlich zeigte, nicht im Geringsten. »Dann überrumple mich nicht so.« Nach einer Weile nickte er. Die Geräusche des Gebäudes um uns herum erfüllten den Fahrstuhl, während wir uns weiter anstarrten. Meine Sehnsucht nach Körperkontakt wuchs, erst in meinem Bauchnabel, dann breitete es sich weiter unten aus, zwischen meinen Beinen. Er beugte sich vor, leckte meinen Kiefer, bevor er meine Lippen mit seinen bedeckte, und ich stöhnte unwillkürlich auf, als ein harter Schwanz gegen meinen Bauch drückte. Mein Körper begann, instinktiv zu handeln. Mein Bein schlang sich um seines, zog mich näher an seine Erektion heran, meine Hände fanden ihren Weg in sein Haar. Er zog sich kurz zurück, um mit den Fingern die Schnalle an meiner Taille aufschnappen zu lassen. Mein Kleid öffnete sich vor ihm. Was für ein wütendes kleines Kätzchen, flüsterte er. Er legte mir die Hände auf die Schultern, sah mir in die Augen und schob den Stoff auf den Boden. Schauer liefen über meine Haut, als er meine Hände nahm, mich herumdrehte und meine Handflächen gegen die Wand drückte. Er nahm mir den silbernen Kamm aus dem Haar, so dass es über meinen nackten Rücken fiel. Er packte es, zog meinen Kopf kraftvoll zur Seite und verschaffte sich so Zugang zu meinem Hals. Heiße, feuchte Küsse bedeckten meine Wirbelsäule und die Schulterblätter. Er zog eine Spur von elektrischen Funken über jeden Zentimeter meiner Haut, den er berührte. Dann kniete er sich hinter mich, packte meinen Hintern und presste seine Zähne ins Fleisch, bevor er wieder aufstand. Verfluchte Scheiße, woher wusste er nur so genau, was er mit mir anstellen musste? Hat dir das gefallen? Seine Finger zogen und drückten meine Brüste, in den Arsch gebissen zu werden? Vielleicht. Du bist so ein schmutziges, versautes Mädchen. Ich schrie überrascht auf, als ich spürte, wie er mir hart mit der Hand auf den Hintern schlug und stöhnte vor Lust. Als er mit seinen Händen das zarte Bändchen meines Lips zerriss, keuchte ich. Den stelle ich dir in Rechnung, Arschloch! Er lachte finster in sich hinein und drückte sich wieder gegen mich. Die kalte Wand an meinen Brüsten schickte Schauer durch meinen Körper und brachte die Erinnerung an das Fensterglas beim ersten Mal zurück. Ich hatte vergessen, wie gut sich der Kontrast, kalt gegen warm, hart gegen ihn, angefühlt hatte. Das ist es mir wert. Seine Hand schob sich um meine Taille und meinen Unterleib hinunter, bis seine Finger auf meiner Klitt liegen blieben. Ich glaube, du trägst diese Dinger nur, um mich zu verführen. Hatte er recht? Machte ich mir etwas vor, wenn ich dachte, sie wären für mich? Seine Berührung war fast schmerzhaft. Seine Finger verstärkten und verringerten abwechselnd den Druck, ließen mich voller Verlangen zurück, dem Verlangen nach mehr. Er bewegte sich weiter nach unten, hielt genau vor meiner Öffnung inne. Du bist so wahnsinnig feucht. Mein Gott, du musst den ganzen Morgen an das hier gedacht haben. Fick dich, stöhnte ich und keuchte, als sein Finger endlich in mich eindrang. Ich drückte mich gegen ihn. Sag es, sag es und ich gebe dir, was du willst. Er nahm einen zweiten Finger hinzu, und die Empfindung ließ mich aufschreien. Ich schüttelte den Kopf, aber mein Körper verriet mich erneut. Er klang so bedürftig. Seine Worte waren neckend und kontrollierend, aber es fühlte sich dennoch so an, als würde er gleichzeitig darum betteln. Ich schloss die Augen, versuchte, meine Gedanken zu ordnen. Aber das alles war einfach zu viel. Das Gefühl seines bekleideten Körpers gegen meine nackte Haut, der Klang seiner rauen Stimme, das Gefühl, wie sein Mittelfinger in mich hinein und wieder herausglitt. Ich steuerte mehr und mehr auf den Abgrund zu. Seine andere Hand griff nach einem Nippel und kniff ihn fest durch den hauchdünnen Stoff meines BHs hindurch, und ich stöhnte laut auf. Ich war so kurz davor. Sag es, knurrte er mir ins Ohr, während sein Daumen über meine Klitt rieb. Ich will nicht, dass du den ganzen Tag wütend auf mich bist. Schließlich gab ich auf und flüsterte, ich will dich in mir spüren. Er stieß ein tiefes, ersticktes Stöhnen aus, und seine Stirn lag auf meiner Schulter, als er begann, sich schneller zu bewegen. Hineinstieß, kreiste, seine Hüfte drückte fest gegen meinen Hintern, seine Erektion rieb sich gegen mich. Oh Gott, stöhnte ich. Tief in mir zog sich die Spirale mehr und mehr zusammen, und jeder meiner Gedanken konzentrierte sich auf die Lust, die darum bettelte, loszubrechen. Und dann wurden die rhythmischen Geräusche unseres Keuchens und Stöhnen plötzlich vom schrillen Klingeln eines Telefons unterbrochen. Wir hielten abrupt inne, als uns mit Schrecken klar wurde, wo wir waren. Mr. Ryan ließ mich fluchend los und nahm den Hörer des Nottelefons ab. Ich drehte mich um, griff nach meinem Kleid, zog es mir über die Schultern und begann es mit zitternden Händen zu schließen. Er? Er klang so ruhig, kein bisschen außer Atem. Wir sahen uns in die Augen. Ich verstehe. Nein, es geht uns gut. Er beugte sich langsam vor, hob meinen zerrissenen Slip vom Boden auf. Nein, er hat einfach angehalten. Er lauschte der Person am anderen Ende, während er den seidenen Stoff zwischen seinen Fingern rieb. Das ist in Ordnung. Er beendete das Gespräch und hängte den Hörer wieder ein. Mit einem Ruck setzte der Fahrstuhl seine Fahrt nach oben fort. Mr. Ryan sah auf das Stück Stoff in seiner Hand, dann wieder zu mir. Und dann grinste er, trat einen Schritt von der Wand weg, pirschte auf mich zu. Er legte eine Hand neben meinen Kopf, lehnte sich vor, fuhr mit seiner Nase über meinen Hals und flüsterte, »Du riechst so gut, wie du dich anfühlst.« Ich rang nach Luft. »Und dieser«, sagte er und hob den Slip in die Höhe, »gehört mir.« Der Fahrstuhl summte, als wir auf unserem Stockwerk ankamen. Die Türen öffneten sich, und ohne sich noch einmal zu mir umzusehen, steckte er den zarten Stofffetzen in die Tasche seiner Anzugjacke und marschierte davon. Panik! Das Gefühl, das mich erfasste, als ich zu meinem Büro zurückhechtete, ließ sich nur als reine Panik beschreiben. Ich konnte nicht fassen, was passiert war. Mit ihr allein zu sein in diesem kleinen Stahlgefängnis. Geruch, ihre Geräusche, ihre Haut, ließ meine Selbstkontrolle dahinschwinden. Ich stand kurz vor dem Zusammenbruch. Diese Frau hat eine Macht über mich wie nie irgendjemand zuvor. Als ich mich in der Sicherheit meines Büros befand, ließ ich mich auf das Ledersofa fallen. Ich lehnte mich vor und packte fest in mein Haar, zwang mich, mich zu beruhigen und damit meinen Ständer erschlaffen zu lassen. Verdammte Scheiße! Es wurde wirklich immer schlimmer. Von dem Moment an, als ich mich an das morgendliche Meeting erinnert hatte, war mir klar gewesen, dass ich keinen einzigen verflixten, kohärenten Gedanken in diesem verfluchten Konferenzraum würde fassen, geschweige denn, eine vollständige Präsentation abliefern können. An dem Tisch zu sitzen? Unvorstellbar. Allein in den Raum zu kommen und sie da ans Glas gelehnt zu sehen, tief in Gedanken versunken war genug, um wieder einen Ständer zu bekommen. Ich hatte irgendeine saublöde Geschichte erfunden, von wegen, dass die Konferenz auf ein anderes Stockwerk verlegt worden war und natürlich motzte sie mich deswegen an. Warum musste sie mir nur immer wieder sprechen? Ich machte ihr sehr explizit deutlich, wer hier das Sagen hatte. Aber wie bei jeder unserer Auseinandersetzungen, hatte sie auch darauf etwas zu erwidern. Aus dem Vorzimmer kam ein lautes, dumpfes Geräusch. Ich zuckte auf dem Sofa zusammen, dann noch eins und noch eins. Was zum Teufel war da los? Ich stand auf und ging zur Tür, öffnete sie und sah, wie Miss Mills ihre Akten auf drei verschiedene Haufen warf. Ich verschränkte die Arme und lehnte mich gegen die Wand, sah ihr einen Moment lang zu. Sie so wütend zu sehen, verminderte das Problem in meiner Hose kein bisschen. Wärst du so freundlich, mir zu erklären, was dein Problem ist? Sie starrte mich an, als würde mir gerade ein zweiter Kopf wachsen. Hast du jetzt vollkommen den Verstand verloren? Kein bisschen. Entschuldige, wenn ich ein klein bisschen gereizt bin, fauchte sie, griff nach einem Stapel Akten und verstaute sie grob in einem Schrank. Ich bin nicht gerade begeistert von der... Bennet? Mein Vater kam entschlossenen Schritts ins Büro. Das war eine gute Leistung. Henry und ich haben gerade mit Dorothy und Troy gesprochen und sie waren... Er hielt inne und starrte zu Miss Mills hinüber, die mit geballten Fäusten vor ihrem Schreibtisch stand. Chloe, meine Liebe, ist mit Ihnen alles in Ordnung? Sie richtete sich gerade auf, entkrampfte ihre Finger und nickte. Ihr Gesicht war wunderschön gerötet, ihr Haar etwas zerzaust. Von mir. Ich schluckte und drehte mich zum Fenster um. Sie sehen nicht gut aus. Dad ging zu ihr rüber und legte ihr eine Hand auf die Stirn. Puh, heiß! Ich biss die Zähne zusammen, während ich das Spiegelbild der beiden im Fenster betrachtete. Ein merkwürdiges Gefühl kroch mir die Wirbelsäule hinauf. Wo kommt das jetzt her? Mir ist tatsächlich ein bisschen komisch, erwiderte sie. Nun, Sie sollten nach Hause gehen, bei Ihrem Arbeitspensum, und dann haben Sie gerade erst ein Semester an der Hochschule hinter sich. Ganz sicher sind Sie. Wir haben heute leider einen vollen Terminkalender, sagte ich und drehte mich zu Ihnen um. Ich hatte vor, heute die Beaumont-Unterlagen fertigzustellen, Miss Mills, presste ich zwischen zusammengebissenen Zähnen hervor. Mein Vater sah mich mit seinem stählernen Blick an. Ich bin sicher, du schaffst das alleine, Bennet. Er wandte sich wieder ihr zu. Sie gehen jetzt. Danke, Elliot. Sie sah mich an, ihre perfekt gezupften Augenbrauen in die Höhe gezogen. Bis morgen früh, Mr. Ryan. Ich sah zu, wie sie hinausgingen, und mein Vater schloss die Tür hinter ihr. Dann wandte er sich mir mit einem gefährlichen Funkeln in den Augen zu. Was? fragte ich. Du brichst dir wirklich keinen Zacken aus der Krone, wenn du mal etwas netter bist, Bennet. Er setzte sich auf die Kante ihres Schreibtisches. Du kannst froh sein, dass du sie hast. Kopfschütteln verdrehte ich meine Augen. Wenn ihr Charakter so ansprechend wäre wie ihre PowerPoint-Präsentationen, hätten wir kein Problem miteinander. Mit seinem Blick brachte er mich zum Schweigen. Deine Mutter hat angerufen. Sie bittet mich, dich an das Dinner heute Abend bei uns zu erinnern. Henry und Mina werden mit der Kleinen kommen. Ich werde da sein. Er ging zur Tür, hielt dann noch einmal inne und sah mich an. Komm nicht zu spät. Das werde ich nicht. Verdammt nochmal. Er wusste so gut wie jeder andere, dass ich niemals zu spät kam, nicht mal zu etwas Normalem wie einem Familienessen. Henry hingegen würde sich selbst bei seiner eigenen Beerdigung noch verspäten. Endlich wieder allein ging ich mein Büro zurück und ließ mich auf meinen Stuhl fallen. Na schön, vielleicht war ich ein bisschen gereizt. Ich steckte eine Hand in meine Jackentasche und zog heraus, was von ihrem Höschen übrig geblieben war, um es in die Schublade zu den anderen zu legen. Da bemerkte ich das Schildchen. Agent Provocateur. Sie ließ dafür ganz schön was springen. Ich öffnete die Schublade und betrachtete die anderen beiden eingehend. La Perla. Verdammt. Dieser Frau war ihre Unterwäsche ganz schön wichtig. Vielleicht sollte ich irgendwann mal in den La Perla-Laden in der Innenstadt fahren und zumindest herausfinden, was meine kleine Sammlung sie kostete. Ich fuhr mir mit der freien Hand durchs Haar und warf die Höschen zurück in die Schublade, knallte sie zu. Ganz offensichtlich hatte ich meinen Verstand verloren. So sehr ich es auch versuchte, ich konnte mich den ganzen Tag lang nicht auf den kleinsten Scheiß konzentrieren. Selbst nach einer ausgiebigen Mittagspause gelang es mir nicht, meine Gedanken von den morgendlichen Ereignissen abzulenken. Gegen drei wusste ich, dass ich hier raus musste. Als ich vor dem Fahrstuhl stand, stöhnte ich insgeheim auf und entschied, die Treppen zu nehmen, wo mir allerdings klar wurde, dass das noch fataler war. Ich hechtete die siebzehn Stockwerke runter, so schnell ich konnte. Als ich später vor dem Haus meiner Eltern vorfuhr, spürte ich, wie sich die Anspannung ein wenig legte. In der Küche hüllte mich der vertraute Duft von Moms Kochkünsten ein und das zufriedene Geplauder meiner Eltern, das aus dem Esszimmer zu mir drang. »Bennett!«, trällerte meine Mutter, als ich das Zimmer betrat. Ich beugte mich vor und küßte ihre Wange, erlaubt ihr für einen kurzen Augenblick mein zerzaustes Haar zu glätten, beziehungsweise es zumindest zu versuchen. Dann schob ich ihre Hand weg, nahm ihr eine große Schüssel ab und stellte sie auf den Tisch. Als Provision klaute ich mir eine Möhre. »Wo ist Henry?« Ich sah zum Wohnzimmer hinüber. »Sie sind noch nicht da!«, antwortete mein Vater und kam auf mich zu. Henry war schon schlimm genug, aber wenn außerdem seine Frau und seine Tochter noch ins Spiel kamen, dann war es ein Wunder, wenn sie überhaupt das Haus verließen. Ich ging zur Bar draußen, um meiner Mutter ein Dry Martini zu mixen. Zwanzig Minuten später hörte ich aus der Diele Geräusche des Chaos und ich ging hinein, um sie zu begrüßen. Ein kleiner, schwankender Körper mit einem Zahnlückengrinsen umklammerte meine Beine. »Benni!«, quietschte das kleine Grinsegesicht. Ich hob Sophia in die Höhe und bedeckte ihre Wangen mit Küssen. »Mein Gott, machst du eine Szene!«, stöhnte Henry, als er mir vorbeiging. »Als wärst du nur eindeut besser.« »Ihr solltet beide die Klappe halten, falls jemand an meiner Meinung interessiert ist«, mischte sich Mina ein und folgte ihrem Mann ins Esszimmer. Sophia war das erste Enkelkind meiner Eltern und die Prinzessin der Familie. Wie gewöhnlich wollte sie während des Essens am liebsten auf meinem Schoß sitzen und ich versuchte, um sie herum zu essen und dabei möglichst ihren Hilfestellung auszuweichen. Sie hatte mich eindeutig um ihren Finger gewickelt und das komplett. »Bennett, ich wollte dich was fragen«, hob meine Mutter an und reichte mir die Flasche Wein. »Könntest du Chloe vielleicht einladen, nächste Woche zu uns zum Essen zu kommen? Und würdest du bitte dabei so überzeugend wie möglich sein, damit sie auch wirklich kommt?« Statt einer Antwort stöhnte ich auf, wofür ich mir von meinem Vater einen Tritt ans Schienbein einhandelte. »Himmel, warum besteht ihr nur alle darauf, sie hier zu haben?«, fragte ich. Mom richtete sich in ihrem Stuhl auf, ihren besten, strenge Mutter-Ausdruck im Gesicht. »Sie ist ganz allein in einer fremden Stadt und...« »Mom«, unterbrach ich sie. »Sie lebt bereits seit dem College hier. Sie ist sechsundzwanzig. Es ist für sie keine fremde Stadt mehr.« »Da hast du tatsächlich recht«, erwiderte sie mit einer ungewohnten Härte in ihrer Stimme. »Sie ist wegen des Colleges hergekommen, hat mit Summa Cum Laude ihren Abschluss gemacht und ein paar Jahre lang für deinen Vater gearbeitet, bevor sie in deine Abteilung gewechselt ist. Sie ist die beste Angestellte, die du je hattest, und das, während sie die Abendschule besucht, um ihren Master zu erlangen. »Ich finde, Chloe ist ziemlich außergewöhnlich. Deshalb gibt es da jemanden, den ich ihr vorstellen möchte.« Meine Gabel blieb in der Luft hängen, als ich begriff. Mom wollte sie mit jemandem verkuppeln? Ich versuchte in Gedanken, alle Männer durchzugehen, die wir kannten, und musste jeden von ihnen sofort wieder von der Liste streichen. Brett, zu klein. Damien vögelte alles, was sich bewegte. Kyle, schwul. Scott, dumm. Merkwürdig. Ich spürte, wie sich etwas in meiner Brust zusammenzog, aber ich wusste nicht was. Wenn ich dem Gefühl einen Namen geben müsste, wäre es wohl... Wut? Wieso sollte ich wütend sein, weil meine Mom sie verkuppeln wollte? Vielleicht, weil du mit ihr schläfst, du Schwachkopf? Nun, eigentlich schlief ich nicht mit ihr, sondern fickte sie. Okay, ich hatte sie zweimal gefickt. Ich fickte sie, bedeutete ja irgendwie, dass ich es auch in Zukunft tun wollte. Ach ja, außerdem hatte ich sie im Treppenhaus befummelt, und ich sammelte ihre zerrissenen Slips in meiner schreibte Schublade. Perwärsling. Ich fuhr mir mit den Händen übers Gesicht. Na schön, ich rede mit ihr, aber mach dir nicht zu viel Hoffnung. Scham ist für sie ein Fremdwort, es wird also gar nicht so leicht sein, sie an den Mann zu bringen. Weißt du, Ben, beschloss mein Bruder, sich einzumischen. Ich denke, wir alle hier sind uns einig, dass du so ziemlich der Einzige bist, der nicht mit ihr klarkommt. Ich sah mich am Tisch um und runzelte die Stirn angesichts der nickenden Köpfe, die meinem idiotischen Bruder zustimmten. Der Rest des Abends bestand aus noch mehr Kommentaren dazu, wie ich versuchen sollte, netter zu Miss Mills zu sein, und wie großartig sie sie alle fanden, und wie sehr sie Joel, den Sohn von Moms bester Freundin, mögen würde. Ich hatte überhaupt nicht an Joel gedacht. Er war tatsächlich ziemlich nett. Abgesehen davon, dass er mit den Barbie-Puppen seiner kleinen Schwester gespielt hatte, bis er vierzehn Jahre alt war, und wie ein Baby geheult hatte, als er in der zehnten Klasse ein Baseball gegen das Schienbein bekam. Mills würde ihn bei lebendigem Leibe auffressen. Bei dem Gedanken daran lachte ich insgeheim auf. Wir sprachen auch über die Meetings, die in dieser Woche noch anstanden. Ein Großes war für den Donnerstagnachmittag geplant, und ich würde von meinem Vater und meinem Bruder begleitet werden. Ich wusste, dass Miss Mills bereits alles perfekt arrangiert hatte. Auch wenn ich es nicht gern zugab. Sie war immer schon zwei Schritte voraus, und wusste im Voraus, was ich brauchte. Mit dem Versprechen, dass ich alles, was in meiner Macht stand, tun würde, um sie von einem Besuch zu überzeugen, ging ich. Auch wenn ich ehrlich gesagt nicht wusste, wann ich sie in den nächsten Tagen wiedersehen würde. Ich hatte ziemlich viele Verabredungen und Meetings in der Stadt, und ich bezweifelte, dass ich in den wenigen Momenten, in denen ich das Büro betreten oder verlassen würde, so viel zum Reden kommen würde. Als ich am nächsten Nachmittag aus dem Fenster starrte, während wir uns die South Michigan Avenue hinunterquälten, fragte ich mich, ob mein Tag jemals besser werden würde. Ich hasste es, im Stau zu stecken. Das Büro war nur wenige Blocks entfernt, und ich dachte ernsthaft darüber nach, ob ich den Fahrer bitten sollte, den Wagen zurückzufahren, damit ich aussteigen und zu Fuß gehen konnte. Es war bereits nach vier, und wir hatten es in zwanzig Minuten nur drei Blocks weit geschafft. Na super. Ich schloss die Augen, lehnte den Kopf gegen das Polster und dachte an das Meeting, das ich gerade verlassen hatte. Es war an sich nichts Besonderes schiefgegangen, ganz im Gegenteil. Die Kunden waren begeistert von unseren Proposals gewesen, und alles war glatt gegangen, ohne den geringsten Zwischenfall. Nur wurde ich meine grauenhafte Stimmung einfach nicht los. Henry hatte mir in den letzten drei Stunden auch noch alle 15 Minuten sagen müssen, dass ich mich wie ein schlecht gelaunter Teenager benahm, und zu dem Zeitpunkt, als die Verträge endlich unterzeichnet waren, hätte ich ihm am liebsten einen in die Fresse gehauen. Wann immer sich die Gelegenheit ergab, fragte er mich, was zum Teufel mein Problem war, und ganz ehrlich gesagt, hatte er das Recht dazu. Selbst ich musste zugeben, dass ich mich in den letzten Tagen wie ein Vollidiot benommen hatte. Und das sollte schon etwas heißen. Natürlich verkündete Henry, als er nach Hause ging, mein Problem wäre, dass ich mal wieder ordentlich flachgelegt werden müsse. Wenn er nur wüsste. Es war nur ein Tag gewesen. Nur ein Tag nach der Sache im Fahrstuhl war ich schon wieder steinhart und lief mit dem brennenden Verlangen herum, jeden Zentimeter ihrer Haut zu berühren. So wie ich mich benahm, musste man denken, ich hätte in den letzten sechs Wochen keinen Sex gehabt. Aber nein, ein, fast zwei Tage ohne sie zu berühren, und ich hatte das Gefühl, verrückt zu werden. Der Wagen hielt wieder, und ich wollte am liebsten losbrüllen. Mein Fahrer ließ die Trennscheibe zwischen den vorderen und den hinteren Sitzen hinunter und schäckte mir ein entschuldigendes Lächeln. Es tut mir leid, Mr. Ryan. Ich bin sicher, Sie werden da hinten bald wahnsinnig. Es sind nur noch vier Blocks. Möchten Sie vielleicht lieber zu Fuß gehen? Durch die getönten Scheiben warf ich einen Blick nach draußen und stellte fest, dass wir genau auf der gegenüberliegenden Straßenseite von La Perla angehalten hatten. Ich kann an den Rand fahren, um... Ich war ausgestiegen, bevor er den Satz zu Ende bringen konnte. Während ich am Bordstand stand und darauf wartete, die Straße überqueren zu können, wurde mir klar, dass ich keine Ahnung hatte, was es mir bringen sollte, dort hineinzugehen. Was hatte ich bloß vor? Wollte ich etwas kaufen? Oder mich nur ein bisschen quälen? Nachdem ich den Laden betreten hatte, blieb ich vor einem langen Tisch stehen, auf dem rüschenbesetzte Dessous lagen. Die Böden waren aus warmen, honiggelben Holz, die Decken übersät mit langen, zylindrischen Leuchtkörpern, die grüppchenweise angeordnet waren. Die schwache Beleuchtung tauchte den gesamten Raum in ein weiches, intimes Licht, erhellte die Tische und Ablagen mit teuren Dessous. Irgendetwas an den zarten Spitzen und Seidenstoffen erweckte das nur allzu vertraute Verlangen nach ihr zum Leben. Ich strich mit den Fingern über einen Tisch in der Nähe des Eingangs. Plötzlich wurde mir bewusst, dass ich bereits die Aufmerksamkeit des Verkaufspersonals auf mich gezogen hatte. Eine große Blondine kam auf mich zu. »Herzlich willkommen bei La Perla«, sagte sie, und musterte mich wie ein Löwe, der ein Stück Steak betrachtet. Mir kam in den Sinn, dass eine Frau in diesem Business vermutlich wusste, wie viel ich für meinen Anzug bezahlt hatte, und dass meine Manschettenknöpfe mit echten Diamanten verziert waren. In ihren Augen sah ich regelrecht Dollarzeichen aufleuchten. »Kann ich Ihnen bei der Suche behilflich sein? Vielleicht ein Geschenk für Ihre Frau? Oder für Ihre Freundin?« fügte sie mit verführerischem Unterton hinzu. »Nein, danke«, erwiderte ich, und plötzlich war es mir peinlich, dass ich überhaupt hier war. »Ich schaue mich nur um.« »Dann sagen Sie mir Bescheid, wenn Sie Ihre Meinung ändern,« sagte sie augenzwinkernd, drehte sich um und ging zurück zum Verkaufstresen. Ich sah ihr nach und war augenblicklich entsetzt, dass ich nicht einmal daran gedacht hatte, sie nach ihrer Telefonnummer zu fragen. Scheiße! Ich war zwar keine männliche Hure, aber gerade hatte eine hübsche Frau mit mir geflirtet, noch dazu in einem Dessous-Laden, und ich hatte noch nicht mal daran gedacht, zurückzuflirten. Verflucht! Was zum Teufel war nun mit mir los? Ich wollte mich gerade umdrehen und gehen, als mein Blick an etwas hängen blieb. Ich ließ meine Finger über die schwarzen, spitzenbesetzten Strapse gleiten, die an einem Ständer hing. Bevor ich sie kennengelernt hatte, hatte ich nicht gewusst, dass Frauen so etwas jenseits vom Playboy-Fotoshootings tatsächlich trugen. Ich erinnerte mich noch an ein Meeting während des ersten Monats unserer Zusammenarbeit. Sie hatte die Beine unterm Tisch übereinander geschlagen und sich genauso bewegt, dass ich ihr Rock etwas hochschob und oberhalb ihres Strumpfes ein zarter, weißer Straps zum Vorschein kam. Es war das erste Mal gewesen, dass ich einen Hinweis auf ihre Schwäche für Dessous zu sehen bekommen hatte, aber es war nicht das erste Mal gewesen, dass ich mir während der Mittagspause in meinem Büro einen runterholen musste und dabei an sie dachte. »Haben Sie etwas entdeckt, was Ihnen gefällt?« Erschrocken, eine vertraute Stimme hinter mir zu hören, fuhr ich herum. »Scheiße! Miss Mills!« Aber ich hatte sie noch nie so gesehen. Sie war wie immer modisch gekleidet, wenn auch vollkommen leger. Sie trug eine dunkle, enge Jeans und ein rotes Tanktop. Ihr Haar hatte sie sehr sexy zu einem Zopf zusammengebunden, ungeschminkt und ohne Brille wirkte sie nicht viel älter als zwanzig. »Was zum Teufel machen Sie hier?« fragte sie und ihr gespieltes Lächeln verschwand. »Was geht Sie das an?« »Bin nur neugierig. Haben Sie nicht genügend Slips von mir in Ihrer Sammlung?« Sie starrte mich wütend an und zeigte auf die Strapse, die ich immer noch in der Hand hielt. Rasch legte ich sie wieder hin. »Nein, nein, ich...« »Was genau machen Sie überhaupt damit?« »Haben Sie sie irgendwo versteckt, so als kleine Erinnerung an Ihre Eroberung?« Sie verschränkte die Arme vor der Brust, wodurch ihr Busen hochgedrückt wurde. Mein Blick fiel sofort auf ihren Ausschnitt und mein Schwanz regte sich in meiner Hose. »Verdammt«, sagte ich kopfschüttelnd, »wieso müssen Sie eigentlich immer so ein Biest sein?« Ich spürte, wie das Adrenalin durch meine Adern floss, spürte, wie meine Muskeln sich anspannten, weil ich vor Lust und Wut geradezu bebte. »Ich schätze, Sie bringen das Beste in mir zum Vorschein.« Sie beugte sich vor und ihre Brust berührte fast meine. Ich sah mich rasch um und bemerkte, dass wir bereits die Aufmerksamkeit von anderen Kunden auf uns gezogen hatten. »Sehen Sie?« Ich versuchte, mich zu beherrschen. »Was halten Sie davon, wenn Sie sich wieder beruhigen und die Lautstärke ein wenig senken?« Ich wusste, ich musste hier schnell raus, bevor noch etwas passierte. Aus irgendeinem kranken Grund endeten die Streits mit dieser Frau immer mit ihrem Slip in meiner Tasche. »Was machen Sie überhaupt hier? Wieso sind Sie nicht bei der Arbeit?« Sie verdrehte die Augen. »Ich arbeite jetzt seit fast einem Jahr für Sie. Da könnten Sie sich doch schon mal merken, dass ich mich alle zwei Wochen mit meinem Doktorvater treffe. Ich bin gerade fertig geworden und wollte noch ein bisschen shoppen. Vielleicht sollten Sie mir eine Fußfessel anlegen, damit Sie mich rund um die Uhr überwachen können. Obwohl, hey, Sie haben es auch ohne eine geschafft, mich hier zu finden.« Ich starrte sie an, kämpfte mit den Worten. »Sie sind immer sowas von ätzend zu mir.« »Na super, Ben. Echt prima.« »Kommen Sie mal mit,« zischte sie, grabschte mich am Arm und zog mich in den hinteren Teil des Ladens. Sie bog um eine Ecke, zog mich in einen Umkleideraum. Offensichtlich war sie hier schon eine Weile zu Gange. Auf den Stühlen lagen Haufen von Dessous und an den Kleiderbügeln hingen nicht identifizierbare Fetzen aus Spitze. Aus den Lautsprechern an der Decke dröhnte Musik und ich war froh, dass ich mir keine Sorgen machen müsste, leise zu sein, wenn ich sie erwürgte. Sie schloss die große Spiegeltür, da eine seidenbezogene Chaiselon gegenüberstand, und ich bohrte mich mit ihrem Blick. »Sind Sie mir hierher gefolgt?« »Warum zum Teufel sollte ich das tun?« »Also sehen Sie sich nur rein zufällig in einem Laden für Damen Dessous um. Ist das irgendwas Perverses, was Sie in Ihrer Freizeit treiben?« »Kriegen Sie sich mal wieder ein, Miss Mills.« »Wissen Sie, es ist schon gut, dass Sie so einen großen Schwanz haben. Das ist wenigstens eine kleine Entschädigung dafür, dass Sie so ein Großmaul sind.« Unwillkürlich lehnte ich mich vor und flüsterte, »Ich bin mir ziemlich sicher, dass dir mein Maul auch verdammt gut gefallen würde.« Plötzlich war alles zu intensiv, zu laut, zu stark. Ihre Brüste hoben und senkten sich, und ihr Blick wanderte zu meinem Mund, während sie sich auf die Unterlippe biss. Sie wickelte langsam meine Krawatte um ihre Faust und zog mich zu sich heran. Ich öffnete meinen Mund und spürte, wie ihre weiche Zunge nach vorne drängte. Ich konnte mich jetzt nicht mehr zurückziehen, ließ eine Hand unter ihr Kinn gleiten und eine in ihr Haar, um ihr Haargummi zu lösen. Weiche Wellen fielen um meine Hand herum, und ich packte fest zu, zog ihren Kopf nach hinten, um mehr Platz für meinen Mund zu machen. Ich brauchte mehr. Ich brauchte alles von ihr. Sie stöhnte, und ich zog noch etwas mehr. »Du magst das!« »Verdammt!« »Ja!« In dem Moment, als ich diese Worte hörte, war mir alles andere egal, wo wir waren, wer wir waren und was wir füreinander empfanden. Noch nie im Leben hatte ich mich von jemandem so magisch angezogen gefühlt. Wenn wir auf diese Weise zusammen waren, zählte nichts anderes mehr. Ich fuhr mit den Händen ihren Körper entlang und packte den Saum ihres Hemds, zog es hoch und über ihren Kopf, wobei ich unseren Kuss nur sekundenlang unterbrach. Beinahe zeitgleich schob sie mir das Jackett von den Schultern und ließ es auf den Boden fallen. Mit den Daumen zeichnete ich Kreise auf ihrer Haut, wanderte mit den Händen zum Bund ihrer Jeans. Schnell geöffnet, fiel die Hose auf den Boden. Sie kickte sie gemeinsam mit ihren Sandalen von sich. Ich küsste ihren Hals, ihre Schultern. Scheiße noch mal, knurrte ich, als ich aufsah und in dem großen Spiegel ihren makellosen Körper erblickte. Ich hatte häufiger davon geträumt, sie auszuziehen, als ich es vermutlich zugeben konnte, aber die Realität bei Tageslicht war besser. So viel besser. Sie trug ein hauchdünnes, schwarzes Höschen, das nur zur Hälfte ihren Hintern bedeckte und einen dazu passenden BH. Ihr seidiges Haar fiel ihr den Rücken hinunter. Die Muskeln in ihren langen, schlanken Beinen spannten sich an, als sie sich auf die Zehenspitzen stellte, um meinen Nacken zu erreichen. Sie so zu sehen und zugleich ihre Lippen zu spüren, ließ mein Schwanz sich schmerzhaft gegen den Stoff meiner Hose pressen. Sie biss fest in mein Ohr, während ihre Finger sich an den Knöpfen meines Hemdes zu schaffen machten. Ich glaube, du magst es auch etwas härter. Ich öffnete Gürtel und Hose, schob sie gemeinsam mit meinen Boxershorts auf den Boden und zog Miss Mills auf die Chaiselon. Ein Schauer durchfuhr mich, als meine Hände um ihren Brustkorb griffen und zum Verschluss ihres BHs wanderten. Ihre Brüste drückten sich gegen mich, als würden sie mich anfliehen, fortzufahren, und ich bedeckte ihren Hals mit Küssen, während ich rasch den BH öffnete und die Träger von ihren Schultern schob. Ich lehnte mich ein Stück zurück, damit das Teil hinunterfiel und genoss zum ersten Mal einen unverstellten Blick auf ihre vollkommen nackten Brüste. Verdammt perfekt! In meinen Fantasien hatte ich alles mit ihnen angestellt, sie berührt, geküsst, an ihnen gelutscht, sie gefügelt, aber nichts davon war besser, als sie nun in der Realität einfach nur anzusehen. Sie presste ihre Hüften gegen meine, und nichts außer ihrem kleinen Höschen trennte uns. Ich vergrub mein Gesicht zwischen ihren Brüsten, und ihre Hände fuhren durch mein Haar, zogen mich noch dichter heran. Willst du mich kosten? flüsterte sie und sah zu mir herunter. Sie zog mein Haar so fest nach hinten, dass mein Kopf sie nicht mehr berührte. Mir fiel ein kluger Spruch ein, nichts Bissiges, damit sie endlich die Klappe hielt und mich einfach nur fickte. Und wie ich ihre Haut schmecken wollte! Ich wollte es vermutlich mehr, als ich je etwas anderes gewollt hatte. Ja! Dann bitte mich freundlich! Scheißer freundlich! Lass mich ran! Sie wimmerte und lehnte sich vor, um mich einen ihrer perfekten Nippel in den Mund saugen zu lassen, woraufhin sie noch fester an meinem Haar zog. Verdammt fühlte sich das gut an! So viele Gedanken wirbelten mir durch den Kopf. Ich wünschte mir nichts sehnlicher auf der Welt, als mich in ihr zu vergraben, aber ich wusste, wenn es vorbei war, würde ich uns beide hassen. Sie, weil sie mich schwach machte und mich, weil ich zuließ, dass die Lust mein Verstand aushebelte. Aber ich wusste auch, dass ich nicht aufhören konnte. Ich war zu einem Junkie geworden, lebte nur für den nächsten Schuss. Mein so perfekt aufgebautes Leben brach über mir zusammen und nichts war mir mehr wichtig, außer sie zu spüren. Ich fuhr mit den Händen an ihrem Körper herab und ließ meine Finger am Saum ihres Hüschens entlang gleiten. Ein Schauer durchlief sie. Ich kniff die Augen zusammen, hielt den Stoff weiter fest umschlossen und versuchte, mich zum Aufhören zu bewegen. Ach, Sean, reiß ihn mir vom Leib. Du weißt, dass du es willst, murmelte sie in mein Ohr und biss fest zu. Eine halbe Sekunde später war ihr Höschen nur noch ein Häuflein Stoff in der Ecke des Raums. Ich packte grob ihre Hüfte, hob sie an, hielt mit der anderen Hand und mein Schwanz fest und zog sie auf mich hinab. Das Gefühl war so intensiv, dass ich sie mit Gewalt davon abhalten musste, sich zu bewegen, um nicht zu explodieren. Wenn ich jetzt durchdrehte, würde sie es mir später nur vor den Latz knallen und diesen Gefallen würde ich ihr nicht tun. Als ich mich wieder unter Kontrolle hatte, begann ich, ihre Hüften zu bewegen. Wir hatten diese Stellung noch nicht miteinander ausprobiert, sie oben, von Angesicht zu Angesicht, und ich gab es nicht gerne zu, aber unsere Körper passten perfekt zueinander. Ich nahm ihre Füße in die Hände und legte sie um meine Taille. Durch diese veränderte Stellung war ich noch tiefer in ihr und ich vergrub mein Gesicht an ihrem Hals, um nicht laut aufzustöhnen. Um uns herum hörte ich die Stimmen von Leuten, die die anderen Umkleidekabinen betraten und verließen. Der Gedanke, dass wir jederzeit erwischt werden konnten, machte es nur umso besser. Die täuschend unschuldige Art, wie sie auf ihre Lippe biss, machte mich wahnsinnig. Leise stöhnend drückte sie ihren Rücken durch und ließ ihren Kopf nach hinten fallen. Erneut warf ich einen Blick über ihre Schulter, um uns im Spiegel zu beobachten. Ich hatte in meinem ganzen Leben noch nie etwas so Erotisches gesehen. Sie zog wieder an meinem Haar, lenkte meinen Mund auf ihren, und unsere Zungen liebkosten sich, passend zur Bewegung unserer Hüften. Du siehst so gut aus, wenn du auf mir bist, flüsterte ich in ihren Mund. Dreh dich um, du musst dir das ansehen. Ich zog sie hoch und drehte ihr Gesicht zum Spiegel. Mit dem Rücken gegen meine Brust gedrückt, ließ sie sich wieder auf mir nieder. Oh Gott! Sie atmete geräuschvoll aus und ihr Kopf sank gegen meine Schulter. Ich wusste nicht, was sie so bewegte, das Gefühl, wie ich sie ausfüllte, oder das Spiegelbild. Oder beides. Ich packte ihr Haar und zog ihren Kopf wieder nach oben. Nein, ich will, dass du genau hinsiehst, knurrte ich ihr ins Ohr und begegnete ihrem Blick im Spiegel. Ich will, dass du zusiehst, und morgen, wenn du ganz wund bist, will ich, dass du dich daran erinnerst, wer dir das angetan hat. Hör auf zu quatschen, sagte sie, aber sie zitterte und ich wusste, sie liebte jedes Wort. Ihre Hände glitten ihren Körper hoch und dahinter, bis sie sich in meinem Haar vergruben. Ich berührte jeden Zentimeter ihres Körpers und hinterließ zarte Bissspuren entlang ihrer Schulterblätter. Im Spiegel konnte ich sehen, wie ich in sie hineinglitt und wieder heraus. Und so sehr ich diese Erinnerung eigentlich nicht in meinem Kopf haben wollte, wusste ich doch, dass dies ein Anblick war, den ich nie vergessen würde. Dann legte ich eine Hand auf ihre Klitt. Oh, Scheiße, flüsterte sie. Bitte. So ungefähr. Ich drückte zu und ließ einen Finger kreisen. Ja, bitte. Mach weiter, bitte. Mach weiter. Unsere Körper waren inzwischen mit einem Schweißfilm überzogen und ihr Haar klebte leicht an ihrer Stirn. Ihr Blick blieb an der Stelle haften, wo wir zusammentrafen, während wir uns weiter gegeneinander bewegten und ich wusste, dass wir beide kurz davor waren. Ich wollte, dass sie mir durch den Spiegel in die Augen sah, wusste aber sofort, dass es ihr zu viel von mir verraten würde. Ich wollte nicht, dass sie so überdeutlich sah, was sie mit mir anstellte. Um uns herum wurde immer noch geplaudert. Niemand ahnte, was in diesem winzigen Raum vor sich ging. Wenn ich nichts unternehme, würde unser kleines Geheimnis nicht mehr lange bewahrt werden. Als ihre Bewegungen immer hektischer wurden und ihr Griff in mein Haar fester und fester, legte ich ihr eine Hand auf den Mund und dämpfte so ihren Schrei ab, als sie auf mir zerbrach. Ich unterdrückte mein eigenes Stöhnen an ihrer Schulter und explodierte nach ein paar weiteren Stößen tief in ihr. Ihr Körper fiel gegen mich, als ich mich gegen die Wand zurücklehnte. Ich musste aufstehen. Ich musste aufstehen und mich anziehen. Aber ich bezweifelte, dass meine wackeligen Beine mich trugen. Jede Hoffnung, die ich gehegt hatte, dass der Sex weniger intensiv würde und ich über diese Obsession hinwegkommen würde, war zerstört worden. Langsam schaltete sich mein Verstand wieder ein und ich war enttäuscht, dass ich meiner Schwäche erneut nachgegeben hatte. Ich hob sie von meinem Schoß und schob sie beiseite. Dann bückte ich mich nach meinen Boxershorts. Als sie sich umdrehte und mich ansah, erwartete ich Hass oder Gleichgültigkeit in ihrem Blick. Aber ich erkannte etwas Verletzliches in ihren Augen, bevor sie sie schloss und zur Seite sah. Wir zogen uns beide stumm an, die Umkleide schien plötzlich zu still und zu klein und ich nahm überdeutlich jeden ihrer Atemzüge wahr. Ich richtete meine Krawatte, hob den zerrissenen Slip vom Boden auf und stopfte ihn in meine Tasche. Ich ging Richtung Tür, hielt aber plötzlich inne, beugte mich vor und fuhr langsam mit den Händen über den spitzenbesetzten Stoff, der in einem der Haken an der Wand hing. Ich sah ihnen die Augen, kaufe auch die Strapse und ohne mich noch einmal umzudrehen, verließ ich den Raum. Der Ventilator über meinem Bett besaß 83 Schlitze, 29 Schrauben, fünf Rotoren und vier Lampen. Ich rollte auf die Seite, wobei bestimmte Muskeln sich über mich lustig machten und einen eindeutigen Beweis dafür lieferten, warum ich nicht schlafen konnte. Ich will, dass du zusiehst und morgen, wenn du ganz wund bist, will ich, dass du dich daran erinnerst, wer dir das angetan hat. Das war kein Scherz gewesen. Ohne es zu merken, war meine Hand zu meiner Brust gewandert und geistesabwesend zwirbelte ich meinen Nippel unter dem Tanktop. Ich schloss die Augen und während ich mich erinnerte, wurden meine Hände zu seinen. Seine langen, eleganten Finger strichen an der Unterseite meiner Brüste entlang. Seine Daumen streiften meine Nippel, dann umschloss er meine Brüste mit seinen großen Händen. Verdammt noch mal! Ich seufzte laut auf und trat ein Kissen vom Bett. Ich wusste genau, wohin mich dieser Gedankenfluss führen würde. Ich machte exakt das hier seit drei Nächten und es musste endlich ein Ende haben. Schnauben drehte ich mich auf den Bauch und schloss fest die Augen, wünschte den Schlaf herbei, als ob das funktionieren würde. Ich erinnerte mich noch glasklar an den Tag vor ungefähr anderthalb Jahren, als Elliot mich zu einer Unterredung in sein Büro bat. Ich hatte während meiner Zeit im College begonnen, als Elliot's Juniorassistentin beim AMG zu arbeiten. Nach dem Tod meiner Mutter hatte er mich unter seine Fittiche genommen, nicht so sehr wie ein Vater, aber sicherlich wie ein sich sorgender, warmherziger Mentor, der mich zu sich nach Hause zum Dinner einlud, um zu erfahren, wie es mir ging. Auch später hatte er mehrfach betont, dass seine Tür immer für mich offen stand. Aber an diesem speziellen Morgen klang er so ungewöhnlich formell, als er mich anrief und ehrlich gesagt hatte ich eine Heidenangst. In seinem Büro erzählte er mir, dass sein jüngster Sohn Bennett die letzten sechs Jahre in Paris gelebt und dort als Marketing-Executive für L'Oreal gearbeitet hatte. Nun käme er endlich nach Hause, um bei Ryan Media die Position als Chief Operating Officer zu übernehmen. Elliot wusste, dass ich seit einem Jahr Wirtschaft studierte und mich nach einem Praktikum umsah, bei dem ich die entscheidenden beruflichen Erfahrungen sammeln konnte, die ich brauchte. Er bestand darauf, dass ich mein Betriebspraktikum bei RMG machte und dass der jüngste Mr. Ryan überaus begeistert sein würde, mich in seinem Team zu haben. Elliot überreichte mir die firmeninterne Mitteilung, die in der kommenden Woche Bennett Ryans Ankunft kommunizieren würde. Wow! Das war mein einziger Gedanke, als ich mir die Mitteilung auf dem Weg zurück in mein Büro ansah. Executive Vice President des Produktmarketings bei L'Oreal Paris. Jüngster Kandidat in Cranes 40 unter 40 Liste. Zahlreiche Publikationen im Wall Street Journal. Ein doppelter MBA von der NYU Stern School of Business und HEC Paris, wo er sich auf Corporate Finance und Global Business spezialisiert hatte. Abschluss mit Summa Cum Laude. All das mit 30. Teufel nochmal! Was hatte Elliot gesagt? Extrem ambitioniert? Das war eindeutig untertrieben. Henry hatte angedeutet, dass sein Bruder nicht so ein entspannter Typ war wie er, doch als ich daraufhin etwas besorgt war, versuchte er mich zu beruhigen. Er neigt dazu, etwas steif zu sein, manchmal auch krankhaft ordnungsbedürftig, aber mach dir deswegen keine Sorgen, Chloe. Du wirst mit seinem Gekläffe schon klarkommen. Ihr beide werdet ein tolles Team sein. Ich meine, hei je, er legte seinen schlachsigen Arm um mich. Wie könnte er dich nicht lieben? Ich gab es nicht gerne zu, aber zu dem Zeitpunkt, als er schließlich kam, hatte ich mich ein bisschen in ihn verknallt. Zwar hatte ich ziemlich Schiss davor, mit ihm zusammenzuarbeiten, aber ich war beeindruckt von all dem, was er in seinem relativ kurzen Leben bereits erreicht hatte. Sein Bild im Internet zu recherchieren, schadete dabei auch nicht gerade. Er war das Musterexemplar eines Mannes. Bis zu seiner Ankunft kommunizierten wir via E-Mail, und auch wenn er ganz nett wirkte, war er nie übermäßig freundlich. An dem großen Tag sollte Bennet erst nach der Vorstandssitzung am Nachmittag erscheinen, wenn er offiziell vorgestellt werden sollte. Ich hatte also den ganzen Tag Zeit, mich in ein Nervenbündel zu verwandeln. Da Sarah eine so gute Freundin war, kam sie hoch, um mich abzulenken. Sie saß auf meinem Stuhl und wir verbrachten eine gute Stunde damit, über die Clerksfilme zu diskutieren. Bald schon lachte ich so herzhaft, dass mir die Tränen kamen. Ich bemerkte nicht, wie Sarah erstarrte, als ich die äußere Bürotür öffnete, und ich bemerkte auch nicht, dass jetzt jemand hinter mir stand. Und obwohl Sarah versuchte, mich mit dem Finger auf dem Mund zu warnen, das universelle Zeichen für Klappe halten, übersah ich das. Weil ich offenbar ein Idiot bin. Und dann, kicherte ich und hielt mir den Bauch, sagte sie, »Scheiße, ich muss eine beschissene Bestellung von einem Typen aufnehmen, indem ich nach dem Abschlussball mal einen geblasen habe. Und dann sagt er, »Ja, deinen Bruder habe ich auch bedient.« Erneut schüttelte ich mich vor Lachen und dabei stolperte ich rückwärts, bis ich in etwas Hartes und Warmes stieß. Ich wirbelte herum und stellte entsetzt fest, dass ich gerade meinen Hintern in den Oberschenkel meines neuen Chefs gerammt hatte. »Mr. Ryan!« Ich erkannte ihn von den Fotos her. »Das tut mir ja so leid.« Er sah nicht sonderlich amüsiert aus. Um die angespannte Stimmung aufzulockern, stand Sarah auf und streckte die Hand aus. »Es freut mich, sie endlich persönlich kennenzulernen. Ich bin Sarah Dillon, Henrys Assistentin.« Mein neuer Chef warf nur einen Blick auf ihre Hand, ohne ihre Geste zu erwidern, und hob eine seiner perfekt geformten Augenbrauen. »Meinen Sie nicht Mr. Ryan?« Sarah ließ langsam die Hand sinken, während sie ihn ansah, sichtbar verlegen. Etwas an seiner physischen Präsenz war so einschüchternd, dass ihr die Spucke wegblieb. Als sie sich wieder erholt hatte, stotterte sie, »Nun, wir haben hier einen recht lockeren Umgang miteinander. Wir nennen uns alle beim Vornamen. Das ist ihre Assistentin, Chloe.« Er nickte mir zu. »Miss Mills?« »Sie nennen mich bitte Mr. Ryan.« »Und ich erwarte Sie in fünf Minuten in meinem Büro, damit wir über die korrekte Etikette am Arbeitsplatz sprechen können.« Sein Tonfall war ernst und er nickte kurz Sarah zu. »Miss Dillon?« Bevor er sich auf dem Absatz umdrehte und zu seinem neuen Büro ging, richtete er den Blick noch einmal kurz auf mich. Entsetzt sah ich zu, wie er zum ersten Mal auf seine berühmt, berüchtigte Weise die Tür hinter sich zuschlug. »Was für ein Bastard!« murmelte Sarah, die Lippen aufeinandergepresst. »Ein hübscher Bastard?« erwiderte ich. In der Hoffnung, die Wogen dadurch zu glätten, ging ich nach unten in die Cafeteria, um ihm eine Tasse Kaffee zu holen. Ich hatte sogar Henry gefragt, wie er ihn trank. Schwarz. Als ich zurückkam und nervös an seiner Tür stand, wurde mein Klopfen mit einem »Komm Sie rein!« erwidert, und ich versuchte, das Zittern meiner Hände zu unterdrücken. Ich formte meine Lippen zu einem freundlichen Lächeln, um diesmal einen besseren Eindruck zu machen und öffnete die Tür. Er telefonierte gerade und kritzelte dabei wild auf dem Notizblock vor ihm herum. Mir stockte der Atem, als ich ihn mit weicher, tiefer Stimme fließend französisch sprechen hörte. Er beendete das Telefonat, sah aber kein einziges Mal von seinen Unterlagen zu mir auf. Als ich vor seinem Tisch stand, sprach er in dem gleichen strengen Tonfall wie zuvor mit mir. »In Zukunft, Miss Mills, führen Sie bitte alle Gespräche, die nichts mit der Arbeit zu tun haben, außerhalb des Büros. Wir bezahlen Sie für Ihre Arbeit, nicht für Ihren Tratsch. Habe ich mich verständlich ausgedrückt?« Für einen Moment stand ich einfach nur sprachlos da. Dann sah er mir in die Augen, hob eine Augenbraue. Ich befreite mich aus meiner Trance und begriff mit einem Schlag, wie Bennet Ryan wirklich war. Auch wenn er in der Realität noch atemberaubender aussah als auf den Fotos, war er doch kein bisschen, wie ich ihn mir vorgestellt hatte. Und er war absolut kein Stück wie seine Eltern oder sein Bruder. »Sehr verständlich, Sir«, erwiderte ich laut und deutlich, während ich um seinen Tisch herumging, um den Kaffee vor ihn hinzustellen. Doch gerade als ich mich zu seinem Tisch vorbeugte, blieb mein Absatz am Teppich hängen und ich machte einen Satz nach vorne. Ich hörte, wie ihm ein lautes Scheiße entschlüpfte. Der Kaffee war jetzt nicht mehr als ein heißer Fleck auf seinem teuren Anzug. Oh mein Gott, Mr. Ryan, es tut mir so leid. Hastig eilte ich zu dem Waschbecken in seinem Badezimmer, griff nach einem Handtuch und rannte zurück, fiel vor ihm auf die Knie und versuchte den Fleck zu entfernen. In der Hektik und dermaßen gedemütigt, wie es, so dachte ich, nicht schlimmer sein könnte, fiel mir plötzlich auf, dass ich mit dem Handtuch wie wild seinen Schritt rieb. Ich senkte Blick und Hände spürte, wie ich rot wurde, und die Hitze breitete sich bis zu meinem Hals aus, als ich einen Blick auf die sichtbare Wölbung in seiner Hose erhaschte. Sie können jetzt gehen, Miss Mills. Ich nickte und eilte aus dem Büro, beschämt, dass ich so einen schrecklichen ersten Eindruck hinterlassen hatte. Zum Glück konnte ich mich danach rasch beweisen. Manchmal schien er tatsächlich von mir beeindruckt zu sein, auch wenn sein Ton immer knapp und gereizt war. Ich erklärte es mir damit, dass er ein riesengroßes Arschloch war, aber ich fragte mich immer auch, was der Grund für die Reibereien zwischen uns war, abgesehen von dem Handtuch natürlich. Als ich auf der Arbeit ankam, traf ich Sarah auf dem Weg zum Fahrstuhl. Wir vereinbarten in der kommenden Woche gemeinsam Mittagessen zu gehen und verabschiedeten uns, als sie ihre Etage erreicht hatte. Im siebzehnten Stock angekommen, sah ich, dass Mr. Ryan's Tür geschlossen war, wie üblich, weshalb ich nicht sagen konnte, ob er schon da war. Ich stellte den Computer an und versuchte, mich mental auf den Tag vorzubereiten. In letzter Zeit überfiel mich immer etwas Furcht, wenn ich mich auf meinen Schreibtischstuhl setzte. Natürlich wusste ich, dass ich ihn diesen Morgen sehen würde. Wir gingen jeden Freitag zusammen den Terminplan für die nächste Woche durch. Aber ich wusste nie, in welcher Stimmung er sein würde. Obwohl seine Laune in letzter Zeit noch schlechter gewesen war als sonst, hatte er gestern zum Abschied zu mir gesagt, Kauf auch die Strapse. Und das hatte ich. Ich trug sie jetzt sogar. Wieso? Keine Ahnung. Was zum Teufel hatte er damit gemeint? Dachte er, dass er sie zu sehen bekommen würde? Scheiße, nein, auf keinen Fall. Warum hatte ich sie dann an? Ich schwöre, wenn er sie zerreißt. Ich hielt inne. Natürlich würde er sie nicht zerreißen. Dafür würde ich ihm niemals Gelegenheit geben. Rät dir nur weiter was ein, Mills. Ich beantwortete ein paar Mails, ging den Papadakis-Vertrag bezüglich urheberrechtlicher Fragen durch und recherchierte ein paar Hotels. Das lenkte mich ein bisschen ab. Nach ungefähr einer Stunde öffnete sich seine Tür. Als ich aufsah, erblickte ich einen sehr seriösen Mr. Ryan. Sein dunkler, zweireihiger Anzug saß einwandfrei. Zusammen mit der roten Krawatte als Farbtupfer war es die perfekte Kombination. Er wirkte ruhig und vollkommen entspannt. Nichts erinnerte an den wilden Mann, der mich in der Umkleide von La Perla gefögelt hatte, und das vor erst achtzehn Stunden und sechsunddreißig Minuten. Nicht, dass ich mitzählte. Sind Sie soweit? Ja, Sir. Er nickte einmal, dann ging er zurück in sein Büro. Okay. So würde es also laufen. Kein Problem für mich. Ich war mir nicht sicher, was ich erwartet hatte, aber ich war irgendwie auch erleichtert, dass sich nichts groß geändert hatte. Das zwischen uns wurde intensiver und intensiver, und es würde einen umso härteren Aufprall bedeuten, wenn alles plötzlich zu Ende ging und ich zurückblieb, um die Scherben meiner Karriere aufzusammeln. Ich hoffte, dass wir es ohne weitere Katastrophen durchstehen konnten, bis ich meinen Abschluss gemacht hatte. Ich folgte ihm in sein Büro und nahm Platz. Dann begann ich, die Liste mit Aufgaben und Terminen durchzugehen, die seiner besonderen Aufmerksamkeit bedurften. Er hörte mir schweigend zu, ohne jeglichen Kommentar, machte sich Notizen oder tippte etwas in seinen Computer, wenn es notwendig war. Heute Nachmittag um drei Uhr ist ein Treffen mit Red Hawk Publishing angesetzt. Ihr Vater und ihr Bruder werden auch dabei sein. Vermutlich dauert es den ganzen Nachmittag über. Deshalb stehen keine weiteren Termine in ihrem Kalender. Und so weiter und so fort. Bis wir schließlich zu dem Teil kamen, der mir ein besonderer Graus war. Zu guter Letzt, die JT Miller Marketing Insight-Konferenz wird nächsten Monat in San Diego stattfinden, sagte ich schnell, plötzlich äußerst interessiert, etwas in meinen Kalender zu kritzeln. Die darauf folgende Stille schien sich ewig hinzuziehen, und ich sah auf, um festzustellen, warum es so lange dauerte. Er starrte mich an, klopfte mit dem Stift in der Hand auf den Tisch, sein Gesicht vollkommen ausdruckslos. »Werden Sie mich begleiten?« fragte er. »Ja«, dieses einzelne Wort hinterließ eine bedrückende Stille im Raum. Ich hatte keine Ahnung, was er dachte, während wir uns weiter nur ansahen. »Es ist für mein Stipendium wichtig, dass ich teilnehme. Ich... Also ich denke, es wäre gut, wenn Sie mich dabei haben, um... Ihnen bei Ihren Angelegenheiten zu helfen.« »Treffen Sie alle notwendigen Vorbereitungen«, sagte er knapp und tippte wieder etwas in seinen Computer ein. Ich vermutete, dass ich entlassen war und stand auf und ging Richtung Tür. »Miss Mills?« Als ich mich zu ihm umdrehte, wirkte er fast ein wenig nervös. Und das, obwohl er mir nicht mal in die Augen sah. Nun, das war mal was anderes. Meine Mutter bat mich Ihnen eine Einladung zum Abendessen nächste Woche zukommen zu lassen. Oh! Ich spürte, wie sich die Hitze auf meinen Wangen ausbreitete. Nun, bitte richten Sie ihr aus, dass ich in meinem Terminkalender nachsehen werde. Ich wandte mich wieder zur Tür. Man hat mir gesagt, ich müsste Sie eindringlich ermutigen zu kommen. Ich drehte mich wieder langsam um und sah, dass er mich beobachtete. Und er fühlte sich eindeutig nicht wohl in seiner Haut. Und warum genau sollten Sie das tun? Nun, er räusperte sich, anscheinend gibt es da jemanden, den Sie Ihnen vorstellen möchte. Das war neu. Ich kannte die Ryan seit Jahren, und auch wenn Susan mal flüchtig einen Namen erwähnt hat, hatte sie noch nie aktiv versucht, mich mit jemandem zusammenzubringen. Ihre Mutter versucht, mich zu verkuppeln? Ich kehrte die Arme übereinander geschlagen zu seinem Tisch zurück. Scheint so. Etwas in seinem Gesicht passte nicht zu seiner saloppen Antwort. Warum? fragte ich mit erhobenen Augenbrauen. Er runzelte die Stirn, offensichtlich verärgert. Woher zum Teufel soll ich das wissen? Wir sitzen ja nicht gerade ständig zusammen und sprechen über Sie, grummelte er. Vielleicht macht sie sich Sorgen, dass sie mit ihrer übersprühenden Art irgendwann als alte Jungferenten lange Flatterkleider tragen und in einem Haus voller Katzen leben. Ich stützte mich mit den Händen auf seinem Tisch auf, lehnte mich vor und funkelte ihn wütend an. Nun, vielleicht sollte sie sich mehr Sorgen darum machen, dass ihr Sohn ein dreckiger alter Mann wird, der seine Zeit damit verbringt, Höschen zu sammeln und Mädchen in Dessou-Läden aufzulauern. Mit wutverzerrtem Gesicht sprang er vom Stuhl hoch und beugte sich vor. Weißt du, du bist die... Er wurde durch das Klingeln seines Telefons unterbrochen. Wir starrten uns grimmig über den Tisch hinweg an und atmeten heftig. Einen Moment lang dachte ich, er würde mich auf den Tisch schleudern. Einen anderen Moment lang wünschte ich, dass er das tat. Er funkelte mich immer noch an, als er schließlich zum Telefon griff. Ja, bellte er in den Hörer, ohne den Blick von mir zu wenden. George, hallo, ja, ich habe eine Minute. Er ließ sich wieder auf seinem Schreibtischstuhl nieder, und ich blieb, wo ich war, um herauszufinden, ob er irgendetwas von mir brauchte, während er mit Mr. Pepperdakis sprach. Er machte mir mit dem Zeigefinger ein Zeichen zu warten, dann legte er ihn auf seinen Füller und rollte ihn, während er zuhörte, auf dem Tisch hin und her. Brauchen Sie mich noch? fragte ich. Bevor er wieder in den Hörer sprach, nickte er kurz. Ich glaube nicht, dass Sie zu diesem Zeitpunkt schon so auf die Details eingehen müssen, George. Seine tiefe Stimme löste bei mir eine Gänsehaut aus. Eine einfache, knappe Präsentation genügt vollkommen. Wir müssen erst die Größenordnung dieses Angebots kennen, bevor wir uns mit den Einzelheiten beschäftigen können. Ich verlagerte mein Gewicht von einem Bein auf das andere. Was für ein Egomane, mich einfach so hier stehen zu lassen, während er mit seinem Mitarbeiter sprach. Als würde ich einen Teller Weintrauben in der Hand halten und ihm mit einem Fächer Luft zuwedeln. Er sah zu mir auf, dann wieder auf den Tisch, dann wieder zu mir, hinunter zu meinem Rock. Er öffnete seine Lippen leicht, als ob er mich etwas fragen würde, wenn die Situation es erlaubte. Und dann beugte er sich vor, den Kuli zwischen Daumen und Zeigefinger, und schob mit der Stiftspitze den Saum meines Rocks nach oben. Als er meine Strapse sah, riss er seine Augen weit auf. Verstehe, murmelte N. den Hörer und ließ meinen Rock wieder herabsinken. Eine gute Entwicklung, darin sind wir uns einig, denke ich. Voller Verlangen ließ er seinen Blick meinen Körper hinaufwandern. Mein Herz begann zu pochen. Wenn er mich so ansah, wollte ich am liebsten auf seinen Schoß gleiten und ihn mit seinem Schlips an seinen Stuhl fesseln. Nein, nein, nichts so weitreichendes zu diesem Zeitpunkt. Wie ich sagte, dies ist nur ein vorläufiger Entwurf. Ich ging um seinen Schreibtisch herum und setzte mich auf den Stuhl ihm gegenüber. Er hob interessiert eine Augenbraue. Dann schob er die Spitze seines Stifts zwischen seine Zähne und bis zu. Hitze wallte zwischen meinen Beinen auf. Ich griff nach meinem Rocksaum und schob den Stoff über meine Oberschenkel, entblößte meine Haut in der kühlen Luft seines Büros und vor seinen hungrigen Augen. Er, verstehe, sagte er zu dem Anrufer, aber seine Stimme war noch tiefer geworden. Hi, Sarah. Mit den Fingerspitzen fuhr ich über die Strapse, über meine Haut und bis zum zarten Satinstoff meines Lips. Bei nichts und niemandem hatte ich mich je so sexy gefühlt wie bei ihm. Es war, als würde er all meine Gedanken über meinen Job, mein Leben und meine Pläne mit einem Schlag auslöschen und sagen, das ist ja alles schön und gut, aber sieh mal, was ich dir anzubieten habe. Es wird verboten und sehr gefährlich sein, aber du wirst dich danach verzehren. Du wirst dich nach mir verzehren. Und wenn er das laut ausgesprochen hätte, dann hätte er damit Recht gehabt. Ja, sagte er wieder. Ich denke, das ist der ideale Weg nach vorne. Das findest du nicht wahr? Ich lächelte ihn an und knabberte an meiner Unterlippe. Er grinste mich teuflisch an. Meine eine Hand wanderte höher, umfasste meine Brust und drückte sie. Mit der anderen Hand schob ich das Höschen in der Mitte beiseite und fuhr mir mit zwei Fingern über die feuchte Haut darunter. Mr. Ryan hustete und griff nach seinem Wasserglas. Das ist in Ordnung, George. Wir kümmern uns darum, sobald es uns vorliegt. Der Zeitrahmen ist für uns kein Problem. Während ich begann, meine Hand zu bewegen, dachte ich daran, wie seine langen Finger den Füller hin und her gerollt hatten, wie er mit diesen Händen meine Hüfte und meine Taille und meine Schenkel gepackt hatte, als er in dem Laden in mich eingedrungen war. Ich bewegte mich schneller, meine Augen schlossen sich und mein Kopf sank nach hinten gegen den Stuhl. Ich versuchte, leise zu sein, bis mir auf die Lippen, als mir ein schwaches Stöhnen entfuhr. Vor meinem inneren Auge stellte ich mir seine Hände und seine straffen Unterarme vor, wie sich die Muskeln unter seiner Haut anspannten, während sich seine Finger in mir bewegten. Seine Beine vor meinem Gesicht am Abend im Konferenzraum, fest und modelliert, als er dagegen ankämpfte, in mich hineinzustoßen. Diese Augen, dieser Blick auf mir, dunkel und flehend. Als ich aufsah, beobachtete er mich genau so, wie ich es mir vorgestellt hatte. Er betrachtete nicht meine Hand, sondern fixierte mit hungriger Miene mein Gesicht, als ich fiel und fiel und fiel. Mein Höhepunkt war überwältigend und unbefriedigend zugleich. Ich wollte durch seine Berührungen kommen, nicht durch meine. Irgendwann beendete er sein Telefonat, und mein Atem klang zu laut in dem stillen Raum. Er saß mir gegenüber, Schweißperlen auf der Stirn. Seine Hände umklammerten die Armlehnen seines Stuhls, als wäre er in einen Sturm geraten. »Was machst du mit mir?«, fragte er leise. Grinsend pustete ich mir die Ponyfranzen aus der Stirn. »Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das gerade mit mir gemacht habe.« Er hob die Augenbrauen. »In der Tat.« Ich stand auf, schob meinen Rock wieder hinunter. »Wenn das alles wäre, Mr. Ryan, dann gehe ich jetzt wieder an die Arbeit.« Als ich, nachdem ich mich im Waschraum frisch gemacht hatte, an meinen Schreibtisch zurückkam, fand ich eine SMS von Mr. Ryan vor, dass er im Parkhaus auf mich wartete, um mit mir nach Downtown zu fahren. Zum Glück würden auch die anderen Vorstandsmitglieder und ihre Assistenten bei dem Red Hawk Meeting dabei sein. Ich wusste aus Erfahrung, wenn ich mit diesem Mann zwanzig Minuten allein in einer Limo sitzen würde, vor allem nach dem, was ich gerade getan hatte, dann gäbe es nur zwei Möglichkeiten, wie das Ganze ausginge. Und nur bei einer blieben seine Eier unversehrt. Die Limo wartete bereits draußen. Als ich darauf zuging, schenkte mir der Fahrer ein breites Lächeln und öffnete mir die Tür. »Guten Tag, Chloe. Wie geht es Ihnen an diesem wunderbaren Frühlingstag?« »Mir geht es wunderbar, Stuart. Wie läuft es in der Uni?« Ich lächelte zurück. Stuart war mein Lieblingsfahrer, und auch wenn er den Hang dazu hatte, ein bisschen zu viel zu flirten, brachte er mich doch immer zum Lächeln. »Oh, es läuft prima. Ich habe ein bisschen Schwierigkeiten im Physikunterricht, aber alles andere läuft gut. Zu schade, dass Sie keine Naturwissenschaftlerin sind, sonst könnten Sie mir Nachhilfe geben,« sagte er und zwinkerte mir zu. »Wenn Sie zwei dann fertig sind, wir haben tatsächlich noch was Wichtiges vor. Vielleicht können Sie ja in Ihrer Freizeit mit Miss Mills flirten.« Mr. Ryan saß anscheinend schon in der Limo und wartete auf mich. Er funkelte uns böse an, bevor er sich wieder ins Innere zurückzog. Ich grinste, verdrehte in Stuarts Richtung die Augen, dann stieg ich ein. »Abgesehen von Mr. Ryan war der Wagen leer.« »Wo sind die anderen?«, fragte ich verwirrt, als wir losfuhren. »Sie haben später noch ein Dinner-Meeting und fahren deshalb getrennt von uns.« Er blätterte geschäftig in seinen Unterlagen, aber mir entging nicht, wie er nervös mit seinen schicken italienischen Oxford-Schuhen auf den Boden tappte. Ich sah ihn misstrauisch an. Er sah kein bisschen anders aus. Er sah sogar verdammt sexy aus. Sein Haar, wie immer, das reinste Chaos. Als er gedankenverloren seinen goldenen Füller an die Lippen führte, so wie er es vorher im Büro getan hatte, musste ich tatsächlich meine Sitzposition ändern, um das leichte Unbehagen loszuwerden, das ich plötzlich empfand. Als er aufsah, ließ sein Grinsen mich wissen, dass ich dabei erwischt worden war, wie ich ihn anstarrte. »Haben Sie was entdeckt, das Ihnen gefällt?«, fragte er. »Nicht hier hinten«, antwortete ich, ebenfalls grinsend, und weil ich wusste, dass es ihn anmachte, schlug ich die Beine übereinander und achtete dabei darauf, dass mein Rock ein bisschen höher rutschte, als es angemessen war. Vielleicht musste er daran erinnert werden, wer dieses Spiel gewinnen würde. Sofort war der finstere Gesichtsausdruck wieder da. Bingo. Die restlichen achtzehneinhalb Minuten unserer zwanzigminütigen Fahrt verbrachten wir damit, uns böse Blicke zuzuwerfen, während ich so tat, als würde ich nicht davon fantasieren, seinen hübschen Kopf zwischen meinen Beinen zu haben. Unnötig zu sagen, dass ich bei unserer Ankunft miese Laune hatte. Die nächsten drei Stunden vergingen im Schneckentempo. Die anderen Vorstandsmitglieder kamen, jeder wurde jedem vorgestellt. Eine besonders gut aussehende Frau namens Lila schien unmittelbares Interesse an meinem Chef zu haben. Sie war Anfang dreißig und hatte volles rotes Haar, leuchtende dunkle Augen und einen anbetungswürdigen Körper. Natürlich setzte er sein schönstes Verführerlächeln ein, das, bei dem alle Frauen ihm am liebsten direkt ihr Höschen zuwerfen wollen würden, während er sie den gesamten Nachmittag über bis zur Bewusstlosigkeit umgarnte. Arschloch. Als wir am Ende des Tages, nach einer noch spannungsgeladeneren Rückfahrt, ins Büro zurückkehrten, wirkte es immer noch so, als wollte Mr. Ryan mir etwas sagen. Und wenn er es nicht endlich bald täte, würde ich noch explodieren. Wenn ich wollte, dass er still war, konnte er die Klappe nicht halten. Aber wenn ich wollte, dass er mit mir redete, wurde er zum Taubstumm. Ein Gefühl von Déjà-vu und Nervosität erfüllte mich, als wir durch das beinahe menschenleere Gebäude zum Aufzug gingen. In der Sekunde, als sich die goldenen Türen schlossen, wünschte ich, ich wäre irgendwo anders, nur nicht hier neben ihm. Wo war plötzlich der ganze Sauerstoff hin? Ich warf einen flüchtigen Blick auf sein Spiegelbild in den polierten Türen. Doch es war schwer zu sagen, wie er sich fühlte. Er hatte seine Krawatte gelockert, und die Anzugjacke hing über seinem Arm. Während des Meetings hatte er die Ärmel seines Hemdes hochgekrempelt, und ich versuchte, nicht auf die Muskeln zu starren, die sich unter seiner Haut abzeichneten. Abgesehen von seinem permanent zusammengepressten kantigen Mund und dem gesenkten Blick, wirkte er vollkommen ruhig. Nachdem wir den siebzehnten Stock erreicht hatten, atmete ich tief aus. Das dürften die längsten 42 Sekunden meines Lebens gewesen sein. Ich folgte ihm durch die Tür und versuchte, meinen Blick von ihm fernzuhalten, als er rasch in sein Büro ging. Aber zu meiner Überraschung schloss er nicht die Tür hinter sich. Er schloss sonst immer seine Tür. Ich checkte rasch meine Nachrichten und klärte noch ein paar eilige Details, bevor ich ins Wochenende gehen konnte. Ich glaube, ich hatte es noch nie so eilig, von hier zu verschwinden. Nun, das war nicht ganz richtig. Das letzte Mal, als wir allein auf diesem Stockwerk gewesen waren, hatte ich einen ziemlich schnellen Abgang gemacht. Verdammt, wenn es einen schlechten Zeitpunkt gab, daran zu denken, dann war das jetzt in dem leeren Büro. Nur er und ich. Genau in dem Moment, als ich meine Sachen packte, verließ er sein Zimmer und legte auf dem Weg zur Tür einen elfenbeinfarbenen Umschlag auf meinen Tisch. Was zum Teufel war das? Ich öffnete rasch den Umschlag und sah meinen Namen auf mehreren eleganten elfenbeinfarbenen Blättern. Es waren die Unterlagen für ein persönliches Konto bei La Perla, mit Mr. Bennett Ryan als Kontoinhaber. Er hat ein Konto für mich eröffnet? Was zum Teufel ist das? fauchte ich und sprang von meinem Stuhl. Sie haben mir einen Dispo eingerichtet? Er hielt im Gehen inne, zögerte kurz, dann sah er mich an. Nach ihrer kleinen Show heute habe ich zum Hörer gegriffen und arrangiert, dass Sie dort kaufen können, was immer Sie brauchen. Natürlich hat das Konto kein Limit, bemerkte er ausdruckslos, und jetzt war in seinem Gesicht kein Unbehagen mehr zu erkennen. Aus diesem Grund war er so genial in dem, was er tat. Er besaß die verblüffende Fähigkeit, jede Situation zu kontrollieren. Aber dachte er wirklich, er könne mich kontrollieren? Also, um das mal klarzustellen, sagte ich kopfschüttelnd, während ich versuchte, so etwas Ähnliches wie die Ruhe zu bewahren. Sie haben arrangiert, dass ich mir Unterwäsche kaufe. »Nun, nur um die Sache zu ersetzen, die ich«, er hielt inne, vermutlich überdachte er seine Antwort, »die Sachen, die beschädigt worden sind. Wenn Sie es nicht wollen, dann benutzen Sie es verdammt noch mal nicht«, zischte er, bevor er sich wieder zum Gehen umwandte. »Du Scheißkerl!« Ich machte ein paar Schritte auf ihn zu. Da schreiben jetzt nur noch ein zusammengeknülltes Papier in meiner geballten Faust. »Glaubst du etwa, das ist lustig? Glaubst du, ich bin irgend so ein Spielzeug, das du nach deinen Wünschen einkleiden kannst?« Ich wusste nicht, auf wen ich mehr wütend war. Auf ihn, weil er so über mich dachte, oder auf mich, weil ich zugelassen hatte, dass diese Sache überhaupt angefangen hatte. Er lachte spöttisch auf. »Oh ja, ich finde das überaus komisch.« »Nimm das und steck es dir in den Arsch!« Ich warf ihm den Brief an die Brust, packte meine Handtasche, drehte mich um und sprintete geradezu zum Fahrstuhl. Was für ein selbstgefälliger Penner! Natürlich wusste ich, dass er mich nicht hatte beleidigen wollen. Zumindest hoffte ich es. Aber das? Das war genau, warum man nicht mit seinem Chef vögeln sollte, warum man nicht durchdrehen und eine kleine Show in seinem Büro hinlegen sollte. Anscheinend hatte ich diesen Teil der Einführung damals verpasst. »Miss Mills!« rief er, aber ich ignorierte ihn und trat in den Fahrstuhl. »Komm schon!« dachte ich, als ich wiederholt auf den Knopf zur Tiefgarage drückte. Sein Gesicht erschien genau in dem Moment, als sich die Türen schlossen, und ich grinste in mich hinein, als ich ihm den Stinkefinger zeigte. Sehr erwachsen, Chloe. »Scheiße, scheiße, scheiße!« schrie ich in den leeren Fahrstuhl und stampfte mit den Füßen auf. »Dieser Bastard hatte das letzte Mal einen meiner Slips zerrissen.« Der Fahrstuhl summte, als Zeichen, dass ich die Garage erreicht hatte, und murmelnd ging ich zu meinem Wagen. Das Parkdeck war nur schwach erleuchtet, und mein Wagen war einer der wenigen, die noch auf dieser Etage standen, aber ich war zu wütend, um groß darüber nachzudenken. Mir täte der unglückliche Wichser leid, der sich in dieser Situation mit mir anlegen würde. Gerade als mir dieser Gedanke kam, hörte ich, wie die Tür zum Treppenhaus aufging, und Mr. Ryan hinter mir meinen Namen rief. »Verdammt, wartest du vielleicht mal!« rief er. Mir entging nicht, dass er außer Atem war. Ich schätze, wenn man siebzehn Stockwerke hinunterhechtet, passiert sowas schon mal. Ich schloss meinen Wagen auf, öffnete die Tür und warf meine Handtasche auf den Beifahrersitz. »Was zum Teufel wollen Sie, Mr. Ryan?« »Gott, kannst du den Zickenton mal für zwei Sekunden abstellen und mir zuhören?« Ich wirbelte herum. »Denkst du, ich wäre sowas wie eine Nutte?« Tausende unterschiedlicher Gefühle flackerten über sein Gesicht. Wut, Schock, Verwirrung, Hass und Scheiße noch mal. Er sah zum Anbeißen aus. Er öffnete den Kragen seines Hemds, sein Haar war das absolute Chaos, und eine Schweißperle ran seine Wange hinunter über sein Kinn. All das machte die Situation nicht gerade leichter. Ich war entschlossen, wütend zu bleiben. Einen Sicherheitsabstand wahrend, schüttelte er den Kopf. »Himmel!« fluchte er und sah sich auf dem Parkdeck um. »Denkst du, ich sehe in dir eine Nutte?« »Nein, es ging doch nur darum...« Er hielt inne, versuchte, seine Gedanken zu ordnen. Schließlich schien er aufzugeben. Sein Kiefer meinte. Die Wut, die durch mich hindurch raste, war so stark, dass ich, bevor ich mich bremsen konnte, einen Schritt vortrat und ihm hart ins Gesicht schlug. Das Geräusch schallte über das leere Parkdeck. Mit schockiertem, wütendem Blick berührte er die Stelle, wo ich ihn geschlagen hatte. »Du bist vielleicht mein Chef, aber du bestimmst nicht darüber, wie das hier läuft.« Stille breitete sich zwischen uns aus. Ich registrierte kaum noch die Geräusche des Verkehrs und der Welt draußen. »Weißt du?« sagte er mit dunklem Blick und trat einen Schritt auf mich zu. »Ich habe nicht gehört, dass du dich beschwerst.« Oh, dieser abgefuckte Wichser. »Gegen das Fenster.« Noch ein Schritt. »Im Fahrstuhl und auf der Treppe. In der Umkleide, während du zugesehen hast, wie ich dich ficke.« Noch einer. »Als du heute in meinem Büro die Beine breit gemacht hast, habe ich kein Wort des Protests aus deinem verdammten Mund gehört.« Meine Brust hob und senkte sich, und ich konnte das kalte Metall des Wagens durch den dünnen Stoff meines Kleides spüren. Trotz meiner hohen Schuhe war Mr. Ryan noch einen ganzen Kopf größer als ich, und als er sich runterbeugte, spürte ich seinen warmen Atem auf meinem Haar. Ich musste nur aufsehen, dann würden sich unsere Münder berühren. »Tja, damit bin ich durch,« zischte ich zwischen den Zähnen hervor, aber jeder angestrengte Atemzug brachte mir einen kurzen Moment der Erleichterung, wenn mein Oberkörper seinen berührte. »Natürlich bist du das,« flüsterte er kopfschüttelnd und kam noch näher. Seine Erektion drückte gegen meinen Bauch. Er stützte seine Hände auf dem Wagen ab. Ich saß in der Falle, vollkommen durch. »Außer vielleicht,« flüsterte ich, nicht sicher, ob ich es laut aussprechen sollte. »Vielleicht noch ein einziges Mal?« Seine Lippen berührten leicht meine. Es war zu zart, zu real. Ich hob den Kopf und flüsterte in seinen Mund. »Mir gefällt nicht, dass ich das will. Es ist nicht gut für mich.« Seine Nasenflügel weiteten sich leicht, und gerade als ich schon dachte, ich würde gleich durchdrehen, nahm er meine Unterlippe grob zwischen seine Zähne und zog mich zu sich heran. Er knurrte in meinen Mund, vertiefte den Kuss und drückte mich heftig gegen den Wagen. Wie beim letzten Mal griff er in mein Haar und nahm die Klammern heraus. Unsere Küsse waren erst neckend, dann hart. Wir kamen zusammen und trennten uns wieder. Hände griffen in Haare und Zungen glitten gegeneinander. Ich japste auf, als er leicht in die Knie ging und seinen Schwanz an mir rieb. »Gott«, stöhnte ich mit zitterndem Atem, schlang ein Bein um ihn. Der Absatz bohrte sich in sein Bein. »Ich weiß«, er atmete heftig in meinen Mund aus. Er sah auf mein Bein und packte mit der Hand meinen Hintern, drückte ihn fest und murmelte, »hab ich dir schon gesagt, wie verdammt heiß diese Schuhe sind?« »Weißt du, was du mir mit diesen geilen kleinen Schleifen antust?« »Tja, hier ist noch irgendwo eine Schleife, aber du brauchst ein bisschen Glück, um sie zu finden.« Er zog sich von mir zurück, sein lüsterner Blick traf meinen. »Steig in den verdammten Wagen«, sagte er, und seine Stimme polterte tief in seiner Kehle, als er die Tür aufriss. Wütend funkelte ich ihn an, versuchte, einen vernünftigen Gedanken in meinem umwölkten Hirn ausfindig zu machen. Was sollte ich tun? Was wollte ich? Konnte ich ihn einfach so wieder meinen Körper in Besitz nehmen lassen? Ich war dermaßen überwältigt, dass ich zitterte. Jeder vernünftige Gedanke verflüchtigte sich, als ich spürte, wie seine Hand meinen Hals hinaufwanderte, dann in mein Haar. Er packte es fest, zog rasch meinen Kopf zu sich und starrte mir in die Augen. »Jetzt!« Die Entscheidung war gefallen. Und wieder einmal wickelte ich seine Krawatte um mein Handgelenk, zog ihn auf den Rücksitz. Als die Tür sich hinter ihm schloss, machte er sich sofort an den Bändern vorne an meinem Kleid zu schaffen. Ich stöhnte, als ich spürte, wie er den Stoff beiseite schob und seine Hände über meine nackte Haut glitten. Er drückte mich in das kühle Leder und kniete sich zwischen meine Beine, legte eine Handfläche auf meine Brüste, ließ sie langsam über meinen Bauch hinuntergleiten bis zu den spitzenbesetzten Strapsen. Seine Finger fuhren an den zarten Bändchen entlang, zum Saum meiner Strümpfe und wieder hoch, strichen dabei über den Rand meines Lips. Meine Bauchmuskeln spannten sich bei jeder Bewegung an, und ich versuchte, meine Atmung zu kontrollieren. Er befingerte die kleinen weißen Schleifen und sah mich an. Das hat nichts mit Glück zu tun. Ich zog ihn an seinem Hemd zu mir heran und ließ meine Zunge in seinen Mund gleiten, stöhnte auf, als er seine Handfläche gegen mich drückte. Unsere Lippen gingen auf die Suche, unsere Küsse wurden lang und tief und immer drängender, je mehr Haut entblößt wurde. Ich zog sein Hemd aus der Hose und erforschte die weiche Haut über seinen Rippen, die klare Definition seiner Muskeln an seiner Hüfte und den sanften Pfad aus Haar, der mich hinunterleitete, zu seinem Bauchnabel und noch tiefer. Weil ich ihn so provozieren wollte, wie er mich provozierte, fuhr ich mit den Fingern über seinen Gürtel und über die harte Wölbung in seiner Hose. Er stöhnte in meinen Mund. »Du hast keine Ahnung, was du mir antust.« »Sag's mir«, flüsterte ich zurück. Ich verwendete seine Worte gegen ihn, und allein das Wissen, dass ich in diesem Moment das Blatt gewendet hatte, spornte mich an. »Sag's mir, und ich geb dir, was du willst.« Keuchend drückte er seine Stirn gegen meine, bis ich auf die Lippen, erschauerte. »Ich will, dass du mich fickst«, brachte er hervor. Seine Hände zitterten, als er meinen nagelneuen Slip in die Hand nahm, und wie krank das auch war, ich wollte, dass er ihn zerriss. Die rohe Leidenschaft zwischen uns war mit nichts vergleichbar, das ich je erlebt hatte. Ich wollte nicht, dass er sich zurückhielt. Ohne ein Wort riss er ihn von mir, und der Schmerz, als der Stoff in meiner Haut schnitt, verstärkte meine Lust noch. Ich streckte mein Bein aus und drückte ihn zurück, von mir hinunter. Dann setzte ich mich auf, presste ihn gegen die Rückenlehne und hockte mich auf seinen Schoß. Energisch riss ich sein Hemd auf, sodass die Knöpfe auf den Sitz flogen. Es gab nichts mehr außer ihm und diesem Moment. Das Gefühl der Luft auf meiner Haut, das flatternde Geräusch unseres Atems, die Hitze seines Kusses und der Gedanke an das, was noch kommen würde. Mit zittrigen Händen öffnete ich Gürtel und Hose, und mit seiner Hilfe gelang es mir, sie seine Beine hinunterzuschieben. Seine Eichel berührte meine feuchte Öffnung, und ich schloss die Augen, ließ mich langsam auf ihn hinuntergleiten. Oh Gott, stöhnte ich. Ihn in mir zu spüren, verstärkte das bittersüße Verlangen noch. Ich hob meine Hüfte und begann ihn zu reiten. Jede Bewegung fühlte sich noch intensiver an als die zuvor. Der Schmerz von seinen rauen Fingerspitzen auf meiner Hüfte heizte meine Lust nur noch mehr an. Seine Augen waren geschlossen, sein Stöhnen wurde durch meine Brüste gedämpft. Mit den Lippen fuhr er über meinen Spitzen-BH, zog ein Körbchen hinunter und nahm meinen harten Nippel zwischen die Zähne. Ich verstärkte meinen Griff in seinem Haar, und er ächzte auf, ließ meinen Nippel kurz los. »Beiß mich«, flüsterte ich. Fest biss er zu, und ich schrie auf, zog noch fester an seinem Haar. Mein Körper war so im Einklang mit seinem, dass er auf jeden seiner Blicke mit Berührungen und Geräusche reagierte. Ich hasste und liebte es zugleich, welche Gefühle er in mir auslöste. Ich war nie gut darin gewesen, die Kontrolle aufzugeben, doch wenn er mich auf diese Weise berührte, dann warf ich sie nur zu gerne über Bord. »Gefällt es dir, meine Zähne zu spüren?« Sein Atem kam kurz und stoßweise. »Fantasierst du davon, wo ich dich sonst noch beißen könnte?« Ich stieß ihm gegen die Brust und starrte zu ihm auf. »Du weißt einfach nicht, wann du die Klappe halten solltest, oder?« Blitzschnell hob er mich hoch, warf mich grob auf den Sitz, drückte meine Beine auseinander und bahnte sich wieder den Weg in mich hinein. Mein Wagen war zu klein für das hier, aber nichts in der Welt konnte uns jetzt noch aufhalten. Selbst mit seinen Beinen merkwürdig unter ihm zusammengefaltet und meinen Armen über meinem Kopf gekreuzt, um mich vor der Tür zu schützen, war es beinahe zu viel. Er kam auf die Knie und in dieser etwas komfortableren Position nahm er eines meiner Beine und legte es über seine Schulter, um seinen Schwanz noch weiter in mich hineinzudrängen. »Oh Gott, ja!« »Ja?« Er hob mein anderes Bein und legte es auf seine andere Schulter. Dann streckte er die Arme aus und umklammerte den Türrahmen, Balance suchend, um seine Stöße zu vertiefen. »Magst du es?« Die Veränderung des Winkels ließ mich aufkeuchen, als die köstlichen Gefühle sich in meinem Körper ausbreiteten. »Nein!« Ich drückte mich mit den Händen von der Tür ab, hob meine Hüfte vom Sitz, um jeder Bewegung seiner Hüfte zu begegnen. »Ich mag es härter!« »Scheiße!« Murmelte er, als er den Kopf leicht drehte und mit offenem Mund feuchte Küsse auf meinem Bein verteilte. Inzwischen glänzten unsere Körper vor Schweiß. Die Fenster waren vollkommen beschlagen, und unser Stöhnen erfüllte den Wagen. Das schwache Leuchten der Garagenlichter betonte jede eingemeißelte Delle und jeden Muskel in dem Meisterwerk über mir. Ich betrachtete ihn staunend. Sein Körper kämpfte vor Anstrengung, sein Haar war zerwühlt und klebte an seiner feuchten Stirn, die Sehnen an seinem Hals waren aufs Äußerste gespannt. Er beugte den Kopf zwischen seine ausgestreckten Arme, schloss fest die Augen und schüttelte den Kopf. »Oh Gott!«, keuchte er, »ich kann einfach, ich kann nicht aufhören!« Ich bog mich durch, um dichter an ihn heranzukommen. Ich musste einen Weg finden, um ihn noch tiefer, noch vollständiger in mich aufzunehmen. Noch nie hatte ich einen Körper so tollwütig verschlingen wollen wie sein. Selbst wenn er in mir war, schien ich nie nah genug, an ihm dran zu sein. Und es war mit diesem Gedanken im Kopf, dass die köstliche, zunehmende Anspannung auf meiner Haut und in meinem Bauch sich in ein so heftiges Sehnen verwandelte, dass ich meine Beine von seinen Schultern nahm, sein Gewicht auf mich heraufzog und wieder und wieder bettelte. »Bitte, bitte, bitte!« So kurz davor, ich war so kurz davor. Meine Hüften kreisten und seine Hüften antworteten heftig, aber gleichmäßig. »So verdammt kurz davor, bitte!« »Alles«, entgegnete er grummelnd, bevor er sich vorlehnte, in meine Lippe biss und wieder grummelte. »Nimm, verflucht noch mal, alles!« Als ich kam, schrie ich auf und grub meine Fingernägel in seinen Rücken, genoss den Geschmack seines Schweißes auf meinen Lippen. Er fluchte, seine Stimme tief und heiser, und mit einem letzten kräftigen Stoß spannte er sich über mir an. Erschöpft und zitternd brach er über mir zusammen, sein Gesicht auf meinem Hals. Als wir dort so keuchend lagen, konnte ich dem Verlangen, mit meinen bebenden Händen durch sein nasses Haar zu fahren, nicht widerstehen. Sein Herz raste an meiner Brust. Tausende Gedanken jagten durch meinen Kopf, während die Minuten verstrichen. Langsam beruhigte sich unsere Atmung, und ich dachte schon, er wäre eingeschlafen, als er seinen Kopf zur Seite drehte. Weil mein Körper schweißnaß war, fröstelte ich in dem Moment, als er begann, sich anzuziehen. Ich beobachtete ihn für eine Weile, dann setzte ich mich auf und zog mir das Kleid über. Meine Gefühle waren zwiespältig. Mehr als nur körperlich erfüllend, war der Sex mit ihm besser als alles, was ich seit langem erlebt hatte. Aber der Typ war so ein Arschloch. Ich nehme an, du wirst das Konto nicht benutzen. Mir ist klar, dass dies nicht noch mal passieren darf. Unterbrach er meine Gedanken. Ich wandte mich zu ihm um. Er warf sich sein zerrissenes Hemd über, den Blick starr gerade ausgerichtet. Ein paar Minuten vergingen, bevor er sich zu mir umdrehte und mich ansah. Sag etwas, damit ich weiß, dass du mich gehört hast. Richte Susan aus, ich werde zum Dinner kommen. Und verschwinde aus meinem Wagen. Das Brennen meiner Brust reichte beinahe aus, um mich von dem Chaos in meinem Kopf abzulenken. Beinahe. Deshalb erhöhte ich die Geschwindigkeit auf dem Laufband und strengte mich noch ein wenig mehr an. Die Fußsohlen pochten, die Muskeln brannten. Es funktionierte immer. So lebte ich mein Leben. Es gab nichts, was ich nicht erreichen konnte, wenn ich mich nur genügend anstrengte. Schule, Karriere, Familie, Frauen. Scheiße. Frauen. Angewidert schüttelte ich den Kopf und drehte die Lautstärke meines iPods lauter, in der Hoffnung, das würde mich lang genug ablenken, um meinen verdammten Frieden zu finden. Eigentlich hätte ich wissen müssen, dass es nicht klappen würde, so sehr ich es auch versuchte. Sie war immer da. Wenn ich meine Augen schloss, war alles wieder da. Über ihr zu sein, ihre Umklammerung zu spüren, verschwitzt, voller Verlangen und dem Wunsch, es zu beenden, aber unfähig, es zu tun. In ihr zu sein, war die absolut perfekteste Folter. Es befriedigte den Hunger, den ich in dem Moment verspürte, aber wie ein Junkie fühlte ich mich aufgefressen von dem Verlangen nach mehr, sobald es vorbei war. Es war beängstigend. In den Momenten, in denen ich mit ihr zusammen war, war ich bereit, alles zu tun, was sie wollte. Und dieses Gefühl begann sich auch in Momente wie diese zu schleichen, wenn ich nicht mal mit ihr zusammen war und trotzdem derjenige sein wollte, den sie brauchte. Wie erbärmlich. Mir wurde der Stöpsel aus dem Ohr gezogen, und ich drehte mich zur Quelle der Störung um. Was? Wüten starrte ich meinen Bruder an. Wenn du so weitermachst, Ben, müssen wir dich noch vom Boden aufkratzen, erwiderte er. Was hat sie denn diesmal angestellt, dass du so mies drauf bist? Wer? Er verdrehte die Augen. Chloe? Beim Klang ihres Namens zog sich mein Magen zusammen. Schnell konzentrierte ich mich wieder auf das Laufband. Wieso glaubst du, das hätte irgendwas mit ihr zu tun? Weil ich kein verdammter Idiot bin. Ich bin nicht schlecht drauf. Und selbst wenn es so wäre, wieso zum Teufel sollte das mit ihr zu tun haben? Lachend schüttelte er den Kopf. Ich bin auch nie jemandem begegnet, der bei dir so eine Reaktion hervorruft. Und du weißt warum, oder? Er stellte seine Maschine aus und richtete seine Aufmerksamkeit nun voll und ganz auf mich. Ich würde lügen, wenn ich behauptete, dass mich das nicht ein wenig nervös machte. Mein Bruder war sehr einfühlsam, manchmal auch zu einfühlsam. Und wenn es irgendetwas gab, das ich vor ihm verbergen wollte, dann dies. Ich hielt den Blick beim Laufen gerade ausgerichtet, versuchte seinem auszuweichen. Dann klär mich mal auf. Weil ihr beiden euch so sehr ähnelt, sagte er selbstzufrieden. Was? Mehrere Leute drehten sich um, um zu sehen, warum ich in dem überfüllten Fitnesscenter plötzlich so losschrie. Ich haute mit der Hand auf den Stoppknopf und wandte mich Henry zu. Wie kannst du sowas auch nur denken? Wir ähneln uns kein Stück. Ich war verschwitzt, außer Atem und erschöpft von meinem Zehn-Meilen-Lauf. Aber gerade jetzt hatte mein steigender Blutdruck nichts mit meinem Workout zu tun. Henry nahm einen großen Schluck von seiner Wasserflasche und grinste. Was glaubst du eigentlich, mit wem du gerade sprichst? Ich habe noch nie zwei Leute getroffen, die sich mehr ähneln. Zuallererst! Er hielt inne, räusperte sich und hob dramatisch die Hände, um an den Fingern abzuzählen. Seid ihr beide intelligent und ambitioniert. Ihr schuftet hart. Und ihr seid loyal. Und? Fuhr er fort und zeigte dabei auf mich. Sie ist ein Knaller. Sie ist tatsächlich die erste Frau in deinem Leben, die sich mit dir messen kann und nicht hinter dir hertrottet wie ein kleines Hündchen. Es stinkt dir, wie sehr du das brauchst. Hatten denn alle den Verstand verloren? Ja, sicherlich stimmte einiges davon. Selbst ich konnte nicht leugnen, dass sie unglaublich intelligent war. Sie arbeitete hart. Ich war oft überrascht, wie gut sie alles im Griff hatte. Sie war ganz sicher ambitioniert, auch wenn ich es mehr im Sinne von dickköpfig oder stur beschreiben würde. Und ihre Loyalität stand vollkommen außer Frage. Sie hätte mich schon hundertmal verraten können, seitdem wir diese kranke Sache begonnen hatten. Ratlos stand ich da, starrte ihn an und überlegte, was ich antworten sollte. Ja, na gut, aber sie ist außerdem ein verrücktes Biest. Wie nett. Sehr schön formuliert, Bennet. Ich trat vom Laufband, wischte schnell meine Maschine ab und flüchtete quer durch das Fitnesscenter. Fröhlich lachte er mir hinterher. Siehst du? Ich wusste, dass sie dir an die Nieren geht. Leck mich, Henry! Als ich mich gerade niedergelassen hatte, um ein paar Sit-Ups zu machen, stand er plötzlich über mir und grinste wie eine Katze, die einen Kanarienvogel aufgefressen hat. Tja, ich bin fertig hier. Er wischte sich die Hände ab und sah dabei unglaublich zufrieden mit sich aus. Schätze, ich fahr jetzt heim. Gut, verschwinde. Lächelnd drehte er sich zum Ausgang um. Oh, bevor ich es vergesse, Mina wollte, dass ich dich frage, ob du Chloe überzeugen konntest, zum Abendessen zu kommen. Ich nickte und setzte mich auf, um an meinen Schuhbändern herumzuspielen. Sie sagte, sie würde da sein. Bin ich eigentlich der Einzige, der saukomisch findet, dass Mom sie mit Joel King Nolly verkuppeln will? Da war wieder dieses Gefühl in meiner Brust. Henry und ich waren mit Joel zusammen groß geworden und er war ein echt netter Kerl. Aber irgendwas an der Vorstellung von den beiden zusammen weckte in mir das Bedürfnis, auf irgendetwas einzuprügeln. Chloe ist eine Nummer zu groß für ihn. Meinst du nicht auch? Ich spürte, wie er mich wieder für einen kurzen Augenblick anstarrte. Aber hey, gut für ihn, wenn er glaubt, dass er eine Chance hat. Wortlos lehnte ich mich zurück und begann, die Sit-Ups schneller zu machen als notwendig. Dann bis später, Benny. Bis dann, murmelte ich. Als ich Sonntagnacht im Bett lag, ging ich nochmal im Kopf den Plan durch. Ich dachte zu viel über sie nach. Ich musste stark sein und es schaffen, sie eine Woche lang nicht zu berühren. Wie bei einer Entgiftung. Sieben Tage, das würde ich doch schaffen. Sieben Tage lang sie nicht berühren und ich hätte mich von dem Ganzen befreit. Endlich könnte ich wieder mein Leben leben wie bisher. Es gab da nur ein paar Vorkehrungen zu treffen. Erstens durfte ich mich nicht dazu hinreißen lassen, mit ihr zu diskutieren. Aus irgendeinem Grund waren unsere Diskussionen sowas wie eine kranke Art des Vorspiels. Zweitens kein Fantasien mehr von ihr, nie mehr. Das bedeutete, nicht mehr im Geiste vergangene sexuelle Begegnungen durchzugehen, mir keine Neuen mehr auszudenken, sie mir nicht mehr nackt vorzustellen oder wie irgendwelche Körperteile von mir mit ihren in Kontakt kamen. Im Großen und Ganzen lief alles nach Plan. Mir war zwar ständig unbehaglich zumute und die Woche schien sich in die Länge zu ziehen, aber abgesehen von ziemlich vielen schmutzigen Fantasien behielt ich die Kontrolle. Ich gab mein Bestes, um so viel wie möglich außerhalb des Büros beschäftigt zu sein. Während der Zeit, die wir miteinander verbringen mussten, warte ich Distanz und meistens behandelten wir einander mit der gleichen höflichen Abneigung wie zuvor. Aber ich schwöre, sie versuchte mich klein zu kriegen. Jeden Tag schien Miss Mills noch attraktiver auszusehen als zuvor. Jeden Tag gab es irgendwas in ihrer Kleidung oder in ihrem Verhalten, das mich wieder auf schlimme Gedanken brachte. Ich hatte mit mir selbst abgemacht, dass es keine Sessions während der Mittagspause mehr geben würde. Ich musste damit aufhören. Musste aufhören, beim Masturbieren an sie zu denken. Besser daran zu denken, wie sie masturbierte. Das war nicht gerade förderlich. Am Montag trug sie ihr Haar offen. Als sie während eines Meetings mir gegenüber saß, konnte ich an nichts anderes denken als daran, wie ich es mir um die Hände wickelte, während sie mir ein blies. Am Dienstag hatte sie einen figurbetonten knielangen Rock an und diese Strümpfe mit der Naht hinten. Sie sah aus wie ein heißes Sekretärinnenpin ab. Am Mittwoch trug sie einen Anzug. Das war unerwarteterweise noch schlimmer, weil ich nicht aus meinem Hirn kriegte, wie es sich wohl anfühlen würde, ihr die Hosen, die langen Beine hinunterzuschieben. Am Donnerstag hatte sie einen perfekt gewöhnlichen Pulli mit V-Ausschnitt an, aber zweimal hatte ich, als sie sich vorbeugte, um meinen Füller aufzuheben, einen verdammt guten Blick in ihr Hemd. Nur das eine Mal war es absichtlich. Am Freitag dachte ich, ich würde explodieren. Ich hatte die ganze Woche über nicht gewichst und lief mit dem schlimmsten Fall von dicken Eiern rum, die ein Mann je erlebt hatte. Als ich am Freitagmorgen ins Büro kam, betete ich, dass sie sich vielleicht krank gemeldet hatte. Aber irgendwie wusste ich, dass ich nicht so viel Glück haben würde. Ich war notgeil und besonders schlechter Laune, und als ich die Bürotür öffnete, bekam ich fast einen Herzinfarkt. Sie beugte sich gerade vor, um eine Pflanze zu gießen, und trug dabei ein grau-schwarzer Sweaterkleid und kniehohe Stiefel. Ihre Kurven waren überdeutlich sichtbar. Irgendjemand da oben musste mich ziemlich hassen. »Guten Morgen, Mr. Ryan«, flötete sie und hielt mich dadurch davon ab, an ihr vorbeizugehen. Irgendwas hatte sie vor. Sie sprach sonst nie so sanft mit mir. Ich blickte sie misstrauisch an. »Guten Morgen, Miss Mills. Sie scheinen heute in einer außergewöhnlich guten Stimmung zu sein. Ist jemand gestorben?« Ihre Mundwinkel hoben sich zu einem teuflischen Grinsen. »Oh nein! Ich freue mich nur auf das Abendessen morgen und darauf, ihren Freund Joel kennenzulernen. Henry hat mir schon so viel von ihm erzählt. Ich denke, wir haben wirklich viele Gemeinsamkeiten.« »Was für ein Wichser!« »Ah, richtig, das Abendessen. Das habe ich total vergessen.« »Ja, sie und Joel. Nun, da ein Muttersöhnchen ist und sie ein herrschsüchtiger Haustrache sind, sollte zwischen ihnen beiden eine ziemlich stabile Liebesbeziehung möglich sein. Ich hätte gerne einen Kaffee, falls sie einen für sich selbst holen. Ich drehte mich um und ging in mein Büro. Mir fiel ein, dass es vielleicht nicht unbedingt vorteilhaft für mich war, wenn sie mir einen Kaffee machte. Eines Tages würde sie mir vermutlich etwas hineinrühren. Arsen zum Beispiel. Noch bevor ich mich gesetzt hatte, klopfte sie an die Tür. »Herein!« Sie stellte mein Kaffee mit solcher Bucht ab, dass etwas davon auf meinen 15.000-Dollar-Tisch kleckerte. Eine Sondereinfertigung, wie sie verdammt genau wusste. Sie sah mich an. »Findet heute Morgen unser Terminkalendermeeting statt?« Sie stand dicht neben meinem Tisch, mitten im Sonnenlicht. Schatten fielen auf ihr Kleid, betonten die Rundung ihrer Brüste. Verdammt! Ich wollte ihre harten Nippel in den Mund nehmen. War es hier drin kalt? Wie konnte ihr kalt sein, wenn mir der Schweiß auf die Stirn trat? Ich musste weg von hier, Himmel noch mal. »Äh, nein! Ich hatte ganz vergessen, dass ich heute Nachmittag Downtown ein Meeting habe. Ich werde deshalb in gut zehn Minuten gehen und für den Rest des Tages nicht da sein. Schicken Sie mir die Details einfach per Mail,« antwortete ich rasch und eilte zu meinem Schreibtischstuhl, wo ich mich in Sicherheit und Entdeckung wähnte. »Mir war nichts von einem Auswärtstermin heute Nachmittag bekannt,« sagte sie skeptisch. »Nein, das konnten Sie auch nicht wissen,« antwortete ich. »Es ist privat.« Als sie nichts erwiderte, sah ich auf. Sie hatte das Gesicht merkwürdig verzogen. Was war das für ein Ausdruck? Sie sah eindeutig wütend aus. Aber da war noch etwas anderes. »War sie... war sie... war sie eifersüchtig?« »Oh«, entgegnete sie und knabberte an ihrer Unterlippe. »Mit jemandem, den ich kenne?« Sie fragte mich nie danach, wo ich hinging. »Ich meine, nur für den Fall, dass ihr Vater oder ihr Bruder nachher mit ihnen sprechen müssen.« Nun, ich hielt inne, um sie ein bisschen auf die Folter zu spannen. »Wenn mich jemand sprechen will, dann kann er mich auf dem Handy erreichen. Sonst noch etwas, Miss Mills?« Sie zögerte einen Moment, bevor sie das Kinn hob und die Schultern durchdrückte. »Da Sie nicht da sein werden, dachte ich gerade, dass ich das Wochenende gerne etwas früher beginnen würde. Vielleicht kann ich ja etwas shoppen für morgen Abend.« »Kein Problem. Ich sehe Sie dann morgen.« Unsere Blicke trafen sich über dem Schreibtisch, und die Spannung in der Luft war so spürbar, dass ich fühlte, wie mein Herz schneller schlug. »Ein schönes Meeting dann«, brachte sie mit zusammengebissenen Zähnen hervor, ging durch die Tür und schloss sie hinter sich. »Fünfzehn Minuten später«, hörte ich erleichtert, dass sie ging. Nun schien es mir sicher, ebenfalls zu gehen, deshalb packte ich meine Sachen zusammen und verließ das Büro. Ich wurde von einem Mann aufgehalten, der einen großen Blumenstrauß brachte. »Kann ich Ihnen irgendwie behilflich sein?«, fragte ich. Er sah von seinem Klemmbrett auf, blickte sich um und sagte dann, »Ich habe eine Lieferung für Miss Chloe Mills.« »Was zum... Wer zum Teufel würde ihr Blumen schicken?« Traf sie sich regelmäßig mit jemandem, während wir... Ich konnte den Gedanken nicht mal zu Ende denken. »Miss Mills ist Mittagessen gegangen. Sie wird sicher in einer Stunde wieder da sein«, log ich. Ich musste unbedingt einen Blick auf die Karte werfen. »Ich unterschreibe für sie und sorge dafür, dass sie die Blumen bekommt.« Er stellte den Strauß auf ihren Tisch. Rasch unterschrieb ich auf dem Klemmbrett, drückte ihm ein Trinkgeld in die Hand und murmelte ein Auf Wiedersehen, als er ging. Dann stand ich lange drei Minuten nur da und starrte auf die Blumen, nahm mir vor, mich nicht so anzustellen und ganz bestimmt keinen Blick auf die Karte zu werfen. Rosen. Sie hasste Rosen. Ich schnaubte, denn wer immer diese Lieferung in Auftrag gegeben hatte, wusste rein gar nichts über sie. Selbst ich wusste, dass sie keine Rosen mochte. Ich hatte einmal gehört, wie sie Sarah erzählte, dass einer ihrer Dates ihr ein Bouquet geschickt hatte. Sie hat ihm sofort den Laufpass gegeben. Sie konnte dem penetranten Duft nicht ausstehen. Schließlich gewann meine Neugier die Oberhand und ich riss die Karte vom Strauß. Ich freue mich auf das Abendessen. Joel Quignoli Dieses fremde Gefühl breitete sich wieder langsam in meiner Brust aus, als ich die Karte in meiner Faust zerknüllte. Automatisch nahm ich die Blumen von ihrem Schreibtisch, ging aus der Tür, schloss hinter mir ab und marschierte den Flur entlang Richtung Fahrstuhl. Gerade als sich die Türen öffneten, kam ich an einem großen Abfalleimer aus Chrom vorbei und, ohne länger darüber nachzudenken, warf ich die Vase mit all ihrem Inhalt hinein. Ich hatte keine Ahnung, was zur Hölle mit mir los war. Aber eines wusste ich. Auf keinen verdammten Fall würde ich zulassen, dass sie mit Joel Quignoli ausging. Den Großteil des Samstags verbrachte ich damit, dass ich am See joggen ging. Ich versuchte, etwas frische Luft zu bekommen, etwas Distanz, etwas Klarheit in meinen Gedanken. Selbst so gab mir die Stunde Fahrt zu meinen Eltern noch genügend Zeit, um zu dem Gewirr an Frust in meinem Kopf zurückzukehren. Miss Mills, wie sehr ich sie hasste, wie sehr ich sie begehrte, die Blumen, die Joel geschickt hatte. Ich lehnte mich wieder in meinen Sitz zurück, versuchte mich von den sanften Brummen des Wagens beruhigen zu lassen. Es funktionierte nicht. Das hier waren also die Fakten. Ich wollte sie besitzen. Nicht auf eine romantische Weise, sondern in der Art, ihr eins über den Schädel geben, sie an den Haaren davonzerren und sie ficken. Als wäre sie mein Spielzeug und ich müsste die anderen Jungs im Sandkasten davon abhalten, sie mir wegzunehmen. Wie krank war das denn? Sollte sie jemals hören, wie ich das laut aussprach, würde sie mir die Eier abschneiden und sie mir in den Mund stopfen. Jetzt war die Frage, wie ich weiter vorgehen sollte. Anscheinend war Joel interessiert. Wie sollte er das auch nicht sein? Er hatte nichts weiteres als Informationen aus zweiter Hand von meiner Familie, die sie ganz offensichtlich anhimmelte. Und ich war mir sicher, sie hatten ihm mindestens ein Foto von ihr gezeigt. Aber auf keinen Fall würde er sich mit ihr unterhalten und sie immer noch anziehen finden. Außer, er wollte sie nur ficken. Das Quietschen des Lenkradbezugs aus Leder, der sich unter meinem harten Griff gedehnt hatte, gab mir zu verstehen, dass ich daran besser nicht denken sollte. Er wäre nicht einverstanden gewesen, sie im Haus meiner Eltern zu treffen, wenn er nichts anderes als Sex gewollt hätte, oder? Vielleicht wollte er sie ja wirklich besser kennenlernen. Verdammt! Selbst ich musste zugeben, dass ich ein wenig von ihr fasziniert war, bevor wir tatsächlich miteinander gesprochen hatten. Das hatte natürlich nicht lange angehalten und schnell war sie zu einem der unangenehmsten Menschen geworden, den ich je kennengelernt hatte. Zu meinem Unglück hatte ich mit ihr auch noch den besten Sex meines Lebens. Scheiße! So weit sollte er besser nicht gehen. Ich war mir nicht sicher, wo ich in dieser Gegend einen Leichnam verstecken sollte. Ich erinnerte mich noch daran, wie ich sie das erste Mal gesehen hatte. Meine Eltern waren mich über Weihnachten besuchen gekommen, während ich im Ausland lebte, und eines meiner Geschenke war ein digitaler Bilderrahmen gewesen. Während ich mit meiner Mutter die Fotos durchging, hielt ich die Diashow bei einem Bild an, auf dem meine Eltern mit einer jungen, hübschen Brünetten zusammenstanden. Wer ist das da neben dir und Dad? fragte ich. Mom sagte mir, dass sie Chloe Mills heiße, als Assistentin für meinen Vater arbeite und einfach wunderbar sei. Sie war auf dem Foto vermutlich gerade mal 20, aber ihre natürliche Schönheit war beeindruckend. In den folgenden Jahren tauchte ihr Gesicht immer wieder mal auf den Fotos auf, die meine Mutter mir schickte, Betriebsfeiern, Weihnachtsfeiern, sogar auf Festen bei uns zu Hause. Ihr Name fiel hin und wieder, wenn meine Familie von der Arbeit oder dem Leben im Allgemeinen sprachen. Als dann die Entscheidung fiel, dass ich nach Hause kommen und den Posten als COO übernehmen würde, erklärte mir mein Vater, dass Chloe gerade ihren Wirtschaftsabschluss an der Northwestern machen würde, wo ein Berufspraktikum gefordert wurde, und dass es genau der richtige Job für sie wäre, mir für ein Jahr zur Seite zu stehen. Meine Familie liebte sie und vertraute ihr, und dass mein Vater und mein Bruder beide absolut keine Zweifel daran hatten, dass sie diese Aufgabe bewältigen konnte, sprach Bände. Ich stimmte sofort zu, obwohl ich mir ein bisschen Sorgen machte, dass mein Gefallen an ihrem Äußeren meine Fähigkeiten als ihr Chef behindern konnte. Aber ich beruhigte mich rasch damit, dass die Welt voll von schönen Frauen war und dass es ein leichtes sein würde, beides auseinanderzuhalten. Tja, wie dämlich ich gewesen war. Jetzt sah ich die Fehler, die ich in den letzten Monaten gemacht hatte, sah, wie alles seit dem ersten Tag zu dem hier geführt hatte. Um die Sache noch schlimmer zu machen, ich konnte in letzter Zeit anscheinend mit niemandem mehr in die Kiste springen, ohne dabei an sie zu denken. Allein der Gedanke an das letzte Mal reichte aus, um mich zusammenzucken zu lassen. Es war ein paar Tage vor dem Fensterzwischenfall, wie ich es inzwischen nannte, gewesen, bei einem Wohlfahrts-Event. Als ich ins Büro kam, war ich erstaunt, Miss Mills in einem unglaublich sexy blauen Kleid zu sehen, das ich noch nicht kannte. Von dem Moment an, als ich sie sah, wollte ich sie auf den Schreibtisch werfen und sie bis zur Bewusstlosigkeit vögeln. Den ganzen Abend über war ich abgelenkt, trotz des hübschen, blonden Vorzeigedates an meiner Seite. Ich wusste, das Ende der Fahnenstange war bald erreicht, letztlich würde ich durchdrehen, wenn ich nur gewusst hätte, wie nahe der Tag schon war. Ich versuchte mir selbst zu beweisen, dass Miss Mills sich überhaupt nicht in meinem Hirn breitmachte, indem ich zu der Blonden nach Hause ging. Wir stolperten in ihr Apartment, küßten uns, zogen uns hektisch aus, aber es fühlte sich nicht richtig an. Nicht, dass sie nicht heiß und interessant genug gewesen wäre, aber als ich sie aufs Bett legte, stellte ich mir dunkles Haar ausgebreitet auf dem Kopfkissen vor. Als ich ihre Brüste küsste, wollte ich weiche, volle Brüste spüren, keine aus Silikon. Und selbst als ich das Kondom überrollte und mich in ihr bewegte, wusste ich, dass sie nur ein gesichtsloser Körper war, den ich für meine selbstsüchtigen Bedürfnisse benutzte. Verzweifelt versuchte ich, Chloe aus meinen Gedanken zu vertreiben, aber ich war unfähig, das verbotene Bild zu verdrängen, wie es wohl wäre, sie unter mir zu haben. Erst dann kam ich heftig, rollte mich schnell von meinem Date herunter und hasste mich noch im selben Augenblick. Jetzt war ich sogar noch mehr angewidert von der Erinnerung als zu dem Zeitpunkt, als es tatsächlich geschah, denn ich hatte sie in meinen Kopf gelassen und seitdem nicht von dort vertrieben. Wenn ich diesen Abend überstanden hatte, würde alles leichter werden. Ich parkte den Wagen vor dem Haus und skandierte innerlich, du schaffst das, du schaffst das. Mom, rief ich laut und sah in jeden Raum, an dem ich vorbeikam. Hier draußen, Bennet, hörte ich ihre Antwort von der hinteren Terrasse. Ich öffnete die Terrassentür und wurde von dem Lächeln meiner Mutter begrüßt, die gerade den Gartentisch fertig deckte. Ich lehnte mich vor, sodass sie mir einen Kuss geben konnte. Und warum essen wir heute draußen? Es ist so ein schöner Abend und ich dachte, dann fühlen sich alle vielleicht wohler als in dem stickigen Esszimmer. Es wird sich doch niemand daran stören, oder was meinst du? Natürlich nicht, sagte ich. Es ist wunderschön hier draußen, mach dir keine Sorgen. Es war tatsächlich wunderschön. Die Terrasse wurde von einer großen weißen Pergola abgerundet, an deren Balken stark duftender Blauregen emporrankte. In der Mitte stand ein langer, rechteckiger Tisch für acht Personen. Er war mit einer weichen, cremefarbenen Tischdecke und dem Lieblingsporzellan meiner Mutter eingedeckt. Kerzen und blaue Blumen in kleinen silbernen Krügen waren über die Länge des Tisches verteilt, und darüber funkelte ein handgeschmiedeter Kronleuchter. Du weißt schon, dass nicht mal ich Sophia davon abhalten kann, dieses Zeug vom Tisch zu reißen, oder? Ich schob mir eine Weintraube in den Mund. Ach, sie ist heute Abend bei Minas Eltern, und das ist doch besser so, sagte sie. Wenn Sophia hier wäre, würde sie die gesamte Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Scheiße. Mit Sophia, die vor mir Fratzen zog, hätte ich wenigstens etwas gehabt, um mich von Joel abzulenken. Heute Abend geht es um Chloe, und ich hoffe wirklich, dass sie und Joel sich gut verstehen. Sie rannte weiter auf der Terrasse umher, zündete Kerzen an, verrückte mal hier, mal dort was, ohne im geringsten etwas von meinem Leid mitzubekommen. Das gab mir den Rest. Als ich gerade überlegte, einfach abzuhauen, hörte ich Henry ausnahmsweise pünktlich. Wo seid ihr alle? rief er laut, und seine tiefe Stimme heilte durch das leere Haus. Ich öffnete die Tür für meine Mutter, und wir gingen nach drinnen, wo wir meinen Bruder in der Küche vorfanden. Also, Ben, begann er, den langen, schlachsigen Körper gegen den Kühlschrank gelehnt. Freust du dich schon auf heute Abend? Ich wartete, bis meine Mutter die Küche wieder verlassen hatte, dann sah ich ihn skeptisch an. Ich schätze, antwortete ich möglichst gelassen, Mom hat, glaube ich, Zitronenschnitten gemacht. Die liebe ich. Du laberst nur Scheiße. Ich freue mich schon darauf zuzusehen, wie Cognoli sich vor unser aller Augen an Chloe ranmacht. Könnte für einen amüsanten Abend sorgen, meinst du nicht? Als er sich gerade ein Stück Brot von einem der langen Leibe auf der Arbeitsplatte abreißen wollte, kam Mina herein und schob seine Hand zur Seite. Willst du, dass deine Mutter einen Anfall bekommt, weil du das sorgfältig geplante Abendessen ruinierst? Du benimmst dich heute Abend, Henry. Kein Ärgern oder Witzeln, was Chloe angeht. Du weißt, wie nervös sie vermutlich wegen all dem hier ist. Herrje, sie muss schon genügend Mist wegen dem hier ertragen, sagte sie und zeigte auf mich. Wovon redest du? Mich ermüdete langsam dieser übereifrige Chloe Mills Fan Club hier. Ich hab ihr nichts getan. Bennet? Mein Vater stand im Türrahmen und machte mir ein Zeichen, zu ihm zu kommen. Ich folgte ihm aus der Küche und in sein Arbeitszimmer. Bitte zeig dich heute von deiner besten Seite. Ich weiß, dass du und Chloe euch nicht sonderlich gut versteht, aber dies ist unser Zuhause, nicht dein Büro, und ich erwarte von dir, dass du sie mit Respekt behandelst. Ich biss die Zähne zusammen und nickte zustimmt. Dabei dachte ich daran, wie respektlos ich sie in den letzten Wochen behandelt hatte. Während ich nach unten auf die Toilette ging, kam Joel, der eine Flasche Wein mitbrachte, und einige Varianten seiner eifrigen Begrüßungsformeln. Du siehst fantastisch aus, zu Mom, ein Wie geht's dem Baby, zu Mina, und eine ordentliche Kombination aus Handschlag und männlicher Umarmung für Henry und Dad. Weil ich mich mental auf den kommenden Abend vorbereiten wollte, wartete ich noch einen Moment im Flur. Wir waren während unserer Kindheit und während der gesamten Schulzeit mit Joel befreundet gewesen, aber ich hatte ihn seit meiner Heimkehr noch nicht wiedergesehen. Er hatte sich nicht sonderlich verändert. Er war ein bisschen kleiner als ich, schmal gebaut, mit pechschwarzem Haar und dunklen Augen. Ich schätzte, manche Frauen würden ihn als attraktiv bezeichnen. »Bennett«, Handschlag, männliche Umarmung. »Mein Gott, Mann, wie lange ist es her?« »Eine ganze Weile, Joel. Ich denke, seit dem Ende der Highschool«, antwortete ich, schüttelte ihm fest die Hand. »Wie ist es dir ergangen?« »Großartig. Es ist alles wirklich großartig gelaufen. Und was ist mit dir? Ich hab deine Fotos und Zeitschriften gesehen, also schätze ich mal, es ist dir auch ganz gut ergangen.« Er klopfte mir freundlich auf die Schulter. »Was für ein Sack!« Als Antwort nickte ich kurz und zwang mich zu lächeln. Ich beschloss, dass ich noch ein paar Minuten für mich brauchte, entschuldigte mich und ging nach oben in mein altes Zimmer. Allein durch die Tür zu gehen, reichte schon, um mich ruhiger zu fühlen. Das Zimmer hatte sich seit meinem 18. Geburtstag kaum verändert. Selbst als ich im Ausland war, hatten meine Eltern beinahe alles so gelassen wie zu jenem Tag, als ich weggegangen war zum College. Ich setzte mich auf mein altes Bett und überlegte, wie ich mich fühlen würde, wenn Miss Mills tatsächlich etwas mit Joel anfangen würde. Er war wirklich ein netter Typ, und es konnte durchaus sein, dass die beiden sich gut verstehen würden. Aber bei dem Gedanken daran, dass ein anderer Mann sie berühren würde, spannte sich jeder Muskel in meinem Körper an. Ich dachte zurück an jenen Moment im Auto, als ich ihr sagte, dass ich nicht aufhören konnte. Selbst jetzt, bei allem vorgetäuschten Mut, wusste ich nicht, ob ich das konnte. Von unten erschollen neue Begrüßungstiraden und Joels Stimme. Ich beschloss, dass es Zeit war, mich wie ein Mann zu benehmen und mich dem Ganzen zu stellen. Als ich auf dem untersten Absatz angekommen war, sah ich sie. Sie stand mit dem Rücken zu mir und schlagartig wich mir alle Luft aus den Lungen. Ihr Kleid war weiß. Warum musste es weiß sein? Sie trug so eine Art Mädchensommerrock, die direkt über ihren Knien endete und ihre langen Beine zur Geltung brachte. Das Oberteil war aus demselben Material, mit kleinen Schleifen an den Schultern, die es zusammenhielten. Ich konnte an nichts anderes denken, als daran, wie gern ich die Schleifen lösen und zusehen würde, wie alles auf ihre Taille hinunterfiel. Oder sogar auf den Boden. Unsere Blicke trafen sich quer durch den Raum, und sie schenkte mir ein so authentisches, glückliches Lächeln, dass ich es ihr für einen Kurzmoment abnahm. Hallo, Mr. Ryan! Amüsiert verzog ich die Lippen, während ich sie dabei beobachtete, wie sie vor meiner Familie ihre Rolle spielte. Miss Mills, erwiderte ich nickend. Wir sahen uns unentwegt an, selbst als meine Mutter alle zu einem Aperitif auf die Terrasse bat. Als sie an mir vorbeiging, drehte ich den Kopf und sagte so leise, dass nur sie es hören konnte. Gestern erfolgreich geschoppt. Sie sah mich mit demselben engelsgleichen Lächeln im Gesicht an wie vorher. Das würden sie sicher gerne wissen. Sie streifte mich, und ich spürte, wie mein ganzer Körper sich versteifte. Und übrigens, sie haben eine neue Kollektion Strapse hereinbekommen, flüsterte sie, bevor sie den anderen nach draußen folgte. Ich blieb stehen, und mir stand der Mund offen, während ich mich an unser Stelldichein in der Ankleide im La Perla erinnerte. Weiter vorne beugte sich Joel dicht zu ihr herüber. Ich hoffe wirklich, sie sind mir wegen der Blumen nicht böse, die ich ihnen gestern ins Büro geschickt habe. Ich gebe zu, das war ein bisschen übertrieben, aber ich habe mich so darauf gefreut, sie heute zu treffen. Ich spürte, wie sich ein Knoten in meinem Magen zusammenzog, als Joels Frage mich aus meinem schmutzigen Tagtraum riss. Sie drehte sich zu mir um. Blumen? Ich zuckte mit den Schultern und schüttelte den Kopf. Ich bin früh gegangen, erinnern Sie sich? Ich ging an ihn vorbei nach draußen, um mir ein Belvedere-Wodka-Gimlet zu mixen. Während der Abend voranschritt, konnte ich nicht anders. Ich musste sie die ganze Zeit beobachten, wenn auch nur aus dem Augenwinkel. Als das Essen endlich begann, war ersichtlich, dass es zwischen ihr und Joel ganz gut lief. Sie flirtete sogar mit ihm. Also, Chloe, Mr. und Mrs. Ryan haben mir erzählt, dass Sie aus North Dakota kommen. Erneut unterbrach Joels Stimme eine meiner Fantasien, diesmal eine, in der ich ihm einen Kinnhaken verpasste. Ich sah hinüber. Er lächelte sie warmherzig an. Das stimmt. Mein Vater ist Zahnarzt in Bismarck. Ich war nicht gerade das, was man ein Großstadtkind nennt. Selbst Fargo kam mir riesig vor. Ich lachte leise auf, worauf sie mich anblitzte. Amüsiert Sie das, Mr. Ryan? Grinsend nippte ich an meinem Drink und starrte sie über den Glasrand an. Tut mir leid, Miss Mills. Ich finde es nur faszinierend, dass Sie Städte nicht mögen. Und doch haben Sie sich die drittgüste Stadt in den USA ausgesucht, um dort zu studieren und... All das danach. Der Ausdruck in ihren Augen verriet mir, dass ich unter anderen Umständen entweder bereits nackt sein würde, mit ihr auf mir drauf oder in meiner eigenen Blutlache auf dem Teppich liegen würde. Nun, Mr. Ryan... Das Lächeln kehrte auf ihr Gesicht zurück. Mein Vater heiratete erneut, und da meine Mutter hier geboren ist, kam ich her, um noch etwas Zeit mit ihr zu verbringen, bevor sie starb. Sie starrte mich einen Moment lang an, und ich muss zugeben, dass ich in meiner Brust so etwas wie ein Schuldgefühl regte. Es ließ sich aber schnell unterdrücken, als sie wieder zu Joel hinüberschaute und sich dabei auf diese unschuldige Weise auf die Lippe biss, die sie so verdammt sexy aussehen ließ. Hör auf, mit ihm zu flirten! Ich ballte die Fäuste, als sie sich weiter miteinander unterhielten. Doch kurze Zeit später erstarrte ich. War das möglich? Ich grinste in meinen Cocktail. Ja. Das war hundertprozentig ihr Fuß, der da mein Hosenbein hinaufkroch. Dieses hinterhältige, verdammte kleine Luder, mich zu berühren, während sie ein Gespräch mit einem Mann fortführte, von dem wir beide wussten, dass er sie niemals befriedigen könnte. Ich beobachtete ihre Lippen, wie sie sich um ihre Gabel schlossen. Und mein Schwanz wurde hart, als ihre Zunge langsam über die Spitzen fuhr, um die Reste von Marinade abzulecken, die der Fisch dort hinterlassen hatte. Wow! Ach, Bennet, das ist so nett von dir, hauchte meine Mutter, und ich beobachtete, wie Miss Mills rot wurde. Das Lächeln verging mir aber, als ich ihren Fuß an meinem Schritt spürte. Dann drückte sie, wenn auch nur ganz leicht, gegen meine Erektion. Verdammte Scheiße! Jetzt musste ich husten. Ich verschluckte mich fast an meinem Gimlet. Alles in Ordnung, Mr. Ryan? fragte sie mit vorgetäuschter Fürsorge. Ich nickte, erdeuchte sie jedoch gleichzeitig mit Blicken. Sie zuckte mit den Schultern und sah wieder zu Joel hinüber. Und was ist mit Ihnen? Kommen Sie aus Chicago? Sie fuhr fort, mich mit der Schuhspitze sanft zu massieren, und ich versuchte, meine Atmung zu kontrollieren, einen neutralen Gesichtsausdruck zu bewahren. Als Joel begann, ihr von seiner Kindheit zu erzählen, wie er mit uns zur Schule gegangen war, und von seiner erfolgreichen Arbeit als Wirtschaftsprüfer, sah ich, wie ihr Gesichtsausdruck sich von einem des vorgetäuschten Interesses hin zu einem der echten Faszination verwandelte. Unauffällig ließ ich meine Hand unter die Tischdecke gleiten und berührte ihren Fußknöchel, beobachtete, wie sie bei dem Körperkontakt leicht zusammenzuckte. Ich vollführte kleine Kreise mit den Fingerspitzen, ließ meinen Daumen über die Wölbung ihres Fußes gleiten und war ziemlich mit mir selbst zufrieden, als sie Joel bitten musste, seine Frage zu wiederholen. Aber dann sagte er, dass er sie gerne einmal diese Woche zum Mittagessen sehen würde. Meine Hand legte sich auf ihren Fuß und drückte ihn fest gegen meinen Schwanz. Sie grinste. Du kannst sie doch eine Mittagspause lang entbehren, nicht wahr, Bennet? fragte Joel mit einem glücklichen Lächeln, sein Arm auf der Rückenlehne von Chloes Stuhl. Es kostete mich alle Kraft, nicht über den Tisch zu greifen und Joel diesen Arm vom Körper zu reißen. Apropos Verabredung, Bennet. Mina legte mir eine Hand auf den Arm. Erinnerst du dich an meine Freundin Megan? Du hast sie letzten Monat bei uns kennengelernt. Mitte 20, meine Größe, blondes Haar, blaue Augen, egal. Sie hat mich jedenfalls nach deiner Telefonnummer gefragt. Hast du Interesse? Ich warf einen Blick zu Chloe hinüber, deren Fuß sich, wie ich spürte, anspannte. Sie nippte an ihrem Glas, während sie sichtlich auf meine Antwort wartete. Na klar, du weißt, ich bevorzuge Blondin. Könnte mal ganz nett sein zur Abwechslung. Als ihr Absatz daraufhin meine Eier am Stuhl festnagelte, musste ich mich zusammenreißen, um nicht laut aufzuschreien. Sie ließ ihn dort für einen Moment, nahm schließlich ihre Serviette aus dem Schoß und tupfte sich den Mund ab. Entschuldigt mich, ich muss mal für kleine Mädchen. Kaum war sie im Haus, fiel meine gesamte Familie über mich her. Bennet, fluchte Dad, ich dachte, wir hätten darüber geredet. Ich griff nach meinem Glas und führte es an meinen Mund. Ich weiß nicht, was du meinst. Bennet, fügte meine Mutter hinzu, ich denke, du solltest dich entschuldigen. Wofür? fragte ich und stellte mein Glas etwas zu heftig hin. Ben, sagte mein Vater scharf, und damit war jegliche Diskussion beendet. Stumm warf ich meine Serviette auf meinen Teller und schob meinen Stuhl zurück. Ich stürmte durch das Haus, prüfte erst die Toiletten auf den ersten beiden Stockwerken, bis ich schließlich beim Badezimmer im zweiten Stock ankam, dessen Tür geschlossen war. Ich stand davor, die Hand auf dem Türknauf, und diskutierte mit mir selbst. Wenn ich dort hineinging, was würde passieren? Es gab nur eine Sache, an der ich interessiert war, und das war ganz bestimmt nicht, mich zu entschuldigen. Ich überlegte zu klopfen, aber sie würde mich nicht hineinbitten, das wusste ich. Ich lauschte, ob irgendein Geräusch zu hören war. Nichts. Schließlich drehte ich den Türknauf. Zu meiner Überraschung war nicht abgeschlossen. Seit meine Mutter es hatte erneuern lassen, war ich erst ein paar Mal in dem Badezimmer gewesen. Es war ein wunderschöner, moderner Raum mit einem maßgeschneiderten Waschtisch aus Marmor und einem großen Wandspiegel. Über dem Schminktisch war ein kleines Fenster, von dem aus man einen Blick auf die Terrasse und den Garten hatte. Miss Mills saß auf der gepolsterten Bank vor dem Tischchen und starrte in den Himmel hinaus. »Kommen Sie, um von mir auf den Knien herumzurutschen?«, fragte sie. Sie nahm die Verschlusskappe von ihrem Lippenstift und malte sorgfältig ihre Lippen an. Ich wurde geschickt, um nach ihren zarten Gefühlen zu sehen. Ich griff hinter mich, um die Badezimmertür abzuschließen. Das hörbare Klicken erklang in dem stillen Raum. Sie lachte und sah mich durch den Spiegel an. Zwar wirkte sie absolut gefasst, aber ich konnte sehen, wie ihr Busen sich hob und senkte. Ein deutliches Zeichen dafür, dass sie genauso aufgeregt war wie ich. »Ich versichere Ihnen, es geht mir gut.« Sie schob die Kappe wieder auf den Lippenstift und steckte ihn in ihre Handtasche. Sie stand auf, um an mir vorbei zur Tür zu gehen. »Daran, dass sie ein Arsch sind, bin ich gewöhnt. Aber Joel scheint nett zu sein. Ich sollte wieder nach unten gehen.« Ich legte eine Hand auf die Tür und lehnte mich vor, näher an ihr Gesicht heran. »Das glaube ich nicht.« Meine Lippen berührten sie zart unterhalb des Ohres und sie erschauerte. »Denn er will etwas, das mir gehört. Und das kriegt er nicht.« Wütend funkelte sie mich an. »In welchem Jahr lebt wir denn? Reden wir jetzt auf Zweitklässlerniveau? Lass mich gehen. Ich gehöre dir nicht.« »Das denkst du vielleicht,« flüsterte ich, und meine Lippen wanderten über ihren Nacken. »Aber dein Körper.« Ich fuhr mit den Händen unter ihren Rock, drückte meine Hand gegen den feuchten Spitzenstoff zwischen ihren Beinen. »Sieht das anders?« Ihre Augen schlossen sich, und ein leises Stöhnen entfuhr ihr, als meine Finger kleine Kreise um ihre Glitz zeichneten. »Lenk mich doch!« »Dann lass mich,« murmelte ich in ihrem Nacken. Sie lachte zittrig auf, und ich drückte sie gegen die Badezimmertür. Dann ergriff ich ihre Hände, hob sie über ihren Kopf, hielt sie dort in meinen Gefangenen und beugte mich vor, um sie zu küssen. Ich spürte, wie sie leicht gegen mich ankämpfte. Kopfschütteln verstärkte ich meinen Griff. »Lass mich!«, wiederholte ich und drückte meinen harten Schwanz gegen sie. »Oh Gott!«, zischte sie, als sie den Kopf zur Seite drehte, um mir Zugang zu ihrem Hals zu schaffen. »Wir können das hier nicht machen!« Ich fuhr mit meinen Lippen ihr Schlüsselbein hinunter und zu ihrer Schulter hinüber. Dann nahm ich ihre beiden Handgelenke in eine Hand und schob mit der anderen langsam eine der dünnen Schleifen hinunter, die ihr Top zusammenhielten, küsste sie auf die bloßgelegte Haut. Ich bewegte mich zur anderen Seite, wiederholte dort den Vorgang und wurde damit belohnt, dass das Oberteil hinunterfiel und ein weißer, trägerloser Spitzen-BH zum Vorschein kam. Verdammt! Die Knie gaben leicht nach. »Schuss!«, flüsterte ich an ihrer Haut. »Mehr!«, sagte sie. »Nochmal!« Da hob ich sie hoch. Sie schlang ihre Beine um meine Hüften, brachte unsere Körper fester zusammen. Als ich ihre Hände losließ, griff sie sofort in mein Haar, zog mich grob an sie heran. Verdammt! Ich liebte es, wenn sie das tat. Ich drückte sie gegen die Tür, bemerkte dann aber, dass zu viele Klamotten im Weg waren. Ich wollte die Hitze ihrer Haut auf meiner spüren, wollte mich bis zu den Eiern in sie versenken und sie gegen die Wand rücken, bis alle anderen längst zu Bett gegangen waren. Sie schien meine Gedanken zu lesen. Sie fuhr mit den Fingern seitlich meinen Oberkörper entlang, riss mir hektisch das Polohemd aus der Hose, zog es hoch über meinen Kopf. Durch das offene Fenster drang Lachen von der Terrasse hinauf und ich spürte, wie ihr Körper an meinem erstarrte. Es vergingen einige Sekunden, bis sich unsere Blicke trafen, und es war klar, dass sie mit den Worten kämpfte. Wir sollten das nicht tun, sagte sie schließlich kopfschüttelnd. Er wartet auf mich. Halbherzig versuchte sie, mich von sich zu schieben, aber ich blieb standhaft. Willst du ihn wirklich? fragte ich und spürte, wie eine Welle der Besitzgier mich durchströmte. Sie hielt meinen Blick stand, antwortete aber nicht. Ich ließ sie herunter und zog sie zum Schminktisch, blieb direkt hinter ihr stehen. Von hier aus hatten wir einen perfekten Blick auf die Terrasse unten. Ich drückte ihren Rücken gegen meine Brust und legte meinen Mund an ihr Ohr. Siehst du ihn? Meine Hände glitten über ihre Brüste. Schau ihn dir an. Ich fuhr mit den Händen über ihren Bauch, ihren Rock hinunter zu ihren Schenkeln. Lässt er dich auch das hier fühlen? Meine Finger schoben sich an ihren Schenkeln wieder hoch, unter ihr Höschen. Ich stöhnte leise auf, als ich spürte, wie feucht sie war, und schob meine Finger hinein. Wird er dich jemals so feucht machen? Stöhnen presste sie ihre Hüfte gegen mich. Nein. Sag mir, was du willst, flüsterte ich an ihrer Schulter. Ich, ich weiß nicht. Schau ihn dir an. Ich schob meine Finger in sie hinein und wieder hinaus. Du weißt, was du willst. Ich will dich in mir spüren. Darum brauchte sie mich nicht zweimal zu bitten. Ich öffnete rasch meine Hose und schob sie die Hüften hinunter, drückte mich gegen ihren Hintern, bevor ich ihren Rock hochschob und ihren Slip in die Hände nahm. Zerreiß ihn, flüsterte sie. Nie zuvor hatte ich mit jemandem so wild und hemmungslos umgehen dürfen, und es fühlte sich so verdammt richtig mit ihr an. Ich zog heftig an dem Höschen und der hauchdünne Stoff zerriss sofort. Achtlos warf ich es auf den Boden, fuhr mit den Händen über ihre Haut, ließ meine Finger ihre Arme hinuntergleiten, zu ihren Händen, die ich flach auf den Tisch vor uns drückte. Ich leichte, damit ich noch härter in sie hineinstieß. Ihre erstickten Töne brachten mich zum Lächeln, und ich belohnte sie mit einem erhöhten Tempo. Irgendein perverser Teil von mir empfand es als absolut gerechtfertigt, dass Chloe bei dem, was ich mit ihr machte, verstummte. Sie keuchte, ihre Finger suchten etwas, woran sie sich festhalten konnte, und mein Schwanz war so hart in ihr, mit jedem Mal härter, dass sie versuchte, ein Laut von sich zu geben, es aber nicht konnte. Ich sprach sanft in ihr Ohr, fragte sie, ob sie gefickt werden wollte. Ich fragte sie, ob sie Dirty Talk mochte, ob sie es mochte, wenn ich so dreckig war, wenn ich sie so hart nahm, dass sie wund werden würde. Sie stotterte ein Jahr, und als ich mich noch schneller und härter bewegte, bat sie mich um mehr. Die Fläschchen und Döschen auf dem Tisch klirrten und fielen bei der Wucht unserer Bewegung um, aber das war mir vollkommen egal. Ich packte sie bei den Haaren, zog sie hoch, sodass ihr Rücken gegen meine Brust gedrückt war. Glaubst du, er kann solche Gefühle in dir wecken? Wieder und wieder stieß ich in sie hinein und zwang sie, aus dem Fenster zu sehen. Mir war bewusst, dass ich mich auf gefährlich dünnem Eis bewegte, dass die Mauern um mich herum einzubrechen drohten, aber das war mir egal. Heute Nacht, wenn sie im Bett lag, musste sie an mich denken. Ich wollte, dass sie mich spürte, wenn sie die Augen schloss und sich selbst berührte, sich daran erinnerte, wie ich sie gefickt hatte. Mit der freien Hand fuhr ich seitlich an ihrem Oberkörper entlang zu ihren Brüsten, zwirbelte ihren Nippel. Nein, stöhnte sie, niemals so. Ich schob meine Hand unter ihr Knie und hob es auf den Tisch, öffnete sie noch weiter und ermöglichte es mir, meine Stöße noch mehr zu vertiefen. »Spürst du, wie perfekt du um mich herum passt?« stöhnte ich in ihrem Nacken. »Du fühlst dich so verdammt gut an. Wenn du nach unten gehst, will ich, dass du dich daran erinnerst. Erinnere dich daran, was du mit mir machst.« Das Gefühl wurde zu überwältigend, und ich wusste, dass ich kurz davor war. Ich war mehr als verzweifelt. Ich verlangte nach ihr wie eine Droge, und dieses Gefühl fraß mich in jeder Sekunde meines Daseins auf. Ich nahm ihre Hand in meine, verschränkte meine Finger mit ihren und führte sie ihren Körper hinunter zu ihrer Klitt. Gemeinsam reizten und streichelten unsere Hände sie. Ich stöhnte, als wir tiefer rutschten, und ich spürte, wie ich in sie hinein und wieder hinaus glitt. »Fühlst du das?« flüsterte ich in ihr Ohr und spreizte unsere Finger so, dass sie meinen Schwanz von beiden Seiten berührten. Sie drehte den Kopf und wimmerte in meinem Nacken. Es reichte ihr nicht. Ich musste dafür sorgen, dass sie leise war. Ich nahm meine Hand aus ihrem Haar, legte sie sanft auf ihren Mund und küsste sie auf die gerötete Wange. Sie gab einen unterdrückten Schrei von sich, vielleicht der Klang meines Namens, als ihr Körper sich anspannte und dann um mich herum zusammenzog. Nachdem sie die Augen geschlossen hatte und ihre Lippen sich mit einem befriedigenden Seufzen entspannt hatten, begann ich, mir zu holen, was ich brauchte. Schneller jetzt, mit dem Blick in den Spiegel, sodass ich sehen konnte, wie meine Stöße ihre Brüste zum Wippen brachten. Mein Höhepunkt begann durch mich hindurchzufahren. Ihre Hand ließ mein Haar los, um meinen Mund zu verschließen. Ich schloss die Augen und ließ die Welle über mich zusammenbrechen. Meine letzten Stöße waren tief und hart, während ich mich in ihr ergoss. Ich öffnete die Augen, küsste ihre Handfläche, bevor ich sie von meinem Mund nahm und legte die Stirn an ihre Schulter. Die unwissenden Stimmen von unten drangen weiter zu uns hinauf. Sie lehnte sich an mich und wir standen für ein paar Augenblicke einfach nur still da. Dann begann sie sich langsam zu entfernen. Ich runzelte die Stirn bei dem Verlust des Körperkontakts. Ich sah ihr zu, wie sie ihren Rock glättete, ihren BH aufhob und versuchte, die Schleifen ihres Tops wiederzubinden. Als ich meine Hose hochzog, griff ich nach ihrem Höschen und stopfte es in meine Tasche. Sie kämpfte noch mit ihrem Kleid, und ich ging zu ihr, schob ihre Hände beiseite und band die Schleifen, ohne sie anzusehen. Der Raum war plötzlich zu klein. Wir sahen uns in unbehaglichem Schweigen an. Ich streckte die Hand nach dem Türknauf aus, wollte noch etwas sagen, irgendwas, um es in Ordnung zu bringen. Wie konnte ich sie bitten, mich zu vögeln, nur mich, und erwarten, dass sich sonst nichts änderte? Selbst ich wusste, dass diese Bitte mir einen gewaltigen Tritt in die Eier einbringen würde. Aber mir fehlten die richtigen Worte, um auszudrücken, was ich fühlte, wenn ich sie mit Joel zusammensah. In meinem Kopf war gähnende Leere. Frustriert öffnete ich die Tür. Wir erstarrten beide bei dem Anblick, der sich uns bot. Dort vor der Tür stand Mina, mit verschränkten Armen und wissend hochgezogenen Augenbrauen. Als er die Tür öffnete und wir Mina von Angesicht zu Angesicht gegenüber standen, erschrak ich. Was genau macht ihr beiden eigentlich hier? Ihr Blick wanderte zwischen uns hin und her. Mir ging durch den Kopf, was sie alles gehört haben konnte, und ich spürte, wie Hitze in mir aufstieg. Zufällig sah ich genau in dem Moment zu Mr. Ryan hinüber, als er mich ansah. Dann wandte ich mich wieder Mina zu und schüttelte den Kopf. Nichts, wir mussten uns nur kurz unterhalten. Das ist alles, versuchte ich es klein zu reden, aber ich wusste, dass Zittern in meiner Stimme verriet mich. Oh, ich hab was da drin gehört, aber das war ganz sicher keine Unterhaltung, sagte sie grinsend. Sei nicht albern, Mina. Wir haben etwas Berufliches besprochen. Er versuchte, an ihr vorbeizugehen. Im Badezimmer? fragte sie. Ja, ihr habt mich losgeschickt, um sie zu finden, und hier hab ich sie gefunden. Sie verstellte ihm den Weg. »Glaubst du, ich bin bescheuert? Es ist kein Geheimnis, dass ihr zwei nichts miteinander besprecht. Ihr brüllt euch an. Also was jetzt? Seid ihr beide jetzt so was wie ein Paar? »Nein!« brüllten wir beide gleichzeitig und sahen uns kurz an, dann rasch zur Seite. »Also vögelt ihr nur miteinander.« Anscheinend fiel keinem von uns die passende Antwort ein. Die Stimmung im Flur war so angespannt, dass ich kurz überlegte, ob ich mich wohl ernsthaft verletzen würde, wenn ich im dritten Stock aus dem Fenster sprenge. »Wie lange geht das schon?« »Mina!« begann er, schüttelte dann aber stumm den Kopf. Ausnahmsweise tat es mir leid, dass er sich so unbehaglich fühlte. Ich hatte ihn noch nie so gesehen. Es schien, als wäre ihm die ganze Zeit über nicht einmal der Gedanke gekommen, dass die Sache Folgen haben könnte. Außer unserem Gefühlschaos. »Wie lange, Bennet?« »Chloe?« Sie sah uns abwechselnd an. »Ich... wir haben nur...« begann ich. »Aber was nur? Wie sollte ich irgendwas von dem hier erklären? Wir...« »Wir haben einen Fehler begangen. Es war ein Fehler«, unterbrach seine Stimme meine Gedanken, und ich sah ihn schockiert an. »Warum machte es mir so viel aus, was er da gerade gesagt hatte?« »Es war ein Fehler.« Und doch... Es schmerzte ihn, das Sagen zu hören. Ich konnte meinen Blick nicht von ihm wenden, als Mina sagte, »Fehler oder nicht, es muss jetzt aufhören. Was, wenn ich Susan gewesen wäre? Und Bennet, du bist ihr Chef. Hast du das vergessen?« Sie atmete hörbar aus. »Seht mal, ihr seid beide erwachsen, und ich weiß nicht, was hier abgeht. Aber was immer ihr da treibt, lasst besser nicht zu, dass Elliot es herausfindet.« Mir wurde übel bei dem Gedanken, dass Elliot davon erfahren könnte, wie enttäuscht er wäre. »Ich würde das nicht ertragen.« »Das dürfte kein Problem sein«, sagte ich und miet bewusst seinen Blick. »Ich lerne für gewöhnlich aus meinen Fehlern. Entschuldigt mich.« Ohne sie eines weiteren Blickes zu würdigen, ging ich an ihnen vorbei zur Treppe. Wut und Schmerz wogen gleich schwer in meinem Bauch. Meine Arbeitsmoral und meine Motivation hatten mich immer durch die schwersten Zeiten meines Lebens getragen. Trennungen, der Tod meiner Mutter, heftiger Zoff mit Freunden. Mein Wert als Angestellte bei AMG war nur durch Selbstzweifel getrübt. Sorgte ich vielleicht dafür, dass er mich in einem anderen Licht sah, weil er mich vögelte? Jetzt, wo er endlich kapiert hatte, dass es schlecht für ihn sein könnte, wenn andere von uns wussten, würde er da vielleicht meine Meinung grundsätzlich in Frage stellen? So blöd war ich doch eigentlich gar nicht. Es war an der Zeit, dass ich mich auch so verhielt. Mühsam gewann ich meine Fassung zurück, ging nach draußen und setzte mich auf meinen Platz neben Joel. »Alles in Ordnung?« fragte er und lächelte mich an. Ich wandte den Kopf und sah ihn mir einen Moment lang genau an. Er war wirklich ziemlich süß, ordentlich gekämmtes dunkles Haar, ein freundliches Gesicht und die schönsten dunklen Augen, die ich je gesehen hatte. Er war alles, was ich mir wünschen sollte. Einen Moment später wurde ich davon abgelenkt, dass Mr. Ryan gemeinsam mit Mina zum Tisch zurückkehrte. Dann sah ich rasch zur Seite. »Ja, mir ist nur irgendwie nicht besonders gut«, sagte ich und wandte mich wieder Joel zu. »Ich schätze, ich werde mich für heute verabschieden.« »Kommen Sie«, er stand auf, um meinen Stuhl zurückzuschieben, »ich bringe Sie zum Wagen.« Ich sagte den anderen auf Wiedersehen und spürte den noch fremden Umriss von Joels Hand auf meinem Kreuz, als er mich ins Haus brachte. Als wir in der Auffahrt standen, lächelte er mich schüchtern an und nahm meine Hand. »Es war wirklich nett, Sie kennenzulernen, Chloe. Ich würde Sie gern anrufen und mit Ihnen Mittagessen gehen.« »Geben Sie mir doch mal Ihr Handy.« Ich fühlte mich unwohl, war ich doch erst vor weniger als zwanzig Minuten mit einem anderen Mann oben gewesen und nun gab ich meine Nummer einem anderen. Nun, es war an der Zeit, darüber hinwegzukommen, und ein Mittagessen mit einem netten Typen schien mir genau das Richtige zu sein, um damit anzufangen. Sein Lächeln wurde breiter, als ich ihm sein Handy zurückgab und er mir im Gegenzug seine Karte überreichte. Er nahm meine Hand und führte sie an seine Lippen. Ich rufe sie also am Montag an. Ich hoffe, die Blumen sind nicht völlig verwelkt. »Es ist die Idee, die zählt.« Ich lächelte. »Danke.« Er wirkte so aufrichtig, so glücklich bei der Aussicht, mich wiederzusehen, und mir wurde bewusst, dass ich jetzt eigentlich ein Kribbeln fühlen sollte. In Wirklichkeit hätte ich mich aber am liebsten übergeben. Ich sollte gehen. Joel nickte und öffnete die Wagentür für mich. »Natürlich. Ich hoffe, es geht Ihnen bald besser. Fahren Sie vorsichtig und...« »Gute Nacht, Chloe.« »Gute Nacht, Joel.« Er schloss die Tür, und ich ließ den Motor an. Den Blick, starr gerade ausgerichtet, fuhr ich vom Haus der Familie meines Chefs davon. Am nächsten Morgen während des Yoga-Kurses überlegte ich, ob ich Julia nicht doch alles erzählen sollte. Ich war mir ziemlich sicher gewesen, dass ich mit der ganzen Sache allein klarkommen würde. Aber nachdem ich die gesamte Nacht an die Decke gestarrt und mich vollkommen fertig gefühlt hatte, wurde mir klar, dass ich mich jemandem anvertrauen musste. Da gab es zum einen Sarah. Mehr als jede andere würde Sarah begreifen, dass mein heißer Chef einen in den Wahnsinn treiben konnte. Aber sie arbeitete auch für Henry, und ich wollte sie nicht in eine unangenehme Situation bringen, indem ich sie bat, so ein großes Geheimnis zu bewahren. Ich wusste, dass Mina gerne mit mir darüber sprechen würde, wenn ich sie darum bäte. Aber irgendwas an dem Umstand, dass sie selbst eine Ryan war und dem Wissen, was sie gehört haben könnte, ließ das für mich eine alles andere als angenehme Vorstellung sein. Das waren solche Momente, in denen ich mir wünschte, meine Mutter wäre noch am Leben. Allein der Gedanke an sie verursachte einen stechenden Schmerz in meiner Brust und trieb mir die Tränen in die Augen. Hierher zu ziehen, um die letzten Jahre ihres Lebens mit ihr zu verbringen, war die beste Entscheidung gewesen, die ich je getroffen hatte. Und auch wenn es manchmal hart war, so weit von meinem Vater und meinen Brüdern entfernt zu wohnen, wusste ich doch, dass es für alles, das geschah, einen Grund gab. Ich wünschte nur, der Grund würde ein wenig an Tempo zulegen und sich zu erkennen geben. Konnte ich es Julia erzählen? Ich musste zugeben, dass ich Angst davor hatte, was sie von mir denken würde. Aber mehr noch hatte ich Angst davor, es überhaupt jemand anderem gegenüber laut auszusprechen. »Na schön, du guckst mich die ganze Zeit über schon so an«, sagte sie. »Entweder hast du etwas auf dem Herzen, oder ich sehe total peinlich und eklig verschwitzt aus.« Ich versuchte, ihr nichts zu erzählen, ich versuchte, es abzutun und sie denken zu lassen, dass sie sich lächerlich machte. Aber es gelang mir nicht. Das Gewicht und der Druck der letzten Wochen stürzten auf mich ein, und bevor ich es verhindern konnte, begann mein Kind zu zittern, und ich heulte los wie ein Baby. Das habe ich mir gedacht. Komm schon. Sie reichte mir eine Hand und half mir hoch. Wir packten unseren Kram zusammen, dann führte sie mich aus der Tür. Zwanzig Minuten, zwei Mimosas und einem emotionalen Zusammenbruch später, saß ich in unserem Lieblingsrestaurant einer geschockten Julia gegenüber. Ich hatte ihr alles erzählt, das Slipzerreißen, wie ich das Slipzerreißen liebte, die verschiedenen Orte, die »Ich hasse dich« Unterbrechungen beim Rumknutschen, wie Mina uns erwischt hatte, mein schlechtes Gewissen, weil ich das Gefühl hatte, Elliot und Susan zu betrügen, Joel, Mr. Ryans Höhlenmensch Äußerungen, und schließlich meine Angst, dass ich vollkommen machtlos in der ungesündesten Beziehung seit Menschengedenken steckte. Als ich aufsah und ihrem Blick begegnete, zuckte ich zusammen. Sie sah aus, als hätte sie gerade einen Autounfall beobachtet. Okay, nur um zu sehen, ob ich das auch richtig verstehe. Ich nickte und wartete darauf, dass sie fortfuhr. Du schläfst mit deinem Chef. Die Situation war mir unangenehm. Nun, technisch gesehen nicht gerade. Sie hob die Hand, damit ich dem Satz nicht zu Ende sprach. Ja, ja, das habe ich verstanden. Und das ist der gleiche Chef, den du so wahnsinnig liebevoll als »Hübschen Bastard« bezeichnest? Laut seufzend nickte ich wieder. Aber du empfindest so was wie Hass für ihn. »Richtig«, murmelte ich und sah zu Boden, »Hass, sehr großen Hass. Du willst nicht mit ihm zusammen sein, aber du kannst auch nicht von ihm lassen.« »Mein Gott, es klingt ja noch schlimmer, wenn jemand anderes es ausspricht.« Stöhnen vergrub ich den Kopf zwischen den Händen. Ich höre mich vollkommen lächerlich an. »Aber der Sex, der ist gut«, sagte sie leicht belustigt. »Gut beschreibt es kein bisschen, Julia. Phänomenal, ultraintensiv, atemberaubend, multiplorgasmisch, überwältigend. Das alles beschreibt es kein bisschen. »Ist orgasmisch überhaupt ein Wort?« Ich rieb mir das Gesicht und seufzte erneut. »Halt die Klappe!« »Nun«, erwiderte sie nachdenklich und räusperte sich, »ein kleiner Penis ist also nicht sein Problem.« Stöhnen schüttelte ich den Kopf. »Nein, nein, das ist es ganz sicher nicht.« Als ich hörte, wie sie versuchte, ein Lachen zu unterdrücken, sah ich auf. »Julia, das ist nicht lustig!« »Entschuldige, aber das sehe ich anders. Selbst du musst zugeben, wie verrückt das ist. Ich meine, bei all den Leuten, die ich kenne, bist du die Letzte, bei der ich mir hätte vorstellen können, dass du mal in so einer Situation landest. Du warst immer so ernst. Jeder einzelne deiner Schritte im Leben war genau geplant. Komm schon, du hattest nur ein paar richtige Freunde, und mit jedem hast du dir für Außenstehende verrückt lange Zeit gelassen, bis du mit ihm in die Kiste gestiegen bist. Dieser Mann muss etwas vollkommen anderes sein. Ich weiß, dass nichts Schlimmes daran ist, mit jemandem eine rein sexuelle Beziehung zu haben. Damit komme ich schon klar. Und ich weiß, dass ich manchmal zu kontrolliert bin. Aber diesmal ist es so, dass ich absolut gar keine Kontrolle über mich habe, wenn ich mit ihm zusammen bin. Ich meine, ich mag ihn noch nicht mal, und doch kehre ich immer wieder zu ihm zurück. Julia trank einen Schluck von ihrem Mimosa, und ich konnte geradezu sehen, wie sich die Zahnräder in ihrem Kopf drehten, während sie über all das nachdachte, was ich ihr erzählt hatte. Was ist dir wichtig? Ich schaute sie an und begriff, was sie wollte. Mein Job, mein Leben nach dem hier, mein Selbstwertgefühl bei der Arbeit, das Wissen, dass mein Beitrag etwas bedeutet. Kannst du all das haben und ihn trotzdem vögeln? Unfähig, meine Gedanken zu diesem Thema zu entwirren, zuckte ich mit den Schultern. Ich weiß nicht, wenn ich das Gefühl hätte, dass alles für sich stünde, vielleicht. Aber unsere Treffen finden auf der Arbeit statt. Es gibt keinen Moment, wo es nicht gleichzeitig um Arbeit und um Sex geht. Dann musst du einen Weg finden, damit aufzuhören. Du musst Abstand wahren. Das ist leichter gesagt als getan, erwiderte ich, kopfschüttelnd. Ich arbeite für ihn. Es ist nicht so, dass ich immer so leicht verhindern kann, jemals allein mit ihm zu sein. Wie häufig habe ich mir schon geschworen, keinen Sex mehr mit ihm zu haben, und hatte dann nur wenige Stunden später genau das mit ihm. Einfach lächerlich. Und noch dazu fahren wir in zwei Wochen zusammen auf eine Konferenz. Dasselbe Hotel, immer in seiner Nähe, rund um die Uhr. Betten! Chloe, was ist nur in dich gefahren? fragte Julia erstaunt. Willst du etwa, dass das weitergeht? Nein, natürlich nicht! Sie sah skeptisch aus. Ich meine, ich bin halt nur so anders mit ihm. Zum Beispiel will ich Sachen, die ich nie zuvor gewollt habe. Und vielleicht sollte ich zulassen, dass ich diese Sachen will. Ich wünschte nur, es wäre jemand anderes, der mich das wollen lässt. Jemand Nettes, wie Joel zum Beispiel. Der Chef ist nicht sehr nett. Worauf bringt dich der Cheftyp denn? Spanking und so ein Zeug? antwortete Julia glucksend. Und als ich zur Seite sah, hörte ich sie keuchen. Oh mein Gott! Hat er dich geschlagen? Augenblicklich funkelte ich sie eindringlich an. Noch ein bisschen lauter, Julia. Ich glaube, der Typ da ganz hinten hat dich nicht gehört. Als ich mir sicher war, dass niemand zu uns herüber sah, schob ich mir ein paar lose Haarsträhnen aus der Stirn. Also ich weiß, ich muss damit aufhören, aber... Plötzlich hielt ich inne, weil ich am ganzen Körper eine Gänsehaut bekam. Mir stockte der Atem und ich drehte mich langsam Richtung Tür um. Da stand er, lässig gekleidet, in schwarzem T-Shirt und Jeans, Sneakers, das Haar noch attraktiver zerzaust als sonst. Kreideweiß drehte ich mich wieder zu Julia um. Chloe, was ist passiert? Du siehst aus, als hättest du einen Geist gesehen. Julia beugte sich über den Tisch und berührte meinen Arm. Ich schluckte angestrengt, versuchte, meine Stimme wiederzufinden. Dann sah ich sie unverwandt an. Siehst du den Mann neben der Tür? Groß? Gut aussehend? Sie hob leicht den Kopf, um besser sehen zu können, und ich verpasste ihr unterm Tisch einen Tritt. Nicht ganz so auffällig. Das ist mein Chef. Julia riss ihre Augen auf. Ihr Kinn sackte nach unten. Verfluchte Scheiße! Keuchte sie und schüttelte den Kopf, während sie ihn genauer musterte. Du hast nicht gelogen. Das ist ein verdammt hübscher Bastard. Ich würde ihn nicht von der Bettkante stoßen. Oder aus dem Auto. Oder der Umkleide. Oder dem Fahrstuhl. Oder Julia, du bist echt keine große Hilfe. Wer ist die Blondine? Sie zeigte in ihre Richtung. Ich drehte mich um und sah, wie Mr. Ryan gemeinsam mit einer großen, langbeinigen Blondine an einem Tisch geführt wurde, seine Hand auf ihren Rücken gelegt. Ein scharfer Stich der Eifersucht durchfuhr mich. Was für ein Sack, zischte ich. Nach seinem Verhalten gestern Abend? Ich glaub, der verarscht mich. Gerade als sie antworten wollte, klingelte Julias Handy. Sie griff nach ihrer Handtasche. Die »Hi, Baby«-Begrüßung ließ darauf schließen, dass ihr Freund am anderen Ende war. Das würde eine Weile dauern. Wieder sah ich zu Mr. Ryan hinüber, der sich mit der Blondine unterhielt. Mit ihr lachte. Ich konnte meinen Blick nicht von ihm lösen. Er war in diesem entspannten Setting noch attraktiver. Lächelnd, mit funkelnden Augen, wenn er lachte. Penner. Als ob er meine Gedanken gehört hätte, hob er den Kopf und unsere Blicke trafen sich. Ich biß die Zähne aufeinander, drehte mich weg und warf die Serviette auf den Tisch. Ich musste hier raus. Bin gleich wieder da, Julia. Sie nickte und winkte mir geistesabwesend zu, mitten im Gespräch. Ich stand auf und ging schnell an seinem Tisch vorbei, ohne ihn anzusehen. Ich hatte gerade die sicherheitversprechende Tür zu den Toiletten entdeckt, als ich eine starke Hand auf meinem Oberarm spürte. Warte. Diese Stimme sandte Schauer durch mich hindurch. Okay, Chloe, du schaffst das. Dreh dich einfach um und sieh ihn an und sag ihm, er soll verschwinden. Er ist ein Arsch, der dich gestern Abend einen Fehler genannt hat und heute mit irgendeiner blonden Tussi auftaucht. Ich drückte die Schultern durch und drehte mich zu ihm um. Scheiße. Er sah von nahem noch besser aus. Ich hatte ihn nie anders als perfekt gekleidet gesehen, aber anscheinend hatte er sich heute Morgen nicht rasiert. Wie verflixt gerne würde ich das Kratzen seiner Bartstoppeln auf meinen Wangen spüren oder auf meinen Schenkeln. Was zum Teufel wollen Sie, schleuderte ich ihm entgegen und riss meinen Arm frei. Ohne meine vorteilhaften Absätze schien er über mir zu drohen. Ich sah zu ihm auf und entdeckte Ränder unter seinen Augen. Er sah müde aus. Tja, gut so. Wenn seine Nächte nur halb so schlimm wie meine waren, dann freute mich das. Er fuhr sich mit den Händen durchs Haar und sah sich unbehaglich um. Ich wollte mit dir reden, um das von gestern Abend zu erklären. Was gibt es da zu erklären? Ich nickte mit dem Kopf in Richtung der Blondine, die noch immer an seinem Tisch saß. Mein Brustkorb verengte sich schmerzhaft. Meine Abwechslung! Schon verstanden. Ich bin tatsächlich froh, Sie hier so zu sehen. Nein, das hilft mir, mich daran zu erinnern, warum das zwischen uns so eine bescheuerte Idee ist. Ich möchte nicht indirekt all Ihre Frauen ficken. Wovon rede es du zum Teufel? Er sah mich erstaunt an. Meinst du, Emily? Ist das Ihr Name? Also, Sie und Emily, Sie sind ein tolles Paar, Mr. Ryan. Ich drehte mich zum Gehen um, aber wieder hielt er mich auf, indem er meinen Arm fasste. Lass los! Was kümmert es dich überhaupt? Unsere Auseinandersetzung hatte bereits die Aufmerksamkeit des Personals auf sich gezogen, das auf dem Weg zur Küche war. Nach einem raschen Blick durch den Raum zog er mich in die Damentoilette und verriegelte hinter uns die Tür. Na, großartig. Schon wieder ein Klo. Ich schubste ihn zurück, als er näher kam. Was glaubst du, was du da machst? Und was meinst du wohl, warum es mich kümmert? Du hast mich gestern Abend gefögelt, mir alles Mögliche erzählt, warum ich auf keinen Fall mit Joel ausgehen soll und so, und jetzt tauchst du hier mit einer anderen auf. Ich hatte schon vergessen, was du für ein Weiberheld bist. Dein Verhalten ist vollkommen vorhersehbar. Ich ärgere mich eher über mich selbst. Ich war so wütend, dass ich meine Fingernägel in meine Handflächen bohrte. Du glaubst, ich habe hier ein Date? Er atmete laut aus, schüttelte den Kopf. Das ist so verdammt unglaublich. Emily ist eine Freundin. Sie leitet eine gemeinnützige Einrichtung, die Ryan Media unterstützt. Das ist alles. Ich sollte sie eigentlich am Montag treffen, um ein paar Unterlagen zu unterzeichnen, aber sie hat einen Last-Minute-Flug bekommen und verlässt heute Abend noch das Land. Ich bin mit niemandem mehr zusammen gewesen, seitdem wir... Er hielt kurz inne, wohl um die richtigen Worte zu finden. Seit wir das erste Mal... Du weißt schon... Beendete er seinen Satz und wies mit seiner Hand auf mich und sich. Was? Wir standen da und starrten uns nur an, während ich versuchte, seine Worte auf mich wirken zu lassen. Er hatte mit keiner anderen geschlafen. Ob das wohl stimmte? Ich wusste ganz sicher, dass er ein Weiberheld war. Ich hatte selbst mitbekommen, wie seine Sammlung an Partybegleitungen auf beruflichen Events wuchs und wuchs, ganz zu schweigen von den Gerüchten, die in der Firma kursierten. Aber selbst wenn stimmte, was er sagte, dann änderte das nichts an der Tatsache, dass er mein Chef war, und diese ganze Sache war einfach durch und durch falsch. All diese Frauen haben sich auf dich draufgeworfen, und du hast nicht mal eine gepoppt? Uh, ich bin gerührt. Ich drehte mich zur Tür um. So schwer ist das auch nicht zu glauben, knurrte er, und ich spürte, wie sich sein Blick in meinen Rücken brannte. Weißt du was? Es spielt keine Rolle. Es war nichts weiter als ein Fehler, stimmt's? Siehst du, genau darüber wollte ich mit dir reden. Er kam näher, und sein Duft umhüllte mich. Ich fühlte mich plötzlich wie in der Falle, als ob nicht genügend Sauerstoff in dem kleinen Raum war. Ich musste hier raus, und das sofort. Was hatte Julia vor wenigen Minuten erst gesagt? Pass auf, dass du nicht irgendwo mit ihm alleine bist? Guter Tipp. Und ja, mir gefiel der Slip, den ich heute trug, außerordentlich, und ich wollte ihn nicht unbedingt zerrissen in seiner Hosentasche sehen. Okay, das war gelogen. Wirst du Joel wiedersehen? fragte er hinter mir. Meine Hand war auf dem Türknauf. Ich musste nichts weiter tun, als ihn drehen. Dann wäre ich in Sicherheit. Aber wie erstarrt, sah ich eine halbe Ewigkeit lang auf die verdammte Tür. Spielt das eine Rolle? Ich dachte, das hätten wir gestern Abend geklärt, sagte er, sein Atem warm an meiner Haut. Ja, gestern Abend wurde so einiges gesagt. Seine Fingerspitzen fuhren über meinen Arm und schoben den dünnen Träger meines Tanktops von meiner Schulter. Ich wollte nicht sagen, dass es ein Fehler war, flüsterte er an meiner Haut. Ich habe nur Panik bekommen. Das bedeutet aber nicht, dass es nicht wahr ist. Instinktiv lehnte ich mich gegen ihn, neigte meinen Kopf zur Seite, um ihm leichter Zugang zu gewähren. Das wissen wir beide. Trotzdem hätte ich es nicht sagen sollen. Seine Lippen fuhren sanft über meinen Rücken. Er schob mir den Pferdeschwanz über die Schulter. Dreh dich um. Drei Wörter Wie war es möglich, dass drei schlichte Wörter mich alles in Frage stellen ließen? Es war eine Sache, wenn er mich gegen eine Wand drückte und mich brutal packte. Aber diesmal war es meine Entscheidung. Ich biss mir heftig auf die Lippe und versuchte, mich dazu zu bringen, den Türknauf zu drehen. Meine Hand zuckte sogar kurz, bevor sie aufgab und hinabfiel. Ich drehte mich um und sah auf, direkt in seine Augen. Seine Hand blieb auf meiner Wange liegen, sein Daumen strich über meine Unterlippe. Unsere Blicke verhakten sich ineinander, und gerade als ich dachte, keine Sekunde länger warten zu können, zog er mich an sich, drückte seinen Mund auf meinen. In dem Moment, als wir uns küssten, gab mein Körper den Kampf auf, und ich konnte plötzlich nicht nah genug kommen. Meine Handtasche landete auf dem Boden, zu meinen Füßen, und meine Hände versanken in seinem Haar, zogen ihn dichter an mich heran. Er schob mich gegen die Tür und fuhr mit den Händen meinen Körper entlang, hob mich leicht hoch. Er drückte sich gegen meine Yoga-Hose und packte meinen Hintern. Versammt, was trägst du da? Er stöhnte gegen meinen Hals. Seine Handflächen strichen über den pinkfarbenen Satinstoff vor und zurück. Dann hob er mich richtig hoch, legte meine Beine um seine Taille und drückte mich noch fester gegen die Wand. Als ich sein Ohrläppchen zwischen die Zähne nahm, stöhnte er auf. Er zog eine Seite meines Tops hinunter und sog den Nippel in seinen Mund. Mein Kopf fiel nach hinten und stieß gegen die Wand, als ich das Kratzen seines unrasierten Gesichts auf meiner Brust spürte. Dann erreichte mich durch meinen Schleier hindurch ein schrilles Geräusch, und ich hörte ihn fluchen. Mein Handy. Er stellte mich rasch auf die Füße, trat einen Schritt zurück, sein Gesichtsausdruck schon wieder so finster wie üblich. Ich rückte rasch meine Klamotten zurecht und griff nach meiner Tasche. Als ich das Foto auf dem Bildschirm sah, verzog ich das Gesicht. »Julia«, antwortete ich atemlos, »Chloe, bist du vielleicht gerade auf der Toilette und vögelt dieses hübsche Sahneschnittchen von Mann?« »Ich bin gleich bei dir, okay?« Damit beendete ich den Anruf und schob das Handy zurück in meine Tasche. Ich sah zu ihm auf und spürte, wie meine rationale Seite nach der kleinen Unterbrechung zurückgekehrt war. »Ich sollte gehen.« »Hör zu, ich«, er wurde von dem erneuten Klingeln meines Handys unterbrochen. »Verdammt, Julia, ich vögle hier drin kein Sahneschnittchen von Mann!« schrie ich, und meine Stimme heilte von den Wänden wieder. »Chloe?« war Joels Stimme zu hören. Er klang verwirrt. »Oh, hi!« »Scheiße, das passierte doch gerade nicht wirklich.« »Ich bin froh zu hören, dass du nicht ein Männerschnittchen vögelst.« Joel lachte verkrampft. »Wer ist dran?« grummelte Bennet. Ich drückte ihm eine Hand auf die Lippen und schenkte ihm den schmutzigsten Blick, den ich drauf hatte. »Hör zu, ich kann jetzt gerade nicht reden.« »Ja, es tut mir leid, dass ich dich an einem Sonntag störe, aber ich konnte nicht aufhören, an dich zu denken. Ich möchte niemanden in Schwierigkeiten bringen, aber nachdem du gegangen bist, habe ich meine E-Mails gecheckt, und da war eine Bestätigung, dass die Blumen ausgeliefert worden sind.« »Echt?« fragte ich mit gespieltem Interesse. »Ich starrte Bennet an. Nun, es scheint, als ob sie von Bennet Ryan entgegengenommen worden sind.« Ich beobachtete, wie ihr Gesichtsausdruck verschiedene Emotionen gleichzeitig widerspiegelte. Verlegenheit, Ärger und dann Neugier? Ich konnte nur vage die Stimme des Mannes am anderen Ende hören und der Höhlenmensch in mir erwachte. »Wer zum Teufel hatte sie da angerufen?« Plötzlich schmälerten sich ihre Augen zu schlitzen, und eine kleine Stimme in mir sagte mir, dass ich Grund zur Nervosität hatte. »Tja, danke, dass du mir Bescheid gegeben hast. Ja, das werde ich. Okay. Ja, ich rufe an, wenn ich mich entschieden habe. Danke für den Anruf, Joel.« »Joel?« »Verdammter Quignoli!« Sie beendete ihr Telefonat und steckte das Handy langsam wieder in ihre Handtasche. Während sie noch nach unten sah, schüttelte sie den Kopf, dann entfuhr ihr ein leises Lachen, bevor sie schelmisch zu grinsen begann. »Gibt es da vielleicht etwas, was Sie mir erzählen wollen, Mr. Ryan?« fragte sie sanft, und aus irgendeinem Grund versetzte mich das noch mehr in Unruhe. Ich zermaterte mein Hirn, aber mir fiel nichts ein. Wovon redete sie nur? Das war vielleicht ein merkwürdiges Gespräch. Anscheinend hat Joel, als er heute Morgen seine E-Mails gecheckt hat, eine Bestätigung der Blumenlieferung vorgefunden, und du glaubst nicht, was da drin stand. Sie trat einen Schritt auf mich zu, und instinktiv trat ich einen Schritt zurück. Mir gefiel nicht, wohin das zu führen schien. Es hat sich rausgestellt, dass jemand die Blumen angenommen hat. Oh, Scheiße! Der Name auf der Quittung lautete Bennett Ryan. Verdammt! Warum zum Teufel hatte ich nur mit meinem richtigen Namen unterzeichnet? Ich überlegte, was ich darauf antworten sollte, aber in meinem Hirn herrschte absolute Leere. Natürlich sagte ihr mein Schweigen, was sie wissen musste. Du verdammter Arsch! Du hast sie angenommen und mich dann angelogen? Sie stieß mich hart in die Brust, und ich hatte plötzlich das untrügliche Gefühl, meine Weichteile schützen zu müssen. Warum hast du das getan? Mein Rücken berührte jetzt die Wand, und ich sah mich hektisch nach einem anderen Ausgang um. Ich? Was? stotterte ich. Mein Herz fühlte sich an, als würde es gleich aus meiner Brust springen. Ernsthaft? Was zum Teufel? Jetzt brauchte ich eine Antwort, und zwar schnell. Ich fuhr mir zum hundertsten Mal in den letzten fünf Minuten durchs Haar und beschloss, dass es vermutlich das Beste war, ehrlich zu sein. Ich weiß es nicht, okay? schrie ich zurück. Ich hab einfach... Scheiße! Sie nahm ihr Handy und schien jemandem eine SMS zu schreiben. Was machst du da? fragte ich. Das geht dich zwar überhaupt nichts an, aber ich schreibe Julia, dass sie ohne mich losgehen soll. Ich werde ihr nicht abhauen, bis du mir die Wahrheit gesagt hast. Sie funkelte mich an, und ich spürte ihre Wut in Wellen aufbrannten. Ich überlegte kurz, ob ich Emily Bescheid geben sollte, aber so wie ich sie kannte, hatte sie sich das längst selber zusammengereimt. Also? Ich sah ihr in die Augen und stieß einen lauten Seufzer aus. Es bestand absolut keine Möglichkeit, mich zu erklären und dabei nicht so zu klingen, als hätte ich den Verstand verloren. Okay, ja, ich hab sie entgegengenommen. Ihr Busen hob und senkte sich, und ihre Hände waren so heftig zu Fäusten geballt, dass ihre Knöchel weiß waren. Und? Und? Ich hab sie weggeworfen. Als ich ihr so gegenüberstand, wurde mir klar, dass ich ihren Ärger voll und ganz verdient hatte. Mein Verhalten war wirklich unfair. Ich hatte ihr nichts anzubieten, stellte mich aber trotzdem demjenigen in den Weg, der sie vielleicht glücklich machen konnte. Du bist wirklich unglaublich, scheiße nochmal, quetschte sie zwischen zusammengebissenen Zähnen hervor. Ich wusste, dass sie alles tat, um nicht quer durch den Raum zu stürmen und auf mich einzuschlagen. Erklärst du mir, warum du das getan hast? Was das anging, wusste ich auch keine Antwort, weil ich kratzte mich am Kopf. Es kotzte mich an, dass ich mich in diese Situation gebracht hatte, weil ich nicht wollte, dass du mit Joel ausgehst. Von all den dämlichen, chauvinistischen, wer zum Teufel glaubst du eigentlich, wer du bist? Nur weil wir Sex miteinander hatten, heißt das noch lange nicht, dass du über mein Leben bestimmen kannst. Wir sind kein Paar, wir gehen nicht miteinander. Verflucht. Wir mögen uns nicht einmal, schrie sie. Glaubst du, ich weiß das nicht? Es ergibt keinen Sinn, okay? Aber als ich die Blumen sah, komm schon, es waren beschissene Rosen. Sie sah aus, als wäre sie bereit, mich irgendwo einzuliefern. Bist du auf irgendwelchen Drogen? Was spielt es für eine Rolle, dass es Rosen waren? Du kannst Rosen nicht ausstehen. Als ich das sagte, änderte sich ihr Gesichtsausdruck. Ihre Augen wurden sanft und dunkel. Ich fuhr fort, ich hab sie einfach gesehen und reagiert, ohne innezuhalten und darüber nachzudenken. Allein die Vorstellung, dass er dich berührt... Ich verstummte, die Hände zu Fäusten geballt und fest an meinen Körper gepresst, als ich versuchte, mich wieder zu fangen. Mit jeder Sekunde wurde ich wütender. Auf mich selbst, weil ich so schwach war und die Kontrolle über meine Gefühle verloren hatte, wieder einmal. Und auf sie, weil sie diese beschissene, unerklärbare Macht über mich hatte. Okay, hör mal. Sie atmete tief durch. Ich behaupte nicht, dass ich einverstanden bin mit dem, was du getan hast, aber ich verstehe es bis zu einem gewissen Punkt. Geschockt sah ich sie an. Es wäre gelogen, wenn ich behaupten würde, dass ich nicht schon ähnliche, besitzergreifende Gefühle wegen dir gehabt hätte, sagte sie widerstrebend. Ich glaubte, meinen Ohren nicht zu trauen. Hatte sie tatsächlich gerade zugegeben, dass sie das auch schon gefühlt hatte? Aber das ändert nichts daran, dass du mich angelogen hast. Direkt ins Gesicht. Ich mag vielleicht denken, dass du die meiste Zeit ein arrogantes Arschloch bist, aber du warst immer jemand, bei dem ich darauf vertraut habe, dass er ehrlich zu mir ist. Sie hatte recht. Ich zuckte zusammen. Es tut mir leid. Meine Entschuldigung hing in der Luft, und ich war mir nicht sicher, wer von uns darüber erstaunter war. Beweis es. Sie sah mich so ruhig an, wie die geringste Regung in ihrem Gesicht. Was meinte sie? Dann wurde es mir mit einem Schlag klar. Beweis es. Wir konnten nicht mit Worten kommunizieren, weil Worte nur zu Zoff führten. Aber das? Das ist, was wir waren. Und wenn sie mir diese eine Chance geben würde, wieder gut zu machen, was ich getan hatte, dann würde ich sie ergreifen. Ich hasste sie so sehr in diesem Moment. Ich hasste, dass sie richtig lag, und ich hasste es, dass sie mich dazu zwang, eine Entscheidung zu treffen. Vor allem hasste ich es, wie sehr ich sie wollte. Dennoch überwand ich den Abstand zwischen uns, legte meine Hände um ihren Nacken. Ich zog sie zu mir heran, sah ihr in die Augen, als ich ihren Mund an meinen führte. Eine unausgesprochen Herausforderung lag zwischen uns. Keiner von uns beiden würde einen Rückzieher machen oder zugeben, dass sich das, was immer das auch war, außerhalb unserer Kontrolle befand. Aber vielleicht hatten wir das beide gerade getan. In dem Augenblick, als unsere Lippen sich berührten, wurde ich überwältigt von einem vertrauten Kribbeln, das meinen Körper durchlief. Meine Hände packten ihr Haar, zwangen ihren Kopf zurück, damit ich mich voll und ganz gegen sie drücken konnte. Auch wenn es für sie sein sollte, würde ich verdammt noch mal die Kontrolle darüber haben. Ich stöhnte, weil ihre Kurven sich so perfekt an mich fügten. Wenn dieses Verlangen doch nur aufhören würde, wenn ich befriedigt wäre und endlich weitermachen könnte wie bisher. Aber jedes Mal, wenn ich sie spürte, war es noch besser, als ich es in Erinnerung hatte. Ich fiel auf die Knie, packte ihre Hüften und zog sie dicht an mich heran. Meine Lippen wanderten über den Taienbund ihrer Hose. Ich schob ihr Shirt hoch und küßte jeden Zentimeter sichtbarer Haut, genoss die Anspannung ihrer Muskeln, während ich sie erforschte. Meine Finger unter ihrem Hosenbund sah ich zu ihr auf. Ihre Augen waren geschlossen, und sie biss sich auf die Unterlippe. In Erwartung dessen, was ich gleich tun würde, wurde mein Schwanz steinhart. Nachdem ich die Hose ihre Schenkel hinuntergezogen hatte, strich ich mit den Fingern über ihre Beine. Das verursachte bei ihr eine gut sichtbare Gänsehaut. Ihre Hände griffen nach meinem Haar und zogen heftig daran. Stöhnend sah ich wieder zu ihr auf. Ich fuhr am Rand des zarten Satinsstoff ihres Höchschens entlang, hielt an den dünnen Bändchen auf ihrer Hüfte inne. Das ist fast so schön, um es kaputt zu machen. Ich wickelte mir je ein Bändchen um die Hand, aber nur fast. Ein schneller Ruck und die Bändchen rissen durch, sodass ich den pinkfarbenen Stoff herunterziehen und in meine Tasche stecken konnte. Plötzlich hatte ich es furchtbar eilig, und ich befreite rasch eines ihrer Beine, legte es über meine Schulter und küßte die weiche Haut auf der Innenseite ihres Schenkels. Oh, Scheiße! Sie atmete laut aus, fuhr mit den Fingern durchs Haar. Oh, Scheiße, bitte! Als ich ihre Klitt genüsslich küsste und leckte, packte sie grob in mein Haar und presste ihre Hüfte gegen meinen Mund. Unverständliche Worte drangen aus ihrem Mund, ein heiseres Flüstern, und als ich sie so vollkommen aufgelöst sah, begriff ich, dass sie diesem hier genauso hilflos gegenüberstand wie ich. Sie war wütend auf mich, so wütend, dass ein Teil von ihr vermutlich ihr Bein um meinen Hals geschlungen und mich erwürgt hätte, aber sie ließ mich ihr zumindest etwas geben, das in vieler Hinsicht so viel intimer war als schlichtes Ficken. Ich kniete vor ihr, aber sie war nackt und verletzlich. Sie war warm und feucht und schmeckte so verdammt süß, wie sie aussah. Ich könnte dich verflucht noch mal auffressen, flüsterte ich und sah kurz auf, um ihr Gesicht zu betrachten. Ich küsste sie auf den Hüftknochen und murmelte, das hier würde viel besser gehen, wenn ich dich irgendwo hinlegen könnte, für einen Tisch in einem Konferenzraum vielleicht. Sie zog an meinem Haar und rückte mich lächelnd wieder zu sich hinunter. Das ist vollkommen gut so, wag es bloß nicht aufzuhören. Beinahe hätte ich laut zugegeben, dass ich das gar nicht konnte, und mich fröstelte allein bei dem Gedanken, es auch nur zu versuchen. Aber dann war ich rasch wieder vollkommen in ihrer Haut versunken. Ich wollte jeden ihrer Flüche und jedes Flehen auswendig lernen, dass es ihrem Mund kam und von dem ich wusste, dass ich der Grund dafür war. Ich stöhnte an ihr, was sie zum Aufschreien brachte, während sie ihren Körper näher an mich heranschob. Ich ließ zwei Finger in sie gleiten, forderte sie mit der anderen Hand an ihrer Hüfte auf, ihren Rhythmus mit mir zu finden. Sie begann, ihre Hüfte vor und zurück zu bewegen, langsam erst, sich gegen mich pressend, dann schneller. Ich spürte, wie sie sich anspannte, ihre Beine, ihr Bauch, ihre Hände in meinem Haar. So kurz davor, keuchte sie, ihre Bewegung stockend, immer ruckartiger und ein bisschen animalisch. Scheiße noch mal, ich fühlte mich ja selbst ein bisschen wie ein Tier. Ich wollte beißen und saugen, meine Finger in ihr vergraben, in ihr innerstes Vordringen. Ich machte mir Sorgen, dass ich zu grob wurde, aber ihr Atem ging in ein Keuchen über. Es klang wie ein Flehen. Als ich mein Handgelenk drehte und noch tiefer in sie hineinstieß, schrie sie auf. Ihre Beine zitterten, als der Orgasmus von ihr Besitz ergriff. Ich rieb ihren Hüftknochen, ließ langsam ihr Bein herunter und achtete dabei auf ihren Fuß, nur für den Fall, dass sie sich nach all dem doch noch dafür entschied, nach mir zu treten. Ich fuhr mir mit dem Finger über die Lippe und beobachtete, wie ihre Augen sich wieder fokussierten. Sie schob mich von sich und ordnete rasch ihre Klamotten, so auf den Punkt hinunter, wo ich vor ihr gekniet hatte. Die Wirklichkeit kehrte zurück, als das Geräuschwirrwarr der Menschen, die auf der anderen Seite der Tür etwas aßen, sich mit unserem lauten Atem verbannt. Ich habe dir nicht vergeben. Sie griff nach ihrer Handtasche und verließ den Raum ohne ein weiteres Wort. Langsam stand ich auf, sah zu, wie die Tür sich hinter ihr schloss und versuchte zu verstehen, was da gerade passiert war. Ich sollte eigentlich stinkwütend sein, aber ich spürte, wie sich meine Mundwinkel zu einem Lächeln verzogen und hätte angesichts der Absurdität fast laut aufgelacht. Verdammt, sie hatte es wieder getan. Sie hatte mich bei meinem eigenen Spiel geschlagen. Meine Nacht war die Hölle gewesen. Ich hatte kaum geschlafen oder gegessen, und ich litt beinahe die ganze Zeit über, seit ich gestern das Restaurant verlassen hatte, unter einem Steifen. Ich wusste, dass ich dran war, als ich zur Arbeit fuhr. Sie würde alles tun, um mich zu quälen und mich dafür zu bestrafen, dass ich sie angelogen hatte. Das Kranke war nur, dass ich mich irgendwie darauf freute. Ich war überrascht, ihren Schreibtischplatz bei meiner Ankunft leer vorzufinden. Merkwürdig dachte ich, sie kam nur selten zu spät. Ich ging in mein Büro und begann, meine Sachen für den Tag vorzubereiten. Fünfzehn Minuten später wurde ich von einem Telefonat abgelenkt, als ich hörte, wie die äußere Bürotür zugeschlagen wurde. Nun, eins tat sie nicht. Enttäuschen. Ich konnte hören, wie sie Ordner und Akten hin und her warf, und wusste, es würde ein interessanter Tag werden. Um Viertel nach zehn wurde ich von der Gegensprechanlage unterbrochen. Mr. Ryan? Ihre kühle Stimme erfüllte den Raum, und trotz ihrer offensichtlichen Verärgerung ertappte ich mich dabei, dass ich grinste, als ich den Antwortknopf drückte. Ja, Miss Mills, erwiderte ich. Das Grinsen war mir anzuhören. Wir müssen in fünfzehn Minuten im Konferenzraum sein. Gegen Mittag müssen Sie das Büro verlassen, um es rechtzeitig zum Mittagessen mit dem Präsidenten der Kelly Industries um zwölf Uhr dreißig zu schaffen. Stuart wird im Parkhaus auf Sie warten. Begleiten Sie mich nicht? Ein Teil von mir fragte sich, ob sie es vermied, mit mir alleine zu sein. Ich war mir nicht sicher, wie ich das fand. Nein, Sir, nur das Management. Ich hörte Papier rascheln, dann sprach sie weiter. Außerdem muss ich mich heute um San Diego kümmern. Ich bin gleich draußen. Ich nahm den Finger vom Knopf und stand auf, um Jackett und Krawatte zu richten. Als ich aus meinem Büro trat, fiel mein Blick sofort auf sie. Falls ich Zweifel gehabt hatte, ob sie mich leiden lassen würde, jetzt waren sie ausgeräumt. Sie lehnte in einem blauen Seidenkleid, das ihre langen, schlanken Beine perfekt zur Geltung brachte, über ihrem Schreibtisch. Ihr Haar war hochgesteckt, und als sie sich zu mir umdrehte, sah ich, dass sie ihre Brille trug. Wie sollte es mir nun gelingen, in ganzen Sätzen zu sprechen, wenn sie neben mir saß? Sind Sie soweit, Mr. Ryan? Ohne eine Antwort abzuwarten, raffte sie ihre Sachen zusammen und begann den Flur in Richtung Fahrstühle entlang zu gehen. Heute schien sie mehr Schwung in den Hüften zu haben. Das unverschämte Luder wollte mich ärgern. Als wir in dem überfüllten Fahrstuhl standen, wurden unsere Körper unwillentlich aneinandergepresst. Ich unterdrückte ein Stöhnen. Vielleicht bildete ich es mir ja nur ein, aber ich meinte, sie grinsend zu sehen, als sie aus Versehen meinen halb erigierten Schwanz streifte. Zweimal. In den nächsten zwei Stunden befand ich mich in meiner eigenen kleinen Hölle. Jedes Mal, wenn ich sie ansah, tat sie etwas, das mich in die Knie zwang. Durchtriebene Blicke, ein sich über die Unterlippe lecken, ein Überkreuzen und wieder Entkreuzen ihrer Beine oder gedankenverlorenes Zwirbeln einer Haarsträhne um den Finger. Einmal ließ sie sogar den Füller fallen und legte mir, als sie sich bückte, um ihn unter dem Tisch aufzuheben, beiläufig eine Hand auf den Oberschenkel. Danach, beim Mittagessen, war ich dankbar, für eine Weile nicht ihren Foltermethoden ausgesetzt zu sein, und wartete gleichzeitig verzweifelt darauf, so schnell wie möglich zu ihr zurückzukehren. Ich nickte und sprach an den richtigen Stellen, aber eigentlich war ich überhaupt nicht anwesend. Natürlich hatte mein Vater die ganze Zeit mitbekommen, wie mürrisch und düster ich war. Auf dem Weg zurück ins Büro legte er los. Für drei Tage werden du und Chloe in San Diego ohne den Schutz der Bürotüren zusammen sein, und es wird niemand da sein, um einzugreifen. Ich erwarte, dass du sie mit dem allergrößten Respekt behandelst. Und bevor du jetzt anfängst, dich zu verteidigen, fügte er mit erhobenen Händen hinzu, da er mit Widerworten rechnete, ich habe bereits mit Chloe darüber gesprochen. Mit aufgerissenen Augen funkelte ich ihn an. Er hatte mit Miss Mills über mein Verhalten auf der Arbeit gesprochen? Ja, ich bin mir vollkommen im Klaren, dass nicht du allein die Schuld trägst. Er führte uns in einen leeren Fahrstuhl. Sie hat mir versichert, dass sie genauso auszuteilend versteht wie du. Warum, glaubst du, habe ich überhaupt dich als ihren Mentor vorgeschlagen? Ich hatte nie den geringsten Zweifel daran, dass sie sich mit dir messen kann. Henry stand schweigend neben ihm, ein breites Grinsen im Gesicht. Arschloch! Ich runzelte die Stirn, als mir klar wurde, sie hatte mich verteidigt. Es wäre ein leichtes für sie gewesen, es so klingen zu lassen, als wäre ich der Tyrann, aber stattdessen hatte sie einen Teil der Schuld auf sich genommen. Dad, ich gebe zu, dass meine Beziehung zu ihr ungewöhnlich ist, begann ich und betete, dass niemand begriff, wie wahr diese Aussage tatsächlich war. Aber ich versichere dir, das hat in keinster Weise Auswirkungen auf unsere Arbeit. Du musst dir nicht die geringsten Sorgen machen. Gut, sagte Dad, kurz bevor wir meine Büroräume betraten. Als wir hineingingen, befand sich Miss Mills gerade am Telefon und sprach kaum vernehmbar in den Hörer. Nun, dann lass ich dich mal in Ruhe, Dad. Ich muss mich hier noch um ein paar Sachen kümmern. Ich sag dir so bald wie möglich Bescheid. Du brauchst ein bisschen Schlaf, okay? sagte sie sanft. Nach einer kurzen Pause lachte sie, aber dann sagte sie für eine Langeweile nichts mehr. Weder ich, noch die zwei Männer neben mir wagten etwas zu sagen. Ich liebe dich auch, Daddy. Mein Magen zog sich bei diesen Worten zusammen und der Art, wie ihre Stimme dabei zitterte. Als sie sich in ihrem Stuhl umdrehte, sah sie erstaunt aus, weil sie nicht allein war. Sie begann rasch, die Papiere auf ihrem Tisch zu ordnen. Wie ist das Meeting gelaufen? Problemlos, wie immer, sagte mein Vater. Du und Sarah, ihr kümmert euch wirklich toll um alles. Ich wüsste nicht, was meine Söhne ohne euch beide tun würden. Ihre Augenbrauen hoben sich leicht, und ich bemerkte, wie sie sich bemühte, nicht triumphierend in meine Richtung zu sehen. Doch dann machte sich plötzlich Verwunderung in ihrem Gesicht breit. Ich hatte sie anscheinend angegrinst, weil ich hoffte, gleich einen Blick auf ihren großartigen Hintern zu erhaschen. Ich setzte das finsterste Gesicht auf, das mir möglich war, und ging in mein Büro. Erst als ich die Tür hinter mir schloss, fiel mir schlagartig auf, dass ich sie nicht ein einziges Mal lächeln gesehen hatte, seitdem wir zurückgekommen waren und sie am Telefon gehört hatten. Ehrlich gesagt war ich nicht richtig bei der Sache. Ja, ich musste Mr. Ryan noch ein paar Sachen zeigen, bevor er für den Rest des Tages unterwegs war, musste noch ein paar Dokumente in die Rechtsabteilung bringen, um sie unterzeichnen zu lassen. Aber ich fühlte mich, als würde ich durch nassen Sand warten. Das Telefonat mit meinem Vater kreiste mir unablässig im Kopf herum. Als ich in Mr. Ryans Büro ging, starrte ich auf die Unterlagen in meinem Arm, und plötzlich wurde mir bewusst, wie viele Sachen ich heute noch organisieren musste. Flugtickets, jemand, der sich um meine Post kümmerte, vielleicht sogar eine Aushilfskraft für die Zeit, in der ich weg war. Wie lange würde ich weg sein? Ich bemerkte, dass Mr. Ryan etwas zu mir sagte, und das laut. Was faselte er da? Ich versuchte mich, auf ihn zu konzentrieren, und bekam wenigstens das Ende seiner Tirade mit. Passen kaum auf, verdammt Miss Mills, muss ich es für Sie aufschreiben. Können wir dieses Spiel heute lassen? Fragte ich müde. Das ... was genau? Dieses Arschloch-Boss-Programm. Seine Augen weiteten sich, die Brauen zogen sich zusammen. Wie bitte? Ich weiß, dass Sie es geil finden, das ewige Arschloch zu mir zu sein, und ich gebe zu, dass ich das manchmal tatsächlich auch sexy finde. Aber ich habe heute einen schrecklichen, fürchterlichen Tag, und ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie nicht so mit mir reden würden. Ich war kurz vorm Heulen. Meine Brust zog sich schmerzhaft zusammen. Bitte. Er sah aus, als wäre er gerade geblendet worden, und blinzelte heftig. Dann stotterte er, was ist passiert? Schon jetzt bereute ich meinen Ausbruch. Ich schluckte. Schließlich kam ich besser mit ihm klar, wenn ich einen kühlen Kopf bewahrte. Ich habe etwas überreagiert, weil ich angeschrien wurde. Es tut mir leid. Er stand auf und begann auf mich zuzugehen. Aber im letzten Moment hielt er inne und setzte sich auf die Ecke seines Schreibtisches, spielte nervös mit dem gläsernen Papierbeschwerer herum, Nein, ich meine, warum ist dein Tag so schrecklich? Was ist los? Seine Stimme war sanfter, als ich sie je gehört hatte, außer beim Sex. Nur, dass er diesmal nicht leise sprach, um ein Geheimnis zu bewahren. Er sprach leise, weil er ernsthaft besorgt zu sein schien. Eigentlich wollte ich nicht mit ihm darüber reden, weil ein Teil von mir erwartete, dass er mich auslachen würde. Aber ein noch größerer Teil begann zu vermuten, dass er das nicht tun würde. Mein Vater muss sich ein paar Tests unterziehen. Er hat Probleme beim Essen. Mr. Ryan machte ein langes Gesicht. Beim Essen? Ist es ein Geschwür? Ich erzählte, was ich wusste, und dass es sehr plötzlich begonnen und eine erste Untersuchung an den kleinen Fleck auf seiner Speiseröhre gezeigt hatte. Kannst du nach Hause fahren? Überrascht starrte ich ihn an. Ich weiß nicht. Kann ich? Er zuckte zusammen, blinzelte. Bin ich wirklich so ein Riesenarschloch? Ein Arschloch? Manchmal. Ich bereute es sofort, denn er hatte nie etwas getan, das mir Anlass gab, zu glauben, er würde mich von meinem Vater fernhalten. Nickend sah er aus dem Fenster und schluckte schwer. Sie können sich natürlich so viel Zeit nehmen, wie Sie brauchen. Danke. Den Blick auf den Boden gerichtet, wartete ich darauf, dass er mit der Liste der anstehenden Aufgaben fortfuhr, aber stattdessen war es still im Raum. Aus dem Augenwinkel konnte ich sehen, dass er sich umgedreht hatte und mich beobachtete. Alles in Ordnung mit dir? Er sagte das so leise, dass ich nicht sicher war, ob ich ihn gehört hatte. Erst überlegte ich, ob ich lügen sollte, um diese so überaus peinliche Unterhaltung zu beenden. Stattdessen sagte ich, eigentlich nicht. Er hob die Hand, fuhr sich durchs Haar. Schließ die Tür. Seltsam enttäuscht, so einfach entlassen zu werden, nickte ich. Ich bringe noch die Unterlagen von der Rechtsabteilung für, ich meinte, schließ die Tür, aber bleib. Oh. Schweigend drehte ich mich um und ging über den weichen Teppich zur Tür. Sie schloss sich mit einem schweren Klick. Schließ ab. Ich drehte den Schlüssel und spürte ihn näher kommen, bis sein Atem warm über meine Nacken blies. Lass mich dich berühren. Lass mich etwas tun. Er verstand. Er wusste, was er mir geben konnte. Ablenkung. Erleichterung. Lust im Angesicht der aufsteigenden Panik. Ich erwiderte nichts, weil ich wusste, das brauchte ich nicht. Schließlich hatte ich die Tür zugemacht und verriegelt. Aber dann fühlte ich seine Lippen, ein weicher Druck an meiner Schulter. Auf meinem Nacken. Du riechst wunderbar. Er löste den Knoten in meinem Nacken, der das Kleid zusammenhielt. Ich rieche danach immer noch stundenlang nach dir. Er fügte nicht hinzu, ob das gut oder schlecht war, aber ich merkte, dass mir das egal war. Mir gefiel, dass er mich roch, auch wenn ich schon weg war. Seine Hände glitten über meine Hüften. Mit einer einzigen flüssigen Bewegung drehte er mich zu sich um und beugte sich vor, um mich zu küssen. Es war anders als sonst. Sein Mund war weich, fast fragend. Es war nichts Zögerndes an dem Kuss. Es war nie etwas Zögerndes an diesem Mann. Aber dieser Kuss fühlte sich ehrfürchtiger an und weniger als das Resultat eines verlorenen Kampfes. Er schob das Kleid von meinen Schultern. Es bauschte sich zu meinen Füßen, als er zurücktrat und gerade so viel Raum zwischen uns entstand, dass die kühle Luft um uns herum seine Wärme von meiner Haut wusch. Du bist wunderschön. Bevor ich seine Worte verarbeiten konnte und wie sanft er sie gesagt hatte, lehnte er sich grinsend für einen Kuss vor, während er zugleich meinen Slip packte und ihn von mir riss. Das hingegen kannten wir beide. Ich wollte an seine Hose fassen, doch er trat kopfschüttelnd zurück, legte seine Hand zwischen meine Beine, fand weiche, feuchte Haut. Sein Atem an meiner Wange ging schneller, und seine Finger waren irgendwie zugleich vorsichtig und hart. Seine Stimme klang tief, ob Zöhn, als er mir sagte, dass ich schön sei, so dreckig sei. Mir sagte, dass ich eine Nervensäge sei, und welche großartigen Gefühle ich in ihm weckte. Er sagte mir, wie sehr er sich nach der Art verzehrte, wenn ich kam, den Lauten, die ich dabei machte. Und selbst als ich dann kam, keuchend und mich an den Schultern seines Anzugs festhaltend, konnte ich nur daran denken, dass ich ihn ebenfalls anfassen wollte. Dass ich hören wollte, wie er sich auf die gleiche Weise in mir verlor. Und das ängstigte mich. Er zog seine Finger heraus, fuhr dabei über meine hyperempfindliche Klitt und verursachte damit, dass ich unwillkürlich erbebte. »Entschuldige, entschuldige«, flüsterte er und küßte meine Wangen, mein Kinn, mein... nicht. Ich drehte meinen Mund von seinem weg. Die plötzliche Intimität, die er anbot, nach all dem, was an diesem Tag schon geschehen war, war zu verwirrend, zu viel. Seine Stirn ruhte für ein paar Sekunden auf meiner, bevor er nickte. Einmal kurz. Plötzlich begriff ich etwas, das mich völlig umhaute. Ich war immer davon ausgegangen, er würde die ganze Macht innehaben und ich keine. Aber in diesem Moment wusste ich, dass ich genauso viel Macht über ihn haben konnte, wie ich wollte. Ich musste nur mutig genug sein, sie zu ergreifen. Ich werde dieses Wochenende die Stadt verlassen. Ich weiß nicht, wie lange ich weg sein werde. Nun, dann kehren Sie besser zur Arbeit zurück, solange Sie noch hier sind, Miss Mills. Als es am Donnerstagmorgen dämmerte, wusste ich, dass wir uns irgendwie miteinander besprechen mussten. Freitag würde ich nicht im Büro sein, weshalb der heutige Tag der letzte war, bevor sie die Stadt verließ. Sie war den gesamten Vormittag mit ihrem Doktorvater zusammen gewesen und ich spürte, wie ich immer nervöser wurde wegen... allem. Ich war mir ziemlich sicher, dass unser Zusammensein in meinem Büro tags zuvor uns beiden gezeigt hatte, wie sie mehr und mehr Besitz von mir ergriff. Ich wollte fast die ganze Zeit über mit ihr zusammen sein und das nicht nur nackt und animalisch. Mir reicht es schon, nur in ihrer Nähe zu sein. Dabei hatte mir mein eigenes Bedürfnis nach Selbstschutz die ganze Woche über heftig zugesetzt. Was hatte sie gesagt? Mir gefällt nicht, dass ich das will. Das ist nicht gut für mich. Erst als Mina uns entdeckt hatte, verstand ich ernsthaft, was Chloe meinte. Ich hasste mein Verlangen nach ihr, weil ich mich zum ersten Mal in meinem Leben nicht in der Lage sah, jemanden aus meinem Kopf zu verdrängen und mich auf die Arbeit zu konzentrieren. Aber niemand, nicht mal meine Familie, würde es mir vorwerfen, dass ich mich zu Chloe hingezogen fühlte. Sie dagegen hätte für immer das Image einer Frau, die sich hochschläft. Für jemanden, der so klug und ambitioniert war wie sie, würde diese Assoziation ein fortwährender und schmerzhafter Stachel in ihrem Fleisch sein. Sie hatte recht, es würde uns gut tun, mehr Distanz zu wahren. Diese Anziehungskraft, die wir beide spürten, wenn wir zusammen waren, war absolut ungesund. Nichts Gutes konnte daraus entstehen, und ich beschloss erneut, die Zeit der Trennung dazu zu nutzen, mich wieder aufs Wesentliche zu konzentrieren. Als ich nach dem Mittagessen ins Büro kam, war ich überrascht, sie schwer beschäftigt vor ihrem Computer vorzufinden. Ich wusste nicht, dass sie heute Nachmittag im Büro sein würden. Ich versuchte, jegliche Emotionen aus meiner Stimme herauszuhalten. Ja, ich wollte noch ein paar letzte Dinge für San Diego organisieren, und ich muss auch noch mit ihnen besprechen, wie es während meiner Abwesenheit weitergeht, sagte sie, ohne von ihrem Bildschirm aufzuschauen. Möchten Sie dann mit in mein Büro kommen? Nein, erwiderte sie rasch. Ich denke, das können wir auch hier draußen klären. Sie sah verschmitzt zu mir auf und zeigte dann auf den Stuhl ihr gegenüber. Möchten Sie sich nicht setzen, Mr. Ryan? Ah, Heimvorteil. Ich setzte mich ihr gegenüber. Ich weiß, dass Sie morgen Außentermine haben, deshalb sehe ich für mich eigentlich keine Notwendigkeit, anwesend zu sein. Mir ist klar geworden, dass Sie nicht gerne eine Assistentin haben, aber ich habe Ihnen für die kommenden zwei Wochen, in denen ich nicht da sein werde, eine Aushilfskraft organisiert. Sarah liegt bereits eine ausführliche Liste vor, mit ihren Terminen und den Sachen, die Sie benötigen. Ich glaube nicht, dass es irgendwelche Probleme geben wird, aber für alle Fälle hat sie mit mir besprochen, ein Auge auf Sie zu haben. Sie hob herausfordernd die Brauen, und ich verdrehte als Antwort die Augen. Sie fuhr fort. Sie haben meine Telefonnummern und auch die vom Haus meines Vaters in Bismarck, falls Sie etwas brauchen. Sie begann die Liste vor sich durchzugehen. Wie cool und effizient sie doch war. Nicht, dass ich mir dessen nicht bereits bewusst gewesen wäre, aber es schien mir jetzt irgendwie noch ein bisschen deutlicher zu sein. Unsere Blicke trafen sich, und sie fuhr fort. Ich werde ein paar Stunden vor Ihnen in Kalifornien ankommen, also gabel ich Sie wohl am besten einfach am Flughafen auf. Wir starrten uns minutenlang stumm an, und ich war mir beinahe sicher, dass wir das Gleiche dachten. San Diego würde ein gigantischer Test werden. Die Stimmung im Raum begann sich langsam zu verändern. Unser Schweigen sagte mehr, als Worte es jemals konnten. Ich biss die Zähne zusammen. Ihre Atmung hatte sich deutlich beschleunigt. Es kostete mich meine gesamte Kraft, nicht um den Tisch herum zu sprinten und sie zu küssen. Also werde ich Sie dann in San Diego treffen. Ja. Eine gute Fahrt, Miss Mills, sagte ich, und stellte erleichtert fest, dass man meiner Stimme nicht anmerken konnte, wie sehr ich innerlich mit mir kämpfte. Ich stand auf, blieb aber noch einen Moment lang stehen und fügte schließlich hinzu, Ich hoffe, mit Ihrem Vater ist alles okay? Dann nickte ich ihr kurz zu, ging in mein Büro und schloss die Tür hinter mir. Den Rest des Tages sah ich Sie nicht mehr, und unser kühler Abschied kam mir ausnahmsweise einmal vollkommen falsch vor. Das ganze Wochenende überdachte ich darüber nach, wie es sein würde, wenn sie für zwei Wochen weg war. Es war sicher schön, einen Arbeitstag ohne Ablenkung zu genießen. Auf der anderen Seite fragte ich mich, ob es sich nicht merkwürdig anfühlen würde, sie nicht da zu haben. Sie war in dem letzten Jahr zu so etwas wie einer Konstanten in meinem Leben geworden, Und egal, welche Differenzen wir hatten, so war es doch beruhigend gewesen, sie um mich zu haben. Sarah kam am Montag um Punkt neun in mein Büro und strahlte mich an. Ihr folgte eine attraktive Brünette, Anfang zwanzig, die als Kelsey vorgestellt wurde, meine Vertretungsassistentin. Sie sah mich mit einem etwas schüchternen Lächeln an, und ich beobachtete, wie Sarah ihr beruhigend eine Hand auf die Schulter legte. In diesem Moment beschloss ich, meine Chance zu nutzen und allen zu beweisen, dass mein Ruf allein das Ergebnis meiner Zusammenarbeit mit jemandem so dickköpfigen wie Miss Mills war. Ich freue mich, sie kennenzulernen, Kelsey. Freundlich lächelnd streckte ich meine Hand aus. Sie sah mich merkwürdig an, mit einem etwas glasigen Gesichtsausdruck. Ich freue mich auch, sie kennenzulernen, Sir, erwiderte sie und blickte zurück zu Sarah. Sarah sah fragend auf meine Hand und dann wieder in mein Gesicht, bevor sie sich an Kelsey wandte. Okay, nun, wir sind bereits alle Infos von Chloe durchgegangen. Hier ist die Tisch. Sie führte die Aushilfskraft zu Miss Mills Stuhl. Ein merkwürdiges Gefühl beschlich mich, als ich jemand anderen dort sitzen sah. Ich spürte, wie mein Lächeln in sich zusammenfiel und wandte mich zu Sarah um. Sollte sie irgendetwas brauchen, wird sie ihnen Bescheid geben. Ich bin jetzt in meinem Büro. Kelsey kündigte noch vor dem Mittagessen. Anscheinend hatte ich etwas barsch reagiert, als sie ein kleines Feuer in der Mikrowelle des Pausenraums ausgelöst hatte. Das Letzte, was ich von ihr sah, war, wie sie heulend aus meiner Tür rannte und irgendwas von feindlicher Arbeitsatmosphäre schluchzte. Die zweite Aushilfskraft kam gegen zwei Uhr am gleichen Nachmittag in Form eines jungen Mannes namens Isaac. Isaac wirkte äußerst intelligent und ich freute mich darauf, mit jemand anderem als einer emotionalen Frau zusammenzuarbeiten. Ich ertappte mich, wie ich angesichts der neuen Situation lächelte. Nur leider hatte ich mich zu früh gefreut. Jedes Mal, wenn ich an Isaac von dem Computer vorbeiging, war er online und sah sich mit lustigen Überschriften versehene Katzenbilder oder Musikvideos an. Er schloss zwar jedes Mal rasch das Fenster, aber zu Isaacs Unglück war ich kein totaler Idiot. Ich bat Isaac diplomatisch, am nächsten Tag nicht wiederzukommen. Die dritte war nicht besser. Ihr Name war Jill. Sie quatschte zu viel, ihre Klamotten saßen zu eng und die Art, wie sie auf dem Verschluss ihres Füllers nagte, ließ sie aussehen wie ein Tier, das versuchte, sich aus einer Falle zu befreien. Es war in keinster Weise zu vergleichen mit der Art, wie Miss Mills nachdenklich das Ende ihres Füllers zwischen den Zähnen hielt. Das war subtil und sexy. Dies hier war nichts weiter als obszön. Unakzeptabel. Am Dienstagnachmittag war sie fort. Die Woche ging ungefähr so weiter. Ich versuchte es mit fünf verschiedenen Assistenten. Mehr als einmal hörte ich meinen Bruder im Flur von meinem Büro laut lachen. Arschloch. Er arbeitete noch nicht mal auf dieser Etage. Langsam hatte ich das Gefühl, dass die Kollegen meine Misere ein bisschen zu sehr genossen und sie vielleicht dachten, dass ich nur erntete, was ich gesät hatte. Auch wenn ich absolut keinen Zweifel daran hatte, dass Miss Mills bereits durch Sarah über meine altraumhaften Erlebnisse mit den Aushilfskräften informiert worden war, erhielt ich während der ersten Wochen mehrere SMS von ihr, in denen sie nachfragte, wie es lief. Ich begann, mich auf sie zu freuen und überprüfte sogar mein Handy regelmäßig, ob ich eine Nachricht übersehen hatte. Ich gab es nicht gerne zu, denn obwohl sie so eine Furie war, hätte ich zu diesem Zeitpunkt meinen Wagen hergegeben, nur um sie zurückzubekommen. Abgesehen davon, dass ich ihren Körper vermisste, was ich geradezu verzweifelt tat, vermisste ich auch das Feuer zwischen uns. Sie wusste, dass ich ein Bastard war, und sie ertrug das. Ich hatte keine Ahnung, warum, aber sie tat es. Ich spürte, wie mein Respekt für ihre Professionalität während der ersten Woche der Trennung wuchs. Als die zweite Woche vorbeiging, ohne dass ich eine einzige SMS von ihr bekommen hatte, begann ich mich zu fragen, was sie wohl so anstellte und mit wem sie es anstellte. Kurz überlegte ich, ob sie wohl noch öfter mit Joel telefonierte. Ich war ziemlich sicher, dass sie sich nicht wiedergesehen hatten, und zwischen ihr und mir herrschte Waffenstillstand bezüglich des Blumenvorfalls. Trotzdem fragte ich mich, ob er sie jemals wieder angerufen hatte und ob er es erneut versuchen würde, wenn sie zu Hause war. Zu Hause. War sie jetzt zu Hause bei ihrem Vater, oder empfand sie Chicago als ihr Zuhause? Mir kam das erste Mal in den Sinn, dass sie, wenn ihr Vater sehr krank sein sollte, beschließen könnte, zurück nach North Dakota zu ziehen, um bei ihm zu sein. Scheiße. Am Sonntagabend begann ich, für meinen Flug zu packen. Plötzlich hörte ich mein Handy piepsen, das neben dem Koffer auf dem Bett lag. Ich spürte einen leichten Kick, als ich ihren Namen auf dem Bildschirm las. Hole sie morgen um elf Uhr dreißig ab. Terminal B in der Nähe der Ankunftsmonitore. Bitte SMS, Ankunft. Einen Moment hielt ich inne. Plötzlich wurde mir klar, dass wir uns morgen wiedersehen würden. Mach ich. Danke. Gern geschehen. Alles okay? Es erstaunte mich, dass sie mich nach dem Rest meiner Woche fragte. Wir befanden uns hier auf ungeheurem Neuland. Während der Arbeit hatten wir uns ständig gesimst oder gemailt, aber es hatte sich normalerweise auf strikte Ja- und Nein-Antworten beschränkt. Niemals irgendwas Persönliches. Hatte sie vielleicht eine ähnlich frustrierende Woche gehabt wie ich? Großartig. Und bei Ihnen? Wie geht es Ihrem Vater? Lachend drückte ich auf Senden. Das Ganze wurde immer merkwürdiger. Weniger als eine Minute später erhielt ich noch eine SMS. Es geht ihm gut. Ich hab ihn vermisst, bin aber froh, heimzukommen. Heimzukommen. Ich schluckte bei dem Wort. Meine Brust war plötzlich zu eng. Bis morgen. Ich stellte den Wecker auf meinem Handy ein, legte es auf den Nachttisch und setzte mich neben mein Gepäck aufs Bett. In weniger als zwölf Stunden würde ich sie sehen. Und ich wusste nicht so richtig, wie ich das finden sollte. Wie erhofft hatte mir der Flug nach San Diego Zeit zum Nachdenken gegeben. Nach dem Besuch bei meinem Vater fühlte ich mich geliebt und ausgeruht. Sein Termin beim Gastroenterologen hatte uns beide beruhigt, weil der Tumor gutartig war. Wir hatten viel Zeit damit verbracht, uns zu unterhalten und uns gemeinsam an Mom zu erinnern, hatten sogar einen Besuch von ihm in Chicago geplant. Zu dem Zeitpunkt, als er mir einen Abschiedskuss gab, fühlte ich mich so gut auf die Situation vorbereitet, wie es nun möglich war. Zwar war ich fürchterlich nervös, weil ich Mr. Ryan wieder treffen würde, aber ich hatte mir selbst die beste Standpauke gehalten, die mir einfiel. Ich hatte ein bisschen im Internet geschoppt und besaß einen Koffer voll neuer Dessous. Lange und gründlich hatte ich über meine Möglichkeiten nachgedacht, und ich war mir ziemlich sicher, dass ich einen guten Plan hatte. Der erste Schritt bestand darin, zuzugeben, dass ich dieses Problem nicht nur in seiner Nähe hatte. 2000 Meilen entfernt von ihm zu sein, hatte kein Stück dazu beigetragen, mein Verlangen zu lindern. Beinahe jede Nacht hatte ich von ihm geträumt und war morgens frustriert und einsam aufgewacht. Ich hatte viel zu viel Zeit gehabt, darüber nachzudenken, was er gerade tat, mich zu fragen, ob er genauso verwirrt war wie ich. Noch dazu hatte ich versucht, so viele Informationen wie möglich von Sarah darüber zu bekommen, wie es im Büro lief. Es war schon ein interessantes Gespräch gewesen, als sie mich anrief und mich über meine Vertretung informierte. Ich hatte hysterisch gelacht, als ich von dem ständigen Wechsel der Aushilfen hörte. Natürlich fiel es Bennet schwer, jemanden bei sich zu behalten. Er war ein Arschloch. Ich war an seine ständig wechselnden Launen gewöhnt und an seine barsche Art. Auf der beruflichen Ebene lief unsere Beziehung wie ein Uhrwerk. Die persönliche Ebene dagegen war ein Albtraum. Beinahe jeder wusste das. Sie wussten nur nicht, welche Ausmaße das annahm. Ich dachte oft an unseren letzten Tag zusammen. Etwas in unserer Beziehung war dabei, sich zu verändern, und ich wusste nicht so richtig, wie ich das finden sollte. Egal wie häufig wir sagten, dass es nicht wieder passieren würde, es passierte trotzdem. Es erschreckte mich, dass dieser Mann, der so vollkommen falsch für mich war, mehr Macht über meinen Körper hatte als ich selbst. Egal wie sehr ich versuchte, mich vom Gegenteil zu überzeugen. Auf gar keinen Fall wollte ich die Frau sein, die ihre Karriere für einen Mann opferte. Während ich im Ankunftsbereich wartete, redete ich mir ein letztes Mal gut zu. Ich würde das schaffen. Oh Gott, hoffentlich würde ich es wirklich schaffen. Die Schmetterlinge in meinem Bauch machten Überstunden, und ich befürchtete für einen kurzen Moment, ich müsste mich übergeben. Sein Flieger hatte in Chicago Verspätung, und es war nach 18.30 Uhr, als er endlich in San Diego landete. Während die Zeit im Flieger gut gewesen war zum Nachdenken, hatten die sieben zusätzlichen Stunden am Boden nur an meinen Nerven gezerrt. Um ihn in der Menge besser entdecken zu können, stand ich auf Zehenspitzen. Dennoch konnte ich ihn nicht entdecken. Ich sah auf mein Handy und las noch einmal seine SMS. Gelandet. Bis gleich. Es war nichts Gefühlvolles an der SMS, aber mir wurde trotzdem flau im Magen. Unsere Kurznachrichten letzte Nacht waren genauso gewesen. Nicht, dass wir irgendwas Besonderes geschrieben hätten, ich hatte einfach nur gefragt, wie der Rest seiner Woche verlaufen war. In anderen Beziehungen war das sicherlich nichts Außergewöhnliches, aber für uns war das vollkommen neu. Vielleicht bestand ja eine Chance, dass wir tatsächlich über unser ständiges gegenseitiges Anfalten hinwegkamen und stattdessen, »Was wurden?« »Freunde?« Mit einem dicken Kloß im Magen ging ich in der Halle auf und ab, versuchte, meinen Verstand auf Hochtouren zu bringen und meinen Herzschlag zu beruhigen. Plötzlich hielt ich, ohne darüber nachzudenken, mitten im Gehen inne und drehte mich zu der hereinströmenden Menge um, suchte ihn in dem Meer an unbekannten Gesichtern. Mein Atem stockte, als ich einen vertrauten Haarschopf oberhalb der anderen entdeckte. »Reiß dich zusammen, Chloé, verdammt noch mal!« Erneut versuchte ich, meinen Körper unter Kontrolle zu bekommen und sah dann wieder auf. Scheiße! Ich war sowas von am Arsch. Da war er, und er sah noch besser aus als je zuvor. Wie zum Teufel kann jemand innerhalb von nur neun Tagen noch schöner werden und auch noch direkt nach einem Flug gut aussehen. Er war um einiges größer als die anderen um ihn herum, die Art von Größe, die ihn in einer Menge hervorstechen ließ, und ich dankte dem Universum dafür. Sein dunkles Haar war so verwuschelt wie immer. Zweifellos war er sich innerhalb der letzten Stunde hundertmal mit den Händen hindurchgefahren. Er trug eine dunkle Hose, einen dunkelgrauen Blazer und ein weißes Hemd mit offenem Kragen. Müde sah er aus, und in seinem Gesicht zeigte sich ein Bartschatten, aber das war es nicht, warum mein Herz so rasend schnell schlug. Er hatte zu Boden gesehen, doch als unsere Blicke sich trafen, verzog sich sein Gesicht zu dem glücklichsten Lächeln, das ich je gesehen hatte. Bevor ich es verhindern konnte, fühlte ich, wie auch ich, wie ein Honigkuchenpferd zu grinsen begann. Er blieb vor mir stehen, und seine Miene wurde angespannter, während wir beide darauf warteten, dass der andere etwas sagte. »Hi«, brachte ich schließlich verlegen hervor, um etwas von der Anspannung zwischen uns zu lösen. Mit jeder Faser meines Körpers sehnte ich mich danach, ihn in die Damentoilette zu ziehen, aber irgendwie bezweifelte ich, dass das die richtige Art war, seinen Chef zu begrüßen. »Nicht, dass mich das bisher interessiert hätte.« »Ähm, ei«, antwortete er mit leicht hochgezogenen Augenbrauen. »Scheiße, komm endlich wieder zu dir, Chloe.« Wir drehten uns beide um und gingen Richtung Gepäckband. Ich spürte, wie ich eine Gänsehaut bekam, nur weil ich in seiner Nähe war. »Wie war Ihr Flug?«, fragte ich, weil ich wusste, wie sehr er Linienflüge hasste, selbst wenn er First Class flog. Das hier war so was von peinlich. Ich wünschte, er würde irgendwas Dämliches sagen, damit ich ihn anmotzen könnte. Er dachte kurz nach, bevor er antwortete. »Es war ganz angenehm, als wir erst mal in der Luft waren.« »Die Flieger sind mir meist eindeutig zu voll.« Wir blieben stehen und warteten, umgeben von drängelnden Menschen, aber ich bemerkte nichts anderes als die zunehmende Spannung zwischen uns. »Und Ihr Vater, seine Gesundheit?«, fragte er einen Augenblick später. Ich nickte. »Gutartig. Danke fürs Nachfragen.« »Selbstverständlich.« Die Minuten vergingen in unangenehmer Stille, weshalb ich mehr als nur ein bisschen erleichtert war, als ich seinen Koffer auf dem Gepäckband erscheinen sah. Wir streckten uns beide im selben Moment danach aus, und unsere Hände berührten sich kurz am Griff. Als ich meine zurückzog und aufsah, bemerkte ich, dass ein Blick auf mir ruhte. Mein Magen sackte mir in die Knie, als ich den vertrauten, hungrigen Ausdruck in seinen Augen sah. Wir murmelten beide Entschuldigungen, und ich sah rasch zur Seite, aber nicht ohne vorher sein leichtes Grinsen zu bemerken. Zum Glück war es an der Zeit, den Mietwagen abzuholen, also machten wir uns auf zum Parkhaus. Er sah zufrieden aus, als wir uns dem Luxusmietwagen näherten, einem Benz SLS AMG. Er liebte es, zu fahren. Besser, er liebte es, schnell zu fahren, und ich achtete immer darauf, ihm einen Wagen zu mieten, mit dem er Spaß haben würde. »Sehr schön, Miss Mills«, sagte er anerkennend und strich mit seiner Hand über die Motorhaube. »Erinnern Sie mich bitte daran, dass ich Ihnen eine Gehaltserhöhung gebe.« Es beruhigte mich zutiefst, dass ich schon jetzt wieder den Wunsch verspürte, ihm eine reinzuhauen. Alles war so viel klarer, wenn er sich dermaßen bescheuert verhielt. Wortlos drückte ich den Knopf, um den Kofferraum zu öffnen, warf ihm einen vorwurfsvollen Blick zu und trat dann zur Seite, um ihm seine Sachen verstauen zu lassen. Er zog seinen Mantel aus und reichte ihn mir. Ich warf ihn in den Kofferraum. »Vorsicht«, mahnte er, »ich bin nicht Ihr Hotelpage, packen Sie Ihren verdammten Mantel doch selbst weg.« Lachend bückte er sich, um seinen Koffer hochzuheben. »Himmel, ich wollte doch nur, dass Sie ihn kurz für mich halten.« Oh, mit geröteten Wangen, weil ich so überreagiert hatte, beugte ich mich in den Kofferraum und nahm den Mantel heraus, strich ihn über meinem Arm glatt. »Entschuldigung.« »Warum gehen Sie immer davon aus, dass ich ein Arsch bin?« »Weil Sie es normalerweise auch sind?« Er lachte wieder, während er den Koffer verstaute. »Sie müssen mich sehr vermisst haben.« Ich wollte schon etwas antworten, wurde dann aber davon abgelenkt, wie sein Hemd sich um seine Rückenmuskeln spannte, als er seinen Koffer neben meinen stellte. Aus der Nähe sah ich, dass sein Hemd ein leichtes, graues Muster hatte und so geschnitten war, dass es genau um seine breiten Schultern und seine schmale Taille passte, ohne irgendwo zu viel Stoff übrig zu lassen. Seine Hose war dunkelgrau und frisch gebügelt. Ich war mir ziemlich sicher, dass er seine Wäsche noch nie selbst gemacht hatte, und verdammt, wer konnte ihm das Übel nehmen, wenn seine maßgeschneiderten, chemisch gereinigten Klamotten ihn so zum Vernaschen geil aussehen ließen. Stopp! Stopp! Als er den Kofferraum zuknallte, schreckte ich hoch und legte ihm die Schlüssel in seine Hand. Er ging hinüber und öffnete meine Tür, wartete, bis ich saß, bevor er sie wieder schloss. »Ja, du bist ein echter Gentleman«, dachte ich spöttisch. Wir schwiegen während der Fahrt, nur das Schnurren des Motors war zu hören und das Navi, das den Weg zum Hotel wies. Ich ging geschäftig unseren Terminplan durch und versuchte, den Mann neben mir zu ignorieren. Ich wollte ihn ansehen, sein Gesicht ausgiebig betrachten. Ich wollte eine Hand ausstrecken und die Bartstoppeln auf seinem Kinn berühren, ihm sagen, dass er an den Rand fahren und mich anfassen sollte. All diese Gedanken gingen mir durch den Kopf, machten es mir unmöglich, mich auf die Unterlagen vor mir zu konzentrieren. Die Zeit der Trennung hatte seine Macht über mich letztlich nicht vermindert. Wenn überhaupt, hatte sie sie eher vergrößert. Ich wollte ihn fragen, wie seine letzten zwei Wochen gewesen waren. Ich wollte tatsächlich wissen, wie es ihm ging. Seufzend schloss ich die Akte auf meinem Schoß und starrte aus dem Fenster. Wir mussten am Meer vorbeigefahren sein und dann Schiffen und Menschen auf der Straße, aber ich sah nichts davon. Das Einzige, woran ich denken konnte, war hier im Wagen. Ich spürte jede Bewegung, jeden Atemzug. Seine Finger klopften auf das Lenkrad. Das Leder quietschte, als er seine Sitzposition veränderte. Sein Duft erfüllte den geschlossenen Raum und machte es unmöglich, mich daran zu erinnern, warum ich ihm widerstehen musste. Er umgab mich ganz und gar. Ich musste stark sein und mir selbst treu bleiben, um mir zu beweisen, dass ich mein Leben wirklich in der Hand hatte. Aber jeder Teil von mir verzerrte sich nach ihm. Im Hotel würde ich mich rasch sammeln müssen, bevor diese Konferenz und meine guten Vorsätze mir entglitten. Alles in Ordnung, Miss Mills? Beim Klang seiner Stimme schreckte ich auf, und ich wandte mich ihm zu, sah in seine haselnussbraunen Augen, und mein Magen begann bei der Intensität dieses Blickes zu flattern. Wie hatte ich vergessen können, wie lang seine Wimpern waren? Wir sind da. Er zeigte zum Hotel hinüber, und ich stellte überrascht fest, dass ich es nicht bemerkt hatte. Ist alles in Ordnung? Ja, erwiderte ich rasch. Es war nur ein langer Tag. Hm, murmelte er, mehr zu sich selbst, während er mich weiterhin betrachtete. Ich sah, wie sein Blick zu meinem Mund wanderte, und, Gott, ich wollte, dass er mich küsste. Ich vermisste die Macht seines Mundes auf meinem, als ob es nichts in der Welt gäbe, dass er mehr wollte, als mich zu schmecken. Und manchmal vermutete ich, dass er wirklich so empfand. Als ich zu ihm hinübergezogen wurde, lehnte ich mich in meinem Sitz vor. Die Luft flirrte vor Spannung, und sein Blick flackerte zurück zu meinen Augen. Er lehnte sich vor, um mir entgegenzukommen, und ich spürte seinen heißen Atem an meinem Mund. Plötzlich öffnete sich meine Tür. Ich sprang zurück in meinen Sitz, schockiert, draußen einen Hotelpagen erwartungsvoll stehen zu sehen, mit ausgestreckter Hand. Ich stieg aus dem Wagen aus, atmete tief die frische Luft ein, die nicht von seinem betäubenden Duft durchdrungen war. Der Page nahm die Koffer, und Mr. Ryan entschuldigte sich, um einen Telefonanruf anzunehmen, während ich uns eincheckte. Das Hotel war bereits voller Konferenzteilnehmer, und ich sah ein paar vertraute Gesichter. Ich hatte vor, mich während dieser Reise mit einer Gruppe anderer Studenten aus meinem Programm zu treffen. Ich winkte einer Frau zu, die ich wiedererkannte. Es würde toll sein, mit ein paar Freunden auszugehen, während wir hier waren. Das Letzte, was ich brauchte, war abends allein in meinem Hotelzimmer zu sitzen und von dem Mann am anderen Ende des Flurs zu fantasieren. Nachdem ich unsere Schlüssel erhalten und dafür gesorgt hatte, dass der Hotelpage unsere Koffer in unsere Zimmer bringen würde, ging ich in die Lounge, auf der Suche nach Mr. Ryan. Der Begrüßungsempfang hatte bereits begonnen, und als ich mich in dem großen Raum umsah, entdeckte ich ihn neben einer großen Brünetten. Sie standen dicht nebeneinander, und mit leicht geneigtem Kopf lauschte er ihr aufmerksam. Sein Kopf verdeckte ihr Gesicht, aber meine Augen wurden schmaler, als ich sah, wie sie ihn am Unterarm berührte. Sie lachte über irgendwas, das er gesagt hatte, und zog sich leicht zurück, sodass ich einen besseren Blick auf sie hatte. Sie war sehr hübsch, mit schulterlangem, glattem, dunklem Haar. Ich beobachtete, wie sie etwas in seine Hand legte und seine Finger darum schloss. Sein Gesicht nahm einen merkwürdigen Ausdruck an, als er sich vorbeugte, um den Gegenstand in seiner Hand zu betrachten. Das konnte doch nicht wahr sein. Hatte sie, hatte sie ihm gerade ihren Zimmerschlüssel gegeben? Einen Moment lang sah ich einfach nur zu. Doch als er weiter auf die Schlüsselkarte starrte, als würde er überlegen, sie gleich einzustecken, setzte etwas in mir aus. Allein der Gedanke, dass er eine andere Frau mit der gleichen Intensität ansah, dass er eine andere Frau überhaupt wollte, ließ mich vor Wut fast überkochen. Bevor ich mich daran hindern konnte, ging ich schon quer durch den Raum zu ihnen hinüber. Ich legte meine Hand auf seinen Unterarm, und er blinzelte mich überrascht mit fragender Miene an. »Bennett, bist du so weit, dass wir nach oben gehen können?«, fragte ich ruhig. Er riss die Augen auf, sein Mund stand offen. Ich hatte ihn noch nie so sprachlos gesehen. Und dann wurde mir klar, ich hatte ihn noch nie bei seinem Vornamen genannt. »Bennett?«, fragte ich noch mal, und etwas in seiner Miene veränderte sich. Langsam hoben sich seine Mundwinkel zu einem Lächeln, und wir sahen uns für einen Moment tief in die Augen. Er drehte sich wieder zu ihr um, lächelte nachsichtig und sprach dann mit so sanfter Stimme, dass es Schauer durch mich hindurch jagte, »Entschuldigen Sie.« Er drückte ihr den Schlüssel unauffällig zurück in die Hand, »Wie Sie sehen, bin ich nicht allein hier.« Das berauschende Siegesgefühl in meiner Brust überschattete vollkommen die Angst, die ich eigentlich hätte empfinden müssen. Er drückte seine warme Hand an mein Kreuz, als er uns aus der Lounge hinaus und den Flur hinunterführte. Aber je mehr wir uns den Fahrstühlen näherten, desto mehr wurde meine Euphorie von etwas anderem ersetzt. Panik überkam mich, als mir klar wurde, wie irrational ich mich verhalten hatte. Die Erinnerung an unser ständiges Katz-und-Maus-Spiel erschöpfte mich. Wie häufig im Jahr war er unterwegs, und wie oft bekam er vermutlich einen Zimmerschlüssel in die Hand gedrückt. Würde ich jedes Mal dabei sein, um ihn zurückzuhalten? Und wenn nicht, würde er fröhlich mit einer anderen nach oben gehen? Und mal ernsthaft, wer, scheiße noch mal, glaubte ich eigentlich, für ihn sein zu können? Es sollte mir egal sein. Mein Herz raste, und ich hörte mein Blut rauschen. Neben uns waren noch drei weitere Paare im Fahrstuhl, und ich betete, dass ich es zu meinem Zimmer schaffen würde, bevor ich explodierte. Ich konnte nicht fassen, was ich gerade getan hatte. Ich sah zu ihm auf. Er hatte ein triumphierendes Grinsen im Gesicht. Während ich Tiefluft holte, versuchte ich mir klarzumachen, dass das genau der Grund war, warum ich mich von ihm fernhalten sollte. Was da unten passiert war, war so überhaupt nicht meine Art, und es war vollkommen unprofessionell von uns beiden in solch einem beruflichen Kontext. Ich wollte ihn anschreien, ihm wehtun und so wütend machen, wie er mich gemacht hatte, aber es wurde immer schwieriger, den Willen dafür aufzubringen. Wir fuhren schweigend nach oben, bis das letzte Paar ausgestiegen war und uns allein ließ. Ich schloss die Augen und versuchte einfach nur, ruhig zu atmen. Aber natürlich roch ich dabei ihn. Ich wollte nicht, dass er mit einer anderen zusammen war. Dieses Gefühl war so überwältigend, dass es mir den Atem nahm. Und es war beängstigend, denn wenn ich ehrlich zu mir war, dann konnte er mir das Herz brechen. Er konnte mich brechen. Der Fahrstuhl kam zum Halten. Mit einem leisen Klingeln öffneten sich die Türen zu unserem Stockwerk. »Chloe«, forderte er mich auf, während er seine Hand leicht gegen meinen Rücken drückte. Ich drehte mich um und rannte aus dem Fahrstuhl. »Wo gehst du hin?« rief er mir nach. Ich hörte seine Schritte und wusste, dass es Ärger geben würde. »Chloe, warte!« Ewig konnte ich ihm nicht davonlaufen, und ich wusste auch nicht, ob ich das noch wollte. Tausende von Gedanken schnellten mir in diesem Augenblick durch den Kopf. Wir konnten so nicht weitermachen. Entweder es würde weitergehen, oder es musste aufhören. Jetzt. Es beeinflusste meinen Job, meinen Schlaf, mein Denkvermögen, mein verdammtes Leben. Aber so sehr ich auch versuchte, mich selbst zu verarschen, ich wusste, was ich wollte. Ich konnte sie nicht gehen lassen. Sie sprintete geradezu den Flur hinunter, aber ich rannte hinter ihr her. »Du kannst nicht sowas durchziehen wie das gerade, und dann erwarten, dass ich dich gehen lasse.« »Und wie ich das kann!« brüllte sie über die Schulter. Sie gelangte vor ihrem Zimmer an und fummelte hektisch mit ihrer Schlüsselkarte herum, bis sie sie schließlich in den Schlitz steckte. Ich erreichte die Tür genau in dem Moment, als sie sie aufbekam, erhaschte kurz ihren Blick, bevor sie hineinrannte und versuchte, eilig die Tür hinter sich zu schließen. Rasch streckte ich die Hand aus und drückte die Tür so gewaltsam auf, dass sie gegen die Wand dahinter donnerte. »Was zum Teufel machst du da?« schrie sie. Sie trat in das Badezimmer, das gegenüber der Eingangstür lag, und wirbelte zu mir herum. »Hörst du endlich auf, von mir wegzulaufen?« Ich folgte ihr, und meine Stimme heilte in dem kleinen Raum wieder. »Falls es um die Frau unten geht!« Bei diesen Worten sah sie noch wütender aus, falls das überhaupt möglich war, und trat ein Schritt auf mich zu. »Wag es bloß nicht, so etwas zu behaupten! Ich hab mich noch nie wie eine eifersüchtige Freundin benommen!« Sie schüttelte angewidert den Kopf, bevor sie sich dem Waschtisch zuwendete und in ihrer Handtasche herumkramte. Ich starrte sie an, während sie zunehmend frustrierter wirkte. Worum sonst konnte es gehen? Ich war vollkommen fassungslos. Normalerweise, wenn sie wütend wurde, presste ich sie gegen eine Wand und wäre jetzt wahrscheinlich schon halbnackt. Diesmal schienen sie ernsthaft aufgebracht zu sein. »Glaubst du, ich bin an irgendeiner der hergelaufenen Frau interessiert, die mir ihren Zimmerschlüssel in die Hand drückt? Für was für einen Scheißtyp hältst du mich eigentlich?« Sie warf eine Bürste auf den Waschtisch und sah wütend zu mir auf. »Fragst du das im Ernst? Ich weiß, dass du das schon mal getan hast. Nur Sex, sonst nichts. Ich bin mir sicher, du kriegst ständig Zimmerschlüssel.« Ich wollte schon etwas entgegnen, denn ganz ehrlich, ich hatte schon Beziehungen gehabt, in denen es um nichts als Sex gegangen war. Auch wenn das hier mit Chloe schon seit einer Weile nicht mehr nur Sex war. Doch sie kam mir zuvor. »Ich habe noch nie etwas gemacht, das dem hier nur im Entferntesten ähnelte, und ich weiß nicht mehr, wie ich damit umgehen soll.« Ihre Stimme wurde mit jedem Wort lauter. »Aber wenn ich mit dir zusammen bin, dann ist es, als würde sonst nichts zählen. Diese, diese Sache«, fuhr sie fort und zeigte zwischen uns, »das bin nicht ich. Es ist, als würde ich zu einem anderen Menschen, wenn ich mit dir zusammen bin, und ich hasse das. Ich kann das nicht tun, Bennet. Mir gefällt die Frau nicht, zu der ich dann werde. Ich arbeite hart. Mein Job ist mir wichtig. Ich bin klug. Nichts davon wird mir irgendein Scheiß zählen, wenn die Leute herausfinden, was zwischen uns vor sich geht. Such dir eine andere.« »Ich habe dir schon gesagt, ich war mit keiner anderen zusammen, seitdem wir das hier begonnen haben.« »Das bedeutet nicht, dass du keinen Zimmerschlüssel annehmen wirst, wenn dir jemand in die Hand drückt. Was hättest du getan, wenn ich nicht dabei gewesen wäre?« Ohne zu zögern sagte ich, ihn zurückgegeben. Aber sie lachte nur ungläubig. »Hör zu! Diese ganze Sache raubt mir gerade die letzte Kraft. Ich will nichts weiter als duschen und dann ins Bett gehen.« Es war beinahe unmöglich, mir vorzustellen, dass ich sie zurückließ und dies ungeklärt blieb. Aber sie war bereits zur Dusche gegangen und hatte sie angestellt. An der Tür zum Hotelflur sah ich mich noch einmal nach ihr um, wie sie dort von Dampf umgeben stand, mir hinterher schaute. Scheiße! Sie sah genauso hin- und hergerissen aus, wie ich mich fühlte. Ohne nachzudenken ging ich durch den Raum, nahm ihr Gesicht zwischen meine Hände und zog sie zu mir heran. Als unsere Lippen sich trafen, gab sie ein ersticken Laut von sich, als ob sie kapitulieren würde und vergrub ihre Hände in meinem Haar. Ich küsste sie härter, saugte ihre Laute ein, machte ihre Lippen zu meinen. Ihr Geschmack gehörte nur mir. »Lass uns für eine Nacht Frieden schließen«, sagte ich schließlich und drückte drei kleine Küsse auf ihre Lippen, einen an jeder Seite und einen längeren in der Mitte ihrer Lippen. »Gib mir alles von dir für eine Nacht. Halt nichts zurück. Bitte, Chloe. Ich lass dich danach in Ruhe. Ich hab dich zwei Wochen lang nicht gesehen und ich brauche dich einfach heute Nacht.« Sie starrte mich für ein paar schmerzhafte Sekunden an, während sie eindeutig mit sich kämpfte, und dann, mit einem leisen, bittenden Laut, zog sie mich zu sich herunter, stellte sich auf die Zehenspitzen, um mir so nah wie möglich zu kommen. Meine Lippen waren rau und unnachgiebig, aber sie bewegte sich nicht fort von mir, drückte ihre Kurven an mich. Es gab für mich nichts mehr auf der Welt, außer ihr. Wir stießen gegen die Wand, den Waschtisch, die Duschkabine, schoben und zogen uns in unserer Verzweiflung hin und her. Der Raum war jetzt vollkommen mit Dampfordnen gefüllt, und nichts schien mir real zu sein. Ich konnte sie riechen, schmecken, fühlen, aber nichts davon war genug. Unsere Küsse wurden tiefer, unsere Berührungen wilder. Ich packte ihren Hintern, ihre Schenkel, ließ meine Hände über ihre Brüste gleiten, musste alles an ihr gleichzeitig berühren. Sie drückte mich gegen die Wand, und ein warmer Schwall lief mir über die Schulter, und die Brust hinunter, holte mich aus meiner Trance. Wir waren in voller Montur in die Dusche gestiegen. Wir wurden bis auf die Haut nass. Es war uns egal. Ihre Hände fuhren hektisch über meinen Körper, zogen mir das Hemd aus der Hose. Mit zitternden Fingern knöpfte sie's auf, riss in ihrer Eile dabei ein paar Knöpfe ab, bevor sie den nassen Stoff über meine Schultern schob und ihn dann aus der Dusche warf. Der nasse Seidenstoff ihres Kleides klebte fest an ihr, betonte jede Kurve. Ich fuhr über ihre Brüste, spürte ihre harten Nippel unter dem zarten Material. Sie stöhnte und legte ihre Hand auf meine, lenkte meine Bewegung. Sag mir, was du willst. Meine Stimme war rauf vor Verlangen. Sag mir, was für Sachen ich mit dir machen soll. Ich weiß nicht, flüsterte sie in meinen Mund. Ich will einfach nur, dass du die Kontrolle verlierst. Eigentlich wollte ich ihr sagen, dass sie gerade Zeuge dessen wurde, dass sie's ehrlich gesagt schon seit der letzten Wochen hätte beobachten können. Aber alle Worte verflüchtigten sich, als ich mit den Händen an ihrem Oberkörper entlang fuhr, erst hinunter, dann wieder hoch unter ihr Kleid. Wir neckten uns ein bisschen und knabberten an unseren Lippen. Das Geräusch der Dusche übertönte unser Stöhn. Ich schob meine Hände in ihr Höschen und spürte ihre Wärme an meinen Fingern. Ich musste mehr von ihr sehen, also nahm ich den Saum ihres Kleides in die Hände, zog es ihr in einem Schwung über den Kopf und hielt abrupt inne, als ich sah, was darunter war. Immer noch mal. Sie versuchte, mich umzubringen. Rasch trat ich einen Schritt zurück, lehnte mich stützend gegen die Duschwand. Sie stand vor mir, pitschnass in weißen Spitzenhöschen, die an der Seite von zarten Seidenschleifen zusammengehalten wurden. Ihre Nippel waren hart und deutlich sichtbar unter dem dazu passenden BH. Ich konnte nicht anders, als die Hände auszustrecken, um sie zu berühren. Verflucht! Du bist so wunderschön! Ich fuhr mit den Fingerspitzen über ihre straffen Brüste. Ein Schauer überlief sie. Meine Hand wanderte nach oben, zu ihrem Schlüsselbein, ihren Hals entlang und schließlich zu ihrem Kinn. Wir konnten genau hier ficken, nass und glitschig gegen die Fliesen gedrückt, und vielleicht würden wir das später auch noch. Aber jetzt wollte ich mir Zeit lassen. Mein Herz schlug schneller bei dem Gedanken, dass wir die gesamte Nacht vor uns hatten. Keine Eile, kein Verstecken, kein verbissener Kampf, keine Schuldgefühle. Wir hatten eine volle Nacht alleine, und ich würde jede Minute davon mit ihr verbringen, im Bett. Ich griff hinter sie und machte die Dusche aus. Sie drückte sich an mich, presste jeden Zentimeter ihres Körpers an meinen. Ich nahm ihr Gesicht in beide Hände und küsste sie tief. Meine Zunge berührte wie selbstverständlich ihre. Sie stieß ihre Hüften gegen mich, und ich drückte die Duschtür auf, hielt Chloe beim Aussteigen fest umklammert. Anscheinend musste ich unentwegt ihre Haut berühren, ihren Rücken hinunter, über die sanfte Kurve ihres Poes, wieder seitlich hinauf bis zu ihren Brüsten. Ich musste jeden Zentimeter ihrer Haut fühlen, schmecken. Wir küssten uns noch immer, als wir unseren Weg aus dem Bad fanden. Unbeholfen durch den Flur stolperten und hektisch an unseren restlichen Klamotten rissen. Meine nassen Schuhe kickte ich einfach von mir, dann schob ich Chloe ins Schlafzimmer, während ihre Hände über meinen Bauch fuhren, nach meinem Gürtel suchten. Ich kam ihr zur Hilfe und befreite mich mit einer raschen Bewegung von Hose und Boxershorts, die zu einem nassen Haufen zusammenfielen. Mit meinen Fingern fuhr ich an ihren Rippen entlang, ließ dann meine Hände zum Verschluss ihres BHs gleiten, öffnete ihn und riss ihr ihn praktisch vom Leib. Ich zog sie näher an mich heran, und ich stöhnte in ihren Mund, als ihre harten Nippel meine Brust streiften. Die Spitzen ihres nassen Haars kitzelten meine Hände, als sie über ihren nackten Rücken fielen. Es fühlte sich an wie ein Stromschlag. Das Zimmer war dunkel. Die einzige Beleuchtung kam von dem schmalen Lichtkegel aus dem Badezimmer und dem Mond am abendlichen Himmel San Diego's. Ihre Kniekehlen stießen gegen das Bett, und meine Hände glitten hinunter zum letzten Stück Stoff zwischen uns. Mein Mund verließ ihre Lippen, wanderte ihren Hals hinunter über ihren Oberkörper, ihre Brüste. Ich hinterließ zarte, knabbernde Küsse auf ihrem Bauch und kam schließlich zu der weißen Spitze, die den Rest von ihr vor meinen Blicken verbarg. Rasch ging ich vor ihr auf die Knie, sah zu ihr auf in ihre Augen. Ihre Hände waren in meinem Haar, ihre Finger fuhren durch die verstrubbelten, feuchten Strähnen. Mit meiner Hand zog ich an einem Schleifchen, beobachtete, wie das gelöste Band von ihrer Hüfte glitt. Ein verwirrter Ausdruck huschte über ihr Gesicht, als ich meine Finger über den Seidenrand auf der anderen Seite gleiten ließ und dort das Gleiche tat. Der Stoff fiel heil von ihrem Körper, bis sie vollkommen nackt vor mir stand. Ich hatte das Höschen vielleicht nicht zerrissen, aber sie konnte verdammt sicher sein, dass ich vorhatte, dieses hübsche Ding mitzunehmen. Sie lachte, schien meine Gedanken lesen zu können. Langsam drängte ich sie rückwärts, bis sie auf dem Rand des Bettes saß, während ich noch immer vor ihr kniete und nun ihre Beine spreizte. Ich ließ meine Hände über die seidene Haut ihrer Waden gleiten, küßte sie entlang der Schenkel und zwischen den Beinen. Ihr Geschmack in meinem Mund und meinem Kopf löschte alles andere aus. Verdammt, was diese Frau nun mit mir machte! Ich drückte sie nach hinten, sodass sie auf dem Laken lag und kam endlich zu ihr nach oben, ließ meine Lippen und meine Zunge über ihren Körper wandern, während sie mich mit ihren Händen in meinem Haar dorthin lenkte, wo sie mich am meisten wollte. Ich schob ihr meinen Daumen in den Mund, sie musste mich irgendwo lutschen. Ich selbst musste meinen Mund auf ihren Brüsten haben, ihren Rippen, ihren Kiefer. Ihr Seufzer und ihr Stöhnen erfüllten den Raum und vermischten sich mit meinen. Ich war härter, als ich je zuvor gewesen war, und ich wollte mich wieder und wieder in ihr versenken. Mein Mund gelangte bei ihrem an, mein nasser Daumen strich über ihre Wange. Da zog sie mich zu sich herunter, jeder Zentimeter unserer feuchten Körper miteinander verbunden. Wir küßten uns ungestüm. Unsere Hände suchten und tasteten, während wir versuchten, einander so nah wie möglich zu kommen. Unsere Hüften rieben sich aneinander, mein Schwanz glitt gegen ihre klatschnasse Hitze. Bei jeder Berührung ihrer Klitt entfuhr ihr ein Stöhnen. Mit einer einzigen kleinen Bewegung könnte ich tief in ihr drin sein. Und das wollte ich mehr als alles andere. Aber ich musste vorher etwas von ihr hören. Als sie beim Empfangen meinen Namen gesagt hatte, hatte das etwas in mir ausgelöst. Ich verstand es noch nicht, wusste nicht, ob es vielleicht etwas bedeutete, das ich noch nicht bereit war, herauszufinden. Aber ich wusste, dass sie es für mich sagen musste. Ich musste hören, dass ich es war, den sie wollte. Musste wissen, dass sie für heute Nacht mir gehörte. Ich sterbe fast, so sehr will ich jetzt in dir drin sein, flüsterte ich ihr ins Ohr. Ihr Atem stockte und ein tiefes Stöhnen drang zwischen ihren Lippen hervor. Willst du das auch? Ja, wimmerte sie. Ihre Stimme ein Flehen und ihre Hüfte hob sich auf der Suche nach mir. Meine Spitze berührte ihre heiße Öffnung. Ich biss die Zähne zusammen, um den Moment noch ein wenig auszudehnen. Ihre Fersen fuhren meine Beine hoch und runter, bis sie sich schließlich um meine Taille schlang. Ich nahm ihre Hände und drückte sie über ihren Kopf, unsere Finger ineinander verschränkt. Bitte, Bennet, bettelte sie. Ich verliere gleich den Verstand. Ich senkte meinen Kopf, sodass wir uns an der Stirn berührten und stieß endlich tief in sie hinein. Oh, verfickt, stöhnte sie. Sag das nochmal. Ich geriet langsam außer Atem, während ich mich in sie hinein und aus ihr heraus bewegte. Bennet, verfickt nochmal. Wieder und wieder wollte ich es hören. Ich kniete mich hin und begann gleichmäßiger in sie hineinzustoßen, während unsere Hände immer noch ineinander verschlungen waren. Ich kann nicht genug davon bekommen. Ich war kurz davor, aber ich musste noch ein wenig ausharren. Zu lange war ich von ihr getrennt gewesen und keine meiner Fantasien während ihrer Abwesenheit war mit dem hier vergleichbar. Jeden Tag will ich dich so, murmelte ich an ihrer feuchten Haut. Genau so und über meinen Schreibtisch gebeugt, auf den Knien, wenn du meinen Schwanz lutscht. Wieso nur, zischte sie zwischen den Zähnen hervor, wieso nur liebe ich es, wenn du so mit mir redest. Du bist ein verdammter Wichser. Ich ließ mich wieder in sie hinab, lachte an ihrem Hals. Wir bewegten uns mühelos miteinander, schweißglatte Haut glitt über schweißnasse Haut. Mit jedem Stoß hob sie mir ihre Hüfte entgegen, ihre Beine um meine Taille zogen mich tiefer in sie hinein. Ich war so in ihr verloren, dass die Zeit still zu stehen schien. Unsere Hände umklammerten sich noch immer fest oberhalb ihres Kopfs und sie begann den Griff noch zu verstärken. Sie näherte sich immer mehr dem Höhepunkt, ihre Schreie wurden lauter. Wieder und immer wieder rief sie meinen Namen und das brachte mich immer näher an den Abgrund. Lass dich fallen! Meine Stimme war zittrig vor Verzweiflung. Ich war so kurz davor, aber ich wollte auf sie warten. Lass los, Chloe, gib dich mir hin! Oh Gott, Bennet, stöhnte sie. Sag etwas, etwas anderes. Verdammt! Mein Mädchen stand auf Dirty Talk. Bitte! Du bist so verdammt nass und heiß. Wenn du kurz davor bist, keuchte ich, errötest du überall und deine Stimme wird ganz heiser. Und es gibt nichts verflucht Perfekteres als dein Gesicht, wenn du kommst. Ihre Beine umklammerten mich noch fester. Und ich spürte, wie er Atem stockte, spürte, wie sie sich um mich herum anspannte. Dein verfluchter Schmolmund wird ganz weich und öffnet sich, wenn du für mich keuchst. Deine Augen betteln mich an, es dir ordentlich zu besorgen. Und scheiße nochmal, nichts ist besser als das Geräusch, das du machst, wenn du endlich soweit bist. Das war alles, was es brauchte. Ich vertiefte meine Stöße, hob sie mit jedem Stoß aus dem Bett. Ich hangelte mich jetzt selbst am Abhang entlang, und als sie erneut meinen Namen ausrief, konnte ich mich nicht länger zurückhalten. Sie dämpfte ihre Schreier in meinem Hals ab, während ich spürte, wie sie sich fallen ließ, sich wild unter mir zusammenzog. Nichts in der Welt fühlte sich so gut an, wie die Welle sich aufbauen und dann über uns niederbrechen zu lassen. Gemeinsam. Dann ließ ich mich ebenfalls fallen. Danach lehnte ich mein Gesicht an Iris. Unsere Nasen berührten sich, unser Atem kam schnell und hart. Mein Mund war trocken, meine Muskeln schmerzten, und ich war erschöpft. Ich löste den Griff um ihre Hände und massierte ihre Finger sanft, versuchte, das Blut wieder zum Zirkulieren zu bringen. Heilige Scheiße, entfuhr es mir. Alles fühlte sich anders an, aber vollkommen unwirklich. Ich rollte mich von ihr, schloss die Augen und versuchte, das Chaos an Gedanken zu unterdrücken. Neben mir zitterte sie. Kalt? Fragte ich. Nein, antwortete sie kopfschüttelnd. Nur überwältigt. Ich zog sie an mich heran und streckte die Hände aus, breitete die Laken über uns aus. Zwar wollte ich nicht gehen, aber ich war mir nicht sicher, ob ich bleiben durfte. Ich auch. Das Schweigen zwischen uns wehrte minutenlang an, und ich fragte mich, ob sie eingeschlafen war. Ich veränderte leicht meine Position und war überrascht, ihre Stimme zu hören. Geh nicht, sagte sie in die Dunkelheit. Ich beugte mich vor, küßte sie auf den Scheitel und atmete ihren süßen, vertrauten Duft ein. Ich gehe nirgendwo hin. Verdammt, fühlt sich das gut an. Etwas Warmes und Feuchtes hüllte meinen Schwanz ein, und ich stöhnte laut auf. Der absolut beste Traum. Traum-Chloe stöhnte, schickte Vibrationen meinen Schwanz hinauf und direkt durch mich hindurch. »Chloe«, ich hörte meine eigene Stimme und zuckte leicht zusammen. Schon hunderte Male hatte ich von ihr geträumt, aber das hier fühlte sich verdammt echt an. Die Wärme verschwand, und ich runzelte die Stirn. »Nicht aufwachen, Ben! Wach verdammt noch mal nicht vor dem hier auf!« »Sag das noch mal!« Eine sanfte, heisere Stimme bahnte sich einen Weg in mein Bewusstsein, und ich zwang mich, die Augen zu öffnen. Im Zimmer war es dunkel. Ich lag in einem fremden Bett. Die Wärme kehrte zurück. Mein Blick eilte zu meinem Schoß, wo ein hübscher, dunkler Haarschopf sich zwischen meinen geöffneten Beinen bewegte. Sie lutschte wieder an meinem Schwanz. Erinnerungen an die letzte Nacht stürmten auf mich ein, und der Dunstschleier des Schlafes lichtete sich rasch. »Chloe?« Nie und nimmer konnte ich so viel Glück haben, dass das wahr war. Sie musste irgendwann in der Nacht aufgestanden sein und das Licht im Badezimmer ausgemacht haben. Der Raum war so dunkel, dass ich sie kaum erkennen konnte. Meine Hände machten sich auf die Suche nach ihr, meine Finger ertasteten ihre Lippen auf meinem Schwanz. Sie ließ ihren Mund auf meinem Schwanz hoch- und hinuntergleiten. Ihre Zunge wirbelte herum, und ihre Zähne streiften mit jeder Bewegung leicht meinen Schaft. Ihre Hände glitten zu meinen Eiern. Ich stöhnte laut auf, als ich sie sanft massierte. Das Gefühl war so intensiv, meine Träume wurden zur Wirklichkeit. Ich wusste nicht, wie lange ich an mich halten konnte. Sie veränderte leicht ihre Position, und ihre Finger rieben jetzt einen Punkt etwas weiter unten. Ich atmete zischend aus. Noch nie hatte das jemand bei mir gemacht. Ich wollte sie schon stoppen, doch das Gefühl war so erstaunlich, dass ich mich nicht bewegen konnte. Als ich meine Augen an die Dunkelheit gewöhnt hatten, fuhr ich mit den Fingern durch ihr Haar, über ihr Gesicht, ihre Wange. Sie schloss die Augen und verstärkte das Saugen, brachte mich näher und näher an den Abgrund heran. Die Kombination ihres Mundes und meinen Schwanz und ihres Fingers, der gegen mich drückte, hatte etwas Unwirkliches. Aber ich wollte sie hier oben bei mir, diesen Mund auf meinem Mund, der in meinen Lippen saugte, während ich mich in ihr versenkte. Ich setzte mich auf und zog sie auf meinen Schoß, legte ihre Beine um meine Hüften, unsere nackten Oberkörper aneinandergedrückt, nahm ich ihr Gesicht in meine Hände und sah ihr in die Augen. Ich bin noch nie so toll geweckt worden. Sie lachte leise auf, leckte sich ihre herrlich glänzenden Lippen. Ich platzierte meinen Schwanz vor ihrer Öffnung und hob sie leicht hoch. Mit einer einzigen gleitenden Bewegung war ich tief in ihr drin. Sie legte ihre Stirn auf meine Schulter und schob ihre Hüften vor, nahm mich noch tiefer in sich auf. Mit ihr in einem Bett zu sein, wirkte irreal. Sie ritt mich gemächlich, rieb sich in kleinen, kreisenden Bewegungen. Sie küsste dabei jeden Zentimeter auf der rechten Seite meines Halses, saugte und zog an meine Haut. Kurze Sätze begleiteten jedes Kreisen ihrer Hüften. »Gerne oben auf dir drauf«, keuchte sie. »Spürst du, wie tief du bist? Spürst du das? Ja. Willst du es schneller?« Ich schüttelte den Kopf, vollkommen verloren. »Nein, oh Gott, nein!« Eine Zeit lang blieb sie bei den langsamen kleinen Kreisen, ihre Zähne fuhren meinen Hals entlang, aber dann näherte sie sich meinem Ohr und flüsterte, »Ich komme gleich, Bennet!« Und anstatt einen Sermon an Schimpfwörtern loszulassen, um zu beschreiben, was diese Aussage mit mir machte, wiss ich ihr in die Schulter und verpasst ihr einen Knutschleck. Sie bearbeitete mich jetzt härter, und sie begann zu reden. Worte, die ich kaum verstand, Worte über meinen Körper in ihr, ihrem Verlangen nach mir, Worte über meinen Geschmack und wie nass sie war. Worte darüber, wie sie wollte, dass ich kam, wie sie brauchte, dass ich kam. Mit jedem Drehen ihrer Hüften begann der Druck zuzunehmen. Ich packte sie fester, fürchtete kurz, dass ich ihr mit meinen Händen Blutergüsse zufügen würde, und beschleunigte meine Stöße. Sie stöhnte und krümmte sich auf mir. Gerade als ich dachte, nicht länger an mich halten zu können, rief sie wieder meinen Namen, und ich spürte, wie sie heftig um mich herum krampfte und zuckte. Die Intensität ihres Orgasmus löste meinen aus, und ich drückte mein Gesicht gegen ihren Hals, stöhnte laut gegen ihre Haut. Sie brach auf mir zusammen, und ich legte uns beide auf das Bett. Wir keuchten, waren verschwitzt, vollkommen erschöpft, und sie sah so verflucht perfekt aus. Ich zog sie an mich heran, so dass ihr Rücken an meiner Brust ruhte, und legte meine Arme um sie, umschlang ihre Beine mit meinen. Sie mummelte etwas, das ich nicht verstand, war aber eingeschlafen, bevor ich nachfragen konnte. Etwas hatte sich diese Nacht verändert. Als ich die Augen schloss, war mein letzter Gedanke, dass am nächsten Tag genügend Zeit zum Reden sein würde. Aber als das frühe Morgenlicht hereinzukriechen begann, beschlich mich das unangenehme Gefühl, dass morgen bereits angefangen hatte. Mein Bewusstsein flackerte auf, versuchte meinen verschlafenen Verstand zu wecken. Ich wollte es verdrängen. Ich wollte nicht aufwachen. Ich hatte es warm und gemütlich und war zufrieden. Verschwommene Traumsequenzen liefen an meinem inneren Auge vorbei, als ich mich in die wärmste, am wunderbarsten riechende Bettdecke kuschelte, in der ich je geschlafen hatte. Sie kuschelte sich ebenfalls an mich. Etwas Warnes presste sich gegen mich, und ich schlug meine Augen auf, um einen Kopf mit vertrautem, zerzaustem Haar nur wenige Zentimeter von meinem Gesicht entfernt zu sehen. Hunderte Bilder blitzten genau in der Sekunde in meinem Kopf auf, als die Ereignisse der letzten Nacht meinen benebelten Verstand aufrüttelten. Heilige Scheiße! Es war Wirklichkeit! Mein Puls beschleunigte sich, als ich meinen Kopf leicht hob und den wunderschönen Mann um mich herum geschlungen sah. Sein Kopf lag auf meiner Brust, sein perfekter Mund war leicht geöffnet und hauchte kleine Wölkchen warmer Luft auf meine nackten Brüste. Sein langer Körper lag flach neben meinem. Unsere Beine waren ineinander verschränkt, und seine starken Arme umschlangen fest meinen Oberkörper. Er war geblieben. Die Intimität unserer Position traf mich mit solch einer niederschmetternden Kraft, dass mir tatsächlich die Luft wegblieb. Er war nicht nur geblieben, er klammerte sich an mich. Ich kämpfte damit, tief durchzuatmen und nicht in Panik zu verfallen. Überdeutlich war ich mir jedes Zentimeters bewusst, wo sich unsere Haut berührte. Das mächtige Klopfen seines Herzschlags an meiner Brust, sein Schwanz war gegen meine Oberschenkel gedrückt, eine leichte Morgenlatte. Meine Finger brannten darauf, ihn zu berühren. Meine Lippen sehnten sich danach, sich in sein Haar zu drücken. Es war zu viel. Er war zu viel. Etwas hatte sich letzte Nacht geändert, und ich war mir nicht sicher, ob ich bereit war, damit umzugehen. Ich wusste nicht, was diese Veränderung beinhaltete, aber sie war geschehen. In jeder Bewegung, jeder Berührung, jedem Wort und jedem Kuss waren wir zusammen gewesen. Ich hatte mich noch nie mit jemandem so gefühlt, als ob mein Körper dafür geschaffen war, zu seinem zu gehören. Ich war mit anderen Männern zusammen gewesen, aber mit ihm fühlte ich mich, als würde ich von einer versteckten Strömung davongerissen, vollkommen unfähig, etwas am Kurs zu ändern. Wieder schloss ich die Augen, versuchte das Gefühl der Panik zu unterdrücken, die sich in mir aufbaute. Ich bereute nicht, was geschehen war. Es war, wie immer, intensiv gewesen und sicherlich der beste Sex, den ich je gehabt hatte. Ich brauchte nur ein paar Minuten allein, bevor ich Bennet gegenübertreten konnte. Eine Hand legte ich auf sein Haar und eine andere auf seinen Rücken, und es gelang mir so, ihn von mir zu rollen. Als er sich leicht zu regen begann, erstarrte ich, hielt ihn fest, bat ihn stumm, wieder in den Schlaf zurückzukehren. Er murmelte meinen Namen, bevor er wieder gleichmäßig zu atmen begann, und ich schlüpfte unter ihm hervor. Für einen Moment sah ich ihm beim Schlafen zu. Die Panik ließ etwas nach. Wieder einmal haute es mich regelrecht um, wie fantastisch er aussah. Im Schlaf waren seine Gesichtszüge ruhig und friedlich und so vollkommen anders als sonst in meiner Gegenwart. Eine dicke Locke war ihm über die Stirn gefallen, und es juckte mich in den Fingern, sie zurückzustreifen. Lange Wimpern, perfekte Wangenknochen, volle Schmolllippen und Bartstoppeln am Kinn. Verdammte Axt, was war er schön! Auf dem Weg ins Badezimmer blieb mein Blick an meinem Bild im Spiegel hängen, der im Schlafzimmer hing. Wow, frisch gefögelt! Danach sah ich definitiv aus. Ich lehnte mich vor und betrachtete die kleinen roten Kratzer an meinem Hals, meinen Schultern, Brüsten und auf meinem Bauch. Auf der Unterseite meiner linken Brust war eine kleine Bissspur zu erkennen, ein Knutschfleck auf meiner Schulter. Ich sah hinunter, ließ meine Finger über die roten Flecken auf der Innenseite meines Schenkels entlang gleiten. Meine Nippel wurden hart, als ich mich an das Gefühl erinnerte, wie sich seine Bartstoppeln auf meiner Haut angefühlt hatten. Mein Haar stand wild und zerzaust ab, und ich biss mir auf die Lippe, als ich mich daran erinnerte, wie seine Hände es durcheinandergebracht hatten, wie er mich erst in seinen Kuss gezogen hatte und dann auf seinen Schwanz. Nicht gerade hilfreich. Eine vom Schlaf noch heisere Stimme riss mich aus dem Gedanken. Gerade wach und schon am Durchdrehen? Ich drehte mich um und erhaschte einen Blick auf seinen nackten Körper. Er drehte sich unter dem Laken und setzte sich auf, bevor er es sich über die Hüfte zog, seinen Oberkörper aber nackt ließ. Ich glaube nicht, dass ich jemals müde werden könnte, ihn anzusehen und zu fühlen, seine breite, muskulöse Brust, sein Waschbrettbauch und die aufreizende Haarlinie, die zu der besten Ausstattung eines Mannes führte, die ich je gesehen hatte. Als mein Blick, schlussendlich, sein Gesicht erreichte, sah ich sein schiefes Grinsen. »Hab dich beim Gucken ertappt«, murmelte er und rieb sich über sein stoppeliges Kinn. Ich war mir nicht sicher, ob ich lächeln oder die Augen verdrehen sollte. Ihn so zerknautscht und verletzlich zu sehen in diesem halbwachen Zustand war verwirrend. Wir hatten uns letzte Nacht nicht die Zeit genommen, die schweren Vorhänge zuzuziehen, und jetzt strömte das Sonnenlicht herein, blendend hell auf dem Durcheinander weißer Bettwäsche. Er sah so anders aus, noch immer mein Arsch von Chef, aber jetzt auch jemand anderes. Ein Mann in meinem Bett, der aussah, als wäre er bereit für Runde vier, fünf. Ich hatte den Überblick verloren. Und als er jeden Zentimeter von mir aufmerksam musterte, erinnerte ich mich schlagartig daran, dass ich ebenfalls vollkommen nackt war. In diesem Moment war sein Blick so intensiv wie seine Berührung. Wenn er mich weiterhin so ansah, würde meine Haut dann Feuer fangen? Würde ich seine Berührung genauso spüren, als wenn er seine Hände auf mich legen würde? Um zu verbergen, dass ich mental jeden Zentimeter seiner Haut katalogisierte, starrte ich angestrengt woanders hin und beugte mich vor, um sein weißes Unterhemd vom Boden aufzuheben. Es hatte die ganze Nacht über vor der Klimaanlage gelegen und war dadurch etwas kühl, aber zum Glück beinahe trocken. Ich zog mir die weiche Baumwolle über den Kopf, atmete den Honig- und Salbeidduft seiner Haut ein. Als ich wieder auftauchte, begegnete ich seinem dunklen Blick. Er befeuchtete sich mit der Zunge die Lippen. Komm her, knurrte er leise. Ich ging zum Bett, um mich neben ihn zu setzen, aber er zog mich auf seine Schenkel. Sag mir, was du denkst. Wollte er, dass ich eine Million Gedanken in einem einzigen Satz zusammenfasste? Der Mann war definitiv verrückt. Also öffnete ich den Mund und ließ den ersten Gedanken heraus, der mir einfiel. Du hast gesagt, du wärst mit keiner anderen Frau zusammen gewesen, seit wir das erste Mal ... zusammen waren? Ich starrte auf sein Schlüsselbein, um ihm nicht in die Augen sehen zu müssen. Stimmt das? Schließlich sah ich auf. Er nickte und schob seine Finger unter sein weißes Unterhemd, ließ seine Hände langsam von meiner Hüfte zu meiner Taille wandern. Warum? fragte ich. Er schloss die Augen, schüttelte kurz den Kopf. Ich wollte keine andere. Ich war mir nicht sicher, wie ich das deuten sollte. Meinte er, er hatte keine getroffen, die er wollte, aber war grundsätzlich offen dafür? Bist du normalerweise monogam, wenn du mit jemandem schläfst? Achselzuckend sagte er, wenn das erwartet wird. Sanft zog er eine Spur von Küssen von der Schulter zu meinem Schlüsselbein und den Hals hinauf. Ich nahm mir die Wasserflasche, die auf dem Nachttisch stand, vom Hotel aufmerksamerweise bereitgestellt, und trank einen Schluck, bevor ich sie ihm reichte. Er trank sie mit ein paar gierigen Zügen aus. Du hast dich? Gewesen. Jetzt habe ich ein bisschen Hunger. Er hob die Augen braun und grinste. Ich verdrehte die Augen, schloss sie aber, als er sich vorlehnte und mich zärtlich auf die Lippen küsste. Wird das hier erwartet? fragte ich. Nachdem was letzte Nacht passiert ist, denke ich, du solltest mir das sagen. Was sollte ich darauf antworten? Ich war mir noch nicht mal sicher, ob ich auf diese Weise mit ihm zusammen sein konnte, ganz zu schweigen von Monogamie. Der Gedanke daran, wie das gehen sollte, versetzte mich in Aufruhr. Würden wir tatsächlich nett zueinander sein? Würde er guten Morgen sagen und es auch so meinen? Würde er das Gefühl haben, meine Arbeit kritisieren zu dürfen? Er spreizte seine Finger auf meinem Kreuz, drückte mich an sich und holte mich so aus meinen abschweifenden Gedanken zurück. Sieh das niemals aus, flüsterte er. Abgemacht. Ich lehnte mich zurück, um seinem Mund besseren Zugang zu meinem Hals zu ermöglichen. Ich werde bei der Präsentation heute Morgen nur das hier tragen, sonst nichts. Da lachte er dröhnend. Den Teufel wirst du! Wie spät ist es? Ich versuchte, hinter ihm zur Uhr zu sehen. Scheiß drauf! Seine Fingerspitzen fanden meine Brust und fuhren vor und zurück über ihre weiche Unterseite. Aber während ich mich von ihm weggelehnt hatte, hatte ich ein Stück Haut oberhalb seiner Hüfte freigelegt. Was zum Teufel? War das ein Tattoo? Was ist? Ich brachte kaum ein Wort heraus. Ich schob ihn leicht zurück und sah ihm in die Augen, bevor ich meinen Blick wieder der Stelle zuwandte. Direkt unterhalb seines Hüftknochens war eine kleine Zeichenfolge schwarzer Tinte. Wörter in einer fremden Sprache. Vermutlich Französisch. Wie zum Teufel hatte ich das übersehen können? Ich dachte kurz an all die Male zurück, in denen wir zusammen gewesen waren. Wir hatten es immer eilig gehabt, oder es war dunkel gewesen, oder wir hatten uns nur zum Teil ausgezogen. Es ist ein Tattoo, sagte er amüsiert, zog sich ein Stück zurück und ließ seine Finger über meinen Bauchnabel wandern. Ich weiß, dass das ein Tattoo ist, aber was steht da? Mr. Geschäftsmann hatte ein beschissenes Tattoo. Noch ein Teil des Mannes, den ich dachte zu kennen, löste sich in Luft auf. Da steht Je ne regrette rien. Mein Blick suchte seinen. Mein Blut erhitzte von dem Klang seiner Stimme mit diesem perfekten französischen Akzent. Was hast du gesagt? Er grinste. Je ne regrette rien. Er sprach jedes Wort langsam aus, betonte jede Silbe. Das war wirklich das verdammt geilste und aufregendste, was ich je gehört hatte. Dies und das Tattoo und die Tatsache, dass er vollkommen nackt unter mir war. Ich würde gleich in Flammen aufgehen. Ist das nicht ein Lied? Er nickte. Ein Lied, ja. Er lachte leise. Du denkst vielleicht, ich würde diese eine betrunkene Nacht in Paris bereuen, als ich, tausend Meilen von daheim entfernt, ohne einen einzigen Freund in der Stadt, beschloss, mir ein Tattoo stechen zu lassen. Aber nein, ich bereue nicht mal das. Sag es noch mal, flüsterte ich. Er kam näher. Seine Hüfte presste sich gegen meine. Sein Atem heiß in meinem Ohr und er flüsterte erneut. Schöner Regretrier. Verstehst du? Ich nickte. Sag noch etwas. Meine Brüste hoben und senkten sich mit jedem ausgestreckten Atemzug. Meine empfindlichen Nippel rieben sich an der Baumwolle seines Shirts. Er beugte sich leicht zu mir vor, küßte mein Ohr und sagte, »Je suis à toi.« Seine Stimme war angespannt und hart, als er sich für mich aufrecht hielt, und ich befreite uns beide aus unserer Not, sank stöhnend auf ihn drauf, liebte erneut die Tiefe dieser Stellung. Er flüsterte wieder und wieder eine einzelne profane Silbe, starrte zu mir hinauf. Anstatt meine Hüften zu umfassen, hatten seine Hände das T-Shirt an beiden Seiten gepackt. Es war so einfach, so selbstverständlich zwischen uns, dass es sich irgendwie zu dem Gefühl des Unwohlseins hinzugesellte, dass ich diesen Morgen anscheinend nicht abschütteln konnte. Aber anstatt mich weiter damit zu beschäftigen, konzentrierte ich mich auf sein leises Ächzen in meinen Mund. Ich konzentrierte mich darauf, wie er uns plötzlich aufrichtete, durch das Shirt hindurch an meinen Brüsten lutschte und dabei das Pink darunter zum Vorschein kam. Ich verlor mich in seinen drängenden Fingern auf meinen Hüften und Oberschenkeln, während seine Stirn sich an mein Schlüsselbein drückte, als er sich dem Höhepunkt näherte. Ich verlor mich in dem Gefühl seiner Oberschenkel unter mir, wie seine Hüften sich schneller und härter bewegten, um jeder meiner Bewegungen entgegenzukommen. Er warf mich rücklings aufs Bett, legte seine Hand flach auf meinen Brustkorb, hielt in der Bewegung seiner Hüfte inne. Dein Herz pocht, sagt mir, wie verfickt gut sich das anfühlt. Instinktiv entspannte ich mich, als ich sein schelmisches Grinsen sah. Wusste er, dass ich das Bedürfnis hatte, mich daran zu erinnern, wer wir noch einen Tag zuvor gewesen waren? Du fängst wieder mit dem Gequatsche an, lass das! Sein Grinsen wurde noch breiter. Du liebst mein Gequatsche. Du liebst es besonders, wenn ich gleichzeitig meinen Schwanz in dir habe. Ich verdrehte die Augen. Was hat mich verraten? Die Orgasmen? Die Art, wie ich dich darum gebeten habe? Du Superdetektiv! Zwinkernd legte er meinen Fuß auf seine Schulter, küßte die Innenseite meines Knöchels. Bist du immer so gewesen? Vergebens zog ich an seiner Hüfte, auch wenn ich es nicht gerne zugab. Ich wollte, dass er sich bewegte. Wenn er stillhielt, dann war es, als wolle er mich ärgern, als reizte er eine wunde Stelle und ich fühlte mich unvollständig. Wenn er sich allerdings bewegte, dann wollte ich die Zeit anhalten. Mir tun die Frauen leid, die deinen Weg mit ihren gebrochenen Egos säumen. Bennet lehnte sich kopfschüttelnd über mich und stützte sich auf den Händen ab. Glücklicherweise begann er sich wieder zu bewegen. Seine Hüften schoben sich nach vorne und hoch, drückten ihn tiefer in mich hinein. Ich schloss die Augen. Er traf den perfekten Punkt wieder und wieder und wieder. »Seh mich an!« flüsterte er. Gebannt sah ich zu ihm auf, betrachtete die Schweißtropfen auf seiner Braue, seine geöffneten Lippen, wie er auf meinen Mund starrte. Schultermuskeln bündelten sich bei jeder Bewegung. Sein Oberkörper glänzte von einer dünnen Schweißschicht. Ich beobachtete, wo er in mich hinein und aus mir heraus glitt. Ich bin mir nicht sicher, was ich sagte, als er sich fast ganz herauszog und dann hart wieder in mich hineinstieß. Aber es war leise und dreckig und sofort wieder vergessen, als er wieder in mir war. »Du machst mich so geil. Es ist die Art, wie du auf mich reagierst. Ich fühle mich dabei wie ein verdammter Gott. Wie kannst du das nur nicht sehen?« Ich antwortete nicht, und da schien er auch erwartet zu haben. Sein Blick und die Finger einer Hand fuhren meinen Hals hinunter, über meine Brüste. Er fand eine besonders empfindliche Stelle, und ich keuchte auf. »Scheint, als ob dich da jemand gebissen hat.« Sein Daumen glitt über die Bissspur. Hat dir das gefallen? Ich schluckte und bäumte mich auf, drückte mich gegen ihn. »Du bist ein verdammt böses Mädchen.« Meine Hände glitten über seine Schultern, seine Brust hinunter, über seinen Bauch und zu den Muskeln an seiner Hüfte. Mein Daumen rieb über das Tattoo. »Mir gefällt das hier auch.« Seine Bewegungen wurden schnell und brutal. Oh, verdammt, Chloe, ich kann nicht mehr, nicht mehr lange warten. Ihn so verzweifelt und außer Kontrolle zu hören, verstärkte nur mein Verlangen nach ihm. Ich schloss die Augen, konzentrierte mich auf das herrliche Gefühl, das sich in meinem Körper auszubreiten begann. Ich war so kurz davor, befand mich direkt vor dem Abgrund. Ich griff zwischen uns, meine Finger fanden meine Klitt, und ich begann, sie langsam zu reiben. Er beugte seinen Kopf vor, sah hinunter auf meine Hand und fluchte. »Oh, fuck!« Er klang verzweifelt, keuchte laut. »Berühr dich selbst genauso. Lass mich dich verdammt noch mal sehen.« Seine Worte waren alles, was ich brauchte, und mit einem letzten Reiben meiner Finger fühlte ich, wie der Orgasmus mich überrollte. Ich kam heftig, schloss mich um ihn zusammen, die Fingernägel meiner freien Hand gruben sich in seinen Rücken. Er schrie auf, sein Körper verkrampfte, als er in mir kam. Mein gesamter Körper schüttelte sich in den Nachwehen, zuckte noch auf, als der Orgasmus bereits verebte. Ich klammerte mich an Bennet, als er ruhig wurde, sein Körper in meinem versank. Er küsste meine Schulter und meinen Hals, bevor er einen einzelnen Kuss auf meinen Lippen platzierte. Wir sahen uns kurz an, dann rollte er von mir herunter. »Himmel noch mal, Weib!« Er atmete tief aus, versuchte zu lachen. »Du bringst mich noch um!« Wir drehten uns beide auf unsere Betthälften, den Kopf auf dem Kissen, und als sich unsere Blicke trafen, konnte ich nicht wegsehen. Ich hatte jede Hoffnung verloren, dass das nächste Mal weniger mächtig sein würde, dass sich unsere Verbindung irgendwie auflösen würde, wenn wir es nur richtig ausleben würden. Diese eine Nacht der Waffenruhe hatte nichts geschmälert. Ich wollte schon wieder näher kommen, die Stoppeln auf seinem Kinn küssen, ihn wieder auf mich ziehen. Als ich zu ihm hinübersah, wurde mir klar, dass es, wenn dies hier enden würde, verdammt wehtun würde. Angst erfasste mein Herz, und die Panik von letzter Nacht kehrte zurück, brachte ein unangenehmes Schweigen mit sich. Ich setzte mich auf, zog mir die Laken bis zu meinem Kinn. Oh, Scheiße! Seine Hand legte sich um meinen Arm. »Klo, ich kann nicht...« »Wir müssen uns vermutlich fertig machen,« unterbrach ich ihn, bevor er den Satz zu Ende sprechen konnte. »Es könnte der Anfang von Millionen Möglichkeiten sein, mir das Herz zu brechen. Wir haben eine Poster-Session in zwanzig Minuten.« Für einen Moment sah er verwirrt aus. Dann sagte er, »Ich habe keine trockenen Klamotten hier. Ich weiß noch nicht mal, wo mein Zimmer ist.« Ich versuchte nicht zu erröten, als ich mich daran erinnerte, wie schnell letzte Nacht alles gegangen war. »Stimmt. Ich kann dir mit deinem Schlüssel etwas holen.« Rasch duschte ich und wickelte ein dickes Handtuch um mich. Ich wünschte, ich wäre so schlau gewesen, einen der Hotelbademäntel mit nach oben zu bringen. Nach einem tiefen Atemzug öffnete ich die Tür und trat heraus. Er saß auf dem Bett. Als ich ins Zimmer kam, hob er den Blick und sah mir in die Augen. »Ich muss nur...« Ich verstummte, zeigte zu meinem Koffer. Er nickte, machte aber keine Anstalten, etwas zu erwidern. Normalerweise war ich nicht sonderlich befangen, was meinen Körper anging. Aber hier in nichts als einem Handtuch zu stehen und zu wissen, dass er mich ansah, machte mich ungewöhnlich schüchtern. Nachdem ich ein paar Sachen genommen hatte, eilte ich wieder zurück ins Badezimmer. In Sicherheit. Ich zog mich schneller an, als ich es für möglich gehalten hätte, und beschloss, mein Haar zu einem Pferdeschwanz zusammenzubinden, um den Rest dann später zu erledigen. Ich nahm die Schlüsselkarte vom Waschtisch und kehrte erneut ins Schlafzimmer zurück. Er saß auf der Bettkante, die Ellbogen auf die Oberschenkel gestützt, anscheinend den Gedanken versunken. Was er wohl gerade dachte. Den ganzen Morgen über war ich ein Nervenbündel gewesen. Meine Gefühle waren von einem extrem ins andere gependelt. Aber er wirkte so ruhig. So sicher. Aber worüber war er sich so sicher? Was hatte er beschlossen? Gibt es irgendwas Besonderes, das ich dir holen soll? Als er den Kopf hob, sah er leicht überrascht aus, als ob er sich darüber noch keine Gedanken gemacht hatte. »Ähm, ich habe heute Nachmittag nur ein paar Meetings, oder?« Ich nickte. »Dann such irgendwas aus.« Ich brauchte nur eine Sekunde, um sein Zimmer zu finden. Es lag genau nebenan. Großartig. Jetzt konnte ich ihn mir im Bett vorstellen, direkt auf der anderen Seite meiner Wand. Seine Koffer waren bereits da, und ich hielt kurz inne, als mir klar wurde, dass ich jetzt in seinem Gepäck rumkramen würde. Ich hob den größten Koffer an und legte ihn auf das Bett. Sein Geruch stieg mir entgegen, und mich überkam ein heftiges Verlangen. Ich begann, die ordentlich gepackten Kleidungsstücke durchzugehen. Alles an ihm war so ordentlich und organisiert. Ich fragte mich, wie wohl sein Zuhause aussah. Bisher hatte ich nicht viel darüber nachgedacht, aber plötzlich fragte ich mich, ob ich es jemals zu Gesicht bekommen würde. Ob ich jemals sein Bett sehen würde. Als mir klar wurde, dass ich das wollte, hielt ich kurz inne. Würde er das auch wollen? Keine Zeit zum Trödeln. Ich durchkämmte weiter seine Sachen, bis ich mich schließlich für einen dunkelgrauen Helmut-Lang-Anzug entschied. Ein weißes Hemd, eine schwarze Seidenkrawatte, Boxershorts, Socken und Schuhe. Ich legte alles dahin zurück, wo es hingehörte. Dann packte ich seine Anziehsachen und ging zurück zu meinem Zimmer. Als ich durch den Flur ging, musste ich vor Nervosität lachen. Ich schüttelte den Kopf, weil diese Situation so vollkommen absurd war. Zum Glück gelang es mir, mich wieder zusammenzureißen, bevor ich an meiner Tür angelangt war. Ich trat zwei Schritte hinein und erstarrte. Er stand vor dem offenen Fenster, überflutet vom morgendlichen Sonnenlicht. Jede wunderschöne Linie seiner perfekt gemeißelten Form wurde, durch die Schatten, die auf seinen Körper fielen, bis ins kleinste Detail akzentuiert. Ein Handtuch hing unanständig tief um seine Hüften und direkt darüber lugte das Tattoo hervor. »Siehst du was, das dir gefällt?« Widerstrebend wandte ich meiner Aufmerksamkeit seinem Gesicht zu. »Ich...« Mein Blick wanderte wieder zu seinen Hüften, als würde er magnetisch von ihnen angezogen. »Ich sagte, hast du was gesehen, das dir gefällt?« Er durchschritt den Raum, blieb direkt vor mir stehen. »Ich hab dich gehört«, ich funkelte ihn wütend an, »und nein, war nur in Gedanken.« »Und was genau hast du gedacht?« Er streckte sich vor, schob mir eine feuchte Haarsträhne hinters Ohr. Allein diese einfache Berührung brachte meinen Magen zum Flattern. »Dass wir Termine haben, die wir nicht verpassen dürfen.« Da kam er noch einen Schritt näher. »Warum glaube ich dir nicht?« »Weil du so verdammt mit dir selbst beschäftigt bist?« schlug ich vor und sah ihm in die Augen. Er zuckte mit einer Augenbraue und betrachtete mich einen Moment lang. Da nahm er mir seine Anziehsachen ab und legte sie aufs Bett. Bevor ich mich bewegen konnte, zog er das Handtuch von seiner Hüfte und warf es zur Seite. »Heilige Mutter Gottes! Wenn es ein hübscheres Exemplar Mann auf dieser Welt gab, würde ich eine Menge Geld zahlen, um ihn zu sehen.« Er hob seine Boxershorts auf und begann, sie anzuziehen, hielt aber plötzlich inne. »Sagtest du nicht, wir dürften nicht zu spät zu unseren Terminen kommen?« Er blickte mich amüsiert an. »Außer natürlich, du siehst etwas, das dir gefällt.« »Du verdammter Huren!« Ich drehte mich auf dem Absatz um und ging ins Badezimmer, um mich fertig zu machen. Während ich mir die Haare föhnte, wurde ich das beunruhigende Gefühl nicht bloß, dass er versuchte, etwas Bedeutsameres zu sagen als »Sieh dir noch ein bisschen meinen nackten Körper an.« Noch bevor ich meine eigenen Gefühle entschlüsseln konnte, versuchte ich bereits, seine zu erraten. Machte ich mir mehr Sorgen, dass er gehen oder dass er bleiben wollte? Als ich ins Schlafzimmer zurückkehrte, war er bereits fertig angezogen. Er wartete vor dem großen Fenster auf mich, sah hinaus. Dann drehte er sich um, kam auf mich zu, legte seine warmen Hände an mein Gesicht und sah mich einbringlich an. »Ich möchte, dass du mir zuhörst.« Ich schluckte. »Okay?« »Ich will nicht aus dieser Tür gehen und verlieren, was wir in diesem Zimmer gefunden haben.« Seine schlichten Worte hauten mich um. Nein, er gestand mir nicht seine Gefühle, er versprach mir nichts, aber er sagte genau das, was ich hören musste. Wir wussten vielleicht nicht, was hier geschah, aber wir würden es nicht so unvollendet stehen lassen. Zitternd atmete ich aus und legte meine Hände auf seine Brust. »Ich auch nicht. Aber ich möchte nicht, dass deine Karriere meine verschluckt.« »Das will ich auch nicht.« Ich nickte, fühlte mich, als würden Worte meine Gedanken verknoten, und ich konnte an nichts mehr denken, was ich noch Verständliches hinzufügen konnte. »Also gut«, sagte er und musterte mich von oben bis unten. »Lass uns gehen.« Das Thema der Konferenz war in diesem Jahr Marketingstrategien, The Next Generation, und die Organisatoren hatten als eine Art, die neue Generation einzubeziehen, eine Poster-Session für Studenten kurz vor ihrem Abschluss angesetzt. Die meisten aus Chloys Programm waren da, standen aufrecht und eifrig neben ihren Plakatwänden. Tatsächlich war eine Präsentation in diesem Bereich Pflicht für alle Stipendiaten, aber ich hatte eine Ausnahme beantragt, angesichts der Größe und der vertraulichen Natur des Papadakis-Accounts, ihrem Hauptprojekt. Kein anderer der Studenten hier managte einen Milliarden-Dollar-Deal. Der Stipendienausschuss hatte diese Ausnahme nur zu gern bewilligt und sabberte geradezu angesichts der Möglichkeit, Chloys Erfolgsstory in seiner Programmbroschüre aufnehmen zu können, sobald das Design fertiggestellt, unterschrieben und veröffentlicht worden war. Aber auch wenn sie keine Präsentation auf diesem Meeting hatte, bestand sie darauf, durch jeden Gang zu gehen und sich jedes Schaubild anzusehen. Da ich anscheinend unfähig war, mehr als einen Meter von ihr entfernt zu sein und bis um zehn kein Meeting hatte, folgte ich ihr, zählte Poster, 576 und starrte auf ihren Hintern, keck, toll zum Draufhauen, derzeit in schwarze Wolle eingehüllt. Sie hatte im Fahrstuhl erzählt, dass ihre beste Freundin Julia sie mit einem Großteil der Garderobe versorgte, die ich so liebte, beziehungsweise hasste. Die Auswahl dieses Morgens, ein eng anliegender Bleistiftrock und eine tief ausgeschnittene blaue Bluse, stand jetzt ebenfalls auf meiner Liste. Ich versuchte ein paar Mal, Chloe davon zu überzeugen, dass sie zurück in ihr Zimmer gehen musste, um von dort etwas zu holen, aber sie hob nur eine Augenbraue und sagte, »Etwas holen? Oder dir einen runterholen?« Zwar tat ich so, als würde ich das nicht hören, aber jetzt wünschte ich mir, ich hätte zugegeben, dass ich vor meinem Meeting noch eine Runde brauchte. Ich fragte mich, ob sie sich darauf eingelassen hätte. »Wärst du zurück ins Zimmer gegangen?«, fragte ich sie, während sie aufmerksam das Poster eines Studenten im Grundstudium zu einer Idee des Rebrandings einer kleinen Handyfirma betrachtete. Die Grafiken waren mit Tesafilm an die Wand geklebt. Na Gott, noch mal. »Sch, sch. Chloe, du wirst von diesem Poster nichts lernen. Lass uns eine Tasse Kaffee besorgen, und danach besorgen wir es uns dann vielleicht gegenseitig auf der Toilette.« Dein Vater sagte mir, es wäre unmöglich, im Voraus zu wissen, woher ich meine Ideen nehmen würde, und ich solle alles lesen, was ich finden könne. Außerdem sind es meine Kommilitonen. Ich wartete, spielte mit meinem Manschettenknopf, aber anscheinend hatte sie nicht vor, noch etwas zu der zweiten Hälfte meines Satzes zu sagen. Mein Vater weiß nicht, wovon er spricht. Wie erwartet, lachte sie. Dad befand sich praktisch schon seit meiner Geburt auf jeder Top-25-Liste der CEOs. »Du musst mir noch keinen blasen. Ich kann dich auch gegen die Wand vögeln«, flüsterte ich, häusperte mich und sah mich um, um sicher zu gehen, dass niemand nah genug stand, um zuzuhören. »Oder ich lege dich auf den Fußboden, spreize deine Beine weit auseinander und leck dich, bis du kommst.« Sie erschauerte, lächelte dem Studenten neben der nächsten Posterwand zu und ging näher heran, um es sich anzusehen. Der Mann streckte mir die Hand entgegen. »Entschuldigen Sie, aber sind Sie nicht Bennet Ryan?« Ich nickte, schüttelte ihm geistesabwesend die Hand und beobachtete, wie Chloe weiterging. Der Gang war praktisch leer, abgesehen von den Studenten, die neben den Posterwänden standen. Selbst sie hatten begonnen, zu interessanteren Bereichen des Raums zu gehen, wo größere Firmen, die meisten Sponsoren der Konferenz, Hochglanzposter voller Markennamen zusammengestellt hatten, um die erste von Studenten betriebene Session zu unterstützen. Chloe beugte sich vor und schrieb etwas in ihr Notizbuch. »Rebranding für Jenkins Financial?« Ich starrte auf ihre Hand und dann in ihr Gesicht, das einen nachdenklichen Ausdruck angenommen hatte. Der Jenkins Financial Account war keiner von ihren. Es war noch nicht mal einer, den ich betreute. Es war ein kleiner Account, meist sehr schlecht als recht von einem der Juniormanager betreut. Wusste sie tatsächlich, wie sehr er mit unserer Dinosaurier-Marketing-Kampagne zu kämpfen hat? Bevor ich sie das fragen konnte, hatte sie sich schon umgedreht und war zum nächsten Poster gegangen. Ich war wie verzaubert, Chloe bei der Arbeit zuzusehen. Noch nie hatte ich mir erlaubt, sie so unverfroren zu beobachten, und meine geheimen Nachforschungen hatte nur ergeben, dass sie brillant und ambitioniert war. Aber bisher war ich mir nicht im Geringsten über den Umfang ihres Firmenwissens bewusst gewesen. Irgendwie wollte ich gerne ein Kompliment machen, aber die Worte verhedderten sich in meinem Kopf, und eine merkwürdige Abwehrhaltung machte sich in mir breit, als würde mein Lob ihrer Arbeit irgendwie unsere gemeinsame Taktik zerstören. »Deine Handschrift ist besser geworden.« Sie lächelte zu mir hoch und ließ die Miene ihres Kullis klicken. »Verpiss dich!« Mein Schwanz zuckte in der Hose. »Du vergeudest ihr deine Zeit.« »Warum verschwindest du da nicht und schleimst dich bei einem der Manager in der Empfangshalle ein? Da gibt's was zu frühstücken. Diese kleinen Schokoladenmuffins, die du vorgibst, nicht zu mögen?« »Weil ich lieber in etwas anderem knabbern will.« Ihre Lippen verzogen sich zu einem leichten Grinsen. Sie beobachtete mein Gesicht, als sie mir noch eine Studentin vorstellte. »Ich habe ihre Karriere verfolgt, solange ich denken kann,« sagte die Frau atemlos. »Ich habe sie letztes Jahr hier sprechen gehört.« Lächelnd schüttelte ich ihre Hand so kurz, wie es möglich war, ohne unhöflich zu wirken. »Danke, dass Sie Hallo gesagt haben.« Wir gingen ans andere Ende des Gangs, und ich griff nach Chloes Ellbogen. »Ich habe noch eine Stunde bis zu meinem ersten Meeting. Hast du nur den blassesten Schimmer, was du mit mir machst?« Endlich blickte sie auf. Ihre Pupillen waren so groß, dass ihre Augen fast schwarz aussahen, und sie leckte sich vielversprechend über ihre feuchten Lippen. »Ich schätze, du musst mich nach oben bringen, damit du es mir zeigen kannst.« Chloe suchte noch nach einem neuen Höschen, als ich schon fünf Minuten über die Zeit für meinen Ein-Uhr-Termin war. Ich war mit Ed Gugliotti verabredet, einem Marketing-Manager für eine kleinere Firma aus Minneapolis. Wir nutzten Eds Firma, um kleinere Aufträge an ihn abzugeben, und hatten ein wichtigeres Projekt, bei dem wir überlegten, es ihm zu übertragen, um zu sehen, wie sie damit zurecht kamen. Als ich den Reißverschluss meiner Hose schloss, erinnerte ich mich daran, dass Ed selbst immer pathologisch zu spät kam. Nur dieses Mal nicht. Er wartete bereits in einem der Besprechungsräume des Hotels auf mich, zwei seiner jüngeren Mitarbeiter eifrig lächelnd an seiner Seite. Ich hasste es, zu spät zu kommen. »Ed!« sagte ich und begrüßte ihn mit einem Händedruck. Er stellte mich seinem Team vor, Daniel und Sam. Sie gaben mir ebenfalls die Hand, doch als ich Sams Hand gerade schütteln wollte, richtete er seine Aufmerksamkeit plötzlich an mir vorbei Richtung Tür. Chloe war hereingekommen, das Haar offen. Sie sah auf wilde Art wunderschön aus, wenn auch zugleich professionell, und verbarg auf wundersame Weise, dass sie gerade in ihrem Zimmer auf dem Schreibtisch einen Orgasmus gehabt und laut geschrien hatte. Gugliotti und seine Männer beobachteten in ehrfürchtigem Schweigen, wie sie herüberkam, ein Stuhl zurückzog und sich neben mich setzte, sich mich kurz zuwandte und mir ein leichtes Lächeln schenkte. Ihre Lippen waren rot und geschwollen, und ein schwacher, roter Fleck blüht auf ihrem Kinn. Bart brannt. Recht so. Ich räusperte mich, bis endlich alle wieder zu mir sahen. »Lassen Sie uns anfangen.« Es war ein schlichtes Meeting und von der Art, wie ich sie schon tausende Male abgehalten hatte. Ich beschrieb den Account in absolut allgemeinen, nicht vertraulichen Sätzen, und natürlich sagte Gugliotti mir, dass er dachte, sein Team könnte sich dazu etwas Großartiges ausdenken. Nachdem ich die Männer kennengelernt hatte, die er damit beauftragen würde, stimmte ich ihm zu. Wir machten aus, uns am nächsten Tag noch einmal zu treffen, wo ich dann das Projekt umfassend darstellen und offiziell an sie übergeben würde. Das Meeting war nach weniger als 15 Minuten vorbei, sodass ich vor meinem Zwei-Uhr-Termin noch Zeit hatte. Ich sah zu Chloe hinüber und hob fragend eine Augenbraue. »Essen?«, sagte sie lachend. »Lass uns was essen!« Der Rest des Nachmittags verlief produktiv, auch wenn ich vollkommen auf Autopilot war, und wenn mich jemand nach Einzelheiten zu den Meetings gefragt hätte, hätte es mich eine verdammt lange Zeit gekostet, mich an irgendwelche Details zu erinnern. Gott sei Dank gab es ja noch Chloe und ihr obsessives Mitschreiben. Ich war von vielen Kollegen angesprochen worden, hatte bis zum Nachmittag um die hundert Hände geschüttelt, aber die einzige Berührung, an die ich mich erinnerte, war ihre. Sie lenkte mich gewaltig ab, und dass es hier anders war als sonst, bereitete mir Sorgen. Ja, wir arbeiteten zwar auch sonst zusammen, aber trotzdem befanden wir uns hier in einer vollkommen neuen Welt, in einer, in der wir vorgeben konnten, dass unsere Umstände so waren, wie wir sie haben wollten. Der Kitzel, in ihrer Nähe zu sein, war sogar noch größer, wenn ich Abstand halten musste. Ich sah wieder zu dem Hauptredner des Abends auf dem Podium und versuchte vergebens, meine Gedanken etwas Produktivem zuzuwenden. Ich saß weit vorne, ich hatte letztes Jahr die Hauptrede auf der Konferenz gehalten, und dennoch blieb ich teilnahmslos. Aus dem Augenwinkel bemerkte ich, dass Chloe ihre Sitzposition veränderte, und instinktiv sah ich über den Tisch hinweg zu ihr hinüber. Als unsere Blicke sich trafen, vermischten sich alle Geräusche zu einem einzigen Rauschen und schwebten um mich herum, ohne noch in mein Bewusstsein vorzudringen. Instinktiv lehnte ich mich zu ihr vor. Sie lehnte sich ebenfalls vor, und ein kleines Grinsen zuckte um ihren Mund. Ich dachte an heute Morgen, wie durchschaubar sie in ihrer Panik gewesen war. Im Gegensatz zu ihr hatte ich mich erstaunlich ruhig gefühlt, als ob alles, was wir getan hatten, zu diesem besonderen Moment geführt hatte, wo wir beide sehen konnten, wie leicht es war, einfach nur zu sein. Das Klingeln eines Handys hinter mir riss mich aus meiner Trance. Ich wandte den Blick von ihr ab und lehnte mich auf meinem Stuhl zurück. Schockiert, wie weit ich mich tatsächlich vorgebeugt hatte, eilig sah ich mich um und erstarrte. Jemand erwiderte meinen Blick. Dieser Fremde hatte keine Ahnung, wer wir waren, oder dass Chloe für mich arbeitete. Er hatte nur kurz zu uns herübergeschaut und dann schnell weggesehen. Aber in diesem Moment überfielen mich alle Schuldgefühle, die ich bisher unterdrückt hatte. Jeder wusste, wer ich war, niemand wusste, wer sie war, und wenn je herauskäme, dass wir miteinander ins Bett gingen, würde das Urteil eines ganzen Berufsstandes sie für den Rest ihrer Karriere verfolgen. Ein kurzer Blick auf Chloe sagte mir, dass mir die Panik ins Gesicht geschrieben stand. Ich starrte den Rest des Vortrags über nur noch stur geradeaus, sah nicht ein einziges Mal mehr zu ihr hinüber. Alles in Ordnung? fragte sie im Fahrstuhl und brach damit das dumpfe Schweigen, das uns über vierzehn Stockwerke begleitet hatte. Ja, nur, ich kratzte mich im Nacken und vermied weiterhin jeglichen Blickkontakt. Bin nur in Gedanken. Ich gehe heute Abend mit ein paar Freunden aus. Ja, es hört sich gut an. Du hast um sieben ein Abendessen mit Stevenson und Newberry. Ich glaube, sie treffen dich in dem Sushi-Laden in Gaslamp, den du gerne magst. Ich weiß. Ich entspannte mich ein bisschen, weil wir uns auf vertrautem Terrain bewegten, der Arbeit. Wie heißt ihre Assistentin nochmal? Sie kommt immer mit. Andrew. Verwirrt sah ich zu ihr hinüber. Das ist ein bisschen männlicher, als ich erwartet hatte. Sie haben einen neuen Assistenten. Woher um alles in der Welt wusste sie das? Sie lächelte. Er hat während der Rede neben mir gesessen und mich gefragt, ob ich heute Abend bei dem Dinner dabei wäre. Ich fragte mich, ob das der Fremde gewesen war, der mich dabei ertappt hatte, wie ich Chloe anstarrte, und ob er sie das aufgrund der Art meines Blickes gefragt hatte. Ich gab stammelnd ein paar Laute von mir, als sie mich unterbrach. Ich habe ihm gesagt, dass ich etwas anderes vorhabe. Mein Unwohlsein kehrte zurück. Ich wollte sie heute Abend bei mir haben, und bald würde sie nicht mehr meine Praktikantin sein. Ob ich dann ihr Liebhaber sein könnte? Konnte ich jetzt noch ihr Chef sein? Willst du mitkommen? Sie schüttelte den Kopf und sah zur Tür auf, als wir den dreißigsten Stock erreichten. Ich denke, ich sollte vermutlich mein eigenes Ding machen. Die kurze Rückfahrt vom Restaurant war still und einsam. Nur meine chaotischen Gedanken begleiteten mich. Ich ging durch die große Lobby zum Fahrstuhl hinüber und schlug automatisch den Weg in Richtung Chloes Zimmer ein, bevor mir einfiel, dass ich nicht bei ihr übernachten würde. Ich hatte keine Ahnung, welches Zimmer meins war, und probierte drei Türen auf dem Gang aus, bevor ich aufgab und mich am Empfang erkundigte. Als ich zurückkam, begriff ich, dass mein Zimmer genau neben ihrem lag. Es war das Spiegelbild ihres Zimmers, aber dennoch auf verschiedene Arten und Weisen, die man nicht sehen konnte, vollkommen anders. Diese Dusche hatte letzte Nacht nicht unsere Vortäuschung weggespült. Wir hatten in diesem Bett nicht aneinander geschmied geschlafen. Diese Wände waren nicht angefüllt gewesen mit ihren Lauten, als sie in tausend Stücke zerfiel. Und dieser Schreibtisch war nicht am Vormittag bei einem Quickie kaputt gegangen. Ich checkte mein Handy und sah, dass mein Bruder zweimal versucht hatte, mich zu erreichen. Na, großartig. Normalerweise hätte ich schon längst ein paar Mal mit meinem Vater und meinem Bruder telefoniert, ihnen von den Meetings oder potenziellen Kunden erzählt, die ich getroffen hatte. Bisher hatte ich keinen von beiden ein einziges Mal angerufen. Ich befürchtete, sie würden sofort erkennen, dass ich diese Woche nicht ganz bei der Sache war. Es war nach elf, und ich fragte mich, ob sie noch mit ihren Freunden zusammen war oder vielleicht schon zurück. Vielleicht lag sie wach in ihrem Bett und grübelte über die gleichen Sachen nach wie ich. Ohne nachzudenken, griff ich zum Telefon und wählte ihre Zimmernummer. Es klingelte viermal, bevor der Anrufbeantworter ansprang. Ich legte auf und versuchte es auf ihrem Handy. Sie nahm gleich beim ersten Klingelton ab. Mr. Ryan? Ich zuckte zusammen. Sie war mit den anderen Studenten zusammen. Natürlich konnte sie mich jetzt nicht Bennet nennen. Hi, ich... ähm, wollte nur sicher gehen, dass du weißt, wie du zum Hotel zurückkommst. Ihr Lachen drang durch die Leitung, abgedämpft durch die sie umgebenden Stimmen und das Pulsieren lauter Musik. Es warten draußen an die siebzig Taxis. Ich nehme mir einfach eins davon, wenn wir hier fertig sind. Wann wird das sein? Wenn Melissa diesen Trink ausgetrunken hat und vermutlich noch einen. Und wenn Kim beschlossen hat, dass sie mit jedem dreckigen Weiberhild hier getanzt hat. Sie können mich also irgendwann zwischen jetzt und morgen früh um acht erwarten. Spielst du gerade die Neumalkluge? Ich spürte, wie ich übers ganze Gesicht grinste. Ja. Schön. Ich atmete laut aus. Schreib mir einfach eine SMS, wenn du gut zurückgekommen bist. Sie schwieg einen Moment lang. Dann sagte sie, Das mache ich. Ich legte auf und warf das Handy neben mich auf das Bett, starrte vermutlich über eine Stunde lang auf den Boden. Ich wusste nicht, was ich mit mir anstellen sollte. Ich war noch immer in der Lobby, als sie morgens um zwei Uhr zurückkam, lächelnd und mit geröteten Wangen. Sie ließ ihr Handy in ihre Tasche fallen. Mein Handy surrte. Bin gut zurückgekommen. Ich beobachtete sie, wie sie an der Rezeption vorbeiging, Richtung Fahrstühle, in deren Nähe ich auf einer Couch hockte. Als sie mich sah, in meinem zerknitterten Anzug und mit übernächtigten Augen, blieb sie stehen. Sicherlich war mein Haar zum Davonlaufen. Ich war halb Krankversorger gewesen. Plötzlich hatte ich nicht mehr den blassesten Schimmer, warum ich wie ein ängstlicher Gatte auf sie wartete. Ich wusste nur, dass ich nicht derjenige sein würde, der beschloss, dass es mit uns nicht klappen würde. Tief in mir drin spürte ich das Bedürfnis, es tatsächlich auszuprobieren. »Bennett?« Sie sah zu ihrer Freundin rüber, die winkte und weiter zum Fahrstuhl ging. Es war mir scheißegal, was ihre Freundin dachte, auch wenn ich spürte, wie sie uns anstarrte, bis ich die Fahrstuhltür hinter ihr schloss. Chloe trug ein kleines Schwarzes und Stöckelschuhe, bei denen ich am liebsten beantragt hätte, dass sie bis zum Ende ihres Praktikums zu ihrer Uniform gehörten. Dünne Bänder verliefen überkreuzt von ihren pinkfarben angemalten Fußnägeln hoch bis auf halber Höhe ihrer Schienenbeine. Ich wollte ihr das Kleid vom Körper schälen und sie in die Couch vögeln, mich dabei an diesen Schuhen festhalten, um nicht das Gleichgewicht zu verlieren. »Hey!« murmelte ich, hypnotisiert von diesen meterlangen nackten Beinen vor mir. Sie kam näher, blieb nur wenige Zentimeter vor mir stehen. »Was machst du hier unten?« »Warten.« Verzweifelt versuchte ich zu verbergen, wie sehr sie mich gerade anmachte, dass ich meine Gedanken kaum von der Vorstellung abbringen konnte, wie ich meine Hände in ihrem Haar versenkte. Ich dachte daran, dass meine Daumen ihre kleinen pinkfarbenen Nippel vollkommen verdecken konnten, dass ihre Klitt der weichste Körperteil war, den ich je berührt hatte. Ich wollte sie von ihren Zehen bis zu ihren Ohrläppchen schmecken und ihr jeden meiner Gedanken verraten, den ich im Kopf hatte. »Bist du betrunken?« Ich schüttelte den Kopf. »Nicht so, wie du denkst.« »Jemand hat heute gesehen, dass ich dich angeschaut habe.« »Das weiß ich.« Sie ließ ihre Finger durch mein Haar gleiten. »Während der Hauptrede.« »Ich hab dein Gesicht gesehen.« »Ich bin in Panik geraten.« Chloe sagte nichts dazu. Sie lachte nur, ein weicher, heiserer Ton. »Es geht nicht darum, wie ich dabei aussehe. Ich mach mir Sorgen, wie du dabei aussiehst. «, fügte ich hinzu. Ich hörte sie scharf einatmen, fühlte, wie ihre Finger sich in meinem Haar verkrallten. Sie wirkte bestürzt. Wie hatte sie nicht mitbekommen können, wie verknallt ich inzwischen war? Ich war mir sicher, dass man es merken musste, wann immer ich sie anschaute. Wie immer wollte ich sie von hinten packen, ihr eine auf den Hintern hauen, wenn sie ein Laut von sich gab, ihr Haar ziehen, wenn ich kam, wieder in ihre Brüste beißen, meine Zähne über ihre Wirbelsäule ziehen, die Rückseite ihrer Oberschenkel zwicken und dann mit der sanftesten Berührung darüber fahren. Aber ich wollte ihr auch beim Schlafen zusehen und dann beobachten, wie sie aufwachte und mich sah und ihre Gefühle an dieser ersten, ungefilterten Reaktion bemessen. Ich begann zu begreifen, dass es hier nicht nur um Sex ging und dass es nicht nur darum ging, mich von etwas zu befreien. Ich war dabei, mich in sie zu verlieben, ihr restlos zu verfallen und das so schnell und so heftig, dass ich dabei den Boden unter den Füßen verlor. Das machte mir tierische Angst. Ich beschloss ihr, die Wahrheit zu sagen. So muss es sich anfühlen, kurz bevor man aufgibt und ertrinkt. Wenn der ganze Körper nachgibt und die Erleichterung so mächtig ist, dass sie alle Angst auslöscht. Ich brauche noch eine Nacht. Sie saugte scharf die Luft ein und starrte mich an. Erst da kam mir in den Sinn, dass sie etwas vollkommen anderes als ich empfinden konnte. Du darfst natürlich Nein sagen. Ich würde nur... Ich fuhr mir mit der Hand durchs Haar und sah zu ihr auf. Ich würde nur unheimlich gerne heute Nacht wieder mit dir zusammen sein. Du bist ein bisschen gierig, oder? Du hast ja keine Ahnung. Oben in ihrem Zimmer, zwischen ihren Laken, über ihrem Körper, der mich in sich aufnahm, fiel alles andere von mir. Ihr Duft und ihre Laute vernebelten meinen Verstand, ließen meine Stöße unregelmäßig und hart werden. Sie war klitschnass, alles an ihr, außen und innen. Und so zog sie mich immer tiefer. Ihre Beine umklammerten meine Hüften. Dann warf sie mich lachend um, rhythmisch mit durchgedrücktem Rücken, den Kopf nach hinten geworfen. Finger gruben sich in meinen Bauch, verankerten sich in mir. Ihre Haut glänzte, und ich setzte mich unter ihr auf, um das Gleiten ihrer Brust auf meiner zu spüren, als sie über mich rutschte. Ich schob sie wieder zurück, beugte mich noch einmal über sie, diesmal mit ihren Beinen auf meinen Schultern und in ihrem Mund nach Worten suchend. Ihre Fingernägel bohrten sich in meinen Rücken. Ich zischte auf, sagte ihr mehr und Ja, wollte, dass sie mich brandmarkte, etwas hinterließ, das morgen noch da sein würde. Sie kam einmal und dann noch mal und noch mal. Sie riss an ihren Haaren, sah wild und zügellos aus. Ich brach an ihrem Körper zusammen, brachte nur noch zusammenhanglos aneinandergefügte Worte hervor, als ich kam, versuchte ihr zu sagen, was wir beide schon wussten. Was auch immer außerhalb dieses Zimmers geschah, war vollkommen irrelevant. Wir kehrten langsam aus dem Orbit zurück. In die Laken verwickelt sprachen wir stundenlang über unseren Tag, über das Treffen mit Gugliotti, über sein Dinner und meinen Abend mit meinen Freunden. Wir sprachen über den kaputten Tisch und dass ich nur Unterwäsche für eine Woche eingepackt hatte, er also keine Slips mehr zerreißen durfte. Wir sprachen über alles außer das Chaos, das er in meinem Herz ausgelöst hatte. Ich fuhr mit einem Finger über seine Brust und er hielt ihn in seiner Hand fest, führte ihn zu seinen Lippen und sagte, »Es ist schön, sich mit dir zu unterhalten.« Lachen schob ich ihm das Haar aus der Stirn. »Du unterhältst dich doch tagtäglich mit mir. Und wenn ich Unterhaltung sage, dann meine ich schreien, brüllen, schmollen.« Mit den Fingerspitzen malte er mir Spiralen auf den nackten Bauch und plötzlich konnte ich nicht weitersprechen. »Du weißt, was ich meine«, sagte er. »Das tat ich. Ich wusste genau, was er meinte und ich wollte einen Weg finden, diesen Moment auszudehnen, von hier bis zur Ewigkeit. Also, erzähl mir was von dir.« Sein Lächeln wirkte leicht nervös, als er mich nun ansah. »Was willst du wissen?« »Ganz ehrlich?« »Ich glaube, ich will alles wissen. Aber fangen wir mit dem Einfachsten an. Erzähl mir die Geschichte von Bennets Frauen.« Er fuhr sich mit dem Finger über die Augen braun und wiederholte lachend, »Fangen wir mit dem Einfachsten an.« »Richtig!« Er räusperte sich. Eine Handvoll in der High School, ein paar im College, ein paar an der Uni, ein paar nach der Uni und dann eine längere Beziehung während meiner Zeit in Frankreich. Einzelheiten? Ich wickelte mir eine seiner Haarsträhnen um den Finger und hoffte, dass ich ihn nicht zu sehr unter Druck setzte. Aber zu meiner Überraschung antwortete er mir ohne Zögern. Sie hieß Sylvie. Sie war Managerin in einer kleinen Biotech-Firma in Paris. Wir waren drei Jahre lang zusammen und trennten uns ein paar Monate, bevor ich nach Hause zurückging. »Bist du deshalb zurückgekommen?« Ein Lächeln zuckte um seine Mundwinkel. »Nein.« »Hat sie dir das Herz gebrochen?« Das Lächeln wurde zu einem breiten Grinsen. »Nein, Chloe.« »Hast du ihres gebrochen?« Warum fragte ich das überhaupt? Was wollte ich hören? Dass er Ja sagte? Ich wusste, dass er Herzen brechen konnte. Und ich war mir sogar ziemlich sicher, dass er meines brechen würde. Er beugte sich vor, um mich zu küssen, saugte eine Weile an meiner Unterlippe, bevor er flüsterte. »Nein, es klappte nur nicht mehr mit uns. Mein Liebesleben verlief vollkommen undramatisch. Bis du kamst.« Ich lachte. Einen Gang hochzuschalten macht halt Spaß. Dass er ebenfalls lachte, konnte ich an den Vibrationen spüren, als er meinen Hals küsste. Und ja, das tust du. Lange Finger bahnten sich einen Weg hinunter zu meinem Bauch, zu meinen Hüften und schließlich zwischen meine Beine. Du bist dran. Mit einem Orgasmus? Ja, bitte. Langsam ließ er einen Finger um meine Klitt kreisen, bevor er ihn in mich hineinschob. Er kannte meinen Körper besser als ich selbst. »Nein,« murmelte er, »du bist dran, deine Geschichte auszupacken.« »Nie im Leben kann ich an irgendwas denken, wenn du sowas machst.« Er gab mir einen Kuss auf meine Schulter, legte seine Hand zurück auf meinen Bauch und malte dort wieder Kreise. Ich zog einen Schmollmund, aber er bemerkte es nicht, weil er seine Finger auf mir betrachtete. »Gott, da waren so viele Männer, wo soll ich bloß anfangen?« »Chloe?« warnte er mich. »Zwei in der Highschool, einer im College.« »Du hattest nur mit drei Männern Sex?« Ich lehnte mich zurück, um ihn anzusehen. »Hallo, Einstein, ich hatte mit vier Männern Sex.« Ein freches Grinsen machte sich auf seinem Gesicht breit. »Richtig, und ich bin der Beste von dieser peinlich großen Auswahl?« »Bin ich das denn?« Sein Grinsen verschwand und er blinzelte überrascht. »Ja.« Es war ehrlich. Es ließ etwas in mir schmelzen, zu einem kleinen, warmen Ball. Ich beugte mich vor, um sein Kind zu küssen und versuchte zu verbergen, was diese Aussage mit mir anstellte. »Gut.« Ich küßte ihn entlang der Schulter und stöhnte glücklich. Ich liebte seinen Geschmack, liebte es, seinen sauberen Salbeigeruch in mich aufzunehmen. Ich vergrub die Finger in seinen Haaren und zog ihn herunter, sodass ich an seinem Kiefer, seinem Hals, seinen Schultern knabbern konnte. Er hielt vollkommen still, auf mich gestützt und küßte mich eindeutig nicht zurück. Was zum Teufel? Er setzte zum Sprechen an, schloss dann wieder den Mund. Irgendwie gelang es mir, meinen Mund lang genug von seinem Körper fernzuhalten, um zu fragen, »Was?« »So langsam wird mir klar, dass du mich für einen dreckigen Weiberhelden hältst, aber es ist mir tatsächlich wichtig. Was ist dir wichtig?« »Ich will hören, dass du es sagst.« Ich starrte ihn an und er starrte zurück. Seine Iris nahm einen vertrauten Ton an, wütendes Braun-Grün. In Gedanken ging ich die letzten Minuten durch und versuchte zu verstehen, wovon er redete. »Oh, ja.« Seine Augenbrauen zogen sich zusammen. »Ja, was, Miss Mills?« Glut durchströmte mich. Seine Stimme war anders, wenn er das sagte. Scharf, unerbittlich, höllisch heiß. »Ja, du bist der Beste von einer sehr peinlichen Auswahl.« »Schon besser.« »Bisher zumindest.« Er rollte sich auf mich drauf, packte meine Handgelenke und hielt sie über meinem Kopf fest. »Reiz mich nicht.« »Dich nicht reizen?« »Bitte«, sagte ich atemlos. Sein Schwanz drückte gegen meinen Oberschenkel. Ich wollte ihn weiter oben. Ich wollte, dass er in mich eindrang. »Wir machen nichts anderes, als uns zu reizen.« Als ob er mir beweisen wollte, wie falsch ich damit lag, griff er nach unten und führte seinen harten Schwanz in mich ein, legte eins meiner Beine um seine Hüften. Er hielt absolut still und starrte auf mich hinunter. Seine Oberlippe zuckte. »Bitte beweg dich«, flüsterte ich. »Das würde dir gefallen?« »Ja.« »Und wenn ich es nicht tue?« Ich biss mir auf die Lippe, versuchte ihn wütend anzufunkeln. Er lächelte und knurrte. »Das ist reizen.« »Bitte?« Ich versuchte, meine Hüften zu bewegen, aber er folgte meinen Bewegungen, sodass ich keine Reibung erzeugen konnte. »Chloe, ich reize dich niemals. Ich ficke dich um den Verstand.« Ich lachte, und seine Augen schlossen sich, als ich das tat. Mein Körper zog sich noch mehr um ihn zusammen. »Nicht, dass du sonderlich viel Verstand hättest.« Er biss mich in den Nacken. »Jetzt sag mir, wie gut ich es dir besorge.« Etwas in seiner Stimme, eine Verletzlichkeit und wie sie am Ende des Satzes schwächer wurde, zeigte mir, dass dies für ihn kein Spiel war. Niemand hat mir jemals solche Orgasmen verschafft wie du, nicht mit den Händen, dem Mund oder irgendwas anderem. Er hatte sich zuvor nicht bewegt, auch wenn die Anzeichen der Anstrengung deutlich waren, seine Schultern zitterten, sein Atem kam keuchend, als ob sein ganzer Körper zwischen den Laken explodieren wollte. Aber als ich das sagte, erstarrte er noch mehr. »Niemand?« »Nur du.« Ich reckte mich, um an seinem Kinn zu knabbern. »Ich würde mal sagen, das gibt dir einen gewissen Vorsprung vor der Konkurrenz.« Er atmete meine Namen aus, als seine Hüften sich zurückzogen, dann vorschoben, stießen, vor und zurück. Das Gespräch war beendet, sein Mund fand meinen, dann mein Kinn und meinen Kiefer und meine Ohren. Seine Hand fuhr seitlich an meinem Körper entlang, zu meiner Brust und schließlich zu meinem Gesicht. Als ich dachte, dass wir beide uns nur unserem Rhythmus hingaben und ich meinen Höhepunkt herannahen spürte, näher und näher, und ich meine beiden Fersen in seinen Hintern drückte, mehr brauchte und schnell und alles von ihm, flüsterte er plötzlich. »Ich wünschte, ich hätte das gewusst.« »Warum?« brachte ich hervor. Ein Ausatmen, das kaum einen Laut über meine Lippen brachte. Schneller, schrie mein Körper, mehr. Hätte es etwas daran geändert, was für ein Riesenarschloch du warst?« Er löste meine Beine von seinem Körper, drehte mich um und auf die Knie. »Keine Ahnung, ich wünschte nur, ich hätte es gewusst,« keuchte er und stieß wieder in mich hinein. Verflucht, so verdammt tief. Seine Bewegungen waren vollkommen fließend, wie Tanzen, wie sich kräuselndes Wasser, wie das Gleiten des Sonnenlichts durch das Zimmer. Die Sprungfedern der Matratze ächzten unter uns, die Kraft seiner Stöße schob mich im Bett höher. »Fast!« Ich umklammerte die Laken, bettelte ihn an, weiterzumachen. »Fast!« »Härter!« »Scheiße!« »Ich bin so kurz davor. Los!« »Komm!« Seine Bewegungen waren jetzt vollkommen harmonisch. Er wusste, dass er an diesem Punkt nichts mehr beeinflussen konnte. »Los!« »Komm!« Sein Gesicht, seine Stimme, sein Geruch, jeder Teil von ihm erfüllte meinen Verstand, als ich mich gehorsam unter ihm auflöste. Er pumpte grob, dann spannte er jeden einzelnen Muskel an, bevor er an mir zerschmolz. »Scheiße!« 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 keuchte er in mein Haar, bevor er auf mir verstummte, schwer und unbeweglich wurde. Die Klimaanlage setzte mit einem Rasseln wieder ein, gefolgt von einem gleichmäßigen Dröhnen. Als er wieder bei Atem war, rollte Bennet von mir herunter und fuhr mit der Hand über meinen verschwitzten Rücken. »Chloe?« »Hm?« »Ich will mehr als nur das.« Seine Stimme war so rau und tief, dass ich mir noch nicht mal sicher sein konnte, dass er wach war. Ich erstarrte. Meine Gedanken explodierten. Was hast du gerade gesagt?« Mit sichtbarer Anstrengung öffnete er die Augen. »Ich will mit dir zusammen sein.« Auf einen Ellbogen gestützt, starrte ich auf ihn hinab, vollkommen unfähig, nur ein einziges Wort aus meinem Hirn hervorzuzaubern. So müde. Seine Augen fielen zu. Er legte einen schweren Arm um mich, zog mich zu sich hinunter. »Baby, komm her.« Nachdem er sein Gesicht an meinen Hals gedrückt hatte, murmelte er, »Es ist okay, wenn du es nicht auch willst. Ich nehme alles, was du mir gibst. Lass mich nur bis morgen früh hierbleiben, okay?« Plötzlich war ich hellwach, starrte gegen die dunkle Wand und lauschte dem Dröhnen der Klimaanlage. Ich hatte Angst, dass dies alles ändern würde, und noch mehr Angst, dass er nicht wusste, was er da sagte, und es gar nichts ändern würde. »Okay«, flüsterte ich in die Dunkelheit. Sein Atem wurde gleichmäßiger und er schlief ein. Ich rollte mich herum und zog ein Kissen gegen meinen Körper, suchte nach Trost. Sein Geruch hatte mich aus dem Schlaf geweckt, aber die kühlen Laken auf der anderen Seite des Betts sagten mir, dass ich alleine war. Ich sah zur Badezimmertür hinüber, versuchte mich auf mögliche Geräusche von dort zu konzentrieren, nur waren da keine. Ich umklammerte sein Kissen. Meine Augen wurden immer schwerer. Ich wollte auf ihn warten. Ich brauchte die Sicherheit seines warmen Körpers neben mir und das Gefühl seiner starken Arme um mich herum. Ich stellte mir vor, wie er mich hielt, mir sagte, dass das alles wahr war und sich nichts am Morgen ändern würde. Nach einer Weile fielen mir die Augen zu und ich glitt zurück in einen unruhigen Schlaf. Irgendwann später wachte ich wieder auf, immer noch alleine. Ich rollte mich herum und sah auf die Uhr. Fünf Uhr vierzehn. Was? Ich tastete im Dunkeln umher, zog das nächstbeste an und ging zum Badezimmer. Bennet? Keine Antwort. Ich klopfte sanft. Bennet! Von der anderen Seite der Tür her war ein Stöhnen zu hören, ein leichtes Schlurfen. Geh einfach weg! Seine Stimme klang heiser und heilte an den Badezimmerfliesen wieder. Bennet, bist du in Ordnung? Ich fühle mich nicht so gut. Es geht mir bestimmt gleich besser, leg dich wieder ins Bett. Kann ich irgendwas für dich tun? fragte ich. Es geht mir gut, bitte geh, leg dich wieder hin. Aber Chloe! stöhnte er, ganz offensichtlich verärgert. Unsicher, was ich tun sollte, drehte ich mich um und kämpfte mit einem merkwürdigen, beunruhigenden Gefühl. Bennet? Krank? In dem Jahr, in dem ich ihn jetzt kannte, hatte ich nie mehr als eine verschnupfte Nase bei ihm erlebt. Ganz offensichtlich wollte er nicht, dass ich vor der Tür rumlungerte, aber auf keinen Fall konnte ich mich wieder schlafen legen. Ich lief zurück zum Bett, strich die Laken glatt und ging dann weiter ins Wohnzimmer der Suite. Nachdem ich mir eine Flasche Wasser aus der Minibar geholt hatte, setzte ich mich aufs Sofa. Wenn er krank war, ich meine richtig krank, dann würde er es auf keinen Fall in ein paar Stunden zum Meeting mit Gugliotti schaffen. Ich schaltete den Fernseher ein und begann, durch die Kanäle zu zappen. Dauerwerbesendung, schlechter Film, Nick at Night, ah, Wayne's World. Ich lehnte mich bequem zurück, zog meine Knie an und stellte mich auf Warten ein. Als der Film halb rum war, hörte ich die Wasserspülung im Badezimmer. Ich setzte mich auf und lauschte, da es das erste Geräusch war, das ich seit über einer Stunde gehört hatte. Die Badezimmertür öffnete sich. Ich sprang vom Sofa, schnappte mir eine weitere Wasserflasche, bevor ich das Schlafzimmer betrat. Fühlst du dich schon besser? Ja, ich glaube, ich muss jetzt einfach nur schlafen. Er stolperte ins Bett, vergrub stöhnend sein Gesicht im Kissen. Was, was war los? Ich stellte die Wasserflasche auf das Nachttischchen und setzte mich auf die Bettkante. Mein Magen, ich denke, es war das Sushi gestern Abend. Er hielt die Augen geschlossen und selbst in dem schwachen Licht, das aus dem anderen Zimmer hereinschien, erkannte ich, wie fürchterlich er aussah. Er drehte sich leicht von mir weg, aber ich ignorierte das, legte eine Hand auf sein Haar und die andere auf seine Wange. Sein Haar war feucht und sein Gesicht blass und kalt. Entgegen seiner anfänglichen Reaktion schmiegte er sich jetzt in meine Berührung. Warum hast du mich nicht geweckt? Ich strich ihm ein paar feuchte Haarsträhnen aus dem Gesicht. Weil es das Letzte war, was ich brauchte, dass du mir beim Kotzen zuguckst, erwiderte er etwas barsch und ich verdrehte die Augen, hielt ihm die Flasche Wasser hin. Ich hätte etwas tun können. Sei nicht so ein Mann. Sei nicht so eine Frau. Was hättest du schon tun können? Lebensmittelvergiftung ist eine ziemlich einsame Angelegenheit. Was soll ich also Gugliotti sagen? Er rieb sich stöhnend das Gesicht. Scheiße. Wie spät ist es? Ich blickte zur Uhr. Kurz nach sieben. Wann ist das Meeting? Um acht. Er versuchte aufzustehen, ließ sich aber leicht wieder zurück ins Bett rücken. Auf keinen Fall wirst du in diesem Zustand zum Meeting gehen. Wann hast du dich das letzte Mal übergeben? Wieder stöhnte er. Vor ein paar Minuten. Genau. Wie eklig. Ich rufe ihn an, um den Termin zu verschieben. Bevor ich zum Schreibtisch gehen und mein Handy holen konnte, hielt er mich am Arm fest. Chloe, du machst das. Meine Augenbrauen hoben sich bis zum Haaransatz. Was mache ich? Er wartete. Das Meeting? Er nickte. Ohne dich? Er nickte wieder. Du schickst mich allein zu einem Meeting? Miss Mills? Sie sind echt mit Grips gesegnet. Halt's Maul, sagte ich lachend und schubste ihn sanft. Und ich mach das nicht ohne dich. Wieso nicht? Ich wette, du kennst das Angebot, das wir ihm gemacht haben, genauso gut wie ich. Außerdem, wenn wir den Termin umlegen, wird er sich nur einen entspannten Trip nach Chicago gönnen und uns die Rechnung schicken. Bitte, Chloe. Ich starte zu ihm herunter. Er wartete darauf, dass er ein freches Grinsen aufsetzte oder das Gesagte zurücknahm. Aber das tat er nicht. Und es stimmte, ich kannte das Angebot und ich kannte auch alle Konditionen. Ich würde das schaffen. Okay, sagte ich lächelnd und spürte einen Anflug Hoffnung, dass wir das hier uns doch noch klarkriegen würden. Ich bin dabei. Sein Gesichtsausdruck wurde hart und seine Stimme bekam einen Klang, den ich in den letzten Tagen nur selten gehört hatte. Sie schickte kleine Wellen der Gier durch mich hindurch. Dann stellen Sie mir mal Ihren Plan vor, Miss Mills. Nickend sagte ich, ich muss sicher stellen, dass er sich der Parameter des Projekts und des Zeitplans im Klaren ist. Ich achte außerdem darauf, ob er Dinge verspricht, die er nicht halten kann. Gugliotti ist berüchtigt dafür. Bennett lächelte zustimmend. Also fuhr ich fort. Ich bestätige die Termine, den Vertragsbeginn und die Eckdaten. Als ich sie alle fünf an der Hand aufgelistet hatte, wurde sein Lächeln noch breiter. Du wirst schon klarkommen. Ich beugte mich vor und küsste ihn auf die kalte Stirn. Ich weiß. Wenn man mich zwei Stunden später gefragt hätte, ob ich fliegen könnte, hätte ich sofort Ja gesagt. Das Meeting war perfekt gelaufen. Mr. Gugliotti, der anfangs leicht verschnupft gewesen war, einer Praktikantin statt einem Ryan-Vorstandsmitglied gegenüber zu sitzen, beruhigte sich etwas, als er von den Umständen hörte. Später schien er beeindruckt zu sein von den Details, die ich ihm präsentieren konnte. Er hatte mir sogar einen Job angeboten. Sobald Sie bei Mr. Ryan fertig sind, natürlich, fügte er augenzwinkernd hinzu, und ich reagierte mit einem diplomatischen Zögern. Ich war mir nicht sicher, ob ich überhaupt wirklich bei Mr. Ryan aufhören wollte. Nach dem Meeting rief ich Susan an, um herauszufinden, was Bennet besonders mochte, wenn er krank war. Wie ich erwartet hatte, hatte sie ihn das letzte Mal mit einer Hühnernudelsuppe und Eis am Stiel verwöhnt, als er noch eine Zahnspange trug. Sie war erfreut, von mir zu hören, und ich musste den Anflug eines Schuldgefühls herunterschlucken, als sie mich fragte, wie er sich benahm. Ich beruhigte sie, dass alles in Ordnung sei, und er nur unter einer leichten Magenverstimmung leide. Morgen früh seien wir schon wieder zu Hause, und natürlich würde ich dafür sorgen, dass er sie anrief. Mit einer Einkaufstüte bewaffnet kehrte ich auf mein Zimmer zurück, machte allerdings erst kurz in der kleinen Kochnische Halt, um die Lebensmittel abzustellen und mich aus meinem taillierten Kostüm zu befreien. Mit nichts am Körper als meinem Unterkleid ging ich ins Schlafzimmer. Keine Spur von Bennet. Die Badezimmertür stand offen, aber dort war er auch nicht. Es sah aus, als ob der Zimmerservice da gewesen wäre. Die Laken waren frisch und glatt, unsere auf dem Boden verteilten Klamotten weggeräumt. Die Balkontür stand offen, ließ eine kühle Brise herein. Draußen fand ich ihn auf einem Stuhl sitzend, die Ellbogen auf den Knien, den Kopf in den Händen. Er sah aus, als hätte er geduscht, und trug jetzt eine dunkle Jeans und ein grünes T-Shirt. Meine Haut prickelte, wurde warm bei seinem Anblick. Hey! Er sah auf, betrachtete ausgiebig meine Kurven. Heilige Scheiße! Ich hoffe, du hast das nicht zum Meeting getragen. Doch, das habe ich. Ich lachte, aber darüber hatte ich ein sehr anständiges blaues Kostüm an. Gut, knurrte er. Er zog mich dichter an sich heran, legte seine Arme um meine Taille und drückte seine Stirn an meinem Bauch. Ich hab dich vermisst. In meiner Brust zog sich etwas zusammen. Was machten wir da bloß? War das echt? Oder spielten wir nur für ein paar Tage Vater, Mutter, Kind, um dann wieder in unsere alten Verhaltensmuster zu verfallen? Ich glaubte nicht, dass ich mich nach dem hier wieder wie früher verhalten konnte, und ich konnte auch nicht in die Zukunft sehen und erahnen, wie das alles enden würde. Frag ihn, Chloe. Er sah zu mir auf, sein Blick heiß auf meinem Gesicht. Offensichtlich wartete er darauf, dass ich etwas erwiderte. Fühlst du dich besser? fragte ich schließlich. Feigling. Er machte ein langes Gesicht, verbarg das aber rasch. Wesentlich, sagte er, wie ist das Meeting gelaufen? Obwohl ich noch vollkommen high war von dem Meeting mit Gulliotti und ihm unbedingt in allen Einzelheiten davon erzählen wollte, fühlte ich mich dennoch kalt und leer, als er mich das fragte, dabei seine Arme von meiner Talie nahm und sich zurücklehnte. Ich wollte den Film zurückdrehen bis zu jenem Moment vor zwei Minuten, als er mir gesagt hatte, dass er mich vermisst hatte, um dann zu antworten, ich hab dich auch vermisst. Ich würde ihn küssen, wir würden uns beide ablenken lassen, und ich würde ihm erst ein paar Stunden später von Gulliotti erzählen. Stattdessen berichtete ich in allen Einzelheiten vom Meeting, wie Gulliotti auf mich reagiert hatte und wie ich ihn dazu gebracht hatte, sich wieder auf das anstehende Projekt zu konzentrieren. Ich gab jeden Aspekt der Diskussion so detailliert wieder, dass Bennet am Schluss leise lachte. Du meine Güte, was für ein Wortschwall! Ich denke, es ist gut gelaufen. Ich trat einen Schritt näher an ihn heran, legte eine Arme wieder um mich, aber das tat er nicht. Er lehnte sich zurück und schenkte mir ein steifes Lächeln, ganz der distanzierte, hübsche Bastard. Du warst großartig, Gulli. Das überrascht mich kein bisschen. Ich war an diese Art Kompliment von ihm nicht gewöhnt. Verbesserte Handschrift, toller Blowjob, das waren die Sachen, die er zu bemerken wusste. Ich war erstaunt, wie viel mir seine Meinung bedeutete. Ob es das schon immer getan hatte? Würde er anfangen, mich anders zu behandeln, wenn wir Liebende wären, statt Fickfreunde? Ich war mir noch nicht mal sicher, ob ich ihn als Chef wirklich softer haben wollte oder ob er versuchen sollte, seine Rollen als Liebender und Mentor zu vermischen. Mir gefiel der hübsche Bastard besser, sowohl bei der Arbeit als auch im Bett. Aber kaum hatte ich das gedacht, da wurde mir klar, dass die Art, wie wir früher miteinander umgegangen waren, mir jetzt wie ein merkwürdiges, fremdes Objekt in der Ferne vorkam oder wie ein Schuh, aus dem ich schon lange rausgewachsen war. Ich war hin und her gerissen zwischen meinem Wunsch, dass er irgendwas Mieses sagte, um mich in die Realität zurückzubringen, und dem Wunsch, dass er mich an sich zog und meine Brust durch das Unterkleid hindurch küßte. Noch mal, Chloe, Regel Nummer 750.000. Du fickst nicht mit deinem Chef. Du verwandelst eine klar definierte Beziehung nicht in ein Chaos mit unklaren Grenzen. Du siehst so müde aus, flüsterte ich und fuhr ihm durchs Nacken Haar. Das bin ich, murmelte er. Ich bin froh, dass ich nicht hingegangen bin. Ich hab mich übergeben, mehrfach. Danke für die Info, sagte ich lachend. Widerstrebend trat ich dann einen Schritt zurück. Ich nahm sein Gesicht in meine Hände. Ich hab dir Eis am Stiel mitgebracht. Ginger Ale, Ingwerbonbons und Salzstang. Was davon willst du zuerst? Er starrte mich an. Einen Moment lang schien er vollkommen verwirrt zu sein. Dann platzte es aus ihm heraus. Du hast meine Mutter angerufen? Ich ging am Nachmittag für ein paar Stunden zur Konferenz hinunter, damit er noch etwas schlafen konnte. Er versuchte, den starken Macker herauszukehren. Aber ich sah, dass ihm schon nach einem halben Limon als schlecht war. Er wurde etwas grün im Gesicht. Außerdem konnte er auf dieser Konferenz keine zehn Schritte gehen, ohne dass er angehalten, hofiert oder angeflötet wurde. Selbst in gesundem Zustand würde er nicht weit genug kommen, um irgendwas zu sehen, das seine Zeit wert wäre. Als ich ins Zimmer zurückkehrte, lag er in einer herrlichen, für den hübschen Bastard eher untypischen Pose auf dem Sofa, mit nacktem Oberkörper und einer Hand vorne in seinen Boxershorts. Es hatte etwas so Gewöhnliches, wie er dort gelangweilt saß und Fernsehen guckte. Ich war dankbar für diese Erinnerung daran, dass dieser Mann in gewisser Weise auch nur ein Mann war. Nur ein weiterer Mensch, der auf diesem Planeten herumirrte, zurechtzukommen versuchte und tatsächlich nicht jede Sekunde damit verbrachte, die Welt aus den Angeln zu heben. Tief vergraben in dieser Erkenntnis, dass Bennet einfach nur Bennet war, spürte ich eine wilde Sehnsucht. Es gab tatsächlich eine Chance, dass er mein einfach nur Bennet werden würde. Und für den Augenblick eines Herzschlags wollte ich das mehr, als ich, glaube ich, jemals etwas gewollt hatte. Eine Frau mit übertrieben glänzendem Haar warf ihren Kopf herum und lächelte uns an. Ich ließ mich neben ihn auf das Sofa fallen. Was läuft gerade? Eine Shampoo-Werbung. Er zog seine Hand aus den Boxershorts und streckte sie nach mir aus. Ich wollte ihn schon wegen Läusen necken, hielt aber meinen Mund, als er meine Finger zu massieren begann. Eigentlich läuft aber Clerks, die Ladenhüter. Das ist einer meiner Lieblingsfilme, sagte ich. Ich weiß, du hast daraus zitiert, als ich dir das erste Mal begegnet bin. Das war allerdings aus Clerks 2, die Abhänger, stellte ich richtig und hielt dann inne. Warte mal, du erinnerst dich daran? Natürlich erinnere ich mich daran. Du hast dich angehört wie ein Kerl aus einer Burschenschaft und hast ausgesehen wie ein Model. Welcher Mann könnte das jemals vergessen? Ich hätte alles dafür gegeben, um zu wissen, was du in dem Moment dachtest. Ich dachte, äußerst verführerische Praktikantin auf 12 Uhr. Befehl zum Rückzug, Soldat. Ich wiederhole, Befehl zum Rückzug. Ich lachte und lehnte mich an seine Schulter. Gott, das erste Treffen war grauenhaft. Er sagte nichts, hörte aber nicht auf, mit dem Daumen über meine Finger zu fahren, zu drücken und zu streicheln. Ich hatte noch nie eine Handmassage gehabt und wenn er mir jetzt Oralsex vorschlagen würde, würde ich ihn vermutlich abblitzen lassen, nur damit er mit genau dem weitermachte, was er da tat. Wow, das war absolut gelogen. Ich würde diesen Mund zwischen meinen Beinen jeden Tag... Wie soll es werden, Chloe? riss er mich aus meinen Gedanken. Was? Wenn wir zurück sind in Chicago. Mit leerem Blick starrte ich ihn an. Mein Puls jagte das Blut in heftigen Schüben durch meine Adern. Wir, erklärte er mit mühsam unterdrückter Ungeduld, du und ich. Chloe und Bennet, Mann und Kratzbürste, ich weiß, dass es für dich nicht leicht ist. Nun, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich mich nicht die ganze Zeit prügeln will. Ich boxte spielerisch gegen seine Schulter. Obwohl, irgendwie mag ich das doch. Bennet lachte, aber es klang nicht richtig glücklich. Es gibt noch jede Menge, außer sich nicht die ganze Zeit prügeln. Was möchtest du? Mit dir zusammen sein, als deine Freundin, eine, die deine Wohnung kennt und ab und zu bei dir bleibt. Ich hob zu einer Antwort an, doch die Worte lösten sich in meinem Hals auf. Ich schätze, das hängt davon ab, ob aus uns wirklich irgendwas wird. Er ließ meine Hand fallen, rieb sich das Gesicht. Der Film ging weiter und wir verfielen in ein Schweigen, das meiner Meinung nach das Unerträglichste in der Geschichte der Menschheit war. Schließlich nahm er wieder meine Hand und küßte meine Handfläche. Okay, Baby, ich komme damit klar, mich nicht die ganze Zeit zu prügeln. Ich starrte seine Finger an, die meine umschlossen hielten. Nach einer gefühlten Ewigkeit brachte ich heraus, Entschuldige. Das fühlt sich etwas neu an? Für mich auch, erinnerte er mich. Wir verfielen wieder in ein Schweigen, das diesmal allerdings angenehm war und sahen uns zusammen den Film an, lachten an den gleichen Stellen und verschoben langsam unsere Sitzposition so, dass ich schließlich auf ihm drauf lag. Aus dem Augenwinkel sah ich auf die Uhr und rechnete mir im Kopf aus, wie viele Stunden wir noch in San Diego hatten. Vierzehn. Vierzehn Stunden waren noch von dieser perfekten Wirklichkeit übrig, in der ich ihn haben konnte, wann immer ich wollte. Es musste weder heimlich noch schmutzig sein, und wir brauchten keinen Streit als Vorspiel. Wie heißt dein Lieblingsfilm? fragte er mich und rollte mich so herum, dass er über mir lag. Seine Haut war heiß und ich hätte am liebsten meine Bluse ausgezogen, aber ich wollte nicht, dass er sich auch nur einen Zentimeter bewegte, nicht mal für eine Sekunde. Ich mag Komödien, begann ich, Clerks zum Beispiel, aber auch Tommy Boy, Shaun of the Dead, Hot Fuzz, Clue und solche Sachen. Aber mein aller, allerliebster Film aller Zeiten ist vermutlich »Das Fenster zum Hof«. »Wegen Jimmy Stewart oder wegen Grace Kelly?« Er beugte sich vor, meinen Hals mit Küssen zu entflammen. »Wegen beiden, aber vermutlich mehr wegen Grace Kelly.« »Das verstehe ich. Du hast Ähnlichkeit mit Grace Kelly.« Er strich mir eine Strähne zurück, die sich aus meinem Pferdeschwanz gelöst hatte. »Ich habe gehört, Grace Kelly hatte auch einen versauten Mund«, fügte er hinzu. »Du liebst meinen versauten Mund.« »Stimmt, aber ich mag ihn noch lieber, wenn er voll ist.« Er grinste mich vielsagend an. »Weißt du, wenn du ab und zu mal die Klappe halten würdest, wärst du verdammt noch mal beinahe perfekt.« »Aber dann wäre ich ein stummer Höschenzerreißer, was vermutlich sehr viel unheimlicher wäre als ein wütender Chef-Höschenzerreißer.« Ich kicherte wie wild rauflos und er schob einen Finger zwischen meine Rippen. kitzelte mich. »Ich weiß, du liebst das«, knurrte er. »Bennett?« Ich versuchte beiläufig zu klingen. »Was machst du mit ihnen?« Er warf mir einen gespielten, düsteren Blick zu. »Ich bewahre sie irgendwo sicher auf.« »Kann ich das mal sehen?« »Nein.« »Warum nicht?« »Ich sah ihn finster an, weil du nur versuchen würdest, sie dir zurückzuholen.« »Warum sollte ich sie zurückhaben wollen? Sie sind alle kaputt.« Er grinste, erwiderte aber nichts darauf. »Warum machst du das überhaupt?« Er betrachtete mich einen Augenblick, suchte offensichtlich nach einer Antwort. Schließlich stützte er sich auf einen Ellbogen und schob sein Gesicht ein paar Zentimeter über meins. »Aus dem gleichen Grund, warum es dir auch gefällt.« Damit stand er auf und zog mich ins Schlafzimmer. Ich hatte Erfahrung mit Verhandlungen, Verweigerungen und Absprachen. Diesmal war ich zwar in der ungewohnten Situation, derjenige zu sein, der alle Karten auf den Tisch legte, aber wenn es um Chloe ging, war mir das egal. Ich war voll dabei. »Freust du dich darauf, wieder nach Hause zu kommen? Du warst für fast drei Wochen weg.« Sie zuckte die Schultern, zog meine Boxershorts ohne großes Aufhebens aus und legte ihre warme Hand mit einer Vertrautheit um mich, die mich an mir vollkommen neuen Stellen schmerzte. »Ich hatte eine schöne Zeit hier, weißt du?« Ich knöpfte jeden Knopf ihrer Bluse langsam auf, küsste jeden Zentimeter ihrer Haut, als er zum Vorschein kam. »Wie viel Zeit haben wir noch zum Spielen, bevor wir zum Flieger müssen?« »Dreizehn Stunden«, sagte sie ohne auf die Uhr zu sehen. Die Antwort kam ziemlich rasch und von der Art, wie sich ihre Haut anfühlte, als ich zwei Finger in ihr Höschen schob, glaubte ich nicht, dass sie sich darauf freute, dieses Hotels immer so bald zu verlassen. Mit den Fingern kitzelte ich sie am Oberschenkel, neckte ihre Zunge mit meiner und rieb mich gegen ihr Bein, bis ich spürte, dass sie sich mir entgegendrängte. Ihre Beine schlangen sich um meine Taille und sie legte die Hände flach auf meine Brust, als ich in sie eindrang. Entschlossen sie bis zum Sonnenaufgang so häufig wie möglich zum Orgasmus zu bringen. Für mich gab es nichts anderes mehr auf der Welt, als ihre feuchte Haut und ihr Stöhnen an meinem Hals. Wieder und wieder bewegte ich mich auf ihr, stumm vor Verlangen, in ihr verloren. Ihre Hüften bewegten sich mit meinen und ihr Rücken bog sich durch, sodass ihre Brüste sich gegen mich pressten. Ich wollte zu ihr sagen, das zwischen uns ist das Erstaunlichste, was ich je gefühlt habe. Fühlst du es auch? Aber mir fehlten die Worte. Ich besaß nur noch mein Instinkt und mein Verlangen und ihren Geschmack auf meiner Zunge und die Erinnerung an ihr Lachen in meinen Ohren. Ich wollte alles für sie sein, ihr Liebhaber und ihr Sparringspartner und ihr Freund. In diesem Bett konnte ich alles sein. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll, sagte sie in einem merkwürdigen Moment, kurz vor dem Orgasmus und hielt sich dabei so sehr an mir fest, dass ich glaubte, einen Bluterguss zu bekommen. Aber ich wusste, was sie meinte, weil es schmerzhaft war, so von diesem Sehnen angefüllt zu sein und keine beschissene Idee zu haben, wie man es ausleben sollte. Ich wollte sie auf eine Weise, dass ich mich fühlte, als wäre ich die ganze Zeit satt und hungrig und mein Hirn wusste nicht, was es damit anstellen sollte. Anstatt ihr also zu antworten oder ihr zu sagen, was wir meiner Meinung nach tun sollten, küsste ich ihren Hals, legte meine Finger auf die weiche Haut ihrer Hüften und sagte, ich weiß es auch nicht, aber ich bin bereit, es jetzt schon sein zu lassen. Es fühlt sich so gut an. Sie flüsterte das an meiner Kehle und ich stöhnte leise auf, unfähig, irgendein verständliches Wort zu antworten. Ich hatte Angst, ich würde losbrüllen. Ich küsste sie. Ich drückte sie tiefer in die Matratze. Die Ekstase schien ewig anzuhalten. Ihr Körper hob sich um meinen zu begegnen, ihr Mund nass und hungrig, beißend und süß. Ich wachte auf, als mir das Kissen unter dem Kopf fortgerissen wurde und Chloe irgendetwas Unzusammenhängendes murmelte von Spinat und Hot Dogs. Diese Frau sprach im Schlaf und legte sich quer ins Bett. Ich fuhr mit einer gierigen Hand über ihren Hintern, bevor ich mich auf die Seite drehte, um auf die Uhr zu sehen. Es war erst kurz nach fünf Uhr morgens, aber ich wusste, wir mussten langsam in Fahrt kommen, um unseren Flieger um acht nicht zu verpassen. So sehr ich es auch hasste, unsere glückliche kleine Höhle der Lust zu verlassen. Ich hatte hier nichts an Arbeit geschafft und begann mich meinem Job gegenüber schuldig zu fühlen. Ich hatte ihn wirklich sträflich vernachlässigt. In den letzten zehn Jahren war die Arbeit mein Leben gewesen und obwohl mir die vernichtende Wirkung, die Chloe auf diese Balance hatte, zunehmend gefiel, so musste ich doch meinen Fokus zurückgewinnen. Es war Zeit, nach Hause zu kommen, meine Chefmütze aufzusetzen und wieder das Kommando zu übernehmen. Die frühe Morgensonne schien herein und badete Chloes blasse Haut in grau-blauem Licht. Sie lag seitlich zusammengekauert im Bett, ihr Gesicht mir zugewandt, ihr Haar ein dunkler Wirrwarr auf dem Kissen hinter ihr. Der Großteil ihres Gesichts schmiegte sich jetzt an mein Kopfkissen. Ich verstand ihr Zögern bei der Entscheidung, wie unser Verhältnis in der Realität aussehen sollte. Die San Diego-Blase war unglaublich gewesen. Teilweise, weil ihr alles fehlte, was unsere Beziehung von Anfang an so kompliziert gemacht hatte. Ihr Job bei Ryan Media, meine Rolle im Familienunternehmen, ihr Stipendium, unsere grundsätzlich dickköpfige Haltung den Dingen gegenüber. Auch wenn ich ihr gern etwas Druck gemacht hätte, um diese Sache zwischen uns zu definieren und Erwartungen festzustecken, damit ich mich kopfüber hineinstürzen konnte. Ihr sehr viel zögerlicher Ansatz war vermutlich der richtige. Wir hatten es nicht für nötig gehalten, die Laken wieder hochzuholen, nachdem wir sie letzte Nacht vom Bett geschoben hatten, und ich nutzte die Gelegenheit, ihren nackten Körper anzustarren. Ich könnte mich auf jeden Fall daran gewöhnen, morgens neben dieser Frau in meinem Bett aufzuwachen. Aber leider hatten wir keinen gemütlichen Morgen vor uns. Ich versuchte, sie mit der Hand auf der Schulter zu wecken, dann mit einem Kuss auf ihrem Hals und schließlich mit einem festen Kniff in den Hintern. Sie haute mir ziemlich heftig auf den Arm, auch wenn ich nicht ganz sicher war, ob sie wirklich wach war. Arschloch! Wir sollten aufstehen und uns fertig machen. In einer guten Stunde müssen wir am Flughafen sein. Chloe rollte sich herum und blickte zu mir auf, das Gesicht zerknittert vom Kopfkissen, der Blick unfokussiert. Sie kümmerte sich nicht darum, ihren Körper zu bedecken, wie sie es am ersten Morgen getan hatte, aber sie lächelte auch nicht. Okay. Sie setzte sich auf, trank etwas Wasser und küßte mich auf die Schulter, bevor sie aus dem Bett kletterte. Ich betrachtete ihren nackten Körper, während sie ins Badezimmer ging und sich nicht ein einziges Mal zu mir umsah. Ich brauchte nicht unbedingt einen morgendlichen Quickie, aber ich hätte nichts dagegen gehabt, noch ein bisschen zu kuscheln oder ein kurzes Kopfkissengespräch zu führen. Vielleicht hätte ich sie nicht so in den Hintern kneifen sollen. Da sie nicht wieder herauskam, klopfte ich, nachdem ich meine Sachen zusammengesucht hatte, an die Badezimmertür. Ich gehe mal nach nebenan zum Duschen. Sie schwieg einen Moment. Okay. Bekomme ich noch etwas anderes zu hören als okay? Ihr Lachen drang durch die Tür hindurch. Ich glaube, ich habe vorhin Arschloch gesagt. Ich grinste. Aber als ich mich zum Gehen umwandte, öffnete sie doch noch die Badezimmertür. Sie warf sich mir direkt in die Arme. schmiegte sich an mich und drückte ihr Gesicht an meinen Hals. Sie war noch immer nackt, und als sie zu mir aufsah, wirkten ihre Augen leicht gerötet. Entschuldige. Sie gab mir einen Kuss auf die Wange, bevor sie mich zu einem längeren, intensiveren Kuss hinunterzog. Ich werde vom Fliegen nur immer etwas nervös. Sie drehte sich um und ging zurück ins Badezimmer, bevor ich ihnen die Augen sehen und herausfinden konnte, ob sie mir die Wahrheit sagte. Das Zimmer nebenan wirkt auf geradezu unheimliche Weise makellos, selbst für eine Luxushotelkette. Ich brauchte nicht lange für packen, duschen und anziehen, aber irgendwas hielt mich davon ab, rasch wieder in Chloes Zimmer zurückzukehren, als ob sie dort etwas Zeit für sich brauchte, um mit dem stillen Kampf klarzukommen, was immer das auch für einer war, den sie mit sich selbst ausfacht. Ich spürte, wie hin und hergerissen sie war. Doch für welche Seite würde sie sich letztendlich entscheiden? Würde sie beschließen, dass sie es versuchen wollte? Oder würde sie beschließen, dass es unmöglich war, eine Balance zwischen der Arbeit und uns herzustellen? Als die Ungeduld schließlich die Überhand gewann, zog ich meinen Koffer in den Flur und klopfte an ihre Tür. Sie öffnete, angezogen wie ein freches Geschäftsfraupin ab, und ich brauchte gefühlte acht Jahre, um meine Aufmerksamkeit von ihren Beinen zu ihren Brüsten und schließlich zu ihrem Gesicht zu lenken. Hallo, Hübsche! Sie schenkte mir ein zittriges Lächeln. Hallo! Bereits zur Abfahrt? Ich ging an ihr vorbei, um ihren Koffer zu nehmen. Der Ärmel meines Jacketts streift ihren nackten Arm, und bevor ich richtig verstand, was passierte, hatte sie meine Krawatte bereits um ihre Faust gewickelt und mich gegen die Wand gedrückt, ihr Mund auf meinem. Ich erstarrte, damit hatte ich nicht gerechnet. Oh, hallo auch, murmelte ich an ihren Lippen. Sie drückte eine Hand auf meine Brust und begann mit der anderen meine Krawatte zu lockern. Sie stöhnte in meinen Mund, als ich spürte, wie mein Schwanz hart wurde. Ihre flinken Finger rissen mir die Krawatte vom Hals, warfen sie auf den Boden zu meinen Füßen. Doch dann fiel mir ein, dass wir einen Flieger erwischen mussten. Chloe, Chloe, sagte ich und versuchte, mich von ihr loszureißen. Baby, wir haben dafür keine Zeit. Mir egal. Sie bestanden aus Zähnen und Lippen, saugte an meinem Hals und ihre Hände rissen gierig meinen Gürtel auf, packten meinen Schwanz. Ich fluchte leise auf. Ich war vollkommen unfähig, der Art zu widerstehen, wie sie mich durch die Hose hindurch umschlossen hielt, wie ein unnachgiebiges Ziehen und Zerren an meinen Klamotten. Scheiße, Chloe, du bist so verdammt wild. Ich wirbelte sie herum, drückte ihren Rücken gegen die Wand und schob meine Hände unter ihre Bluse, drückte grob die Schalen ihres BHs beiseite. Ihre Gier war ansteckend und meine Finger genossen, wie ihre Nippel zu Kieselsteinen wurden, das Anschwellen ihrer Brüste, als sie sich weiter in meine Handflächen drückte. Ich schob ihr den Rock über die Hüften und das Höschen nach unten. Sie kickte die Sachen zur Seite, als ich sie hochhob. Ich musste in ihr sein, und zwar jetzt. Sag mir, dass du mich willst. Ihre Worte kamen wie Atemzüge hervor, nur Luft. Sie zitterte, sie presste die Augen zusammen. Du weißt nicht, wie sehr. Ich möchte dir alles geben, was du mir gibst. Sag mir, dass wir das schaffen. Sie schob meine Hosen und meine Boxershorts nach unten, unterhalb meiner Knie und umklammerte mit ihren Beinen meine Taille, bohrte den Absatz ihrer Schuhe in meinen Hintern. Als mein Schwanz gegen sie glitt, ganz leicht nur hineinstieß, gab sie einen kleinen, klagenden Laut von sich, beinahe ein Schluchzen, beinahe ein Weinen. Ich lehnte mich zurück, betrachtete ihr Gesicht. Tränen liefen ihr übers Gesicht. Chloe, hör nicht auf, sagte sie und schluckte, lehnte sich an mich, um an meinem Hals zu saugen, sich zu verstecken. Mit einer Hand versuchte sie, zwischen uns nach mir zu greifen. Es wirkte auf merkwürdige Art verzweifelt. Wir kannten wildes Ficken, wir kannten heimliche Quickies, aber das hier war etwas vollkommen anderes. Halt! Ich drückte mich an sie, nagelte sie an der Wand fest. Baby, was machst du da? Schließlich öffnete sie die Augen, starrte auf mein Schlüsselbein. Sie öffnete einen Knopf, dann noch einen. Ich muss dich einfach noch einmal fühlen. Was meinst du mit noch einmal? Sie sah mich nicht an, sagte nichts. Chloe, wenn wir dieses Zimmer verlassen, können wir das alles hier zurücklassen, oder wir können alles, was wir haben, mit uns nehmen. Ich glaube, wir finden einen Weg, aber glaubst du das auch? Sie nickte. Ihre Zähne bissen so fest auf ihre Lippe, dass das rosafarbene Fleisch weiß wurde. Als sie es losließ, leuchtete es in einem dekadenten, verführerischen Rot. Ich möchte es. Ich habe dir gesagt, ich will mehr als das. Ich möchte mit dir zusammen sein. Ich will dein Geliebter sein. Fluchend vergrub ich die Hände in meinem Haar. Ich bin auf dem besten Wege, mich in dich zu verlieben, Chloe. Sie beugte sich vor und lachte. Ihre Körperhaltung entspannte sich. Als sie sich wieder aufrichtete, zog sie mich dicht an sich heran und drückte ihre Lippen auf meine Wange. Meinst du das ernst? Vollkommen ernst. Ich möchte der einzige Kerl sein, der dich gegen das Fensterglas vögelt und auch der erste Mensch, der dich morgens sieht, da wo du liegst, wenn du mein Kissen geklaut hast. Ich möchte derjenige sein, der dir Eis am Stiel bringt, wenn du schlechtes Sushi gegessen hast. Wir haben nur noch wenige Monate vor uns, wo es komplizierter sein könnte. Mit meinem Mund auf ihren Mund und meinen Händen auf ihrem Gesicht schien sie endlich zu begreifen. Versprich mir, dass du mit mir ins Bett gehst, wenn wir zurück sind, sagte sie. Ich verspreche es. In dein Bett. Scheiße, ja, in mein Bett. Mein Bett ist riesig, mit einem Kopfteil dann, dass ich dich fesseln kann und dir dann eine Tracht Prügel verpassen kann, weil du dich so unmöglich benimmst. Und in diesem Moment war alles zwischen uns beinahe vollkommen perfekt. Im Flur nach einem letzten Kuss auf ihrer Handfläche ließ ich ihre Hand los und führte sie nach unten in die Lobby. Bennet ging den Wagen holen, während ich uns am Empfang auscheckte. Mit einem letzten Blick durch die Lobby versuchte ich, jeden Moment dieser Reise in mir abzuspeichern. Als ich hinaustrat, sah ich Bennet neben dem Hotel Pagen stehen. Mein Herz trommelte wild unter meinen Rippen. Mir war noch immer etwas schwindlich zumute. Ich begriff, dass er mir so viele Chancen gegeben hatte, ihm zu sagen, was ich wollte, und dass ich nur zu unsicher gewesen war, ob es wirklich funktionieren würde. Anscheinend war sein Rückgrat stärker als meins. Ich bin auf dem besten Weg, mich in dich zu verlieben. In meinem Bauch kribbelte es. Mr. Gugliotti entdeckte Bennet auf dem Bürgersteig und ging zu ihm hinüber. Sie schüttelten sich die Hände, schienen Smalltalk zu halten. Ich wäre am liebsten dazugestoßen, hätte als Kollegin am Gespräch schar und man mir meine Gefühle für Bennet im Gesicht ablesen könnte. Zwar sah Mr. Gugliotti zu mir hinüber, aber er schien mich außerhalb des Kontextes nicht zu erkennen. Er blickte wieder zu Bennet, nickte zu etwas, das er sagte. Der Mangel an Wiedererkennung ließ mich noch mehr zögern. Ich war noch niemand, den man beachtete. Ich hielt die Checkout- Papiere Bennets To-Do-Liste und seine Aktentasche in den Händen. Ich wartete abseits des Geschehens. Eine Praktikantin. Ich blieb zurück, versuchte die Meeresbrise noch ein wenig zu genießen. Bennets tiefe Stimme überwand die wenigen Meter, die uns trennten. Scheint, als hätten sie alle mit guten Ideen nur so um sich geworfen. Ich bin froh, dass Chloe die Chance hatte, das mal zu üben. Mr. Gugliotti nickte. Chloe ist schlau. Es lief hervorragend. Ich bin mir sicher, wir können bald eine Telefonkonferenz schalten, um den Prozess der Übergabe zu beginnen. Üben? Beginnen? Hatte ich das nicht getan? Ich hatte Gugliotti die Unterlagen der Rechtsabteilung gegeben, die er unterzeichnen und per FedEx zurückschicken sollte. Hört sich gut an. Ich werde Annie bitten, sie anzurufen und etwas auszumachen. Ich würde die Vereinbarung gern noch mal mit ihnen durchgehen. Mir wäre nicht wohl dabei gewesen, sie jetzt schon zu unterzeichnen. Natürlich nicht. Mein Herzschlag beschleunigte sich, als ich die Spirale der Panik und Demütigung in meinen Adern drehte, mich betäubte. Es klang so, als hätte das Meeting nur mir zuliebe stattgefunden und die wahre Arbeit würde zwischen diesen zwei Männern stattfinden, hier in der Realität. War vielleicht sogar die ganze Konferenz nur eine einzige gigantische Fantasie? Ich schämte mich, als ich an all die Einzelheiten dachte, die ich Bennet mitgeteilt hatte. Wie stolz ich gewesen war, dass ich das von seiner Liste hatte streichen können, dass ich mich darum gekümmert hatte und er sich auskurieren konnte. Henry erzählte, dass Chloe ein Miller Stipendium bekommen hat? Wirklich fantastisch. Bleibt sie nach ihrem Abschluss bei Ryan Media? fragte Gugliotti. Da steht noch nicht fest. Sie ist ein großartiges Mädchen, aber sie braucht unbedingt noch etwas Übung. Mir blieb die Luft weg, als wäre sie mit einem Mal in ein Vakuum abgesaugt worden. Bennet machte Witze. Ich wusste, ohne dass Elliot es mir sagen musste, und er hatte es unzählige Male, dass ich mir meinen Job aussuchen konnte, wenn ich fertig war. Ich hatte seit Jahren für Ryan Media gearbeitet, hatte mir den Arsch aufgerissen, um gleichzeitig meinen Job zu machen und meinen Uniabschluss zu bekommen. Ich kannte einige der Accounts besser als die Leute, die sie betreuten. Bennet wusste das. Gugliotti kicherte. Übung hin oder her, ich werde sie mir sofort schnappen. Sie hat sich darin fabelhaft geschlagen, Bennet. Natürlich hat sie das, sagte Bennet. Was glauben sie, wer sie ausgebildet hat? Das Meeting mit ihnen war eine hervorragende Möglichkeit, erste Erfahrungen in dem Bereich zu machen. Ich bin ihnen also dankbar. Keinen Zweifel, sie wird recht gute Arbeit leisten, wo immer sie letztendlich landet, wenn sie soweit ist. Er klang wie keiner der Bennet Ryans, die ich kannte. Das war nicht der Liebhaber, den ich einen Moment zuvor zurückgelassen hatte, dankbar und stolz, dass ich so kompetent für ihn eingesprungen war. Und es war noch nicht mal der hübsche Bastard, der nur widerwillig Lob von sich gab. Das war jemand vollkommen anderes, jemand, der mich Mädchen genannt hatte und so tat, als hätte er mir einen Gefallen getan. In diesem Moment spürte ich, dass ich vor Wut rot anlief und stolperte zurück in die Hotellobby. Plötzlich hatte ich das Gefühl, dass es überall an Sauerstoff fehlte. Übung? Recht gute Arbeit? Er als mein Mentor? In welchem Universum? Ich starrte auf die Schuhe der Menschen, die durch die Eingangstüren kamen und gingen. Warum fühlte es sich an, als wäre mein Magen herausgefallen und hätte nichts zurückgelassen als ein mit Säure gefülltes Loch? Ich war lange genug in der Geschäftswelt, um zu wissen, wie es lief. Die Typen an der Spitze waren dort nicht hingekommen, indem sie andere an der Anerkennung teilhaben ließen. Sie waren durch große Versprechen, große Behauptungen und noch größere Egos dort hingekommen. Während meiner ersten sechs Monate bei Ryan Media habe ich einen 60 Millionen Dollar Marketing Account eingebracht. Ich habe einen 100 Millionen Dollar L'Oreal Hautportfolio gemanagt. Ich habe das Design für die letzte Nike Kampagne gemacht. Ich habe einen Bauerntölpel in einen Geschäftshai verwandelt. Es hatte sich immer angefühlt, als würde er mich nur widerwillig loben, und es hatte sich irgendwie befriedigend angefühlt, ihm zu beweisen, dass er falsch lag, seine Erwartungen noch zu übertreffen. Aber jetzt, nachdem wir uns Geschichte umschreiben, er war kein Mentor für mich gewesen, ich hatte das nicht gebraucht, er hatte mich nicht zum Erfolg getrieben, wenn überhaupt, dann hatte er mir vor dieser Reise immer nur im Weg gestanden, er hatte versucht, mich zum Schweigen zu bringen, indem er sich wie ein Bastard verhielt. Trotzdem hatte ich mich in ihn verliebt, und jetzt gab er den Löwen zum Fraß, nur Chloe? Ich sah auf, direkt in sein verwirrtes Gesicht, der Wagen ist soweit, ich dachte, wir treffen uns draußen, blinzeln trieb ich mir das Auge, als hätte ich etwas hineinbekommen, und nicht, als wäre ich kurz davor in der Lobby zusammenzubrechen. Stimmt, ich stand auf, nahm meine Sachen und sah zu ihm auf, habe ich vergessen. Von all den Lügen, die ich ihm je erzählt hatte, war das die schlimmste. Er durchschaute sie, und der Art nach zu folgen, wie er die Augenbrauen zusammenzog und einen Schritt näher kam, mit einem ängstlichen und prüfenden Blick, hatte er keine Ahnung, warum ich das Bedürfnis hatte, wegen so etwas zu lügen. Alles okay, Baby? Ich blinzelte. Ich hatte es geliebt, als er mich vor zwanzig Minuten so genannt hatte, aber jetzt fühlte er sich vollkommen falsch an. Nur etwas müde. Wieder wusste er, dass ich log, aber diesmal ließ er es dabei bewenden. Er legte eine Hand auf meinen Rücken und führte mich nach draußen zum Wagen. Ich wusste, dass Frauen aus heiterem Himmel schlecht drauf sein konnten. Ich kannte ein paar Frauen, die sich in Gedanken und Szenarien verhedderten und ein einziges Was Sven für die nächsten dreißig tausend Jahre vor sich her trugen, wütend über etwas, von dem sie annahm, dass ich es in drei Tagen machen würde. Aber so fühlte sich das bei Chloe nicht an. Und Chloe war auch nicht dieser Typ Frau gewesen. Ich hatte sie bereits wütend gesehen. Himmel noch mal, ich hatte sie in jeder Schattierung von wütend gesehen, angepisst, zornig, voller Hass, an der Grenze zur Gewalttätigkeit. Ich hatte sie noch nie verletzt gesehen. Auf der kurzen Fahrt zum Flughafen vertiefte sie sich in Unterlagen. Als wir im Gate warteten, entschuldigte sie sich, sie müsse mit ihrem Vater telefonieren. Im Flieger schlief sie beinahe in der Minute ein, als wir unsere Plätze einnahm, und ignorierte meine sehr cleveren Bitten, Mitglied im Mile-High-Club zu werden. Dazu musste man einfach nur Sex im Flugzeug haben. Sie wachte nur lange genug auf, um das Mittagessen abzulehnen, auch wenn ich wusste, dass sie nichts gefrühstückt hatte. Als sie die Augen öffnete, während wir zum Landeflug ansetzten, starrte sie sofort aus dem Fenster und würdigte mich keines Blickes. Wann erzählst du mir endlich, was los ist? Ein langes Schweigen folgte. Es fühlte sich wie eine Ewigkeit an, und mein Puls begann zu rasen. Ich fiktisch alle Augenblicke durch, in denen ich etwas falsch gemacht haben konnte. Sex mit Chloe im Bett, noch mehr Sex mit Chloe, Orgasmen für Chloe. Sie hatte eine Menge Orgasmen gehabt, um ehrlich zu sein. Ich dachte nicht, dass es daran lag. Aufwachen, duschen, faktisch ihr meine Liebe erklären, Hotel Lobby, Gullioti, Flughafen. Ich hielt inne. Nach dem Gespräch mit Gullioti hatte ich mich ein wenig ekelig gefühlt. Ich weiß nicht, warum ich mich wie ein besitzergreifendes Arschloch verhalten hatte, aber es war unbestreitbar, dass Chloe Schuld daran trug. Sie war großartig gewesen bei dem Meeting, das wusste ich einfach, aber ich würde verdammt noch mal nicht zulassen, dass sie einen Rückschritt machen und für einen Mann wie Gullioti arbeiten würde, sobald sie ihren Abschluss in der Tasche hatte. Er würde sie vermutlich ihre Stimme war so leise, dass ich einen Moment brauchte, um zu merken, dass sie etwas gesagt hatte, und dann noch eine Sekunde, um es zu verdauen. Mir rutschte das Herz in die Hose. Was ich wann gesagt habe. Sie lächelte und drehte sich endlich zu mir um. Scheiße noch mal. Sie weinte. Zucuyoti! Ich habe mich besitzergreifend angehört. Das tut mir leid. Du hast dich besitzergreifend angehört, murmelte sie und drehte sich wieder zum Fenster um. Du hast dich abwertend angehört. Du hast mich als Naivling hingestellt. Du hast so getan, als wäre das Meeting nur eine Trainingseinheit für mich gewesen. Ich schäme mich dafür, wie ich es dir gestern beschrieben habe und dachte, es wäre mehr als das. Ich legte eine Hand auf ihren Arm, lachte leicht. Männer wie Gugliotti haben Egos. Ich wollte ihm nur das Gefühl vermitteln, als würden die Chefs auf ihn hören. Du hast alles getan, was wir brauchen. Er will nur, dass ich derjenige bin, der ihm den offiziellen Vertrag überreicht. Aber das ist absurd. Und du bestätigst ihn auch noch darin, mit mir als Bauernopfer. Verwirrt blinzelte ich. Ja, ich hatte genau das getan, was sie sagte. Aber so wurde das Spiel gespielt, oder etwa nicht? Du bist meine Praktikantin. Ein bitteres Lachen entfuhr ihr, und sie wandte sich mir wieder zu. Richtig, weil du dir die ganze Zeit Sorgen darum gemacht hast, wie meine Karriere weitergeht. Natürlich habe ich das. Woher willst du wissen, ob ich schüttelte den Kopf, langsam etwas verärgert. Ich weiß das, weil ich alles beobachte, was du tust. Ich will dich nicht unter Druck setzen, mehr zu tun, als du gerade kannst, deshalb behalte ich die Kontrolle über den Gullioti Account. Aber du hast dort tolle Arbeit geleistet, und ich bin stolz auf dich. Sie schloss die Augen und lehnte ihren Kopf gegen den Sitz. Du hast mich Mädchen genannt. Habe ich das? Ich kramte in meinem Gedächtnis und stellte fest, dass sie recht hatte. Ich schätze, ich wollte einfach nicht, dass er dich als diese super sexy Geschäftsfrau sieht, die er anheuern kann, um zu versuchen, sie ins Bett zu kriegen. Verflucht Bennet, du bist so ein Arschloch. Vielleicht wollte er mich einstellen, weil ich meinen Job gut mache. Hiermit entschuldige ich mich. Ich benehme mich wie ein eifersüchtiger Freund. Diese eifersüchtiger Freund Sache ist nichts Neues für mich. Nur benimmst du dich, als würdest du mir einen Gefallen tun. Wie herablassend du bist. Ich glaube nicht, dass es gerade der beste Zeitpunkt ist, um sich auf die typische Chef Praktikantin Nummer einzulassen. Ich habe dir gesagt, dass ich finde, hast ganze Arbeit bei ihm geleistet. Sie funkelte mich an. Ihr Gesicht wurde rot. Das hättest du früher nicht gesagt. Du hättest gesagt, gut, zurück zur Arbeit. Das wär's. Und Gugliotti gegenüber hast du dich benommen, als hättest du mich unter deiner Fuchtel. Früher hättest du so getan, als würdest du mich nicht mal kennen. Müssen wir wirklich diskutieren, warum ich früher ein Arschloch war? Du warst auch nicht gerade Little Miss Sunshine. Und warum schmierst du mir das jetzt aufs Brot? Es geht nicht darum, dass du früher ein Arschloch warst. Es geht darum, wie du jetzt bist. Du versuchst, etwas zu kompensieren. Das ist genau der Grund, warum man mit seinem Chef nicht ins Bett gehen sollte. Du warst vorher ein guter Chef. Du hast mich meine Sachen machen lassen und hast dich um deinen Kram gekümmert. Jetzt bist du der einfühlsame Mentor, der mich vor dem Typen, bei dem ich dir den Arsch gerettet habe, Mädchen nennt. Einfach unfassbar. Chloe, ich komme damit klar, wenn du ein riesengroßes Arschloch bist, Bennet. Daran bin ich gewöhnt, das erwarte ich. So funktionieren wir beide. Denn trotz all dem Rumgeknurre und Türen schlagen, wusste ich doch, dass du mich respektierst. Aber wie du heute gewesen bist, das schafft eine Kluft zwischen uns, die vorher nicht da war. Sie schüttelte den Kopf, sah wieder aus dem Fenster. Du reagierst etwas über, glaube ich. Vielleicht. Sie beugte sich hinunter, um ihr Handy aus der Tasche zu holen. Aber ich habe mir auf der Arbeit den Arsch aufgerissen, um dahin zu kommen, wo ich jetzt bin. Soll ich das alles aufs Spiel setzen? Wir kriegen beides hin, Chloe. Für die wenigen noch verbleibenden Monate können wir zusammen arbeiten und zusammen sein. Das, was heute passiert ist, das sind nur Anfangsschwierigkeiten. Ich bin mir nicht sicher. Sie blinzelte und sah mir vorbei. Ich versuche nur das Klügste zu tun, Bennet. Mein Wert wurde noch nie zuvor in Frage gestellt, auch wenn ich dachte, dass du das tätest. Und dann, als ich dachte, dass du genau gesehen hast, wer ich bin und mich trotzdem klein gemacht hast. Sie sah mich traurig an. Ich schätze, ich will nicht anfangen, mich jetzt selbst in Frage zu stellen, nachdem ich so hart gearbeitet habe. Fassung wie das, was sie gesagt hatte. Ich hatte Diskussionen mit den Vorsitzenden der weltweit größten Finanzabteilung geführt. Ich hatte es mit Managern aufgenommen, die dachten, sie könnten mich zermalmen. Ich könnte mit dieser Frau kämpfen, bis die Welt unterginge und mich mit jedem Wort noch männlicher fühlen. Aber in diesem Moment wusste ich nicht, was ich erwidern sollte. Zu sagen, dass ich in der Nacht nicht schlafen konnte, wäre noch untertrieben gewesen. Ich konnte mich kaum hinlegen. Jede flache Oberfläche schien ihren Abdruck zu enthalten und es spielte keine Rolle, dass sie nie bei mir zu Hause gewesen war. Es reichte der Fakt, dass wir darüber gesprochen hatten und dass ich vorgehabt hatte, sie in unserer ersten Nacht daheim mit hierher zu nehmen, damit ihr Geist so gut wie unablässig anwesend war. Ich rief sie an, sie ging nicht dran. Okay, es war drei Uhr morgens, aber ich wusste, dass sie ebenfalls nicht schlief. Ihr Schweigen war schlimmer als zu wissen, dass sie genauso empfand wie ich. Ich wusste, dass sie genauso tief drin hing wie ich, aber sie dachte, sie sollte das nicht. Der Morgen konnte nicht früh genug anbrechen. Ich kam machte uns beiden einen Kaffee, aktualisierte meinen Terminkalender, um ihr etwas Zeit zu sparen, sodass sie sie dafür verwenden konnte, aufzuholen, was in ihrer Abwesenheit liegen geblieben war. Ich faxte den Vertrag zu Goyotti und schrieb ihm, dass die Fassung, die er in San Diego gesehen hatte, die endgültige war, das galt, was immer Chloe ihm präsentiert hatte. Zwei Tage gab ihm Zeit, die unterschriebenen Verträge zurückzuschicken. Und dann wartete ich. Um acht kam mein Vater in mein Büro, Henry ihm dicht auf den Fersen. Dad sah öfter mal finster drein, aber selten galt dieser Blick mir. Henry sah nie wütend aus, aber jetzt wirkten beide so, als wollten sie mich umbringen. Was hast du getan? Dad ließ ein Blatt Papier auf meinen Schreibtisch fallen. Eises Kälte durchströmte mich. Was ist das? Das ist Chloes Kündigung. Sie hat sie heute Morgen bei Sarah abgegeben. Es brauchte eine volle Minute, bis ich sprechen konnte. Das Einzige, was währenddessen zu hören war, war mein Bruder. Ben, Alter, was ist passiert? Ich hab's verkackt, sagte ich schließlich und drückte die Handballen gegen meine Augen. Dad setzte sich hin, seine Miene beherrscht. Er saß in dem Stuhl, in dem Chloe vor weniger als einem Monat die Beine breit gemacht und sich selbst berührt hatte, während ich versucht hatte, am Telefon nicht die Beherrschung zu verlieren. Himmel, wie hatte ich es nur so weit kommen lassen können? Sag mir, was passiert ist. Die Stimme meines Vaters war sehr leise geworden. Die Ruhe vor dem schreckte. Chloe hatte mich verlassen. Wir sind zusammen, oder besser, wir waren es. Henry rief, ich wusste es, während Dad im gleichen Moment schrie, ihr wart was? Nicht vor San Diego, versicherte ich ihn rasch. Vor San Diego haben wir nur gefickt, bot Henry seine Hilfe an und handelte sich dafür einen scharfen Blick von Dad ein. Ja, wir haben nur ein stechender Schmerz durchfuhr meine Brust. Ihr Gesichtsausdruck, als ich mich vorbeugte, um sie zu küssen. Ihre volle Unterlippe zwischen meinen Zähnen, ihr Lachen an meinem Mund. Und wie ihr beide wisst, war ich ein Arschloch. Sie hat aber auch ganz gut ausgeteilt, versicherte ich ihnen. Und in San Diego wurde es mehr. Scheiße. Ich streckte meine Hand nach dem Schreiben aus, zog sie dann aber zurück. hat sie wirklich gekündigt? Mein Vater nickte, seinen Gesichtsausdruck undurchdringlich. Das war seine Superkraft schon ein Leben lang. In den Momenten, in denen er am meisten fühlte, zeigte er es am wenigsten. Aus diesem Grund haben wir in der Firma das Fraternisierungsverbot. Ben. Seine Stimme wurde bei meinem Spitznamen etwas weicher. Ich dachte, du wüsstest es besser. Ich weiß. Ich rieb mir mit den Händen das Gesicht, machte den Henry ein Zeichen, sich zu setzen, und erzählte ihnen in allen Einzelheiten, was passiert war. Von meiner Lebensmittelvergiftung, dem Meeting mit Coyote und wie Chloe kompetent eingesprungen war. Ich erklärte ihnen, dass wir eigentlich gerade beschlossen hatten, zusammen zu sein, als ich Ed vor dem Hotel begegnete. Du bist so ein blöder Hurensohn, sagte mein Bruder, als ich fertig war, und ich konnte ihm nur zustimmen. Nach einer ernsten Predigt und der Versicherung, dass es keine weiteren Diskussionen mehr darüber geben würde, was für ein Mist ich gebaut hatte, ging Dad in sein Büro, um Chloe anzurufen und sie zu bitten, bis zum Ende ihres Praktikums bei ihm zu arbeiten. Seine Sorge betraf nicht nur Ryan Media, auch wenn Chloe sollte sie nach ihrem MBA-Abschluss beschließen zu bleiben, problemlos eine der wichtigsten Mitarbeiterinnen in unserem strategischen Marketing-Team werden könnte. Es ging auch darum, dass sie nur noch drei Monate hatte, um einen neuen Praktikumsplatz zu finden, sich dort einzuarbeiten und ein neues Projekt zu übernehmen, das sie dem Stipendiumsausschuss präsentieren konnte. Angesichts seines Einflusses auf die Wirtschaftsuni würde sein Feedback maßgeblich dafür sein, ob Chloe mit Auszeichnung abschließen und ein persönliches Empfehlungsschreiben vom CEO der J.T. Miller erhalten würde. Es würde den Anfang oder das Ende ihrer Karriere bedeuten. Henry und ich saßen noch eine Stunde lang eisern schweigend da. Er funkelte mich wütend an und ich starrte aus dem Fenster. Ich konnte beinahe spüren, wie sehr er mir in den Arsch treten wollte. Dad kam in mein Büro zurück und nahm ihr Kündigungsschreiben, faltete es ordentlich zusammen. Ich war immer noch nicht in der Lage gewesen, es mir anzusehen. Sie hat es getippt und das erste Mal, seitdem ich sie kannte, wollte ich nichts so sehr, wie ihre unmögliche Handschrift zu sehen, anstatt eine unpersönliche Times New Roman Schrift in schwarz auf weiß. Ich habe ihr gesagt, dass diese Firma sie wertschätzt und dass diese Familie sie liebt und dass wir wollen, dass sie zurückkommt. Dad hielt in und sah mich an. Sie sagte, das wäre noch ein Grund, warum sie besser eigene Wege gehen sollte. Chicago war zu einem anderen Planeten geworden, auf dem Billy Goat niemals die Cups verfluchte, die schwarze Katze niemals direkt auf Santo zuging und Chloe Mills nicht mehr für Ryan Media arbeitete. Sie hatte gekündigt. Sie hatte einen der größten Deals in der Geschichte der Ryan Media Group zurückgelassen. Sie hatte mich zurückgelassen. Ich nahm die Papadakis Akte von ihrem Schreibtisch. Der Vertrag war von der Rechtsabteilung angefertigt worden, während wir in San Diego waren und musste nur noch unterschrieben werden. Chloe hätte die letzten zwei Monate ihres Masters damit verbringen können, die Präsentation für den Stipendienausschuss zu perfektionieren. Stattdessen würde sie irgendwo anders ganz von vorne anfangen. Wie hatte sie alles andere einstecken können, das ich an den Kopf geknallt hatte? Und warum würde sie ausgerechnet jetzt das hier zurücklassen? War es wirklich so wichtig, dass ich sie vor einem Mann wie Goyotti wie eine Ebenbürtige behandelte, dass sie alles opferte, was zwischen uns war? Ich stöhnte auf und dachte, dass vermutlich der Grund, warum ich mir diese Fragen stellen musste, auch der war, warum Chloe gegangen war. Ich hatte gedacht, dass beides existieren konnte, unsere Beziehung und unsere Karrieren, aber das war, weil ich mich im Job schon bewiesen hatte. Sie hingegen war Praktikantin. Alles, was sie jemals gewollt hatte, war eine Vergewisserung von mir, dass ihre Karriere nicht unter unserem Leichtsinn leiden würde, und ich hatte letztendlich dafür gesorgt, dass sie es doch tat. Ich musste zugeben, ich war überrascht, dass sich im Büro nicht alle darüber das Maul zerrissen, was ich angestellt hatte, aber es schien, als wüssten es tatsächlich nur mein Vater und Henry. Chloe hatte unser Geheimnis immer bewahrt. Ich fragte mich, ob Sarah wusste, was passiert war, und ob sie noch Kontakt zu Chloe hatte. Darauf sollte ich bald eine Antwort erhalten. Ein paar Tage, nachdem Chicago sich grundlegend verändert hatte, kam Sarah herein, ohne anzuklopfen. Diese Situation ist echt scheiße. Langsam legte ich den Ordner hin, den ich in den Händen gehalten hatte, und starrte sie gerade lange genug an, dass sie unruhig wurde. Ich möchte sie daran erinnern, dass sie diese Situation nichts angeht. Als ihre Freundin schon. Als Angestellte von Ryan Media und als Angestellte von Henry aber nicht. Sie sah mich einen Moment lang an, dann nickte sie. Ich weiß, ich würde auch nie irgendjemanden davon erzählen, falls sie das meinen. Natürlich meine ich das. Aber ich meine auch ihr Benehmen. Ich lasse nicht zu, dass sie in mein Büro gestürmt kommen, ohne anzuklopfen. Obwohl sie zerknirscht aussah, hielt sie meinen Blick stand. Ich begann zu begreifen, warum sie und Chloe enge Freundinnen waren. Sie waren beide willensstark, geradezu draufgängerisch und außerordentlich loyal. Verstanden. Darf ich sie fragen, warum sie hier sind? Haben sie sie gesehen? Ja. Ich wartete. Ich wollte sie nicht unter Druck setzen, Vertrauliches auszuplaudern, aber du meine Fresse, wie gern hätte ich jedes kleinste Detail aus ihr herausgeschüttelt. Sie hat einen Job bei Studio Marketing angeboten bekommen. Ich atmete scharf aus. Eine anständige Firma, wenn auch ziemlich klein. Ein Senkrechtstarter mit einigen guten Junior-Managern, aber auch ein paar echten Arschlöchern an der Spitze. Wer ist ihr Vorgesetzter? Einen Typ namens Julian. Sofort schloss ich die Augen, um meine Reaktion zu verbergen. Troy Julian stand unserer Firma nahe, war bei einem Egomane mit einem fatalen Hang zu beinahe minderjährigen Partybegleitung. Chloe musste das wissen. Was dachte sie sich nur dabei? Denk mal scharf nach, Arschloch. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 prohibitionen Ofme als die Weils nicht mehr der Imet Shark bekommt. Und auch CO- Pfiff trefferkat launch übers geteilt und einfach nach dem kingdomshaufen. Vermutlich dachte sie, dass Julian die Ressourcen hatte, um ihr ein Projekt zu verschaffen, das sie schnell genug bearbeiten konnte, um es in drei Monaten zu präsentieren. Welches Projekt hat sie bekommen? Sarah ging zu meiner Tür und schloss sie, damit die Information sich nicht verbreiten konnte. Sanders Hundefutter Ich stand auf, schlug mit den Händen auf den Tisch. Vor Wut verschlug es mir den Atem und ich schloss die Augen, um meinen Zorn unter Kontrolle zu bekommen, bevor ich ihn an der Assistentin meines Bruders ausließ. Das ist ein sehr kleiner Account. Sie ist nur eine Masterstudentin, Mr. Ryan. Natürlich ist das ein kleiner Account. Nur jemand, der in sie verliebt ist, würde sie an einem Milliarden-Dollar-Projekt mit einem Zehn-Jahre-Marketing-Vertrag arbeiten lassen. Ohne mich anzusehen, drehte sie sich um und verließ mein Büro. Sie ging nicht ans Handy, nicht an ihr Festnetztelefon, beantwortete keine einzige der E-Mails, die ich ihr an ihre private Adresse schrieb, die in ihrer Personalakte vermerkt war. Sie rief nicht an, kam nicht vorbei oder gab sonst irgendein Anzeichen, dass sie mit mir sprechen wollte. Aber wenn sich deine Brust anfühlt, als wäre sie mit einer Spitzhacke aufgebrochen worden und du unfähig bist zu schlafen, dann tust du solche Dinge, wie den Wohnort deiner Praktikantin herauszufinden, an einem Samstag um fünf Uhr morgens dort vorbeizufahren und darauf zu warten, dass sie herauskommt. Und als sie das Gebäude nicht verlassen hatte, nachdem fast der ganze Tag rum war, überzeugte ich den Sicherheitstypen davon, dass ich ihr Cousin war und mich um ihre Gesundheit sorgte. Er begleitete mich nach oben und stand hinter mir, als ich an ihrer Tür klopfte. Mein Herz würde sich gleich aus meiner Brust befreien, so heftig schlug es. Ich hörte, wie sich drinnen jemand bewegte, zur Tür kam. Ich konnte beinahe ihren Körper spüren, der nur wenige Zentimeter von meinem entfernt war, nur durch das Holz getrennt. Ein Schatten bewegte sich vor dem Türspion. Und dann? Stille. Chloe? Sie öffnete die Tür nicht. Aber sie schien auch nicht wegzugehen. Baby, bitte mach auf! Ich muss mit dir reden! Nach einer gefühlten Stunde sagte sie, Ich kann nicht, Bennet. Ich lehnte meine Stirn gegen die Tür, drückte meine Handflächen dagegen. Überirdische Kräfte wären jetzt ganz praktisch. Feuerhände oder Sublimation. Oder einfach nur die Fähigkeit, das Richtige zu sagen. In diesem Moment schien das unmöglich. Es tut mir leid. Stille. Chloe. Verdammt! Ich hab's kapiert, okay? Schimpf mit mir, weil ich das allergrößte Arschloch überhaupt bin. Sag mir, ich soll mich ins Knie ficken. Mach was immer du willst. Aber bitte verlass mich nicht. Stille. Sie war immer noch da. Ich konnte sie spüren. Ich vermisse dich, scheiße. Ich vermiss dich so, so verdammt doll. Bennet, bitte. Nicht jetzt, okay? Ich kann das nicht. Weinte sie. Es kotzte mich an, das nicht zu wissen. Hey, Kumpel! Der Sicherheitsmann klang definitiv so, als wäre das der letzte Ort, wo er sein wollte, und ich merkte, dass er sauer war, weil ich ihn angelogen hatte. Nicht gerade das, warum du gesagt hast, dass du hier hoch willst. Sie klingt okay, lass uns gehen. Ich fuhr nach Hause und schüttete ziemlich viel Scotch in mich rein. Zwei Wochen lang spielte ich Pool in einer abgefuckten Spelunke und ignorierte meine Familie. Ich meldete mich krank und verließ das Bett nur, um ab und zu eine Schüssel Müsli zu holen oder mein Glas aufzufüllen oder aufs Klo zu gehen, wo ich mir bei meinem Anblick im Spiegel den Stinkefinger zeigte. Ich war ein Häufchen Elend, und da ich sowas noch nie zuvor erlebt hatte, wusste ich auch nicht, wie ich das Jammertal wieder verlassen sollte. Mom kam mit ein paar Lebensmitteln vorbei und stellte sie vor meine Tür. Dad hinterließ mir täglich auf den Mailbox Nachrichten über die jüngsten Entwicklungen in der Firma. Mina brachte mir noch mehr Scotch. Schließlich kam Henry mit dem einzigen bekannten Paar Ersatzschlüssel zu meinem Haus und goss ein Eimer kaltes Wasser über mich, reichte mir was zu essen vom Chinesen. Ich stopfte den Fraß in mich hinein, während er mir drohte, überall im Haus Bilder von Chloe an die Wand zu kleben, wenn ich mich nicht zusammenriss und zur Arbeit zurückkehrte. Während der kommenden Wochen stellte Sarah fest, dass ich zunehmend den Verstand verlor und ein wöchentliches Update brauchte. Sie würde es strikt professionell halten und mir berichten, wie Chloe mit ihrem neuen Job bei Julian klarkam. Ihr Projekt verlief ganz gut. Die Leute bei Sanders liebten sie. Sie hatte ihre Kampagne den Vorstandsmitgliedern vorgestellt und hatte deren Zustimmung erhalten, weiterzumachen. Nichts davon überraschte mich. Chloe war bei weitem besser als alle anderen Angestellten dort. Ab und zu ließ Sarah auch etwas anderes fallen. Sie geht wieder ins Fitnessstudio. Sie sieht besser aus. Oder sie hat ihr Haar etwas kürzer schneiden lassen. Es sieht wirklich süß aus. Oder wir waren am Samstag alle zusammen aus. Ich glaube, sie hatte Spaß. Aber dann ist sie gegangen. Weil sie ein Date hatte? fragte ich mich und schob den Gedanken rasch beiseite. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass sie jemand anderen traf. Ich wusste, wie es sich zwischen uns angefühlt hatte. Ganz sicher traf Chloe niemand anderen. Die Updates reichten mir nie aus. Warum konnte Sarah nicht ihr Handy hervorholen und heimlich ein paar Bilder machen? Ich hoffte, dass ich Chloe in einem Laden oder auf der Straße begegnen würde. Ich trieb mich ein paar Mal im La Perla herum, aber ich sah sie drei Monate lang nicht. Ein Monat geht so schnell vorbei, wenn du dich in die Frau verliebst, die du für Sex benutzt hast. Drei Monate sind eine Ewigkeit, wenn die Frau, die du liebst, dich verlässt. Als der Abend ihrer Präsentation herannahte und ich von Sarah hörte, dass Chloe vorbereitet war und Julian knallhart im Griff hatte, aber auch schmaler und weniger wie sie selbst aussah, nahm ich endlich meinen ganzen Mut zusammen. Ich setzte mich an meinen Schreibtisch, öffnete PowerPoint und holte den Papadakis-Plan hervor. Neben mir klingelte mein Telefon. Ich überlegte kurz nicht ranzugehen, wollte mich auf das hier konzentrieren und nur auf das. Aber es war eine unbekannte örtliche Nummer und ein wichtiger Teil meines Hirns wollte glauben, dass es Chloe sein könnte. Hier ist Bennet Ryan. Das Lachen einer Frau klang durch die Leitung. Süßer, du bist echt ein bescheuerter Bastard. Direktor Cheng und die anderen Mitglieder des Stipendiumsausschusses traten ein und begrüßten mich freundlich, bevor sie sich einen Platz suchten. Ich ging meine Notizen durch, überprüfte erneut die Verbindung zwischen meinem Laptop und dem Projektor und wartete auf die letzten Nachzügler, dass sie ihren Weg in den Konferenzraum fanden. Eiswürfel klirrten in Gläsern, als sich ein paar Leute Wasser eingossen. Kollegen sprachen leise miteinander. Ab und zu durchbrach ein lauteres Lachen die Stille. Kollegen, ich hatte mich noch nie so isoliert gefühlt. Mr. Julian hatte es noch nicht mal für nötig gehalten, zur Präsentation zu kommen, um mich zu unterstützen. Überraschend hat mich das nicht. Der Raum ähnelte so sehr einem anderen Sitzungszimmer in einem Gebäude siebzehn Blocks entfernt. Ich hatte heute Morgen vor dem Ryan Media Tower gestanden und stumm allen dort drinnen dafür gedankt, dass sie mich zu der gemacht hatten, die ich heute war. Und dann war ich losgegangen, hatte die Straßenecken gezählt und versucht, den stechenden Schmerz in meiner Brust zu ignorieren, weil Bennett heute nicht in diesem Raum anwesend sein würde, stoisch mit seinen Manschettenknöpfen spielend, während er mit seinem Blick mein ruhiges Äußeres durchdrang. Ich vermisste mein Projekt, ich vermisste meine Kollegen, ich vermisste Bennetts skrupellose Ansprüche, aber am allermeisten vermisste ich den Mann, der er für mich geworden war. Ich hasste es, dass ich das Gefühl gehabt hatte, mich für einen Bennett entscheiden zu müssen und jetzt ohne einen von ihnen beiden dastand. Eine Assistentin klopfte, streckte den Kopf zur Tür herein und sah mich an. Zu Mr. Cheng sagte sie, ich habe noch ein paar Unterlagen, die Chloe erst unterschreiben muss. Wir sind gleich zurück. Ohne nachzufragen folgte ich ihr aus der Tür, schüttelte meine Hände aus und befahl, meine Nerven sich zu beruhigen. Du schaffst das, Chloe. Ich musste nur noch das hier durchstehen. Zwanzig schäbige Folien, die eine mittelmäßige fünfstellige Kampagne für eine örtliche Hundefutterfirma präsentierten. Ich musste da einfach durch und dann würde ich so schnell wie möglich Chicago verlassen und irgendwo hunderte Meilen von hier neu anfangen. Das erste Mal, seitdem ich hierhergezogen war, fühlte sich Chicago für mich vollkommen fremd an. Trotzdem wartete ich noch, dass ich mich endlich mit dem Gedanken anfreunden konnte, abzuhauen wäre die Lösung für mein Problem. Anstatt am Schreibtisch der Assistentin stehen zu bleiben, gingen wir den Flur hinunter zu einem anderen Konferenzraum. Sie öffnete die Tür und machte mir ein Zeichen, vor ihr hineinzugehen. Aber als ich eintrat, folgte sie mir nicht, sondern machte hinter mir die Tür zu und ließ mich allein. Beziehungsweise nicht allein. Sie ließ mich mit Bennet zurück. Es fühlte sich an, als würde sich mein Magen in Luft auflösen und meine Brust in den leeren Raum sinken. Er stand an der Fensterwand an der anderen Seite des Raums, trug einen dunkelblauen Anzug, die dunkel-lilafarbene Krawatte, die ich ihm für Weihnachten besorgt hatte, und hielt eine dicke Akte in der Hand. Sein Blick war finster und undurchdringlich. Ei, seine Stimme brach. Ich schluckte, blinzelte in Richtung Wand und bettelte meine Gefühle an, nicht aus mir hervorzubrechen. Von Bennet getrennt zu sein, war die Hölle. Mehr Tage, als ich zählen konnte, fantasierte ich davon, zu Ryan Media zurückzukehren, oder wie er an meinen Arbeitsplatz in dem Großraumbüro kam, ganz im Stil eines Offiziers und Gentlemans, oder wie er zu Hause vor meiner Tür stand und an einem Finger aufreizend eine La Perla-Tüte hin und her schwingen ließ. Aber ich hatte nicht damit gerechnet, ihn hier anzutreffen, und nachdem ich ihn so lange nicht gesehen hatte, machte mich dieses eine Wort vollkommen fertig. Ich hatte seine Stimme vermisst und seinen Spott und seine Lippen und seine Hände. Ich hatte die Art vermisst, wie er mich beobachtete, die Art, wie er anfangs auf mich gewartet hatte, die Art, wie ich spüren konnte, dass er sich in mich verliebte. Bennet war hier, und er sah fürchterlich aus. Er hatte an Gewicht verloren, und auch wenn er bestens gekleidet und frisch rasiert war, hingen die Klamotten vollkommen falsch an seiner großen Gestalt. Er sah aus, als hätte er seit Wochen nicht mehr geschlafen. Ich kannte das Gefühl. Dunkle Ringe waren unter seine Augen gemeißelt, und sein typisches Grinsen war verschwunden. An seiner Stelle war ein schnurgerader Mund. Das Feuer, von dem ich immer angenommen hatte, dass es einfach zu seinem Gesichtsausdruck gehörte, war vollkommen ausgelöscht. »Was machst du hier?«, fragte ich. Er hob eine Hand, fuhr sich durchs Haar und ruinierte damit komplett seinen jämmerlichen Versuch, es zu stylen, und mein Herz zog sich bei diesem vertrauten Anblick zusammen. »Ich bin hier, um dir zu sagen, dass es verdammt idiotisch von dir war, Ryan Media zu verlassen.« Mein Unterkiefer klappte bei dem Tonfall nach unten, und ein vertrauter Adrenalinschub durchfuhr mich. »Ich war idiotisch bei so einigen Sachen. Danke für dein Komm. Ein wirklich nettes Wiedersehen.« Ich drehte mich zum Gehen um. »Warte«, seine Stimme war tief und bestimmend, alte Instinkte wurden zum Leben erweckt, und ich blieb stehen, drehte mich wieder zu ihm um. Er war ein paar Schritte näher gekommen. »Wir waren beide Idioten, Chloe.« »Da sind wir uns ja einig. Du hast recht, wenn du sagst, du hast hart daran gearbeitet, mich auszubilden. Ich habe meine Dummheit von dem größten Idioten aller Zeiten gelernt. Die guten Sachen habe ich von deinem Vater gelernt.« Damit schien ich einen Treffer gelandet zu haben. Er zuckte zusammen, trat einen Schritt zurück. Ich hatte in den letzten Monaten eine Million Gefühle gehabt, ziemlich viel Wut, etwas Reue, regelmäßig Schuldgefühle und selbstgerechten Stolz. Aber ich wusste, es war nicht fair, was ich gesagt hatte, und ich bereute es sofort. Er hatte mir Antrieb gegeben, auch wenn er das nicht immer vorgehabt hatte, und dafür schuldete ich ihm etwas. Aber als ich dort in diesem riesigen Raum mit ihm stand und das Schweigen sich wie eine Plage zwischen uns ausbreitete, begriff ich, was ich die ganze Zeit vollkommen übersehen hatte. Er hatte mir die Chance gegeben, an den wichtigsten Projekten zu arbeiten. Er hatte mich zu jedem Meeting mitgenommen. Er hatte mich wichtige Berichte schreiben, schwierige Telefonate führen, mich um die Lieferung der sensibelsten Buchungsunterlagen kümmern lassen. Er hatte mich ausgebildet, und es war ihm sehr wichtig gewesen. Ich schluckte. Das habe ich nicht so gemeint. Ich war es. Ich sehe es dir an. Er fuhr sich mit der Hand über den Mund. Es stimmt aber teilweise. Ich habe keine Anerkennung dafür verdient, wie gut du bist. Ich schätze mal, ich will trotzdem ein bisschen welche, weil ich so ein Egomane bin. Aber auch, weil ich dich wirklich inspirierend finde. Der Knoten in meiner Brust schien sich gleichzeitig nach oben und nach unten auszubreiten, mir die Luft zu nehmen und auf meinen Magen zu drücken. Ich streckte die Hand nach dem Stuhl aus, der am nächsten stand, und fragte erneut, »Warum bist du hier, Bennet?« Um dir zu sagen, dass ich, wenn du das hier vergeigst, persönlich dafür sorgen werde, dass du nie wieder in einem der Fortune 500 Unternehmen arbeitest. Das war nicht, womit ich gerechnet hatte, und meine Wut entbrannte erneut, frisch und heiß. Ich werde das hier nicht vergeigen, du Arschloch. Ich bin vorbereitet. Davon rede ich nicht. Ich habe deine Papadakis-Präsentation dabei und Handouts. Er hob einen USB-Stick und eine Akte in die Luft. Und wenn du dem Gremium keine 1A-Präsentation hinlegst, dann versohle ich dir den Hintern. Da war kein schämisches Grinsen, kein absichtliches Wortspiel. Aber aus dem, was er sagte, klang etwas anderes durch. Wir. Das sind wir. Was immer du da hast, gehört mir nicht. Ich zeigte auf den Stick. Ich habe die Papadakis-Präsentation nicht vorbereitet. Ich bin gegangen, bevor ich sie fertigstellen konnte. Er nickte, als wäre ich außergewöhnlich begriffsstutzig. Die Verträge waren unterschriftsreif, als du gekündigt hast. Ich habe diese Folien von deiner Arbeit zusammengestellt. Und das wirst du heute präsentieren. Nicht irgendeine Marketingkampagne für beschissenes Hundefutter. Es war demütigend, dass er mir das ins Gesicht schleuderte. Und ich trat ein paar Schritte auf ihn zu. Verdammt noch mal, Bennet. Ich habe mir den Arsch für dich aufgerissen. Und ich habe mir für Julian den Arsch aufgerissen. Ich werde mir wieder den Arsch aufreißen, wo immer ich als nächstes hingehe. Ob es um den Verkauf von Hundefutter geht oder um eine Milliarden-Dollar-Kampagne. Und ich fasse es nicht, dass du glaubst, du könntest damit herkommen und mir erzählen, wie ich meine Karriere zu managen habe. Du kontrollierst mich nicht. Er kam näher. Ich will dich nicht kontrollieren. Schwachsinn! Ich will dir helfen. Ich brauche deine Hilfe nicht. Doch, Chloe, das tust du. Nimm es. Das ist deine Arbeit. Er war nah genug, um die Hand auszustrecken und mich zu berühren. Und er trat noch einen Schritt näher heran. Nah genug, dass ich seine Körperwärme spüren konnte, riechen konnte, wie sich seine Seife und seine Haut zu diesem vertrauten Duft verbanden. Bitte, du hast es verdient. Es wird den Ausschuss mehr beeindrucken. Vor einem Monat wollte ich mehr als alles andere diesen Account präsentieren. Er war monatelang mein Leben gewesen. Er gehörte mir. Ich spürte, wie mir Tränen in die Augen stiegen und blinzelte sie weg. Ich will dir nicht schuldig sein. Es geht hier um keinen Gefallen. Ich bin es, der dir etwas zurückzahlt. Ich bin es, der zugibt, dass er es verkackt hat. Ich bin es, der dir sagt, dass du einer der klügsten Businessköpfe bist, die ich je kennengelernt habe. Sein Blick wurde weicher. Er schob mir eine Haarsträhne von der Schulter. Du wirst mir nichts schuldig sein, es sei denn, du willst es auf eine vollkommen andere Weise. Ich glaube nicht, dass ich wieder für dich arbeiten kann. Ich versuchte, den Kloß in meinem Hals zu ignorieren. Es kostete mich alle Kraft, nicht meine Hand auszustrecken und ihn zu berühren. Das habe ich auch nicht gemeint. Ich sage dir, dass ich als Chef Mist gebaut habe. Er schluckte nervös, atmete tief durch. Und ich habe als Freund vollkommen Mist gebaut. Bitte, du musst diese Folien annehmen. Er hielt mir den Stick entgegen. Und du musst mich zurücknehmen. Bitte. Ich starrte ihn an. Ich muss zurück in den Besprechungsraum. Nein, musst du nicht. Sie verspäten sich. Er sah auf seine Uhr. Vor ungefähr einer Minute hat Henry Mitzulieber Cheng angerufen und ihn mit irgendeinem Blödsinn abgelenkt, damit ich mit dir unter vier Augen sprechen kann und dir sagen kann, dass du a. ein Idiot bist und b. ich noch eine Chance bei dir haben will. Nur schwer konnte ich mir ein Grinsen verkneifen, und ich biss mir auf die Unterlippe, um es unter Kontrolle zu halten. Benet triumphierte. Ich bin dir dankbar für das, was du hier tust, sagte ich vorsichtig. Ich habe hart an diesem Account gearbeitet, und ich habe tatsächlich das Gefühl, dass er mir gehört. Wenn es dir recht ist, fände ich es gut, wenn der Ausschuss die Einzelheiten zu Pepe Delkes in den Handouts sieht. Aber ich werde trotzdem den Sanders-Pitch präsentieren. Er dachte darüber nach, musterte mich. Ein Muskel in seinem Kiefer zuckte, ein überdeutliches Zeichen seiner Ungeduld. Na schön, präsentiere ihn mir hier. Überzeug mich, dass du da drinnen keinen Selbstmord begehst. Ich stellte mich gerade hin und sagte, Die Kampagne spielt mit der Kochshow Top Chef. Jede Episode oder Anzeige wird sich um eine andere Zutat in ihrem Essen drehen und einen dazu herausfordern, ein Spitzengummi-Essen für Hunde zu kreieren. Bennets Blick war verschleiert, aber er lächelte aufrichtig. Das ist schlau, Chloe. Ich strahlte angesichts seiner Ehrlichkeit, genoss den Moment. Eigentlich nicht. Das ist der Witz. Sanders' Zutaten sind einfach. Gutes Fleisch, schlichtes Getreide. Hunde interessiert es nicht, wie ausgefallen ihr Futter ist. Sie wollen Fleisch oder einen Knochen. Das schmeckt gut. Mein Vater gab seinen Hunden jeden Tag Gourmet-Futter mit braunem Reis und Weizengras. Kein Witz. Und als besonderes Geburtstagsgeschenk gab er ihnen einen billigen, fleischigen Knochen. Es ist der Besitzer, dem Gemüse und brauner Reis und der ganze Scheiß wichtig ist. Nicht der Hund. Sein Lächeln wurde breiter. Es ist eine Art, uns über uns lustig zu machen, wie wir unsere Hunde verwöhnen und unserer Neigung nachgehen, sie wie ein Familienmitglied zu behandeln. Sanders ist das Fleisch-Knochen-Futter, mit dem du sie jeden Tag verwöhnen kannst. Die Hunde, die in dem Spot die Richter sind, werden sich immer für Sanders-Rezept entscheiden. Du hast es geschafft. Eine Kampagne zu entwerfen? Darum ging es ja schließlich. Ja, aber ich wusste, dass du das kannst. Ich meine, wie du sie gepitcht hast. Du hast mich in die Falle tappen lassen, mich bloßgestellt. Ich lachte, weil ich Bennets Art von Komplimenten kannte. Danke. Nimm mich zurück, Chloe. Sag mir jetzt sofort, dass du das tun wirst. Noch ein lauteres Lachen brach aus mir hervor und ich rieb mir mit den Händen übers Gesicht. Immer noch so ein herrisches Arschloch. Willst du etwas so tun, als ob du mich nicht vermisst? Du siehst ebenfalls beschissen aus, weißt du das? Julia rief mich letzte Nacht an, als ich die Folien zusammengestellt habe. Ich starrte ihn mit offenem Mund an. Julia hat dich angerufen? Und sie hat mir gesagt, dass du vollkommen durcheinander bist und ich gefälligst meinen Scheiß geregelt kriegen und dich finden muss. Ich habe ihr gesagt, dass ich schon dabei bin. Ich hatte es eh vor. Aber ihr Anruf hat es mir leichter gemacht, hierher zu kommen. Bereit, dich anzubetteln. Weißt du überhaupt, wie man bettelt? Ich grinste jetzt übers ganze Gesicht. Bennet leckte sich über die Lippen, ließ seinen Blick auf meinen Mund ruhen. Vermutlich nicht. Willst du es mir zeigen? Versuch's mal. Winsel mal so richtig um Gnade. Bei allem Respekt, ich muss sie darum bitten, mir einen zu blasen, Miss Mills. Nur wenn sie richtig darum bette, Eng. Seine Augen weiteten sich, und bevor er irgendetwas sagen konnte, nahm ich ihm die Papadelkes-Akte aus der Hand und ging hinaus. Ich betrat den Besprechungsraum. Bennet war mir dicht auf den Fersen. Das Dröhnen der gemurmelten Unterhaltung erstarb, als wir auftauchten. Rasch übergab ich Direktor Cheng die Akte, und er blätterte durch die Handouts der Papadelkes-Präsentation. Er lächelte leicht. Wie um Himmels Willen haben Sie es geschafft, zwei Projekte fertigzustellen? Stotternd brachte ich ein paar unzusammenhängende Laute hervor, vollkommen unvorbereitet auf diese spezielle Frage. Sie ist tüchtig, sagte Bennet, ging um mich herum und setzte sich an den Tisch. Als sie den Papadelkes-Account eingetütet hatte, schlugen wir ihr vor, kurz woanders noch ein Praktikum zu machen, bis sie ihren Abschluss in der Tasche hätte. Schließlich hoffen wir, dass sie in naher Zukunft bei Ryan Media arbeiten wird. Ich kämpfte damit, mir meine Überraschung nicht anmerken zu lassen. Wovon zum Teufel redete er da? »Fantastisch«, sagte ein älterer Mann am anderen Ende des Tisches. »Mit Peppadelkes?« Bennet nickte. »Unter meinem Vater. Er braucht jemand, der das managt, da es eine volle Stelle in Anspruch nehmen wird. Unsere Wahl fällt dabei natürlich auf Chloe, wenn sie denn unser Angebot annehmen wird.« Ich schluckte ungefähr 5000 unterschiedliche Reaktionen hinunter. Die erste war Irritation, weil er das vor dem Ausschuss zum Thema brachte, aber vermischt damit waren auch Dankbarkeit, Begeisterung und Stolz. Bennet würde etwas zu hören bekommen, wenn ich hier fertig war. »Nun, dann lasst uns anfangen.« Chang lehnte sich in seinem Stuhl zurück. Ich nahm meinen Laserpointer in die Hand und ging nach vorne. Der Boden fühlte sich so an, als wäre er aus Wackelpudding. Zwei Stühle entfernt, am Tischende, räusperte Bennet sich und erregte meine Aufmerksamkeit. Danach würde ich ihn später auch fragen müssen, denn ich war mir ziemlich sicher, dass er just in dem Moment, als ich zu sprechen anfing, mit dem Mund den Satz formte »Ich liebe dich«, hinterhältiger Bastard. Sie sagten, es wäre für die Broschüre, die Website, den Newsletter der Firma. Sie ließen mich ein paar Papiere unterschreiben, viele Hände schütteln und für Fotos posieren. Sie boten mir sogar einen Job beim J.T. Miller Ausschuss an. »Sie ist schon vergeben«, sagte Bennet und zog mich zur Seite. Er starrte stumm zu mir hinunter, während alle anderen langsam den Raum verließen. »Ja, kommen wir dazu«, ich versuchte wütend zu klingen. Ich war immer noch vollkommen high von der Präsentation, von der Diskussion, von dem ganzen Tag. Bennet auf Kussdistanz da zu haben, war dabei nicht gerade abtörend. »Bitte sag nicht nein. Ich habe auf gewisse Weise Dads Pulver verschossen. Er wollte dich eigentlich heute Abend anrufen.« »Will er mir wirklich einen Job anbieten? Wirst du ihn annehmen?« Ich zuckte mit den Schultern. Mir war schwindelig. »Wer weiß. Jetzt will ich erst mal feiern.« »Du warst echt beeindruckend da oben«, er beugte sich vor und küsste mich auf die Wange. »Danke. So viel Spaß hatte ich seit Wochen nicht mehr.« »Die Handouts waren gut, stimmt's?« Ich verdrehte die Augen. »Ja, aber du hast einen entscheidenden Fehler gemacht.« Er verzog sein Gesicht. »Und er wäre?« »Du hast zugegeben, dass du weißt, wie man mit PowerPoint umgeht.« Lachend nahm er mir meine Laptop-Tasche ab, legte sie auf den Stuhl hinter sich und kam dann mit einem teuflischen Grinsen näher. »Ich habe früher für meinen Chef Präsentationen vorbereitet. Schließlich war ich auch mal ein Praktikant.« Ich bekam am ganzen Körper Gänsehaut. »Hat dein Chef dich angebrüllt?« »Manchmal«. Er fuhr mit seinem Zeigefinger meinen Arm hinauf. »Deine Handschrift kritisiert?« »Ständig«. Er beugte sich hinunter, küßte meinen Mundwinkel. »Hat dein Chef dich geküsst?« Mein Vater war schon immer mehr der Typ fürs Händeschütteln. Ich lachte, schlüpfte mit den Händen unter sein Jackett, sodass ich die Arme um ihn legen konnte. »Nun, ich bin nicht mehr deine Praktikantin.« »Nein, du bist meine Kollegin«. Mir gefiel der Klang. Ich brummte zufrieden. »Und meine Freundin?« »Ja«. Meine Stimme zitterte bei der Silbe, und ich verstand sehr genau die Bedeutung von »vor Erleichterung fast ohnmächtig werden.« Ich war mir sicher, dass Bennet hören konnte, wie mein Herz an seinem Körper pochte. Er biss mir ins Ohrläppchen. Ich muss mir neue Ausreden ausdenken, um dich in den Konferenzraum zu locken, damit du dich nackt ans Fenster stellst. Hitze erfüllte meine Adern. Du brauchst allerdings keine Ausreden, um mich nach Hause zu bringen. Bennet küsste mich auf die Wange und dann sanft auf den Mund. »Chloe?« »Ja, Bennet?« »Dieses Flirten ist echt nett und so. Aber ich meine es ernst, wenn ich dir sage, dass ich es nicht ertrage, wenn du mich noch mal verlässt. Ich bin fast daran zerbrochen.« Meine Rippen schienen bei dem Gedanken, alle Luft aus meinen Lungen zu quetschen. »Ich glaube nicht, dass ich das könnte. Ich will auch nicht wieder von dir getrennt sein. Aber du musst mir eine Chance geben, Sachen wieder gerade zu biegen, wenn ich Scheiße baue. Du weißt, dass ich manchmal ein Arsch bin. Manchmal«, knurrend flüsterte er, »und ich zerreiße des Suhs.« Ich schob eine Locke aus seiner Stirn. »Vergiss nicht das Perverseste. Du sammelst sie.« »Aber ich liebe dich«, er sah mich mit großen Augen an. »Und ich kenne die meisten Verkäuferinnen bei La Perla jetzt beim Vornamen. Ich bin da ziemlich häufig mit Leidensmine rumgeschlichen, während du weg warst. Außerdem weiß ich aus gut informierter Quelle, dass du mit mir den besten Sex deines Lebens hattest. Hoffentlich überwiegen also die positiven Aspekte.« Ich zog ihn zu mir herunter. »Komm her«, ich legte meinen Mund auf seinen, knabberte an seiner Unterlippe. Ich packte seine Manschetten, drehte mich um und drückte ihn gegen das Fenster, stellte mich auf Zehenspitzen, um näher an ihn heranzukommen, so nah wie möglich. »Du bist so fordernd jetzt, wo es offiziell ist.« »Halt die Klappe und küss mich«, befahl ich ihm lachend. »Ehr, Chefin!« Sie hörten »Beautiful Bastard«.